Teil 1 Der unzuverlässige Erzähler Ich kann meine Stimmen nicht mehr hören und weiß daher nicht so recht weiter. Irgendwie hege ich den Verdacht, dass Sie diese Geschichte viel besser erzählen könnten als ich. Wenigstens hätten Sie Ihre eigenen Ansichten und Vorschläge zu der Frage, was am Anfang und was am Ende und was dazwischen stehen könnte. Sie würden mir sagen, wo ich Details einarbeiten oder überflüssige Informationen aussparen sollte, was unverzichtbar und was trivial für Sie ist. Nach so langer Zeit fällt es mir nicht eben leicht, mich an diese Dinge zu erinnern, und ich könnte wahrhaftig Ihre Hilfe gebrauchen. Es ist so viel passiert, dass es wirklich schwer für mich ist, immer genau zu wissen, was wohin gehört. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob die Dinge, an die ich mich deutlich erinnern kann, tatsächlich stattgefunden haben. Eine Erinnerung, die eben noch in Stein gemeißelt war, erscheint mir im nächsten Moment so nebulös wie die Dunstschleier über einem Fluss. Darin liegt eines der Hauptprobleme für einen Verrückten. Man kann sich einfach nie sicher sein. Lange Zeit dachte ich, es hätte wie zwischen zwei Buchstützen gewissermaßen alles mit einem Tod begonnen und mit einem Tod geendet. Doch jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Vielleicht wurde das alles ja damals, vor so vielen Jahren, als ich jung und richtig verrückt war, von etwas viel Kleinerem und schwer Fassbarem ausgelöst, vielleicht einer heimlichen Eifersucht oder unterdrückten Wut, möglicherweise aber auch von etwas viel Größerem und Lauterem, wie dem Stand der Sterne am Himmel, den Kräften der Gezeiten oder der unaufhaltsamen Drehung von Mutter Erde. Fest steht nur, dass ein paar Leute gestorben sind und dass ich einfach mehr Glück als Verstand hatte, nicht zu ihnen zu gehören, was zu den letzten Bemerkungen meiner Stimmen gehörte, bevor sie abrupt verstummten. Anstelle ihres Raunens bekomme ich nun Medikamente, die sie zum Schweigen bringen. Einmal am Tag nehme ich brav ein psychotropes Mittel, eine ovale, eierschalenblaue Pille, von der ich einen derart trockenen Mund bekomme, dass ich wie ein keuchender alter Mann nach zu vielen Zigaretten klinge, oder wie ein halb verdursteter Deserteur der Fremdenlegion, der gerade diese Haare durchquert hat und um einen Schluck Wasser fleht. Darauf folgt unverzüglich ein scheußlich, bitterschmeckender Stimmungsheber, der die gelegentlich niederträchtigen, selbstmörderischen Depressionen bekämpft, in die ich, wie mir meine Sozialarbeiterin ständig predigt, jederzeit verfallen kann, egal, wie ich mich gerade fühle. In Wahrheit könnte ich, glaube ich, in ihr Büro marschieren und vor lauter überschwänglicher Freude über den positiven Verlauf meines Lebens die Hacken zusammenschlagen, und sie würde mich trotzdem fragen, ob ich meine tägliche Dosis genommen habe. Von dieser herzlosen kleinen Pille bin ich verstopft und von Wassereinlagerungen so aufgedunsen, als hätten sie mir die Blutdruckmanschette nicht um den linken Arm, sondern um den Brustkorb gelegt und sie dann fest aufgepumpt. Folglich brauche ich ein Diuretikum und ein Abführmittel, um diese Symptome zu bekämpfen. Natürlich bekomme ich vom Diuretikum rasende Migräne, als ob mir ein besonders fieser, grausamer Sadist mit dem Hammer an den Schädel schlüge. Ergo gibt es kodiinhaltige Schmerztabletten gegen diese kleine Nebenwirkung. Während ich wegen der anderen Pille ständig zur Toilette renne. Und alle zwei Wochen bekomme ich ein starkes Antipsychotikum mit einer kurzen Spritze injiziert. Zu diesem Zweck muss ich vor der Schwester im städtischen Krankenhaus die Hosen runterlassen, wofür sie mich mit stets haargenau demselben Lächeln und der haargenau im selben Ton gestellten Frage belohnt. Wie es mir denn heute ginge, worauf ich ganz gut antworte, egal ob es stimmt oder nicht, weil ich trotz der verschiedenen Nebelschleier des Wahnsinns durchaus kapiere, dass es ihr so was von egal ist, wie es mir geht, und dass sie es lediglich als ihre Pflicht erachtet, mir eine Rückmeldung zu entlocken. Das Problem ist nur, dass dieses Antipsychotikum mich zwar, wie Sie mir zumindest weismachen wollen, an boshaftem, abscheulichem Verhalten hindert, aber mir auch eine kleine Schüttellähmung in den Händen beschert, sodass sie zittern, als wäre ich irgend so ein nervöser Steuersünder, der dem Buchprüfer des Finanzamts gegenüber sitzt. Außerdem zucken mir davon die Mundwinkel ein wenig, sodass ich ein Muskelrelaxans benötige, damit mein Gesicht nicht zu einer ewigen Kinderschreckmaske erstarrt. Dieser ganze Cocktail also brodelt mir wohl oder übel durch die Adern, und während er mit seinem beruhigenden Einfluss zu den verantwortungslosen Impulsen eilt, die wie eine aufsässige Teenie-Bande in meinem Hirn herumtollt, greift er unterwegs auch eine Reihe Organe an, die keine Ahnung haben, was das Ganze soll. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Fantasie einem unberechenbaren Dominostein gleicht, der plötzlich aus dem Gleichgewicht kommt, erst hin- und herschwankt und dann gegen all die anderen Kräfte in meinem Körper kippt, sodass er eine groß angelegte Kettenreaktion auslöst, bei der die Steine in meinem Innern willkürlich klick, klick, klick alle übereinander purzeln. Da war es doch entschieden einfacher, als ich noch ein junger Mann war und nichts weiter zu tun hatte, als auf meine Stimmen zu hören. Meistens waren sie auch gar nicht mal so schlimm. Gewöhnlich waren sie schwach, wie ein verhallendes Echo über einem Tal, oder auch wie ein Getuschel zwischen Kindern, die sich in einer Ecke des Spielzimmers Geheimnisse zuflüstern, auch wenn sie, sobald es einmal gefährlich wurde, sich laut Gehör verschafften. Und meistens waren meine Stimmen nicht allzu fordernd. Sie machten Vorschläge, erteilten Rat, stellten unbequeme Fragen. Gelegentlich neigten sie ein bisschen zur Nörgelei, wie eine altjüngferliche Großtante, mit der bei einem Festschmaus niemand so recht etwas anfangen kann und die zwar in die Feier einbezogen wird und durch die eine oder andere unsinnige oder politisch unkorrekte Bemerkung aus der Rolle fällt, ansonsten aber weitgehend unbeachtet bleibt. Irgendwie leisteten die Stimmen mir Gesellschaft, besonders dann, wenn ich keine Freunde hatte. Ich hatte sogar zwei Freunde, und sie gehören zu der Geschichte. Ich dachte einmal, sie wären sogar der entscheidende Teil der Geschichte, doch da bin ich mir nicht mehr so sicher. Nun hatten es einige der anderen Leute, denen ich in jenen, meiner Ansicht nach, richtig verrückten Jahren begegnete, weitaus schlimmer erwischt als mich. Ihre Stimmen schleuderten ihnen Befehle entgegen, wie diese Ausbilder bei den Marines, die Kerle mit diesen dunkelbraun-grünen, breitkrempigen Hüten, die sie tief in die Stirn gezogen haben, sodass ihr kahlgeschorener Schädel von hinten zu sehen ist. »Schritt, Marsch! Antreten! Abtreten! Oder schlimmer, bring dich um! Oder noch schlimmer, bring jemand anderen um!« Die Stimmen, die diese Leute anbrüllten, kamen von Gott oder Jesus oder Mohammed oder vom Nachbarshund oder ihrem längst verstorbenen Großonkel. Vielleicht auch von Außerirdischen. Zuweilen waren sie ein Chor aus Erzengeln oder Dämonen. Diese Stimmen waren hartnäckig und fordernd und nicht im Mindesten kompromissbereit, und ich wurde nach und nach ziemlich geübt darin, anhand der Anspannung, die diesen Leuten ins Gesicht geschrieben stand, und der Verkrampfung ihrer Muskeln zu erkennen, dass sie etwas ziemlich laut hörten und dass dies selten Gutes versprach. In solchen Momenten verdrückte ich mich einfach und wartete beim Eingang oder am anderen Ende des Tagesraums, weil jeden Moment etwas Verhängnisvolles passieren konnte. Es war ein bisschen so wie ein albernes Detail, das ich mir aus der Grundschulzeit eingeprägt hatte. Bei einem Erdbeben bietet eine Türöffnung den besten Schutz, weil die Laibung über der Öffnung statisch stabiler ist als eine Wand und einem daher mit geringerer Wahrscheinlichkeit über dem Kopf zusammenbricht. Wenn ich also sah, dass bei einem Mitpatienten die Turbulenzen immer heftiger wurden und eine Eruption zu erwarten war, suchte ich den Türrahmen auf, wo ich die besten Überlebenschancen hatte. Und war ich erst einmal da, konnte ich auf meine eigenen Stimmen hören, die im Allgemeinen auf mich aufzupassen schienen und mich nicht selten warnten, mich schleunigst auf die Socken zu machen und zu verstecken. Sie hatten seltsamerweise einen ausgeprägten Selbstschutzinstinkt und wäre ich nicht, als sie sich in jungen Jahren zu mir geselten, so dumm gewesen, ihnen laut, vernehmlich zu antworten, hätte es vermutlich nie eine Diagnose gegeben und ich wäre vermutlich gar nicht erst eingewiesen worden. Doch das ist Teil der Geschichte, wenn auch wahrlich nicht der rühmlichste Teil. Gleichwohl vermisse ich sie auf eigentümliche Weise, denn jetzt bin ich meistens einsam. Heutzutage ist es ziemlich hart, ein Irrer im mittlerem Alter zu sein. Oder Ex-Irrer, solange ich die Pillen nehme. Jetzt verbringe ich meine Tage auf der Suche nach Bewegung. Ich mag es nicht, zu lange herumzusitzen, also gehe ich spazieren. Im Schnellschritt, im Eilmarsch streife ich durch die Stadt, von den Parks in die Einkaufszentren zu den Industriegebieten. Dabei bin ich ein aufmerksamer Beobachter, auch wenn ich immer in Bewegung bleibe. Oder aber ich gehe zu Veranstaltungen, wo ich einen ganzen Sturzbach an Bewegungen vor Augen habe, wie ein Highschool-Football- oder Basketball-Match, oder auch nur das Fußballspiel einer Jugendmannschaft. Sobald vor meinen Augen etwas los ist, kann ich Pause machen. Ansonsten halte ich meine Füße auf Trab. Fünf, sechs, sieben oder mehr Stunden am Tag. Ein täglicher Marathon, bei dem ich mir die Schuhsohlen abgelaufen habe und der dafür sorgt, dass ich zäh und mager bleibe. Im Winter erbettele ich mir plumpe, klobige Stiefel von der Heilsarmee. Den Rest des Jahres trage ich Laufschuhe, die ich mir im Sportgeschäft um die Ecke besorge. Alle paar Monate steckt mir der Besitzer ein Paar von einem Auslaufmodell Größe zwölf zu, um das letzte derart abgelaufene Paar zu ersetzen, das mir nur noch in Fetzen an den Füßen hängt. Zu Beginn des Frühjahrs, nach der Schneeschmelze, marschiere ich zu den Wasserfällen rauf, wo es eine Fischtreppe gibt. Dort wache ich jeden Tag freiwillig über die Rückkehr der Lachse in die Wasserscheide des Connecticut River. Diese Aufgabe besteht darin, dass ich tonnenweise Wasser durch den Staudamm fließen sehe und gelegentlich einen Fisch entdecke, der gegen den Strom zu schwimmen versucht, weil ihn ein starker Instinkt zu der Stelle zurücktreibt, wo er einst als Laich abgelegt worden war und wo er, diesem großen Mysterium folgend, seinen eigenen Laich ablegen und dann sterben wird. Ich bewundere die Lachse, weil ich weiß, wie es ist, von Kräften getrieben zu werden, die andere nicht sehen, hören oder nachempfinden können, und einer unumgänglichen Pflicht zu gehorchen, die größer ist als man selbst. Psychotische Fische Nachdem sie sich jahrelang zu ihrem Vergnügen in der Weite des Ozeans getummelt haben, hören sie plötzlich tief in ihrem Innern eine Fischstimme, die darauf besteht, dass sie sich auf diese unmögliche Reise in den eigenen Tod begeben. Für mich sind diese Lachse so verrückt, wie ihr es einmal war. Wenn ich einen zu Gesicht bekomme, dotiere ich das auf einem Formular, das mir das Naturschutzamt zur Verfügung gestellt hat, und manchmal flüstere ich ihnen einen stillen Gruß zu. Hallo, Bruder. Willkommen im Club. Es gibt einen Trick, wenn man die Fische entdecken will. Denn nachdem sie im Salz des Ozeans so viele Meilen zurückgelegt haben, sind sie mit ihren silbrig glänzenden Seiten überaus wendig. Man sieht nur ein Schimmern im glitzernden Wasser, das dem ungeübten Auge entgeht, fast so, als ob eine gespenstische Kraft in das kleine Fenster eingedrungen sei, über das ich wache. Inzwischen kann ich die Ankunft eines Lachses schon beinahe fühlen, bevor er tatsächlich unten an der Treppe erscheint. Es macht Spaß, die Fische zu zählen, auch wenn Stunden vergehen können, bevor einer sich blicken lässt, und auch wenn nie genügend kommen, um die Typen vom Naturschutz glücklich zu machen, die auf ihre Rückkehrdiagramme starren und frustriert die Köpfe schütteln. Doch meine Fähigkeit, sie auszumachen, bringt noch andere Vorteile mit sich. Immerhin war es mein Vorgesetzter vom Naturschutzamt, der die örtliche Polizeidienststelle anrief und sie wissen ließ, ich sei vollkommen harmlos, auch wenn ich mich stets fragte, woraus er das schloss, und auch so meine Zweifel hegte, ob er es wirklich glaubte. Und so werde ich bei den Footballspielen und anderen Ereignissen geduldet, und bin in dieser kleinen ehemaligen Hüttenstadt inzwischen, wenn schon nicht willkommen, so doch akzeptiert. Mein Tagesablauf wird nicht hinterfragt, und ich gelte mehr als Exzentriker, denn als Irrer. Ein Etikett, mit dem sich, wie ich über die Jahre begriffen habe, recht gut leben lässt. Ich wohne in einem kleinen Einzimmer-Apartment, das der Staat bezahlt. Meinen Einrichtungsstil beschreibe ich gern als Sperrmüllmoderne. Meine Kleider beziehe ich entweder von der Heilsarmee oder von einer meiner jüngeren Schwestern, die ein paar Städte weiter weg wohnen, und gelegentlich von irgendeinem mir nicht einleuchtenden Schuldgefühl geplagt, versuchen, etwas für mich zu tun, indem sie die Kleiderschränke ihrer Ehemänner plündern. Sie haben mir secondhand einen Fernseher gekauft, in dem ich ebenso selten etwas ansehe, wie ich etwas in ihrem Radio höre. Alle paar Wochen kommen sie zu Besuch, bringen sich leicht eingedickte, selbstgekochte Mahlzeiten in Tupperschüsseln mit, und wir reden eine Weile verlegen miteinander, meist über meine betagten Eltern, die wenig Neigung verspüren, mich zu sehen, weil ich sie an die enttäuschten Hoffnungen und die Bitterkeit erinnere, die das Leben so unerwartet mit sich bringt. Ich kann damit leben und versuche, mich von ihnen fernzuhalten. Meine Schwestern sorgen dafür, dass die Heizungs- und Stromrechnungen bezahlt werden. Sie stellen auch sicher, dass ich nicht vergesse, die dürftigen Schecks einzulösen, die von verschiedenen staatlichen Hilfsorganisationen kommen. Und sie fragen lieber zweimal nach, damit ich auf alle Fälle meine Medikamente nehme. Manchmal weinen sie, glaube ich, wenn sie sehnen, in welcher Hoffnungslosigkeit ich lebe. Doch das ist ihre Sichtweise, nicht meine. Denn tatsächlich führe ich ein ziemlich komfortables Leben. Verrückt zu sein, gewährt eine recht interessante Sicht auf das Leben. Auf jeden Fall ist man besser in der Lage, gewisse Dinge hinzunehmen, die das Schicksal für einen bereithält, außer wenn die Wirkung der Medikamente ein wenig nachlässt. Denn dann kann ich darüber, wie das Leben mit mir umgesprungen ist, ziemlich sauer werden. Meistens aber habe ich Verständnis, wenn ich auch nicht eben glücklich bin. Und mein Dasein gewährt mir faszinierende Einblicke, so dass ich zum Beispiel zu einem intimen Kenner der Vorgänge in dieser kleinen Stadt geworden bin. Man würde kaum für möglich halten, was ich bei meinen täglichen Wanderungen alles mitbekomme. Solange ich die Augen offen halte und die Ohren spitze, schnappe ich alles Mögliche auf. Seit meiner Entlassung aus der Klinik, seit all das, was mir dort bevorstand, nunmehr hinter mir liegt, wende ich das Gelernte an, indem ich meine Beobachtungsgabe kultiviere. Während ich meine Tagesruten abmarschiere, erfahre ich, wer eine schäbige kleine Affäre mit welchem Nachbarn hat, wessen Ehemann ausgezogen ist, wer zu viel trinkt, wer seine Kinder verprügelt. Ich kann genau sagen, wessen Geschäft ums Überleben kämpft und wer durch Erbschaft oder Lotterie gewinnen zu etwas Geld gekommen ist. Ich weiß, welcher Teenager auf ein Football- oder Basketball-College-Stipendium hofft und welcher andere Teenager für ein paar Monate zu einer entfernten Tante geschickt wird und sich dort vielleicht um eine unverhoffte Schwangerschaft kümmern muss. Ich habe herausgefunden, welcher Kopf einen in Ruhe lässt und welcher schnell den Knüppel oder den Strafzettel zückt, je nachdem, um welches Vergehen es sich handelt. Und dann sind da noch die weniger bedeutenden Ereignisse, die damit zu tun haben, wer ich bin und zu wem ich geworden bin. Zum Beispiel die Friseuse, die mich kurz vor Ladenschluss hereinwinkt, um mir die Haare zu schneiden, damit ich auf meinen täglichen Wanderungen manierlicher aussehe, und die dann auch noch von ihrem Trinkgeld fünf Dollar für mich abzweigt. Oder der Filialleiter von McDonald's, der mich vorbeigehen sieht und mir mit einer Tüte Burger und Fritten nachrennt und dem zu Ohren gekommen ist, dass ich lieber Vanille als Schokoladenshakes trinke. Als Verrückter herumzulaufen, verschafft einem die klarste Sicht auf die menschliche Natur. Ein bisschen ist es so, als strömte die Stadt an einem vorbei wie das Wasser am Fischtreppenfenster. Und es ist ja nicht so, als würde ich mich nicht nützlich machen. Einmal habe ich gesehen, dass ein Fabriktor offen stand, das normalerweise abgeschlossen war, und ich fand einen Polizisten, der die Lorbeeren für den angeblich durch ihn vereitelten Einbruch einheimste. Als ich mir allerdings eines schönen Frühlingsnachmittags das Kennzeichen eines Mannes merkte, der einen Radler überfuhr und während sein Opfer bewusstlos auf der Straße lag, Fahrerflucht beging, zollte die Polizei mir mit einer Urkunde Dank. Unter der etwas peinlichen Rubrik »Gespür für seinesgleichen«, darf ich es wohl verbuchen, dass ich an einem Wochenende im Herbst auf meinem Weg an einem Park mit spielenden Kindern vorbei einen Mann ins Visier bekam und an der Art, wie er am Eingang herumlungerte, sofort erkannte, dass etwas ganz entschieden nicht stimmte. Früher einmal hätten ihn meine Stimmen bemerkt und sich lautstark zu Wort gemeldet. Doch diesmal übernahm ich es selbst, ihn der jungen Vorschullehrerin zu melden, die ich kannte, und die auf der Bank zehn Meter vom Sandkasten und den Schaukeln entfernt in einer Frauenzeitschrift las und ihren Schutzbefohlenen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenkte. Wie sich herausstellte, war der Mann erst kürzlich aus der Anstalt entlassen und am selben Morgen als Sexualtäter angezeigt worden. Diesmal gab es keine Urkunde, doch die Lehrerin ließ ihre Kinder ein buntes Bild für mich malen, auf dem sie sich beim Spielen darstellten. In dieser wundervoll krakeligen Schrift, die Kinder haben, bevor wir sie mit Erklärungen und Meinungen belasten, prangte ein großes Danke quer über dem Gemälde, das ich mit nach Hause nahm und mir übers Bett hängte, wo es sich nach wie vor befindet. Ich führe ein etwas muffig, vergilbtes Leben, das mich immer mal wieder an die Farben erinnert, die ich möglicherweise erlebt hätte, wäre ich nicht auf den Weg gestolpert, der mich hierher führte. Ein Mann im Grenzbereich zur Welt der Normalen Ich vermute mal, dass ich so oder so ähnlich auch den Rest meiner Tage herumgebrachte und nie daran gedacht hätte, zu verraten, was ich alles über die Vorkommnisse wusste, deren Zeuge ich geworden war, wäre da nicht dieser Brief von einer staatlichen Behörde gewesen. Er war verdächtig dick, und auf dem Umschlag stand mit Schreibmaschine getippt, mein Name. Von dem üblichen Haufen Reklamezettel und Rabattmarken der umliegenden Lebensmittelgeschäfte hob er sich deutlich ab. Man bekommt nicht viel persönliche Post, wenn man ein derart isoliertes Leben führt, und fällt einmal etwas aus dem Rahmen, besitzt es eine magische Anziehungskraft und will er gründet werden. Nachdem ich die übrige Post weggeworfen hatte, riss ich den Brief mit einiger Neugier auf. Als erstes registrierte ich, dass sie meinen Namen richtig geschrieben hatten. »Lieber Mr. Francis X. Pitrell« Der Anfang war also vielversprechend. Ein Vorname, den man mit dem anderen Geschlecht teilt, stiftet leider oft Verwirrung. Nicht selten bekomme ich Routine-Schreiben von der Gesundheitsfürsorge, Ihnen legen keine Ergebnisse von meinem letzten Abstrich vor, und ob ich mich dann auf Brustkrebs untersuchen lassen hätte. Ich habe inzwischen aufgegeben, diese fehlgeleiteten Computer zu korrigieren. Das Komitee zur Erhaltung des Western State Hospital hat Sie als einen der letzten Patienten ermittelt, die entlassen wurden, bevor das Institut vor etwa 20 Jahren geschlossen wurde. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es eine Initiative, Teile des Klinikgeländes in ein Museum umzuwandeln, während der Rest als Baugebiet ausgewiesen werden soll. Im Rahmen dieser Initiative sponsert das Komitee eine eintägige Überprüfung der Klinik, Ihrer Geschichte, der wichtigen Rolle, die Sie in diesem Bundesstaat gespielt hat, sowie der gegenwärtigen Behandlungsmethoden im Bereich der Psychiatrie. Wir laden Sie ein, an diesem Tag teilzunehmen. Es sind Seminare, Vorträge und Unterhaltungsveranstaltungen geplant. Ein vorläufiges Programm liegt bei. Im Fall Ihrer Teilnahme wenden Sie sich bitte möglichst bald an die unten genannte zuständige Stelle. Ich las Namen und Telefonnummer der Person, die mit Vorstand des Planungsausschusses betitelt war. Dann blätterte ich zu der Anlage weiter, die aus einer Liste der vorgesehenen Tagesveranstaltungen bestand. Darunter waren Vorträge von einigen Politikern, deren Namen ich wiedererkannte, bis rauf zum Vizegouverneur sowie dem Oppositionsführer im Bundessenat. Es sollte Diskussionsgruppen unter der Leitung von Ärzten und Sozialgeschichtlern von einer Reihe nahegelegener Colleges und Universitäten geben. Ein Diskussionstitel sprang mir ins Auge. Die Wirklichkeit der Klinikerfahrung. Eine Präsentation. Darauf folgte der Name von jemandem, an den ich mich aus meiner eigenen Zeit in der Klinik wage, zu erinnern glaubte. Die Feier sollte mit einer musikalischen Einlage durch ein Kammerorchester abgerundet. Ich legte die Einladung auf einen Tisch und starrte sie einen Moment lang an. Mein erster Impuls war, sie zusammen mit dem übrigen Tagesmüll zu zerreißen, doch ich tat es nicht. Ich nahm sie wieder in die Hand, las sie noch einmal durch und setzte mich dann auf einen wackeligen Stuhl in der Zimmerecke, um die Frage, die sich mir stellte, zu erwägen. Ich wusste, dass es Leute gab, die keine Wiedersehensveranstaltungen ausließen. Pearl Harbor, D-Day-Veteranen treffen sich. Highschool-Klassenkameraden tauchen nach ein, zwei Jahrzehnten wieder auf, um auseinandergehende Taillenumfänge, fortschreitende Glatzen oder Hängebrüste zu taxieren. Colleges nutzen ehemaligen Treffen, um aus Absolventen, die mit tränenfeuchten Augen durch die alten, efeu bewachsenen Hallen schreiten und sich dabei nur die guten Momente ins Gedächtnis rufen, während sie die Schlechten lieber vergessen, großzügige Spenden herauszuquetschen. Solche Treffen sind ein fester Bestandteil der normalen Welt. Die Leute versuchen ständig Erinnerungen aufzufrischen, die das Gewesene verklären, und Emotionen neu zu entfachen, die sie entschieden besser ruhen lassen sollten. Ich nicht. Zu den Begleiterscheinungen meines Geisteszustands gehört es, dass ich mich mit Fleiß dem widme, was vor mir liegt. Die Vergangenheit ist ein Selbstläufer aus tückischen und schmerzlichen Erinnerungen. Wieso sollte ich die Zeit zurückdrehen wollen? Und dennoch zögerte ich. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Einladung mit einer Faszination betrachtete, die in mir aufzublühen schien. Obwohl es zum Western State Hospital nur eine Fahrtstunde war, hatte ich dem alten Gemäuer in all den Jahren seit meiner Entlassung keinen einzigen Besuch abgestattet. Und ich bezweifelte sehr, dass irgendjemand, der auch nur eine Minute hinter jenen Türen zugebracht hatte, dazu Lust verspürte. Ich schaute auf meine Hand und sah, dass sie ein wenig zitterte. Vielleicht ließ die Wirkung meiner Medikamente nach. Wieder sagte ich mir, dass der Brief am besten in den Papierkorb und ich selbst quer durch die Stadt wandern sollte. Das hier war eine bedrohliche Angelegenheit, eine beunruhigende Sache, denn sie gefährdete diese so mühsam zusammengesetzte Existenz. »Lauf schnell«, sagte ich mir, »schreite deine übliche Strecke ab. Darin liegt deine Rettung. Lass das andere hinter dir.« Ich war schon drauf und dran, genau das zu tun, doch etwas hielt mich zurück. Ich griff nach dem Telefon und tippte die Nummer der Vorsitzenden ein. Ich wartete zwei Klingeltöne lang. Dann meldete sich eine Stimme. »Hallo?« »Mrs. Robinson-Smiles, bitte«, sagte ich, ein wenig zu kurz angebunden. »Die Sekretärin am Apparat. Mit wem spreche ich, bitte?« »Mein Name ist Francis Savier-Petrel.« »Ah, Mr. Petrel, Sie rufen sicher wegen des Western-State-Tags an.« »Richtig«, sagte ich. »Ich werde kommen.« »Das ist großartig. Dann stelle ich Sie jetzt zu, Mrs.« Doch über meinen impulsiven Entschluss fast erschrocken legte ich auf. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, war ich schon zur Tür hinaus und lief, so schnell ich konnte, davon. Und wie ich Meter um Meter Betonbürgersteig und Teersplittstraße hinter mich brachte und die Ladenfronten und Häuser meiner Stadt achtlos passierte, fragte ich mich, ob meine Stimmen mir geraten hätten zu gehen. Oder nicht. Selbst für Ende Mai war es ein ungewöhnlich heißer Tag. Ich musste dreimal den Bus wechseln, bevor ich die Stadt erreichte. Und jedes Mal schien die Mischung aus heißer Luft- und Dieselabgasen schlimmer zu werden und mehr zu stinken, schien die Luftfeuchtigkeit höher zu sein. An jeder Haltestelle sagte ich mir, dass es vollkommen falsch war, zurückzugehen, weigerte mich aber doch, auf meinen eigenen Rat zu hören und umzukehren. Die Klinik lag in den Randbezirken einer typischen kleinen Universitätsstadt in Neuengland, die sich etwa gleich vieler Buchläden, Pizzerien, chinesische Restaurants und billiger Kleidergeschäfte mit einem Hang zu militärischen rühmen konnte. Ein Teil der Geschäfte allerdings strahlte eine bilderstürmerische Aufsässigkeit aus. Wie etwa der Buchladen, der sich auf Wälzer zu Selbsthilfe und Spiritualität spezialisiert hatte und dessen Verkäufer hinter der Theke den Eindruck machte, als hätte er jedes Buch auf den Regalen gelesen, doch keines gefunden, das half. Oder die Sushi-Bar, die ein bisschen schmuddelig wirkte und wo der Kerl, der den rohen Fisch zurechtschnitt, mit hoher Wahrscheinlichkeit Tex oder Paddy hieß und mit breitem Südstaaten-Akzent sprach. Die gestaute Wärme schien aus dem Bürgersteig unter meinen Füßen aufzusteigen. Abstrahlhitze, wie bei einer Heizspirale im Winter, die nur eine Stufe kennt. Höllisch! Mir klebte das einzige weiße Hemd, das ich besaß, unangenehm am Rücken, und ich hätte bestimmt die Krawatte gelockert, wäre ich sicher gewesen, dass ich sie wieder in Form bringen könnte. Ich trug den einzigen Anzug, den ich besaß, in dunkelblau. Für Freude und Leid sozusagen. Eine Anschaffung, die ich vorausschauend für die Bestattung meiner Eltern getätigt hatte. Doch sie hingen verbissen am Leben, und so war diese hier die erste Gelegenheit, ihn zu tragen. Auf jeden Fall fand ich, dass er dazu taugte, selbst darin beerdigt zu werden. Weil er meine sterblichen Überreste in der kalten Erde schön warm halten würde. Auf halber Höhe zum Klinikgelände jedenfalls schwor ich mir, ihn nie wiederzutragen. Egal, wie empört meine Schwestern wären, wenn ich zum Leichenschmaus, den sie für unsere Eltern ausrichteten, in Shorts und einem unverschämt schrillen Hawaii-Hemd erschien. Doch was konnten sie letztlich sagen? Schließlich bin ich der Irre in der Familie. Eine allzeit verfügbare Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Es war eine bauliche Kuriosität, dass das Western State Hospital auf der Kuppe eines Hügels mit Blick auf den Campus eines berühmten Frauencollege stand. Die Klinik bauten Äften das College nach. Viel Efeu und Backstein und weißgerahmte Fenster an den rechtwinkligen, drei- und vierstöckigen Wohnheimen, die je einen quadratischen Platz mit Bänken und einer kleinen Ulmengruppe einschlossen. Ich hatte immer den Verdacht gehegt, dass beide Bauvorhaben von denselben Architekten ausgeführt worden waren und der Bauunternehmer für die Klinik einfach Material vom College abzweigte. Aus der Vogelperspektive hätte man annehmen können, die Klinik und das College gehörten mehr oder weniger zusammen. Besagt im Vogel wäre es wohl entgangen, wie sehr sich ein Campus vom anderen unterschied, was man nur beim Betreten der jeweiligen Gebäude feststellen konnte. Da waren die Unterschiede dann nicht mehr zu übersehen. Die physische Demarkationslinie bildete eine einspurige, schwarze, geteerte Straße, die nicht einmal über einen Bürgersteig verfügte und sich eine Seite des Hügels hinaufschlängelte, einerseits. Und ein Reitgehege am gegenüberliegenden Hang, wo die besser situierten unter den gut situierten Studenten ihre Pferde bewegten, andererseits. Ich sah, dass die Stelle und Hürden immer noch da waren, wo ich sie vor zwanzig Jahren zuletzt gesehen hatte. Ein einsamer Reiter machte mit seinem Tier die Gangarten durch, indem er endlos um das Oval unter der Frühsommersonne kreiste und dann zu den Sprüngen beschleunigte. Ein Möbius Band der Aktivität. Ich hörte den schweren Atem des Tieres, das sich in der Hitze abmühte, und sah einen langen, blonden Pferdeschwanz unter dem schwarzen Helm der Halterin. Ihre Bluse war dunkel verschwitzt, und die Flanken des Tieres schimmerten feucht. Beide schienen die Ereignisse über ihnen weiter den Hügel hinauf nicht wahrzunehmen. Ich ging an ihnen vorbei, auf das leuchtend gelb gestreifte Zelt zu, das auf dem Innenhof direkt hinter der hohen Backsteinmauer und dem Eisentor zur Klinik errichtet worden war. Auf einem gedruckten Plakat stand »Anmeldung«. Eine korpulente, allzu wohlmeinende Dame hinter einem Spieltisch stattete mich mit einem Namensschildchen aus, das sie mir mit einer eleganten Geste am Revier versteckte. Außerdem überreichte sie mir eine Mappe mit zahlreichen Zeitungsartikeln zu den Bauvorhaben auf dem alten Klinikgelände. Eigentumswohnungen und exklusive Häuser, da das Gebäude über einen Blick aufs Tal und den Fluss in der Ferne verfügte. Ich fand das irgendwie seltsam. In all der Zeit, die ich dort verbracht hatte, konnte ich mich nicht erinnern, das blaue Band des Flusses in noch so großer Ferne je gesehen zu haben. Natürlich konnte es sein, dass ich es ohnehin für eine Halluzination gehalten hätte. Die Mappe enthielt außerdem einen kurzen Abriss der Klinikgeschichte und ein paar körnige Schwarz-Weiß-Fotos von Patienten bei der Behandlung oder beim Aufenthalt in den Tagesräumen. Ich suchte die Bilder nach mir vertrauten Gesichtern ab, meinem eigenen Inbegriffen, erkannte aber niemanden wieder, außer, dass ich alle wiedererkannte. Wir waren nun mal alle gleich, wie wir in unterschiedlichen Stadien der Bekleidung und Medikation durch die Flure schlurften. Die Mappe enthielt auch ein Veranstaltungsprogramm. Und ich sah eine Reihe von Leuten auf ein Gebäude zu streben, in dem sich nach meiner Erinnerung einmal die Hauptverwaltung befunden hatte. Den Vortrag um diese Zeit sollte ein Geschichtsprofessor zu dem Thema »Die kulturelle Bedeutung des Western State Hospital« halten. Wenn man bedachte, dass wir Insassen auf das Gelände beschränkt und mehrheitlich in den Wohnheimen eingeschlossen gewesen waren, fragte ich mich, was er sich zu diesem Thema einfallen lassen würde. Ich erkannte den Vizegouverneur, der von seinen Mitarbeitern umringt anderen Politikern die Hände schüttelte, als er den Bau betrat. Er lächelte. Doch ich konnte mich an keinen anderen Fall erinnern, dass jemand gelächelt hätte, der durch diese Tür geleitet wurde. Hierher wurde man als erstes gebracht und abgefertigt. Unter dem Veranstaltungsprogramm stand eine Warnung in Blockschrift. Eine Reihe der Gebäude seien wegen ihres schlechten baulichen Zustands nur auf eigene Gefahr zu betreten. Die Warnung ging mit der Bitte einher, den Besuch aus Sicherheitsgründen auf das Verwaltungsgebäude und den Platz zu beschränken. Ich ging ein paar Schritte auf die Reihe Warten dazu, die sich für den Vortrag angestellt hatten, und blieb dann stehen. Ich beobachtete, wie die Menge schrumpfte, sobald das Gebäude sie verschlang. Dann drehte ich mich um und lief zügig über den Hof. Die Erkenntnis, die mich plötzlich traf, war ziemlich simpel. Ich war nicht hergekommen, um mir einen Vortrag anzuhören. Ich brauchte nicht lange, um mein altes Gebäude wiederzufinden. Ich hätte die Wege mit geschlossenen Augen gehen können. Die Metallgitter vor den Fenstern hatten Rost angesetzt. Das Eisen hatte mit den Jahren eine schmutzige, braune Farbe angenommen. Ein Gitter hing wie ein gebrochener Flügel nur noch an einer einzigen Strebe. Die Backsteinfassade war ebenfalls zu einem erdfarbenen Ton nachgedunkelt. Der Efeu, der sich an die Mauer krallte, hatte wild, wuchernde, frische Triebe. Die Sträucher, die einst den Eingang schmückten, hatten nicht überlebt, und die große Flügeltür, die ins Gebäude führte, hing lose an rissigen, splitternden Pfosten. Auch der Name des Hauses, der grabsteinartig an der Ecke in eine graue Granitplatte gemeißelt war, hatte gelitten. Jemand hatte etwas vom Stein weggeschlagen, sodass nur noch M. Hurst zu lesen war. Das A., mit dem der Namenszug ursprünglich einmal begann, war nur noch eine gezackte Narbe. Irgendjemand hatte so viel Sinn für Ironie besessen, sämtliche Wohneinheiten nach berühmten Colleges und Universitäten zu benennen. Es hätte einen Harvard, Yale und Princeton, einen Williams und Wesleyan, einen Smith und Mount Holyoke gegeben, außerdem das Welsley und natürlich das Amherst, in dem ich damals wohnte. Der Bau war nach der Stadt und dem College benannt, die ihrerseits auf einen britischen Soldaten, Lord Geoffrey Amherst, zurückgingen, der seinerseits zu Ruhm und Ehren gelangt war, indem er rebellierende Indianerstämme skrupellos mit Pocken infizierten Decken ausstattete. Seine Geschenke schafften dann auch in kürzester Zeit, was Kugeln, Plunder und Verhandlungen nicht zu Wege gebracht hätten. An die Tür war ein Schild genagelt, und ich ging näher heran, um es zu lesen. Das erste Wort lautete »Gefahr« in Großbuchstaben. Es folgte einiges juristisches Blabla von der staatlichen Bauaufsicht, das auf eine amtliche Untauglichkeitsbescheinigung für dieses Gebäude hinauslief und ebenfalls in Großbuchstaben mit dem Hinweis endete »Unbefugten ist der Zutritt nicht gestattet«. Ich fand das interessant. Damals war es den Insassen so vorgekommen, als hätte man sie für untauglich erklärt. Nie wäre es uns in den Sinn gekommen, dass die Wände, Riegel und Schlösser, die unser Leben eingrenzten, eines Tages dasselbe Schicksal ereilen würde. Außerdem schien es, als hätte sich bereits jemand anders über die Warnung hinweggesetzt. Die Türschlösser waren mit einem Brecheisen bearbeitet worden, ein Werkzeug, dem es an Feinfühligkeit fehlt, und die Türen standen sperrangelweit offen. Ich packte den Knauf und zog fest daran, und mit einem knarrenden Laut öffnete sich die Tür. Ein modriger Geruch erfüllte den ersten Flur. In der Ecke stapelten sich Wein- und Bierflaschen, die, wie ich vermutete, über die andere Gruppe von Gästen Aufschluss gaben. Highschool-Kids auf der Suche nach einem Plätzchen, wo sie sich vor den gestrengen, elterlichen Blicken geschützt besaufen konnten. Die Wände waren von Schmutz und bizarren Graffiti-Slogans in verschiedenfarbigen Spritzlack überzogen. Einer lautete »Böse Jungs sind die Größten«, vermutlich war das so. In den Decken waren Rohre geplatzt, aus denen stinkendes, dunkles Wasser auf die Linoleumböden tropfte, und in jeder Ecke lagen Schutt und Müll, Staub und Dreck. In den abgestandenen Geruch des Alters mischte sich unverkennbar der Gestank menschlicher Exkremente. Ich lief ein paar Schritte weiter, musste aber stehen bleiben. Eine Faserplatte hatte sich gelöst und war so in den Flur gesackt, dass sie den Weg versperrte. Ich sah die Haupttreppe zu meiner Linken, die zu den oberen Stockwerken führte, doch sie war mit noch mehr Unrat übersät. Ich wollte einmal durch den Tagesraum links von mir gehen. Ich wollte die Behandlungszimmer sehen, die sich im ersten Stock aneinander reiten. Ich wollte auch einmal in die Zellen im obersten Stock, wo wir eingesperrt wurden, wenn wir mit unseren Medikamenten oder unserem Wahnsinn kämpften, und die Schlafseele, in denen wir wie unglückselige Camper reihenweise in Metallbetten untergebracht waren. Doch die Treppe sah baufällig aus, als könnte sie unter meinem Gewicht schwanken und zusammenbrechen, falls ich sie betrat. Ich kann nicht mehr sagen, wie lange ich von übergebeugt da drinnen hockte und auf den Nachhall von allem lauschte, was ich hier einmal gehört und gesehen hatte. Wie damals in meinen Tagen als Patient schien die Zeit weniger zu drängen, nicht so unaufhaltsam vorzuschreiten, als ob der kleine Zeiger auf meiner Uhr auf einmal kriechen würde und die Minuten nur widerstrebend verstrichen. Erinnerungen lauerten mir wie Gespenster auf. Ich konnte Gesichter sehen, Geräusche hören. Ich schmeckte und roch den Wahnsinn und die Verwahrlosung. Die Vergangenheit holte mich wie eine Flutwelle ein und zog mich in ihren Strudel. Als die Hitze der Erinnerung mich schließlich überwältigte, erhob ich mich langsam und verließ das Gebäude. Ich ging zu einer Bank unter einem Baum und setzte mich, um noch einmal zu meinem früheren Zuhause hinüber zu blicken. Während ich mit Mühe die frische Luft einsog, fühlte ich mich erschöpfter als nach meinen üblichen Ausflügen durch meine Heimatstadt. Ich starrte unverwandt in dieselbe Richtung, bis ich auf dem Gehweg hinter mir Schritte hörte. Ein kleiner, korpulenter Mann, ein wenig älter als ich, mit gelichtetem, graumilliertem, angeklatschtem Haar kam zu mir herübergerannt. Er hatte ein breites Lächeln aufgesetzt, doch einen leicht beunruhigten Ausdruck in den Augen. Und als ich mich zu ihm umdrehte, winkte er verstohlen. »Dachte mir schon, dass ich dich hier finde,« sagte er schwitzend und keuchend. »Ich habe deinen Namen auf der Anwesenheitsliste gesehen.« Er blieb plötzlich unschlüssig und einigem Abstand stehen. »Hallo, Seabird«, sagte er. Ich stand auf und streckte ihm die Hand entgegen. »Bonjour, Napoleon«, erwiderte ich. »So hat mich seit vielen, vielen Jahren niemand mehr genannt.« Er nahm meine Hand. Seine war vom Laufen ein wenig verschwitzt und sein Griff war schlaff. Das war vermutlich die Folge seiner Medikamente. Doch das Lächeln blieb. »Mich auch nicht«, sagte er. »Ich habe deinen richtigen Namen auf dem Programm gesehen«, sagte ich. »Du hältst eine Rede?« Er nickte. »Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, da vorn vor all den Leuten zu stehen«, sagte er. »Aber der Arzt, bei dem ich in Behandlung bin, gehört zu den Machern bei diesem Umbauprojekt. Und das war ganz und gar seine Idee.« Er sagte, es wäre eine gute Therapie für mich. Eine solide Demonstration auf dem glorreichen Weg zur vollständigen Heilung. Ich zögerte, bevor ich fragte, »Und was meinst du?« Napoleon setzte sich auf die Bank. »Ich glaube, er ist der Verrückte von uns beiden«, antwortete er. Er brach in ein leicht manisches Kichern aus, einen schrillen Laut, in den sich Nervosität und Freude mischten, und den ich aus unserer gemeinsamen Zeit in Erinnerung hatte. »Natürlich ist es hilfreich, dass alle einen noch immer für vollkommen irre halten, und dann kann man sich nicht allzu schlimm blamieren«, fügte er hinzu, und ich fiel in sein Grinsen ein. Eine solche Bemerkung konnte nur von jemandem stammen, der eine gewisse Zeit in einer Nervenheilanstalt zugebracht hatte. Ich setzte mich neben ihn, und wir starrten beide zum Amherst-Gebäude hinüber. Nach einer Weile seufzte er, »Bist du reingegangen?« »Ja.« »Es ist ein Saustall, reif für die Abrissbirne.« Das fand ich schon damals, als wir da gehaust haben, und als alle meinten, man könnte sich keinen besseren Ort zum Leben denken. Jedenfalls haben sie mir das weismachen wollen, als ich eingewiesen wurde. Psychiatrische Einrichtung nach den modernsten Erkenntnissen, die beste Behandlungsmethode für Geisteskranke in einem häuslichen Umfeld. Was für eine Lüge! Ich hielt den Atem an und fügte hinzu, »eine verdammte Lüge!« Jetzt war es an mir, zustimmend zu nicken. »Geht es darum, ich meine in deiner Rede?« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass Sie etwas in der Art hören wollen. Ich glaube, es ist besser, Ihnen was Nettes zu sagen, was Positives. Ich werde eine krasse Unwahrheit an die andere rein.« Ich dachte einen Moment lang darüber nach und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. »Das ist vielleicht ein Zeichen geistiger Normalität,« sagte ich. Napoleon lachte. »Ich hoffe, du hast recht.« Wir schwiegen beide ein paar Sekunden lang, dann flüsterte er in wehmütigem Ton, »ich werde Ihnen auch nichts von den Morden erzählen.« Und kein Sterbenswörtchen über Fireman oder diese Ermittlerin, die uns einen Besuch abgestattet hat, oder irgendetwas von dem, was am Ende passiert ist. Er sah die Emhurst-Fassade hoch und fügte hinzu, »wär sowieso eigentlich deine Geschichte?« Ich antwortete nicht. Napoleon schwieg einen Moment lang und fragte mich dann, »denkst du noch mal an die Sachen, die damals passiert sind?« Ich schüttelte den Kopf, doch wir wussten beide, dass es gelogen war. »Ich träume davon ab und zu,« sagte ich. »Aber es ist nicht so leicht, zwischen Erinnerung und Einbildung zu unterscheiden.« »Das leuchtet ein«, sagte er. »Weißt du, eines hat mir immer zu schaffen gemacht«, fuhr er langsam fort. »Ich habe nie erfahren, wo Sie die Leute begraben haben.« »Die Leute, die hier gestorben sind.« »Ich meine, eben noch waren Sie im Tagesraum und hingen wie alle anderen in den Fluren herum, und im nächsten Moment sind Sie vielleicht schon tot.« »Und dann?« »Hast du je mitbekommen, was Sie mit ihnen gemacht haben?« »Ja«, sagte ich nach kurzer Überlegung. »Sie hatten drüben am Rand des Klinikgeländes einen kleinen provisorischen Friedhof hinter der Verwaltung und Harvard Richtung Wald.« Er schloss sich direkt an den kleinen Garten an. »Ich glaube, jetzt ist er im Fußballplatz seiner Jugendmannschaft aufgegangen.« Napoleon wischt sich über die Stirn. »Bin froh, das zu hören«, sagte er. »Hab mich das immer gefragt. Jetzt weiß ich Bescheid.« Wieder schwiegen wir eine Weile. Dann sagte er. »Weißt du, welche Lektionen ich am meisten gehasst habe?« Hinterher, als alles vorbei war, nach unserer Entlassung, als wir zu ambulanten Behandlungen diesen anderen Kliniken zugewiesen wurden und die modernen Behandlungen und die neuen Medikamente bekamen, weißt du, was ich da gehasst habe? Was? Dass diese Illusion, an die ich mich all die Jahre so hartnäckig geklammert hatte, nicht nur eine Illusion war, sondern sogar eine weit verbreitete Illusion. Dass ich nicht der Einzige war, der sich für eine Reinkarnation des französischen Kaisers hielt. Ich bin überzeugt, dass Paris' Packe voll von denen ist. Diese Einsicht war mir absolut zuwider. In meinem Zustand war ich etwas Besonderes, Einmaliges. Und jetzt bin ich nur ein ganz gewöhnlicher Typ, der die ganze Zeit Pillen nehmen muss und dem ständig die Hände zittern, der mit Ach und Krach die einfachsten Tätigkeiten auf die Reihe kriegt und dessen Familie sich wahrscheinlich wünscht, dass er es irgendwie schafft, von der Bildfläche zu verschwinden. Ich wüsste gern, was Pfui Teufel auf Französisch heißt. Ich dachte darüber nach. Also ich für meinen Teil fand immer, dass du ein verdammt guter französischer Kaiser warst. Klischee hin, Klischee her. Und wenn tatsächlich du bei Waterloo die Truppen befehligt hättest, also, dann hättest du verflucht nochmal gewonnen. Er kicherte erleichtert. Sieh, Bert, wir haben alle immer gewusst, dass du unsere Umgebung schärfer beobachtet hast als irgendjemand sonst. Die Leute mochten dich, auch wenn wir alle unsere Hirngespinste hatten und irre waren. Freut mich zu hören. Was ist eigentlich mit Fireman? Er war dein Freund. Was ist aus ihm geworden? Ich meine später. Ich überlegte einen Moment, bevor ich sagte, er ist rausgekommen, hat all seine Probleme ausgebügelt, ist in den Süden gezogen und hat eine Menge Geld verdient. Familie, großes Haus, großer Wagen. War rundum sehr erfolgreich. Das Letzte, was ich hörte, war, dass er einer wohltätigen Stiftung vorsteht. Glücklich und gesund. Napoleon nickte. Kann ich mir vorstellen. Und die Frau, die Ermittlerin, hat er die mitgenommen? Nein. Die hat's bis zur Richterin geschafft. Alle möglichen Ehrungen. Hat er ein tolles Leben. Hab ich's mir doch gedacht. Natürlich war das alles gelogen. Er sah auf die Uhr. Ich muss los. Ich muss mich auf meinen großen Moment vorbereiten. Wünsch mir viel Glück. Viel Glück, sagte ich. Schön, dich wiederzusehen, sagte Napoleon noch. Ich hoffe, bei dir läuft alles okay. Ganz meinerseits, sagte ich. Du siehst gut aus. Tatsächlich? Das bezweifle ich. Bei den meisten von uns bezweifle ich das. Aber das macht nichts. Danke, dass du's trotzdem sagst. Er stand auf, und ich erhob mich ebenfalls. Beide warfen wir noch einen Blick auf das Amherst-Gebäude zurück. Ich freue mich, wenn sie es abreißen, sagte Napoleon in einer Anwandlung von Bitterkeit. Es war ein gefährlicher, böser Ort, und da drinnen ist nicht viel Gutes passiert. Dann wandte er sich wieder zu mir um. Sieber, du warst dabei. Du hast alles mit angesehen. Sag's ihn. Und wer würde auf mich hören? Irgendjemand vielleicht schon. Schreib die Geschichte auf. Du kannst das. Manche Geschichten bleiben besser ungeschrieben, sagte ich. Napoleon zuckte die rundlichen Schultern. Wenn du es aufschreibst, ist es real. Wenn es nur noch in unserer Erinnerung existiert, dann ist es fast so, als wäre es nie passiert. Ein Traum oder eine Halluzination, die wir Verrückte uns gemeinsam ausgeheckt haben. Niemand traut uns, wenn wir etwas sagen. Aber wenn du es aufschreibst, na ja, dann bekommt es Gewicht. Klingt es schon mehr nach der Wahrheit. Ich schüttelte den Kopf. Das Problem dabei, verrückt zu sein, ist ja gerade, dass man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, was wahr ist und was nicht. Daran ändert sich nichts, auch wenn wir genügend Pillen nehmen können, um uns in der Welt der Normalen mit Ach und Krach durchzuschlagen. Napoleon lächelte. Du hast recht, sagte er. Aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du es erzählen könntest und dass dir vielleicht ein paar Leute glauben würden. Und das ist doch schon mal was. Damals hat uns kein Mensch geglaubt. Selbst wenn wir die Medikamente schluckten, hat uns niemand geglaubt. Wieder sah er auf die Uhr und trat nervös von einem Bein aufs andere. Du solltest gehen, sagte ich. Ich muss, bekräftigte er. Wir standen verlegen da, bis er sich schließlich umdrehte und ging. Etwa auf halbem Weg wandte sich Napoleon noch einmal um und winkte mir auf dieselbe unsichere Art zu wie vorher, als er mich entdeckt hatte. Erzähl's, rief er mir zu. Dann wandte er sich um und lief in einem leicht watschelnden Gang weiter. Ich sah noch, dass seine Hände wieder zitterten. Es war schon nach Einbruch der Dunkelheit, als ich endlich den Bürgersteig zu meinem Apartment entlang lief, die Treppe hochstieg und mich in die Geborgenheit meiner vier Wände einschloss. Eine nervöse Erschöpfung schien mir durch die Adern zu pulsieren, die meine roten und weißen Blutkörperchen durch den Blutstrom transportierten. Das Wiedersehen mit Napoleon und der Klang meines Spitznamens, den ich abbekommen hatte, als ich in die Klinik eingewiesen worden war, lösten Emotionen in mir aus. Ich überlegte ernsthaft, ob ich ein paar Tabletten nehmen sollte. Ich wusste, dass ich ein paar da hatte, die dafür da waren, mich zu beruhigen, falls ich mich zu sehr erregte. Aber ich nahm sie nicht. Erzähl die Geschichte, hatte er gesagt. Aber wie, sagte ich laut in die Stille meines eigenen Zimmers hinein. Es heilte von den Wänden zurück. Du kannst es nicht erzählen, redete ich mir ein, und fragte mich als nächstes, wieso eigentlich nicht? Ich hatte ein paar Bleistifte und Kugelschreiber, aber kein Papier. Da kam mir eine Idee. Eine Sekunde lang fragte ich mich, ob es eine meiner Stimmen war, die wiederkehrte und mir ein Spontanvorschlag und eine bescheidene Anweisung einflüsterte. Ich hielt inne und horchte aufmerksam, um den unverwechselbaren Ton meiner vertrauten Ratgeber von den Geräuschen zu unterscheiden, die durch die alte Fensterklimaanlage zu mir ins Zimmer drangen. Doch sie waren nicht zu fassen. Ich wusste nicht, ob sie da waren oder nicht. Aber Ungewissheit war etwas, womit ich zu leben gelernt hatte. Ich zog einen etwas abgewetzten und zerkratzten Stuhl heran und stellte ihn in einer Zimmerecke an die Wand. Ich hatte kein Papier, sagte ich mir. Dafür aber hatte ich weißgetünchte Wände, an denen nur Poster oder Zeichnungen oder sonst was hingen. Wenn ich mich behutsam auf die Sitzfläche stellte, konnte ich fast bis an die Decke greifen. Ich schnappte mir einen Bleistift und lehnte mich vor. Dann kritzelte ich hastig in einer winzigen, eng gequetschten, doch lesbaren Handschrift. Francis Savier-Petrel traf weinend im rückwärtigen Teil eines Krankenwagens im Western State Hospital ein. Es regnete stark, die Dunkelheit brach schnell herein und seine Arme und Beine steckten in Fußfesseln und einer Zwangsjacke. Er war 21 Jahre alt und hatte so große Angst wie in seinem ganzen kurzen und bis dahin ereignislosen Leben noch nicht. Die beiden Männer, die ihn zur Klinik gefahren hatten, hielten während der Fahrt die meiste Zeit den Mund, außer wenn sie sich über das für diese Jahreszeit unpassende Wetter beklagten oder bissige Bemerkungen über die anderen Autofahrer auf der Straße machten, von denen keiner ihrem eigenen überragenden Standard entsprach. Der Krankenwagen war bei mäßigem Tempo die Fahrbahn entlanggerumpelt und hatte sowohl Lichthupen als auch dicht auffahrende Autos geflissentlich ignoriert. Es lag etwas von stumpfer Routine in der Art, wie die beiden sich benahmen, als wäre die Fahrt zur Klinik nichts weiter als eine Station an einem deprimierend normalen, entschieden langweiligen Tag. Einer der Männer schlurfte gelegentlich aus einer Dose Mineralwasser und machte dabei ein schmatzendes Geräusch, der andere pfiff Fetzen aus beliebten Songs, der erste trug Koteletten, der zweite eine buschige Löwenmähne. Für die beiden Pfleger mochte es eine belanglose Fahrt wie jeder andere sein. Doch für den jungen Mann, der mit völlig verspanntem Rücken und kurzen, stoßweisen Atemzügen hinten lag, war es das genaue Gegenteil. Jeder Laut, jede Empfindung schien ihm etwas zu signalisieren, jedes Mal beängstigender und bedrohlicher als zuvor. Der Rhythmus der Scheibenwischer war wie eine tiefe, unheilvolle Dschungeltrommel. Das leise Quietschen der Reifen auf glatter Fahrbahn glich einem verzweifelten Sirengesang. Selbst das Geräusch seines eigenen schweren Atems schien von irgendwoher wiederzuhallen. Als sei er in einen Grab eingesperrt. Die Fesseln schnitten ihm ins Fleisch. Er öffnete den Mund und wollte um Hilfe rufen, konnte aber keinen richtigen Laut herausbringen. Es kam nichts weiter als ein gurgelnder Ausbruch der Hilflosigkeit. Ein einziger Gedanke drang noch durch die Kakophonie. Sollte er diesen Tag überleben, würde er wahrscheinlich keinen Schlimmeren erleben. Als der Krankenwagen mit einem Schütteln vor dem Klinikportal zum Stehen kam, hörte er eine seiner Stimmen in heller Aufregung schreien, »Wenn du nicht aufpasst, bringen sie dich hier um!« Die Krankenwagenfahrer schienen von dieser drohenden Gefahr nichts zu merken. Sie öffneten die Hecktüren mit lautem Getöse und zogen Francis unsanft auf einer Rollbahre heraus. Er spürte, wie ihm kalter Regen ins Gesicht peitschte und sich mit dem Angstschweiß auf seiner Stirn vermischte, während die beiden Pfleger ihn durch eine breite Flügeltür in eine Welt aus unwarmherzig-grellen Lichtern rollten. Sie schoben ihn einen Flur entlang, wo die Räder der Bahre auf dem Ninoleum knirschten, und das erste, was er im Vorbeigleiten sehen konnte, war die pockennarbige, perforierte Decke. Ihm war vagebewusst, dass sich noch andere Menschen im Korridor befanden, doch vor lauter Angst wagte er nicht, sie anzusehen. Stattdessen fixierte er die Schalldämmung über ihm und zillte die Lichtquellen ab, unter denen er entlanggerollt wurde. Bei vier blieben die Männer stehen. Ihm war irgendwie bewusst, dass andere Leute vor seine Bahre getreten waren. Direkt hinter seinem Kopf hörte er jemanden sagen, »Okay, Jungs, wir übernehmen ihn.« Dann erschien plötzlich ein wuchtiges, rundes, schwarzes Gesicht mit einem breiten, die schiefen, zähneflätschenden Grinsen über ihm. Das Gesicht befand sich über der weißen Jacke eines Pflegers, die auf den ersten Blick ein paar Nummern zu klein für den Körper, der darin steckte, war. »Also, Mr. Francis Savier-Petrel, Sie machen uns jetzt doch keinen Ärger, oder?« Der Mann hatte einen leicht singenden Tonfall, sodass die Worte halb bedrohlich, halb belustigt herauskamen. Francis wusste nicht, was er antworten sollte. Urplötzlich schwebte am anderen Ende der Bahre ein zweiter schwarzer Kopf in sein Gesichtsfeld, der sich ebenfalls über ihn neigte, und dieser andere Mann sagte, »Ich glaube, der Junge hier macht uns keine Schere rein, kein bisschen. Stimmt's, Mr. Petrel?« Auch er sprach mit einem leichten Südstaaten-Akzent. Eine Stimme brüllte ihm ins Ohr. »Sag nein!« Er versuchte, den Kopf zu schütteln, hatte jedoch Probleme damit, den Hals zu bewegen. »Ich mach keinen Ärger!«, drückte er heraus. Die Worte klangen so roh, wie der ganze Tag gewesen war, doch er war froh, dass er überhaupt sprechen konnte. Das beruhigte ihn ein wenig. Den ganzen Tag schon hatte er Angst gehabt, er könnte irgendwie die Fähigkeit verlieren, sich mitzuteilen. »In Ordnung, Mr. Petrel. Wir können jetzt von der Rollbahre runter. Dann setzen wir uns ganz hübsch und artig in einen Rollstuhl. Aber die Fesseln an ihren Händen und Füßen wollen wir mal noch schön dranlassen, die kommen erst weg, wenn sie beim Doktor gewesen sind. Vielleicht kriegen Sie von dem ne Kleinigkeit, wo Sie sich mit beruhigen können. Was so richtig zum Abkühlen. So, und jetzt mal hübsch, sachte. Setzen Sie sich auf und schwingen Sie die Beine nach vorn. Tu, was man dir sagt!« Er tat, was man ihm sagte. Von der Bewegung wurde ihm schwindelig, und er schien einen Moment lang zu schwanken. Er merkte, wie ihn eine riesige Hand an der Schulter packte, um ihm Halt zu geben. Er drehte sich um und sah, dass der erste Pfleger ein Hühne war, gut über 1,95 groß und wahrscheinlich um die anderthalb Zentner schwer. Seine Arme waren die reinsten Muskelpakete und seine Beine wie Fässer. Sein Partner, der andere Schwarze, war ein drahtig-dünner Mann, der neben dem Koloss zwergenhaft wirkte. Er schmückte sich mit einem Ziegenbärtchen und einer buschigen Afro-Frisur, der es jedoch nicht recht gelingen wollte, ihm mehr Statur zu verleihen. Zusammen buxierten die beiden Männer ihn in einen wartenden Rollstuhl. »Okay«, sagte der Kleine, »jetzt bringen wir Sie zum Doktor rein, und nur keine Sorge nicht. Kann sein, dass im Moment alles komplett daneben und lausig schlimm aussieht, aber das wird schon wieder, Sie werden sehen, da können Sie Gift draufnehmen.« Er glaubte ihm nicht. Kein Wort. Die beiden Pfleger fuhren ihn weiter in ein kleines Wartezimmer. Dort saß eine Sekretärin hinter einem Schreibtisch aus grauem Stahl, die, als die Prozession zur Tür hereinkam, von ihrer Arbeit aufsah. Sie war eine imposante, proppere Frau jenseits der mittleren Jahre in einem engen, blauen Kostüm. Das Haar ein wenig zu stark toupiert, den Lidstrich einen Hauch zu dick aufgetragen. Auch das Lipgloss leicht übertrieben, sodass ihr Erscheinungsbild auf Francis Petrell in sich widersprüchlich wirkte. Halb Bibliothekaren, halb Prostituierte. »Da haben wir wohl Mr. Petrell«, sagte sie zu den beiden Pflegern, auch wenn es für Francis offensichtlich war, dass sie keine Antwort erwartete, weil sie es bereits wusste. »Sie können gleich mit ihm zum Doktor durch, er erwartet Sie schon.« Er wurde durch eine weitere Tür in ein Sprechzimmer geschoben, das etwas freundlicher war, mit zwei Fenstern zum Innenhof an der rückwärtigen Wand. Er sah, wie draußen eine große Eiche in Wind und Regen schwankte, und dahinter erkannte er andere Häuser, allesamt Backsteinbauten mit schiefergrauen Dächern, die mit dem düsteren Himmel darüber verschmolzen. Vor den Fenstern stand ein Holzschreibtisch von beeindruckendem Format. In einer Zimmerecke befand sich ein Bücherregal, daneben ein paar dicke Polstersessel und davor ein dunkelroter Orientteppich auf dem Einheitsgrau des Teppichbodens. Zusammen also eine Sitzecke zu Francis' Rechten. An der Wand hing neben Präsident Carters Porträt ein Foto des Gouverneurs. Francis nahm dies alles so schnell wie möglich in sich auf, sodass sein Kopf in alle Richtungen zuckte. Doch sein Blick ruhte bald auf einem kleinen Mann, der sich als Francis hereingebracht wurde, von seinem Schreibtisch erhob. »Hallo, Mr. Petrel. Ich bin Dr. Galbdelel,« sagte er knapp mit einer fast kindlich hohen Stimme. Der Arzt war übergewichtig und rund, besonders an Bauch und Schultern. Knollig wie ein Kindergeburtstagsballon, der in Form geknetet war. Er war entweder Inder oder Pakistani. Er trug eine eng geknotete, leuchtend rote Seidenkrawatte und ein strahlend weißes Hemd, während sein schlecht sitzender Anzug an den Manschetten leicht abgewitzt war. Er gehörte wohl zu der Sorte Mann, die morgens beim Anziehen auf halbem Weg das Interesse verlor. Er trug eine dicke, schwarze Hornbrille und sein Haar war mit Frisiercreme glatt nach hinten gekämmt, wo es sich über dem Kragen kräuselte. Francis konnte nicht recht sagen, ob er jung war oder alt. Er stellte fest, dass der Doktor gar nicht jedes Wort mit einer winkenden Geste unterstrich, sodass er während seiner Ansprache an einen Dirigenten erinnerte, der mit dem Taktstock sein Orchester führte. »Hallo,« sagte Francis verhalten. »Pass auf, was du sagst!« brüllte eine seiner Stimmen. »Wissen Sie, weshalb Sie hier sind?« fragte der Arzt. Er schien aufrichtig neugierig. »Nein, eigentlich nicht,« erwiderte Francis. Dr. Gartel sah auf seine Akte und betrachtete prüfend ein Papier. »Wie es aussieht, haben Sie einigen Leuten Angst gemacht,« sagte er gedehnt. »Und diese Leute scheinen der Auffassung zu sein, dass sie Hilfe brauchen.« Er hatte einen leicht britischen Akzent, nur noch einen Anflug von Anglizismus, der sich wohl über die Jahre in den Staaten abgeschliffen hatte. Es war warm im Zimmer und einer der Heizkörper unter den Fenstern zischte. Francis nickte. »Es war ein Fehler,« sagte er. »Es war nicht so gemeint. Es ist nur ein bisschen außer Kontrolle geraten. Im Grunde nur ein Missgeschick, eine falsche Einschätzung meinerseits. Ich möchte jetzt gar nach Hause, es tut mir leid. Ich verspreche, mich zu bessern, sehr zu bessern. Es war alles nur ein Versehen. Ich habe es nicht so gemeint, wirklich nicht. Ich entschuldige mich dafür.« Der Arzt nickte, antwortete aber nicht wirklich auf das, was Francis gesagt hatte. »Hören Sie im Moment Stimmen?«, fragte er. »Sag nein!« »Nein.« »Wirklich nicht?« »Nein.« »Sag ihm, du hättest keine Ahnung, wovon er redet. Sag ihm, du hättest noch nie irgendwelche Stimmen gehört.« »Ich weiß nicht so recht, was Sie mit Stimmen meinen,«, sagte Francis. »Gut so.« »Ich meine, hören Sie, wie die Leute, die nicht physisch anwesend sind, mit Ihnen sprechen, oder hören Sie vielleicht Dinge, die andere nicht hören können?« Francis schüttelte energisch den Kopf. »Das wäre doch verrückt!«, sagte er. Er bekam ein wenig Selbstvertrauen. Der Arzt las noch mal in dem Papier, das vor ihm lag, und sah Francis wieder in die Augen. »Wieso haben Sie dann bei zahlreichen Gelegenheiten in Gegenwart von Familienmitgliedern mit jemandem geredet, der nicht anwesend war?« Francis rutschte unruhig auf seinem Sitz hin und her und dachte über die Frage nach. »Vielleicht irren Sie sich,« sagte er in einem nun wieder unsicheren Ton. »Das glaube ich kaum,« antwortete der Arzt. »Ich habe nicht viele Freunde,« sagte Francis vorsichtig. »Wieder in der Schule noch in der Nachbarschaft. Andere Jungs in meinem Alter gehen mir eher aus dem Weg, also führe ich immer häufiger Selbstgespräche. Vielleicht ist es das, was Sie beobachtet haben.« Der Doktor nickte. »Nur Selbstgespräche?« »Ja, nichts weiter,« sagte Francis. Er entspannte sich noch ein bisschen. »Das war gut. Das war gut. Sei einfach auf der Hut.« Der Arzt sah ein zweites Mal in seine Unterlagen. Er hatte ein verhaltenes Lächeln auf den Lippen. »Ich führe auch zuweilen Selbstgespräche,« sagte er. »Na, da sehen Sie es,« erwiderte Francis. Er zitterte ein wenig, und ihm wurde heiß und kalt in einem, als wäre ihm das nasskalte Wetter von draußen gefolgt und hätte über die eifrig pumpende Heizung gesiegt. »Aber wenn ich Selbstgespräche führe, ist es keine Unterhaltung, Mr. Petral. Es ist mehr eine Erinnerung, so was wie »Vergiss nicht, einen Liter Milch zu besorgen«, oder auch eine Mahnung, oder so was wie »Autsch« oder »Verdammt«, oder, wie ich zugeben muss, »gelegentlich auch was Schlimmeres.« »Bei mir geht das aber nicht endlos hin und her mit Fragen und Antworten von jemandem, der nicht da ist.« »Und das ist leider genau das, was Sie nach Aussage Ihrer Familie schon seit einer Reihe von Jahren tun.« »Vorsicht an dieser Stelle!« »Was haben Sie gesagt?«, erwiderte Francis verschlagen. »Wie ungewöhnlich.« Der Doktor schüttelte den Kopf. »Gar nicht so ungewöhnlich, wie Sie vielleicht denken, Mr. Petral. Er kam um den Tisch herum, sodass er ihn deutlich näher rückte, und hockte sich schließlich direkt vor, Francis auf die Schreibtischkante. Er selbst saß immer noch im Rollstuhl, nicht nur von den Fesseln in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, sondern auch durch die Anwesenheit der beiden Pfleger, die sich zwar die ganze Zeit weder gerührt noch in einziges Wort gesprochen, dafür aber unmittelbar hinter ihm gestanden hatten. »Vielleicht kommen wir gleich noch einmal auf diese Gespräche, die Sie führen, zurück, Mr. Petral,« sagte Dr. Garbtele, »weil ich mir nämlich nicht so recht vorstellen kann, wie das vonstatten gehen soll, ohne dass man auch etwas hört, und das, Mr. Petral, macht mir ernsthaft Sorgen.« »Er ist gefährlich, Francis. Er ist clever und führt nichts Gutes im Schilde. Pass auf, was du sagst!« Francis nickte, bevor ihm bewusst wurde, dass die Geste dem Doktor vielleicht nicht entgangen war. Er erstarrte in seinem Rollstuhl und sah, wie Dr. Garbtele sich auf einem Blatt Papier mit Kugelschreibe eine Notiz machte. »Dann versuchen wir es mal anders, Mr. Petral,« fuhr der Doktor fort. »Weiter hatten Sie einen schwierigen Tag, nicht wahr?« »Ja,« sagte Francis. Dann kam ihm in den Sinn, dass er dieser Feststellung etwas hinzufügen sollte, da der Doktor schwieg und ihn mit einem durchdringenden Blick taxierte. »Ich hatte Streit mit meiner Mutter und meinem Vater.« »Einen Streit?« »Ja.« »Ach, übrigens, Mr. Petral, können Sie mir wohl sagen, welches Datum wir haben?« »Welches Datum?« »Ja, das Datum für den Streit, den Sie heute hatten.« Er überlegte einen Moment lang. Dann blickte er wieder nach draußen und sah, wie sich der Baum unter den Windstößen duckte, sich ruckartig hin und her bewegte, als ob seine ungelenken Äste von einem unsichtbaren Puppenspieler an den Strippen gezogen würden. An den Enden der Zweige bildeten sich gerade ein paar Knospen, und während er sie betrachtete, rechnete er angestrengt, in der Hoffnung, dass eine seiner Stimmen vielleicht die Antwort wüsste, doch stattdessen blieben sie einmal wieder irritierend stumm. Auf der Suche nach irgendeinem Kalender oder sonst einem Fingerzeig sah er sich im Zimmer um, doch er konnte nichts entdecken und blickte wieder zum Fenster hinaus, auf den schwankenden Baum. Als er sich erneut dem Arzt zuwandte, sah er, dass der rundliche Mann geduldig auf seine Antwort wartete, als seien Minuten verstrichen, seit er seine Frage gestellt hatte. Francis atmete scharf ein. »Tut mir leid,« fing er an. »Sie wurden abgelenkt?« fragte der Arzt. »Entschuldigung,« sagte Francis. »Kam mir so vor,« sagte der Doktor gedehnt, »als wären Sie mit Ihren Gedanken woanders gewesen. Passiert Ihnen das öfter?« »Sag nein!« »Nein, ganz und gar nicht.« »Tatsächlich?« »Das überrascht mich aber.« »Wie dem auch sei, Mr. Petrell, Sie wollten mir etwas sagen.« »Wir haben mich was gefragt?« Francis war wütend, dass er den Gesprächsfaden verloren hatte. »Das Datum, Mr. Petrell?« »Ich glaube, wir haben den 15. März,« sagte er ruhig. »Ah, die Eden des März. Eine Zeit für Verrat, aber leider nein.« Der Arzt schüttelte den Kopf. »Aber ziemlich heiß, Mr. Petrell. Und das Jahr?« Er stellte ein paar weitere Berechnungen an. Er wusste, dass er 21 war und vor einem Monat Geburtstag gehabt hatte. Und so riet er... »1979?« »Gut,« erwiderte Dr. Gabterle. »Ausgezeichnet. Und welchen Tag haben wir heute?« »Welchen Tag?« »Welchen Wochentag, Mr. Petrell?« »Es ist...« »Wieder«, musste er überlegen. »Samstag?« »Nein. Tut mir leid. Heute ist Mittwoch. Wollen Sie mir den Gefallen tun und das behalten?« »Ja. Mittwoch. Natürlich.« Der Arzt trieb sich das Kinn. »Und jetzt noch einmal zu heute Morgen. Die Sache mit Ihrer Familie. Es war schon ein wenig mehr als nur ein Streit, nicht wahr, Mr. Petrell?« »Nein. Es war dasselbe wie immer.« »Ich glaube nicht, dass es so ungewöhnlich war.« Der Arzt sah mit einem Ausdruck milden Staunens auf. »Wirklich? Das ist allerdings ein wenig seltsam, Mr. Petrell. Denn in dem Bericht, den ich von der örtlichen Polizei bekommen habe, steht, Sie hätten zuerst Ihre beiden Schwestern bedroht und dann angekündigt, Sie wollten sich umbringen. Das Leben habe keinen Sinn mehr, und Sie hassten alle nur noch. Und als Sie dann von Ihrem Vater zur Rede gestellt wurden, haben Sie ihm auch gedroht, und Ihrer Mutter, wenn auch nicht, Sie täglich anzugreifen, sondern mit etwas, das genauso gefährlich ist. Sie haben gesagt, Sie wollten am liebsten, dass alle verschwinden. Ich glaube, das waren genau Ihre Worte. Verschwinden. Und weiter steht in dem Bericht, Mr. Petrell, dass Sie in dem Haus, das Sie mit Ihren Eltern und Ihren beiden jüngeren Schwestern teilen, in die Küche gegangen sind, und sich ein großes Küchenmesser geschnappt haben, mit dem Sie auf eine Weise in Richtung Ihrer Familienmitglieder herumgefuchtelt haben, dass die denken mussten, Sie wollten mit dieser Waffe auf Sie losgehen, bevor Sie es dann von sich geschleudert haben und es in der Wand stecken blieb. Und dann, heißt es da weiter, haben Sie sich, als die Polizei eintreff, in Ihr Zimmer eingeschlossen und sich geweigert herauszukommen, aber man hat gehört, wie Sie drinnen laut geredet, sich gestritten haben. Genauer gesagt, als niemand mit Ihnen im Zimmer war. Sie mussten die Tür aufbrechen, nicht wahr? Und als letztes steht da noch, dass Sie sich gegen die Polizisten und die Sanitäter zur Wehr gesetzt haben, die dazu kamen, um Ihnen zu helfen und von denen einer dann selber behandelt werden musste. »Faß das so etwa die Ereignisse des heutigen Tages zusammen, Mr. Pitchell?« »Ja«, erwiderte er bedrückt, »das mit dem Polizisten tut mir leid, das war ein Zufallstreffer, der ihn über dem Auge erwischt hat. Es hat stark geblutet.« »Ein unglücklicher Zufall, vielleicht«, sagte Dr. Garteler. »Für Sie wie für ihn.« Francis nickte. »Und vielleicht können Sie mich jetzt darüber aufklären, wieso diese Dinge heute passiert sind, Mr. Pitchell?« »Sag ihm gar nichts. Jedes Wort von dir werden sie gegen dich verwenden.« Francis sah wieder aus dem Fenster und suchte den Horizont ab. Er hasste das Wörtchen »wieso«. Es hatte ihn sein ganzes Leben hindurch verfolgt. »Francis, wieso findest du keine Freunde? Wieso kannst du dich nicht mit deinen Schwestern vertragen? Wieso kannst du einen Ball nicht gerade werfen oder dich während des Unterrichts stillverhalten? Wieso kannst du nicht aufpassen, wenn dein Lehrer mit dir spricht? Oder der Direktor? Oder der Pfarrer? Oder die Nachbarn? Wieso versteckst du dich jeden Tag vor den anderen? Wieso bist du anders, Francis, wo wir doch nichts weiter wollen, als dass du wie die anderen bist? Wieso behältst du keinen Job? Wieso kannst du nicht zur Schule gehen? Wieso kannst du nicht zur Army? Wieso kannst du dich nicht benehmen? Wieso kann man dich nicht einfach lieben?« »Meine Eltern sind der Meinung, ich müsste was aus mir machen. Darüber ist es zum Streit gekommen.« »Ihnen ist klar, Mr. Petrell, dass Sie bei allen Prüfungen eine sehr hohe Punktzahl erreichen. Eine außergewöhnlich hohe Punktzahl, seltsamerweise. Demnach sind die Hoffnungen, die Ihre Eltern in Sie setzen, vielleicht gar nicht so unbegründet.« »Vermutlich nicht.« »Wieso haben Sie dann darüber einen Streit angefangen?« »Solche Gespräche sind nie so vernünftig, wie wir jetzt darüber reden,« antwortete Francis. Es brachte ein Lächeln auf Dr. Garbdell als Lippen. »Tja, Mr. Petrell, da haben Sie vermutlich recht. Mir ist nur immer noch nicht klar, wieso diese Diskussion so dramatisch eskaliert ist.« »Mein Vater war unnachgiebig.« »Sie haben ihn geohrfeigt, nicht wahr?« »Ja, nichts zugeben. Er hat dich zuerst geschlagen. Na los!« »Er hat mich zuerst geschlagen,« antwortete Francis folgsam. Dr. Garbdell machte sich auf einem Blatt Papier eine weitere Notiz. Francis rutschte auf seinem Sitz hin und her. Der Arzt sah ihn an. »Was schreiben Sie da?«, wollte Francis wissen. »Ist das wichtig?« »Ja, ich will wissen, was Sie schreiben.« »Lass dich nicht abspeisen. Krieg raus, was er schreibt. Bestimmt nichts Gutes.« »Das sind nur ein paar Notizen über unsere Unterhaltung,« sagte der Arzt. »Ich finde, Sie sollten mir zeigen, was Sie sich aufschreiben,« sagte Francis. »Ich finde, ich habe ein Recht darauf, zu erfahren, was Sie schreiben.« »Leib am Ball!« Der Arzt sagte nichts, und so hakte Francis nach. »Ich bin hier. Ich habe Ihre Fragen beantwortet, und jetzt habe ich eine. Wieso schreiben Sie Dinge über mich, ohne sie mir zu zeigen? Das ist nicht fair!« Francis rutschte wieder in seinem Rollstuhl hin und her und zerrte an den Fesseln. Er merkte, wie es im Zimmer wärmer wurde, als wäre die Heizung plötzlich hochgeschnellt. Einen Moment lang spannte er sich mächtig an und versuchte, sich zu befreien, doch es nützte nichts. Er holte tief Luft und sackte auf den Sitz zurück. »Sie sind erregt,« fragte der Doktor, nachdem Sie eine Weile geschwiegen hatten. Die Antwort auf diese Frage erübrigte sich, da die Wahrheit so offensichtlich war. »Es ist einfach nicht fair,« sagte Francis und versuchte, seinen eigenen Worten wieder Ruhe einzuflößen. »Fairness ist Ihnen wichtig, ja?« »Ja, selbstverständlich.« »Ja, vielleicht haben Sie da recht, Mr. Petrel.« Erneut herrschte Schweigen zwischen den beiden Männern. Francis hörte wieder das Zischen des Heizkörpers und dachte auf einmal, es könnte auch der Atem der beiden Pfleger sein, die das ganze Gespräch hindurch nicht von seinem Rücken gewichen waren. Dann überlegte er, ob vielleicht eine seiner Stimmen gerade versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erringen und nur so leise flüsterte, dass er es schlecht hören konnte. Also beugte er sich ein wenig vor, um sich darauf zu konzentrieren. »Werden Sie oft ungeduldig, wenn Ihnen etwas nicht passt, Mr. Petrel?« »Wird das nicht jeder.« »Finden Sie, dass Sie Menschen wehtun sollten, wenn etwas nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten?« »Nein.« »Aber Sie werden wütend.« »Jeder wird ab und zu wütend.« »Also da muss ich Ihnen nun wirklich Recht geben, Mr. Petrel. Allerdings fragt es sich, wie wir reagieren, wenn wir merken, dass in uns die Wut hochkommt, nicht wahr?« »Ich bin der Meinung, wir sollten noch einmal reden.« Der Doktor lehnte sich vor, um mit seinem Gebaren ein wenig Vertraulichkeit zum Ausdruck zu bringen. »Ja, ich glaube wirklich, dass weitere Gespräche angebracht wären. Ist das für Sie akzeptabel, Mr. Petrel?« Er antwortete nicht. Es war irgendwie so, als wäre die Stimme des Doktors in den Hintergrund getreten, als hätte irgendwas den Ton leiser gestellt oder als würden seine Worte über eine große Entfernung gesendet. »Darf ich Sie Francis nennen?« fragte der Arzt. Wieder antwortete er nicht. Er traute seiner Stimme nicht, denn sie vermischte sich jetzt mit einer Aufwallung von Emotionen in seiner Brust. Dr. Gartelil beobachtete ihn einen Moment lang und fragte dann, »Sagen Sie, Francis, was war es noch, dass ich Sie vorhin während unseres Gesprächs bat, sich zu merken?« Diese Frage schien ihn wieder ins Zimmer zurück zu versetzen. Er sah zu Dr. Gartelil auf, der ihn mit einem verstohlenen, neugierigen Blick betrachtete. »Wie?« »Ich habe Sie gebeten, sich etwas ins Gedächtnis zu rufen.« »Ich kann mich nicht entsinnen,« antwortete Francis Barsch. Der Arzt nickte ein wenig. »Aber was für einen Wochentag wir haben. Vielleicht können Sie mir da auf die Sprünge helfen?« »Welchen Tag?« »Ja.« »Äh, ist es wichtig?« »Tun wir einfach mal so.« »Sinnen Sie sicher, dass Sie mich das schon mal gefragt haben?« hakte Francis nach, um Zeit zu gewinnen. Doch diese schlichte Tatsache schien auf einmal nebulös in seinem Innern verborgen. »Ja«, sagte Dr. Gartelil. »Ich bin mir ganz sicher.« »Welchen Tag haben wir?« Francis zermarterte sich das Hirn, kämpfte gegen die Angst an, die abrupt alle seine Gedanken überschwemmte. Wieder legte er eine Pause ein und hoffte, dass ihm eine seiner Stimmen zu Hilfe käme, doch wieder waren sie verstummt. »Ich glaube, es ist Samstag,« sagte Francis vorsichtig, zaghaft und langsam. »Sind Sie sicher?« »Ja«, doch das Wort kam ihm mit wenig Überzeugungskraft über die Lippen. »Erinnern Sie sich nicht, dass ich Ihnen vor kurzem sagte, dass es Mittwoch ist?« »Äh, nein, das wäre falsch, es ist Samstag.« Francis merkte, wie sich ihm der Kopf zu drehen begann, als ob ihm die Fragen des Doktors zwängen, in endlos konzentrischen Kreisen zu laufen. »Ich glaube nicht,« sagte der Arzt, »aber das ist nicht von Belang. Sie werden für einige Zeit bei uns bleiben, Francis, und wir werden noch Gelegenheit haben, über diese Dinge zu reden. Ich bin sicher, dass Sie sich so etwas in Zukunft besser merken können.« »Ich will aber nicht hierbleiben,« entgegnete Francis hastig. Er merkte, wie ihn ein Gefühl der Panik erfasste, dass ich Verzweiflung mischte. »Ich möchte nach Hause. Ich glaube wirklich, Sie erwarten mich, und es gibt bald Abendessen, und meine Eltern und meine Schwestern, also, Sie wollen alle, dass jeder zum Essen zu Hause ist. Das ist für uns die Regel, wissen Sie, man muss um sechs Hände und Gesicht gewaschen zu Hause sein, und keine dreckigen Sachen, wenn man zum Spielen draußen gewesen ist. Bereit fürs Tischgebet. Wir sagen ihm einen Segensspruch vor dem Essen. Wir danken Gott für das, was er uns beschert hat. Ich glaube, heute bin ich dran. Ja, ich bin sicher, ich muss also zurück, ich darf nicht zu spät kommen. Er merkte, wie ihm die Tränen in den Augen brannten, und er hörte, wie einige seiner Worte im Schluchzen untergingen. Was sich hier abspielte, passierte einem Spiegelbild von ihm, und nicht wirklich ihm, während er selbst ein wenig neben sich stand und sein Äußeres aus einiger Distanz betrachtete. Er versuchte krampfhaft, all diese Teile von ihm zu sammeln und zusammenzubringen. Doch das war schwer. Vielleicht, sagte Dr. Gardellin freundlich, haben Sie die eine oder andere Frage an mich. Wieso kann ich nicht nach Hause? Francis keuchte die Frage zwischen Tränen heraus. Weil es Leute gibt, die ihretwegen Angst haben, Francis. Weil sie Menschen Angst einjagen. Und wo bin ich hier? An einem Ort, wo Ihnen geholfen wird, sagte der Arzt. Hügner, Hügner, Hügner! Dr. Gardellin sah zu den beiden Pflegern auf, und das Nächste, was er sagte, galt ihnen. »Mr. Moses, wollen Sie und Ihr Bruder Mr. Petrel wohl bitte ins Amherst bringen? Ich habe für die Schwestern dort die Medikation und ein paar zusätzliche Anweisungen aufgeschrieben. Er muss mindestens 36 Stunden, vielleicht auch länger, unter Aufsicht bleiben, bevor Sie ihn eventuell auf die offene Station verlegen können.« Er reichte das Klemmbrett dem Kleineren der beiden Männer zu Francis Lincoln, und der Mann nickte zur Antwort. »Wie Sie wünschen, Doc,« sagte der Pfleger. »Wird gemacht, Doc,« erwiderte sein hünenhafter Partner, der hinter den Rollstuhl trat, die Griffe packte und Francis herumwirbelte. Von der Bewegung wurde ihm plötzlich schwindelig, und er unterdrückte ein Schluchzen, das ihm in der Brust festsaß. »Sie müssen keine Angst haben, Mr. Petrel. Das wird schon alles, keine Sorge. Wir kümmern uns um Sie,« flüsterte der Große. Francis glaubte ihm nicht. Er wurde durch das Sprechzimmer wieder ins Wartezimmer gerollt. Die Tränen liefen ihm die Wange herunter, und die Hände zitterten ihm in den Handschellen. Er verrenkte sich auf dem Stuhl, um die Aufmerksamkeit entweder des Großen oder des Kleinen auf sich zu lenken, während seine Stimme in einer Mischung aus Furcht und Abgrund tiefer Traurigkeit krechzte. »Bitte,« sagte er flehentlich. »Ich will nach Hause. Sie erwarten mich, und ich will dahin. Bitte bringen Sie mich nach Hause.« Er sprach mit ihm, als wäre er ein kleines Kind. Francis' Körper wurde vom Schluchzen geschüttelt, das aus seinem tiefsten Innern drang. Die strenge Sekretärin sah mit einem unversöhnlichen Blick von ihrem Platz hinter dem Schreibtisch auf. »Beruhigen Sie sich!«, befahl sie Francis. Er schluckte ein weiteres Schluchzen hinunter. Gleichzeitig sah er sich im Zimmer um und bemerkte die beiden uniformierten Polizisten. Troopers, in grauer Uniformjacke und blauer Reiterhose über blank polierten kniehohen braunen Stiefeln. Sie waren beide stramme, hochgewachsene Burschen, Inbegriff von Disziplin mit kurzgeschnittenem Haar, in der Hand den Diensthut mit geschwungener, hochgestülpter Krempe steif an der Hosennaht. Jeder von ihnen trug einen Sam-Brown-Ledergürtel, derart auf Hochglanz poliert, dass man sich darin spiegeln konnte, und an der Talie einen Revolver im Halfter. Doch Francis' eigentliches Interesse weckte der Mann, den sie flankierten. Er war kleiner als die Polizisten, doch von stämmigem Körperbau. Francis hätte ihn auf Ende zwanzig, Anfang dreißig geschätzt. Er stand lässig und entspannt da, die Hände faun zusammengebunden, doch er schien die Fesseln zu ignorieren, so dass sie weniger eine Bewegungseinschränkung als vielmehr eine Unannehmlichkeit waren. Er trug einen lose, fallenden, marineblauen Overall mit der eingestickten gelben Aufschrift MCI Boston auf der linken Brusttasche und ein paar alte, abgetragene Laufschuhe, an denen die Schnürsenkel fehlten. Er hatte ziemlich langes, braunes Haar, das unter dem Rand einer schweißverfleckten Baseballkappe der Boston Red Sox hervorlogte und die dunklen Stoppeln eines Zwei-Tage-Bards. Doch was Francis vor allen Dingen gefangen nahm, waren die Augen des Mannes. Denn sie blitzten weit schneller und wacher und aufmerksamer hin und her, als seine lockere Pose vermuten ließ, und nahmen viele Dinge in Bruchteilen von Sekunden wahr. Es lag eine Tiefe in den Augen, die Francis trotz seiner eigenen Qual sofort bemerkte. Er konnte es nicht gleich in Worte fassen, doch es war, als hätte der Mann etwas unsäglich Trauriges gesehen, das direkt hinter seinem Blickfeld lauerte, sodass alles, was er sah oder miterlebte, von diesem Schmerz beeinflusst war. Der Blick ruhte auf Francis, und der Mann brachte ein zartes, mitfühlendes Lächeln zustande, das auch ohne Worte Bände sprach. »Geht's, Kumpel?« fragte er. Bei jedem Wort klang der Akzent eines ihrestämmigen Bostners durch. »Es ist so schlimm?« Francis schüttelte den Kopf. »Ich will nach Hause, aber Sie sagen, ich muss hierbleiben,« antwortete er, und dann die mitleiderregende spontane Frage. »Können Sie mir wohl helfen?« Der Mann beugte sich leicht zu Francis vor. »Ich fürchte, hier gibt's eine ganze Reihe Leute, die gerne nach Hause wollen und es nicht kennen. Inklusive meiner Wenigkeit im Moment.« Francis sah zu dem Mann auf. Er wußte nicht genau, wieso, aber sein ruhiger Ton half ihm, sich zu fassen. »Können Sie mir helfen?« »Ich fürchte, hier gibt's eine ganze Reihe Leute, die gerne nach Hause wollen und es nicht kennen. Inklusive meiner Wenigkeit im Moment. Francis sah zu dem Mann auf. Er wußte nicht genau, wieso, aber sein ruhiger Ton half ihm, sich zu fassen. »Können Sie mir helfen?« platzte Francis noch einmal heraus. Der Mann lächelte eine Mischung aus Nonchalance und Traurigkeit. »Ich weiß nicht, was ich tun kann,« sagte er. »Aber ich will tun, was ich kann.« »Versprochen?« fragte Francis hastig. »In Ordnung,« erwiderte der Mann. »Versprochen.« Francis lehnte sich auf dem Stuhl zurück und schloss einen Moment ihr Augen. »Danke,« flüsterte er. Die Sekretärin unterbrach die Unterhaltung mit einer überdeutlichen Anweisung an den Kleineren der beiden schwarzen Pfleger. »Mr. Moses, dieser Herr,« sie wies auf den Mann im Overall, »ist Mr...« Hier zögerte sie einen Moment und fuhr dann fort, indem sie offenbar absichtlich vermied, den Namen auszusprechen. »Der Herr, über den wir vorhin sprachen. Die Polizisten werden ihn zum Doktor begleiten, aber bitte kommen Sie umgehend zurück, um ihn zu seiner neuen Unterkunft mitzunehmen.« Letzteres mit einem Anflug von Sarkasmus. »Sobald Sie Mr. Petrell drüben im Amherst abgeliefert haben, er wird dort schon erwartet.« »Ja, Ma'am,« sagte der Größere der Brüder, als sei er jetzt an der Reihe, obwohl die Bemerkungen der Frau an den Kleineren gerichtet waren. »Wird erledigt.« Der Mann im Overall sah wieder zu Francis herunter. »Ja, essen Sie,« fragte er. »Francis Petrell,« antwortete er. Der Mann im Overall lächelte. »Pretrell ist ein hübscher Name. Er ist ein kleiner Seevogel, wissen Sie? Es gibt eine Menge davon auf Cape Cod. Das sind die Vögel, die man im Sommer nachmittags direkt über die Wellen fliegen sieht, wo sie immer in die Gisch tauchen und wieder hochkommen. Schöne Tiere, weiße Flügel. Einen Moment flattern sie ganz schnell, im nächsten steigen sie mühelos in die Höhe. Sie müssen scharfe Augen haben, um einen Sandaal oder einen Manhattan in der Brandung zu entdecken. Ganz bestimmt der Vogel der Dichter, wenn Sie so fliegen, Mr. Petrell.« Francis schüttelte den Kopf. »Na ja,« sagte der Mann im Overall. »Dann sollten Sie es vielleicht lernen. Besonders für den Fall, dass Sie allzu lange in diesem netten Etablissement hier eingesperrt werden.« »Halten Sie den Mund!«, warf einer der Polizisten in einem derart ruppigen Ton ein, dass der Mann grinsen musste. Er drehte sich zu dem Ordnungshüter um und sagte, »Oder Sie tun was.« Darauf wusste der Mann nichts zu erwidern, auch wenn er leicht rot anlief, während sein Schutzbefohlener den Befehl ignorierte und sich wieder an Francis fand. »Francis Petrell«, »Francis Seabird, Seevogel.« »Ah, das gefällt mir besser.« »Nimm's nicht so schwer, Francis Seabird, und wir sehen uns bald wieder.« »Gesproch.« »Francis brachte zwar kein Wort heraus, fühlte sich von den Worten des Mannes jedoch ermutigt.« Zum ersten Mal, seit dieser Tag schon morgens mit all den lauten Stimmen, Schreien und Vorwürfen begonnen hatte, fühlte er sich nicht mehr allein. Ihm war, als ob das schrille, unablässige Getöse, das ihm schon den ganzen Tag in den Ohren dröhnte, wie ein plarrendes Radio ein wenig leiser gestellt worden wäre. Er hörte, wie ein paar von seinen Stimmen in einem Hintergrund murmelnd Zustimmung bekundeten, was ihn noch ein bisschen entspannte. Doch er hatte keine Zeit, bei dem Gedanken zu verweilen, denn er wurde abrupt aus dem Vorzimmer in den Korridor geschoben und die Tür fiel geräuschvoll hinter ihm zu. Von der kalten Zugluft lief ihm ein Schauer den Rücken herunter und erinnerte ihn daran, dass in diesem Moment sein ganzes bisheriges, vertrautes Leben über den Haufen geworfen wurde und das, was er nunmehr kennenlernen sollte, im Verborgenen und Ungewissen lag. Er musste sich auf die Unterlippe beißen, um die neu aufsteigenden Tränen zurückzuhalten, dann einmal fest schlucken, um Haltung zu wahren und sich folgsam aus dem Anmeldebereich tief ins Innere des Western State Hospital fahren zu lassen. Eben strich das erste matte Morgenlicht über die nachbarlichen Fürste und schlich sich sacht in mein spartanisches kleines Apartment ein. Ich stand vor der Wand und sah, wie sämtliche Wörter, die ich in der letzten Nacht geschrieben hatte, eine einzige Spalte herunterkrochen. Meine Handschrift war eng und wirkte fahrig. Die Worte bildeten Wellenlinien, die ein wenig an ein Weizenfeld erinnerten, wenn ein warmer Windhauch darüber weht. Ich fragte mich, hatte ich am Tag meiner Ankunft in der Klinik wirklich solche Angst? Die Frage war leicht zu beantworten. Ja, und weitaus schlimmer, als ich es beschrieben hatte. In der Erinnerung wird der Schmerz diffus. Die Mutter vergisst die Qual der Geburt, sobald man ihr das Baby in die Arme drückt. Der Soldat weiß nichts mehr von den Schmerzen seiner Wunden, wenn der General ihm den Orden an die Brust heftet und die Kapelle einen zackigen Marsch anstimmt. Habe ich wahrheitsgemäß geschildert, was ich gesehen habe? Und auch die Details richtig wiedergegeben? Ist es genau so passiert, wie ich mich entsinne? Ich nahm den Stift und ließ mich an der Stelle vor der Wand, an der ich letzte Nacht aufgehört hatte, auf die Knie nieder. Ich zögerte einen Moment und schrieb. Mindestens 48 Stunden später erwachte Francis Petrell fest in eine Zwangsjacke geschnürt mit rasendem Herzklopfen und schwerer Zunge in einer schäbigen, grauen Gummizelle und wollte nur was Kaltes zu trinken und nicht allein sein. Er lag steif auf dem Metallbett mit dunkelgrau verfleckter Matratze in der Isolierzelle mit den jutefarbenen Gummiewänden, starrte zur Decke und bemühte sich um eine erste Bestandsaufnahme seines Zustands und seiner Umgebung. Er wackelte mit den Zähnen, leckte sich über die ausgetrockneten Lippen und zählte jeden Pulsschlag mit, bis er merkte, wie er langsamer wurde. Von den Medikamenten, die ihm verabreicht worden waren, fühlte er sich wie lebendig begraben oder zumindest wie in eine dicke, sirupartige Substanz getaucht. Hoch über ihm befand sich außerhalb seiner Reichweite eine einzige weiße Glühbirne in einem Drahtgitter, und das grelle Licht tat ihm in den Augen weh. Er wusste, dass er eigentlich Hunger haben musste, doch er hatte nicht den geringsten Appetit. Er zarrte an der Zwangsjacke und begriff sofort, dass es vergeblich war. Er beschloss, um Hilfe zu rufen, doch als erstes flüsterte er sich selbst zu, »Seid ihr noch da?« Für einen Moment herrschte Stille. Dann hörte er mehrere Stimmen, die alle auf einmal redeten und alle wie von fern wie unter einem Kissen hervor. »Wir sind da! Wir sind noch da!« Es beruhigte ihn. »Du darfst uns nicht verraten, Francis!« Er nickte. Das war nur naheliegend. Wie er feststellte, hatte er widersprüchliche Kriterienkataloge im Kopf, fast so wie ein Mathematiker, dem angesichts einer schwierigen Gleichung unterschiedliche Lösungswege einfallen. Die Stimmen, die ihm mit Draht zur Seite standen, hatten ihn auch in diese missliche Lage gebracht, und er hegte kaum Zweifel, dass er sie grundsätzlich verschweigen musste, wenn er je wieder aus dem Western State Hospital rauskommen wollte. Während er dieses Dilemma abzuwägen versuchte, hörte er, wie all die vertrauten Leute, die seine Fantasiewelt bevölkerten, Zustimmung bekundeten. Jede dieser Stimmen besaß ihre eigene Persönlichkeit. Eine fordernde Stimme, eine disziplinierte, eine kompromissbereite, eine besorgte, eine warnende, eine besänftigende, eine zweifelnde und eine entscheidungsfreudige Stimme. Sie verbanden sich jeweils mit einer charakteristischen Sprechweise und mit vorherrschenden Motiven. Er wusste längst, in welcher Situation er mit welchen von ihnen zu rechnen hatte. Seit der wütenden Auseinandersetzung mit seinen Leuten und seit dem Eintreffen der Polizei und des Krankenwagens, hatten die Stimmen alle zusammen hektisch versucht, seine Aufmerksamkeit zu erringen. Doch jetzt musste er weiterhin die Ohren spitzen, um sie zu hören, sodass er vor lauter Konzentration die Stirn in Falten legte. Es war, überlegte er, eine Methode, sich in den Griff zu bekommen. Francis blieb noch eine Stunde lang in dieser unbequemen Lage auf dem Bett, in der bedrückenden Enge des schmalen Zimmers, bis sich in der einzigen Tür mit einem ratschenden Geräusch ein Guckfenster öffnete. Von der Stelle aus, an der er lag, konnte er nur etwas sehen, wenn er wie ein Athlet die Bauchmuskeln anspannte und den Oberkörper hob, was wegen der Zwangsjacke nach ein paar Sekunden zu anstrengend wurde. Dennoch sah er, wie zuerst ein Auge und dann noch ein zweites zu ihm hereinspähte, und er brachte ein schwaches »Hallo« heraus. Doch es meldete sich niemand, und das Fenster wurde wieder zugeschlagen. Nach seiner Schätzung vergingen noch einmal dreißig Minuten, bevor sich das runde Fenster wieder öffnete. Er versuchte es noch einmal mit »Hallo«, und diesmal schien es Wirkung zu zeigen, denn Sekunden später hörte er, wie sich ein Schlüssel im Schloss bewegte. Die Tür ging mit einem ratschenden Geräusch auf, und er sah, wie sich der Größere der beiden schwarzen Pfleger in die Zelle schob. Der Mann lächelte, als wäre er gerade dabei gewesen, einen Witz zu erzählen, und nickte Francis nicht unfreundlich zu. »Wie geht's Ihnen heute Morgen, Mr. Petrel?«, fragte er fröhlich. »Ein bisschen geschlafen? Hunger?« »Ich muss was trinken«, krächtste Francis. Der Pfleger nickte. »Ja, das kommt von den Pillen, die Sie bekommen haben. Man kriegt eine schwere Zunge davon, als ob sie geschwollen wäre. Wie?« Francis nickte. Der Mann verschwand im Flur und kam mit einer Plastiktasse Wasser wieder. Er setzte sich auf den Pritschenrand und hielt Francis wie ein krankes Kind hoch, um ihn ein paar Schluck trinken zu lassen. Es war lauwarm, fast abgestanden, mit einem leicht metallischen Geschmack. Doch für den Augenblick fühlte sich Francis von der Flüssigkeit, die ihm durch die Kehle lief, und den Druck des Pflegers, der ihn im Arm hielt, unerwartet getröstet. Der Mann spürte das wohl, denn er sagte, »Ah, das wird schon alles, Mr. Petrel, Mr. Seabird.« »So hat sie der andere Neue doch genannt, und ich denke mal, der Name passt ganz gut zu Ihnen. Am Anfang ist es hier nicht ganz leicht, man muss sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen und so, aber das gibt sich bald. Verlassen Sie sich drauf.« Er ließ Francis wieder auf das Bett zurücksinken und fügte hinzu, »Der Doktor kommt jetzt, um nach Ihnen zu sehen.« Ein paar Sekunden später sah Francis Dr. Gartel als runde Gestalt im Türrahmen stehen. Der Doktor lächelte und fragte mit der charakteristischen Sing-Sang-Intonation, »Mr. Petrel, wie geht es Ihnen heute Morgen?« »Mir geht's gut«, sagte Francis. Er wusste einfach nicht, was er sonst hätte sagen sollen. Und außerdem hörte er in diesem Moment das schwache Echo seiner Stimmen, die ihn mahnten, äußerst vorsichtig zu sein. Andererseits waren sie nicht annähernd so laut, wie sie sein konnten, sondern klang eher, als riefen sie ihm über eine breite Schlucht hinweg ihre Befehle zu. »Erinnern Sie sich, wo Sie sind?« Francis nickte. »Ich bin in einer Klinik.« »Ja«, sagte der Arzt mit einem Lächeln, »das ist nicht schwer zu erraten, aber erinnern Sie sich auch, in welcher und wie Sie hierher gekommen sind?« Francis wusste es sehr wohl. Das Beantworten von Fragen hob den Nebelschleier ein wenig, der ihm irgendwie die Sicht behinderte. »Das hier ist das Western State Hospital«, sagte er, »und ich bin hier in einem Krankenwagen angekommen, nachdem ich mit meinen Eltern Streit hatte.« »Sehr gut. Und erinnern Sie sich auch an den Monat und das Jahr?« »Ich glaube, es ist immer noch März 1979.« »Ausgezeichnet!« Der Doktor schien aufrichtig erfreut. »Schon eine etwas bessere Orientierung, wie mir scheint. Ich glaube, heute können wir Sie aus der Isolierzelle und der Zwangsjacke holen und Sie allmählich wieder unters Volk bringen, ganz wie ich gehofft hatte.« »Ich würde jetzt gern nach Hause gehen«, sagte Francis. »Hm, tut mir leid, Mr. Petrell, das ist noch nicht möglich.« »Ich glaube nicht, dass ich hierbleiben will«, sagte Francis. Ein Anflug des Zitterns, das am Tag seiner Ankunft seine Stimme befallen hatte, drohte wiederzukehren. »Es ist zu Ihrem eigenen Besten«, erwiderte der Arzt. Da hatte Francis seine Zweifel. Er konnte durchaus klar erkennen, dass es hier um andere Leute wohl und nicht das Seine ging. Das sagte er nicht laut. »Wieso kann ich nicht nach Hause?« fragte er. »Ich habe doch nichts getan.« »Erinnern Sie sich an das Küchenmesser? Und Ihre Drohungen?« Francis schüttelte den Kopf. »Das war ein Missverständnis«, sagte er. Dr. Gartele lächelte. »Was sonst? Aber Sie werden so lange bei uns bleiben, bis wir zu der Einsicht kommen, dass wir nicht rumlaufen und Leute bedrohen können.« »Das mache ich nicht wieder, versprochen.« »Danke, Mr. Petrel, doch unter den gegebenen Umständen reicht ein Versprechen nicht ganz. Es gehört schon ein bisschen mehr dazu, mich davon zu überzeugen. Vollkommen zu überzeugen, fürchte ich. Die Medikamente, die wir Ihnen gegeben haben, werden Ihnen dabei helfen. Sie werden diese Mittel weiternehmen, und Ihre Langzeitwirkung wird Ihnen helfen, wie der Herr über die Situation zu sein und sich einzufügen. Dann lässt sich vielleicht darüber reden, Sie in die Gesellschaft zu entlassen, wo Sie eine konstruktivere Rolle übernehmen könnten.« Den letzten Satz sprach er langsam und fügte hinzu. »Und, was halten Ihre Stimmen von Ihrem Aufenthalt hier bei uns?« Francis hatte begriffen und schüttelte den Kopf. »Ich höre keine Stimmen«, sagte er beharrlich. Tief in seinem Innern ertönte ein Chor der Zustimmung. Der Arzt lächelte wieder, sodass er ein wenig schiefe, weiße Zähne entblößte. »Ach ja, Mr. Petrell, ich bin nicht so sicher, ob ich Ihnen das glauben kann. Trotzdem«, er zögerte, »glaube ich, dass Sie hier bei der großen Mehrheit zurechtkommen können. Mr. Moses wird Sie herumführen und Ihnen die Regeln erklären. Die Regeln sind wichtig, Mr. Petrell. Es gibt nicht viele, aber die sind von entscheidender Bedeutung. Dass man sich an die Regeln hält, ein konstruktives Mitglied unserer kleinen Welt hier wird, das sind Zeichen dafür, dass sich Ihr Geisteszustand normalisiert. Wenn Sie mich davon überzeugen können, dass Sie sich hier erfolgreich einfügen, wird Sie jeder Tag, den Sie bei uns verbringen, Ihrer Rückkehr nach Hause näher bringen. »Verstehen Sie diese Gleichung, Mr. Petrell?« Francis nickte nachdrücklich. »Wir haben hier Aktivitäten. Wir haben Gruppensitzungen, in regelmäßigen Abständen werden Sie Einzelsitzungen mit mir haben, und es gibt die Regeln. Das alles zusammen beinhaltet Ihre Chancen. Sollten Sie sich aber nicht einfügen können, dann wird, fürchte ich, Ihr Aufenthalt hier lang und oft auch unangenehm sein.« Er wies auf die Isolierzelle. »Dieser Raum zum Beispiel.« Dann auf die Zwangsjacke. »Diese und andere Vorkehrungen sind weiterhin Optionen, und zwar auf Dauer. Das Entscheidende ist, dass Sie es nicht dazu kommen lassen, Mr. Petrell. Entscheidend für Ihre Rückkehr zur Normalität.« »Habe ich mich deutlich ausgedrückt?« »Ja«, sagte Francis. »Sich einfügen und an die Regeln halten.« Er wiederholte die Worte im Geist wie ein Mantra oder Gebet. »Genau, ausgezeichnet. Sehen Sie nicht, dass wir schon ein wenig Fortschritte gemacht haben? Nur Mut, Mr. Petrell, und ziehen Sie Gewinn aus dem, was die Klinik zu bieten hat.« Der Arzt stand auf. Er nickte dem Pfleger zu. »Also, Mr. Moses, Sie können Mr. Petrell jetzt befreien, und dann führen Sie ihn bitte durchs Wohnheim. Besorgen Sie ihm, was anzuziehen, und zeigen Sie ihm den Veranstaltungsraum.« »Ja, Sir«, kam die Antwort so zackig wie beim Militär. Dr. Gardell watschelte durch die Tür der Isolierzelle hinaus, und der Pfleger machte sich daran, die Gurte der Zwangsjacke zu lösen und Francis aus den Ärmeln zu schälen, bis er ganz herausgeschlüpft war. Francis streckte sich linkisch und rieb sich die Arme, wie um seine Glieder wiederzubeleben, nachdem sie eng fixiert gewesen waren. Er stellte die Füße auf den Boden und schwankte, als er merkte, wie ihm schwindelig wurde. Der Pfleger mußte das wohl bemerkt haben, denn eine riesige Hand packte ihn an der Schulter und hinderte ihn daran, nach vorn zu kippen. Francis fühlte sich ein wenig wie ein Kleinkind, das den ersten Schritt unternimmt, nur nicht mit demselben Gefühl von Stolz und Freude, sondern voller Furcht und Zweifel. Er folgte Mr. Moses durch den Flur im vierten Stock des Amherst-Gebäudes. Ein halbes Dutzend Gummizellen von knapp zweimal drei Metern lagen hintereinander in einer Reihe, jede mit einer Doppelschließvorrichtung und Guckfenstern zur Beobachtung. Er konnte nicht sagen, ob sie belegt waren oder nicht. Nur in einem Fall hörte er, nachdem sie im Vorbeigehen wohl Geräusche gemacht hatten, hinter einer verschlossenen Tür einen Schwall gedämpfter Obszönitäten, die sich in einem langen, schrillen Schmerzensschrei auflösten. Eine Mischung aus Qual und Hass. Er beeilte sich, um mit dem Riesenschritt zu halten, der von dem gespenstischen Lärm nicht im Mindesten aus der Fassung gebracht zu sein schien, und der, während er durch eine Reihe Flügeltüren zu einer breiten Haupttreppe lief, in scherzhaftem Plauderton eindrucksvoll über die Raumaufteilung des Gebäudes und die gesamte Klinikanlage und ihre Geschichte sprach. Francis konnte sich nur vage daran erinnern, diese Stufen vor zwei Tagen heraufgekommen zu sein, als alles, was für ihn bis dahin sein Leben ausgemacht hatte, verschwunden war. Der Grundriss des Gebäudes schien Francis in jeder Hinsicht so verrückt wie seine Bewohner. Die oberen Stockwerke beharberten Büros, die an Abstellräume und Isolierzellen grenzten. Auf dem ersten und dem zweiten Geschoss befanden sich weitläufige schlafsaalartige Räume voller einfacher Stahlrahmenbetten, hier und da mit einer verschließbaren Kiste unter dem Bett für die persönlichen Sachen. Innerhalb der Schlafsäle waren beengte Badezimmer und Duschen untergebracht und reihenweise Nischen, die, wie er auf den ersten Blick erkannte, wenig Intimsphäre boten. Weitseitig der Flure lagen weitere Badezimmer, deren Türen mit Männer und Frauen gekennzeichnet waren. Der Anstand gebot es, dass die Frauen am Nordende des Flurs und die Männer am Südende untergebracht waren. Zwischen den beiden Trakten lag eine große Pflegestation. Sie wurde von Trennwänden aus Maschen Draht und einer abgeschlossenen Stahltür gesichert. Francis sah, dass sämtliche Türen zwei, manchmal drei doppelte Schließriegel hatten, die alle von außen zu bedienen waren, war die Tür erst abgeschlossen, konnte man sie von innen unmöglich ohne einen Schlüssel öffnen. Im Erdgeschoss war ein großer offener Bereich untergebracht, der, wie Francis erklärt wurde, als wichtigster Tagesraum diente. Daneben eine Cafeteria und eine Küche, die groß genug war, die Bewohner von Amherst dreimal am Tag zu verköstigen. Es gab auch noch eine Reihe kleinerer Räume, die, wie er annahm, der Gruppentherapie dienten. Das Erdgeschoss war voll davon. Überall waren Fenster, die das Amherst mit Licht erfüllten. Doch jedes Fenster war von außen mit einem Maschendrahtgitter versehen, so dass das Tageslicht, das in das Gebäude drang, bizarre Karomuster auf die glatten, gebohnerten Böden oder die strahlend weiß getünchten Wände warf. Im ganzen Gebäude befanden sich Türen, deren Anordnung willkürlich schien und die manchmal abgeschlossen waren, so dass Mr. Moses einen schweren Schlüsselbund von seinem Gürtel nehmen musste, dann wieder offen standen, so dass sie einfach ungehindert eintraten. Francis konnte nicht auf Anhieb erkennen, nach welchem Prinzip die Türen verschlossen wurden oder offen blieben. Es war, wie er fand, ein höchst seltsames Gefängnis. Sie waren eingesperrt, doch nicht inhaftiert. Eingeschränkt, doch nicht gefesselt. Wie Mr. Moses und sein kleinerer Bruder, dem sie im Flur begegneten, waren sämtliche Schwestern, Pfleger und Aufseher weiß gekleidet. Gelegentlich kamen sie an einem Arzt oder Arzthelfer, Sozialarbeiter oder Psychologen vorbei. Diese Zivilisten trugen entweder Sportsackguss und Hosen oder Jeans. Fast ausnahmslos hatten sie braune Briefumschläge, Klemmbretter und braune Mappen unter dem Arm, und fast alle liefen sie offenbar mit einem klaren Ziel oder Zweck durch diese Korridore. Als ob der Umstand, dass sie jeweils eine Aufgabe zu erfüllen hatten, sie von den übrigen Amherst-Bewohnern unterschied. Francis' Mitpatienten bevölkerten die Flure. Die einen standen in Gruppen zusammen, während die anderen ostentativ alleine blieben. Viele beäugten ihn misstrauisch, als er in ihnen vorüberkam, einige ignorierten ihn. Keiner begrüßte ihn mit einem Lächeln. Da er mit Mr. Moses forsch im Tempo Schritt halten musste, blieb ihm kaum Zeit, seine Umgebung zu begutachten. Und was er von den anderen zu sehen bekam, war eine bunte Mischung, eine zusammengewürfelte Schar von Leuten unterschiedlichen Alters- und Körperbaus. Haare, die aus der Kopfhaut zu explodieren schienen, Bärte, die wir auf vergilbten Fotos aus dem neunzehnten Jahrhundert bis zur Brust herunterwucherten. Es war ein Ort der Widersprüche. Ringsum bohrten sich wilde Blicke in ihn und musterten ihn von oben bis unten, bis er sie hinter sich gelassen hatte. Andere Patienten dagegen senkten stumm die Augen oder drehten sich zur Wand, um jeden Kontakt zu meilen. »So viele Leute auf einem Haufen«, sagte Mr. Moses, als sie zu einer Pflegestation kamen. »Ah, haben vielleicht für zweihundert Betten gebaut, aber stattdessen haben wir hier so um die dreihundert reingequetscht. Sollte meinen, dass sie sich wenigstens das irgendwie ausklamüsert hätten, aber nein, bis jetzt noch nicht.« Francis antwortete nicht. »Haben aber ein Bett für Sie«, fügte Mr. Moses hinzu. »An der Pflegestation blieb er stehen. Sie werden wieder topfit, keine Bange. Hallo, Ladies«, sagte er. Zwei Schwestern in Weiß drehten sich hinter dem Maschendraht zu ihm um. »Sie sehen ja allerliebste und reizend aus an diesem schönen Morgen.« Eine war alt, mit ergrautem Haar und ziemlich faltigem, verharmtem Gesicht, das sich dennoch zu einem Lächeln verzog. Die andere war eine stämmige Schwarze, weitaus jünger als ihre Kollegin, und sie schnaubte ihre Antwort wie jemand heraus, der schon zu oft nette Worte mit einem falschen Unterton gehört hatte. »Pfff, das Süßholzgeraspe schenken wir uns. Sag mir lieber, was du diesmal brauchst.« Ihr Ton war gespielt barsch, und beide Frauen grinsten. »Also bitte, Ladies, ich versuche doch nur ein bisschen Glück und Freude in euer Leben zu bringen«, sagte er. »Was sonst?« Die Schwestern lachten laut. »Schon einen einzigen Mann gesehen, der nicht irgendwas will?« sagte die schwarze Schwester, woraufhin die Weiße schnell draufsetzte. »Schätzchen, so ist es, so wahr mir Gott helfe.« Mr. Moses musste ebenfalls lachen, während Francis auf einmal verlegen wurde und nicht wusste, was von ihm erwartet wurde. »Ladies, kann ich Ihnen Mr. Francis Petral vorstellen, der eine Weile bei uns bleiben wird? Mr. Seabird, diese nette junge Lady ist Miss Wright und ihre reizende Kollegin hier, das ist Miss Winchel.« Er reichte ihnen ein Klemmbrett. »Der Doktor hat dem Jungen ein paar Mittelchen aufgeschrieben. Wie es aussieht, so ziemlich das Übliche.« Er wandte sich an Francis und sagte, »Na, was denken Sie, Mr. Seabird? Meinen Sie, der Doktor hat Ihnen vielleicht eine Tasse Kaffee zum Frühstück und ein nettes, kaltes Bierchen zum Brathähnchen und Maisbrot zum Abendessen aufgeschrieben?« »Meinen Sie, das ist es, was Sie kriegen?« Francis musste ihn wohl erstaunt angesehen haben, denn der Pfleger beeilte sich hinzuzufügen. »Nur ein kleiner Schatz, nichts für Ungut.« Die Schwestern überflogen das Krankenblatt und legten es dann zusammen zu einem Stapel in eine Ecke ihres Schreibtisches. Die ältere, Miss Winchel, griff unter eine Theke und zog einen kleinen billigen Koffer aus einem Stoff mit Schottenmuster hervor. »Mr. Petral, das hat Ihre Familie für Sie abgegeben.« Sie reichte ihm das Gepäckstück durch die Öffnung im Maschendraht und sagte, »Ich hab's schon durchsucht.« Francis nahm das Köfferchen und kämpfte gegen einen Tränenausbruch an. Er hatte es sofort wiedererkannt. Es war ein Weihnachtsgeschenk aus seiner Kindheit, und weil er eigentlich nie irgendwo hin verreist war, hatte er es immer benutzt, um darin etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches aufzubewarmen. Eine Art tragbares Geheimversteck für die Dinge, die er als Kind gesammelt hatte. Denn jedes kleine Stück war in sich so was wie eine Reise. Er hatte ein Tannenzapfen, den er einmal im Herbst aufgelesen hatte. Ein Satz Zinnsoldaten, ein Buch mit Kinderfersen, das er nie in die Leihbücherei zurückgebracht hatte. Ihm zitterten ein wenig die Hände, als er über die Kunstlederränder der Reisetasche strich, und er nahm den Griff in die Hand. Der Reisverschluss war offen, und er sah, dass alles, was er einmal darin aufbewahrt hatte, gegen Kleidung aus seinen Schubladen ausgewechselt worden war. Im selben Moment wusste er, dass seine ganze Sammlung ausgeleert und weggeworfen worden war. Es kam ihm vor, als hätten seine Eltern das Wenige, das sie von seinem Leben besaßen, in dieses Gepäckstück gesteckt, um es ihm zukommen zu lassen und ihn wegzuschicken. Er merkte, wie seine Unterlippe zitterte, und er fühlte sich sehr allein. Die Schwestern schoben ihm einen zweiten Stapel Sachen zu. Er bestand aus einer Garniturbettwäsche aus Raumstoff, einer fadenscheinigen, verwaschenen, olivfarbenen Wolldecke aus Armeebeständen, einem Bademantel, wie er ähnliche schon an einigen Patienten gesehen hatte, und ein paar Pyjamas, wie er sie ebenfalls bereits ausgemacht hatte. Er legte die Sachen auf das Köfferchen und trug sein Gepäck vor der Brust. Mr. Moses nickte. Also, dann zeigen wir ihm mal ihr Bett und sehen zu, dass wir ihre Sachen verstaut kriegen. Was haben wir dann für Mr. Seabird, Ladies? Wieder ging eine der Schwestern das Krankenblatt durch. Mittagessen um zwölf, dann hat er bis zu der Gruppensitzung um drei mit Mr. Evans in Raum 101 frei. Um 16.30 Uhr kommt er zur Freizeit wieder hierher. Abendessen um sechs, Medikamentenausgabe um sieben. Äh, das wär's. Ist klar, Mr. Seabird? Francis nickte. Er traute seiner eigenen Stimme nicht. Er hörte tief in seinem Innern die Order, den Mund zu halten und sich zu fügen und auf der Hut zu sein. Er folgte Mr. Moses durch eine Tür in ein großes Zimmer mit dreißig bis vierzig Betten, die in Reihen aufgestellt waren. Mit einer Ausnahme, nicht weit von der Tür, waren alle Betten gemacht. Ein halbes Dutzend Männer lagen dort auf ihrem Bett und starrten, wenn sie nicht schliefen, zur Decke. Kaum einer warf einen flüchtigen Blick auf ihn, als er den Saal betrat. Mr. Moses half ihm, das Bett zu machen und seine wenigen Sachen in einer Feldkiste zu verstauen. Auch den winzigen Koffer konnte er darin verschwinden lassen. Es dauerte weniger als fünf Minuten, bis alles an Ort und Stelle war. »Also, das hätten wir«, sagte Mr. Moses. »Und was wird jetzt weiter mit mir?«, fragte Francis. Der Pfleger lächelte etwas wehmütig. »Jetzt müssen Sie zusehen, Seabird, dass es Ihnen besser geht.« Francis nickte. »Und wie soll ich das machen?« »Das ist die große Frage, Seabird. Das müssen Sie selber rausfinden.« »Was soll ich denn machen?«, fragte Francis. Der Pfleger beugte sich zu ihm herunter. »Leiben Sie einfach für sich. Sie kann es ab und zu ein bisschen ungemütlich werden. Sie müssen rauskriegen, mit wem Sie es sonst noch zu tun haben und bei jedem den richtigen Abstand wahren. Versuchen Sie nicht zu schnell, mit jemandem gut Freund zu werden, Seabird. Halten Sie einfach den Mund und beachten Sie die Regeln. Wenn Sie mal Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir oder zu meinem Bruder oder zu einer von den Schwestern und wir versuchen, die Sache auf die Reihe zu kriegen.« »Aber wie lauten denn die Regeln?«, wollte Francis wissen. Der Hühne von Aufseher drehte sich um und zeigte auf ein Schild, das hoch oben an der Wand befestigt war. »Im Schlafsaal rauchen verboten. Kein Lärm. Nach 21 Uhr reden verboten. Respektieren Sie die anderen. Respektieren Sie anderer Leute Eigentum.« Als er sich alles zweimal durchgelesen hatte, drehte Francis sich um. Er wusste nicht recht, wo er hingehen oder was er machen sollte. Er setzte sich auf die Bettkante. Am anderen Ende des Raums stand einer der Männer, der mit dem Gesicht zur Decke dargelegen und sich schlafend gestellt hatte, abrupt auf. Er war sehr groß, gut 1,95 Meter, mit eingefallener Brust und dünnen, knochigen Armen, die unter einem abgerissenen Sweatshirt mit einem Logo der New England Patriots hervorlugten, sowie Ofenröhrenbein, die aus einer mindestens 15 Zentimeter zu kurzen, limonengrünen OP-Hose herauslugten. Die Arme des Sweatshirts waren direkt unter der Schulter abgeschnitten. Er war wesentlich älter als Francis und trug das strähnige, graumilierte Haar in einem verfilzten Busch, der ihm bis zu den Schultern fiel. Plötzlich weiteten sich seine Augen wie in einer Mischung aus Angst und Wut. Jetzt hob der Mann eine aschgraue Hand und zeigte mit dem Finger auf Francis. »Aufhören!« brüllte er. »Sofort aufhören!« Francis zuckte ein wenig zurück. »Hör einfach auf! Ich seh's doch! Du kannst mich nicht für dumm verkaufen! Ich hab's in dem Moment gewusst, als du reingekommen bist! Hör auf damit!« »Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mache,« antwortete Francis unterwürfig. Inzwischen fuchtelte der Lange mit beiden Armen in der Luft herum, als müsse er Spinnenweben aus dem Weg räumen. Mit jedem Schritt, der in der Nähe kam, wurde seine Stimme lauter. »Aufhören! Aufhören! Ich durchschaue dich! Ich lass das nicht mit mir machen!« Francis sah sich nach einem Versteck oder Fluchtweg um, doch er saß zwischen dem auf ihn zu wankenden Mann und der Rückwand des Schlafsaals in der Falle. Die wenigen anderen Männer im Raum schliefen entweder noch oder kümmerten sich nicht um das, was passierte. Mit jedem Schritt schien der Mann an schierer Körpergröße zu wachsen und wütender zu werden. »Ich mag das! Ich hab's sofort gemerkt! In dem Moment, als du reingekommen bist! Hör sofort auf damit!« Francis war vor Verwirrung wie erstarrt. In seinem Innern schrien seine Stimmen in einem Wortschwall widersprüchlicher Ratschläge. »Lauf! Lauf! Der will uns was antun! Du musst dich verstecken!« Sein Kopf fuhr herum und er überlegte verzweifelt, wie er dem Angriff des Mannes entgehen konnte. Er versuchte, seine Muskeln in den Griff zu bekommen und vom Bett aufzustehen, doch stattdessen sackte er immer mehr in sich zusammen. »Wenn du nicht aufhörst, muss ich nachhelfen!« brüllte der Mann. Er ging offenbar in Angriffsstellung. Francis hob die Arme, um die Attacke abzuwehren. Der Lange gurgelte irgendein Schlachtruf, während er seine eingesunkene Brust aufblähte und mit den Armen über dem Kopf herumwedelte. Er schien sich gerade mit einem Sprung auf Francis stürzen zu wollen, als seine andere Stimme scharf durch den Raum drang. »Lenke, jetzt hör aber auf damit!« Der Lange zögerte und drehte sich zu der Stimme um. »Hör sofort damit auf!« Francis kauerte sich immer noch an die Wand hinter sich, und er konnte nicht sehen, wer geredet hatte, bis der Lange sich umwandte. »Was soll denn das?« »Aber er ist es!« sagte der Mann zu demjenigen, der in den Schlafsaal gekommen war. In dem Moment schien er geschrumpft zu sein. »Nein, ist er nicht!« kam die Antwort. Und dann sah Francis, dass der Mann, der rasch auf sie zukam, derselbe war, dem er in den ersten Minuten in der Klinik begegnet war. »Lass ihn in Ruhe!« »Aber er ist es doch!« »Ich hab's sofort gewusst, als ich ihn sah!« »Das hast du zu mir auch gesagt, als ich mich zum ersten Mal hab blicken lassen.« »Das sagst du zu jedem Neuen, der in die Klinik kommt!« Das verunsicherte den Lange. »Wirklich?« fragte er. »Ja!« »Ich glaub trotzdem, dass er es ist!« sagte der Lange. Doch seltsamerweise war der Zorn an seiner Stimme verpufft und Fragen bzw. Zweifeln gewichen. »Ich bin mir ziemlich sicher!« fügte er hinzu. »Er könnte es auf jeden Fall sein! So viel steht mal fest!« Trotz der vollmundigen Behauptung war sein Ton höchst unsicher. »Aber wieso?« fragte der Mann. »Wieso bist denn du dir so sicher?« »Es war nur... Als er reinkam, da war es so offensichtlich. Ich hab ihn beobachtet, und dann...« Der Lange brach mitten im Satz ab. »Ah, vielleicht lieg ich ja falsch.« »Ich glaube, du liegst wirklich falsch.« »Meinst du wirklich?« »Ja.« Der andere kam näher. Er grinste und ging an dem Langen vorbei. »Na, Seabird? Offenbar hast du dich schon eingelebt.« Francis nickte. Der Mann wandte sich an den Langen. »Lenki, das ist Seabird. Hab ihn vor ein paar Tagen im Verwaltungsgebäude getroffen. Wenn er derjenige ist, für den du ihn hältst, dann bin ich es auch, wie du neulich dachtest, als du mich das erste Mal zu Gesicht bekommen hast. Kannst dich darauf verlassen.« »Wie kannst du dir so sicher sein?« wollte der Lange wissen. »Na ja. Ich hab ihn reinkommen sehen, und ich hab einen Blick auf sein Krankenblatt geworfen, und so viel kann ich dir sagen. Wenn er der Sohn Satans wäre, der hergeschickt wurde, um hier in der Klinik Schaden anzurichten, hätte es ein Vermerk gegeben, weil nämlich sonst alles drin stand. Wohnort, Familie, Adresse, Alter. Alles eben. Und nix von wegen Antichrist. »Satan ist der große Betrüger. Sein Sohn wär genauso schlau. Wird's wahrscheinlich schaffen, sich zu verstellen. Selbst vor Garp a Pill. Ja, schon möglich. Aber da waren Polizisten bei mir, und die sind nun ganz bestimmt darin geschult, Satan zu erkennen. Die hätten Flugblätter und Handzettel und diese Bilder, so was, wie sie an den Wänden in der Post hängen haben. Verstehst du? Ich möchte auch sehr bezweifeln, dass selbst Satan es geschafft hätte, zwei Polizisten reinzulegen. Der Lange hörte diesen Ausführungen aufmerksam zu. Dann drehte er sich zu Francis um. »Ah, tut mir leid. Offenbar habe ich mich geirrt. Mir ist jetzt klar, dass Sie nicht derjenige sind, auf den ich gefasst bin. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Gibt nun mal nichts anderes, als vor dem Bösen höllisch auf der Hut zu sein. Man muss ja so aufpassen. Wissen Sie, Tag ein, Tag aus, stündlich im Grunde genommen. Es ist ziemlich anstrengend, aber absolut notwendig.« Endlich gelang es Francis, vom Bett zu krabbeln und aufzustehen. »Ja, natürlich«, sagte er. »Geht schon klar.« Der Lange streckte die Hand aus und begrüßte Francis, indem er dessen Hand enthusiastisch schüttelte. »Hoch erfreut, deine Bekanntschaft zu machen, Seabird. Du bist großzügig und hast offensichtlich gute Manieren. Tut mir wirklich aufrichtig leid, wenn ich dir Angst gemacht habe.« Jetzt erschien der Lange Francis weit weniger furchteinflößend. Er wirkte einfach nur alt, und ein bisschen zerfleddert wie eine alte Nummer einer Zeitschrift, die schon zu lange auf dem Tisch rumgelegen hat. Der Lange zuckte die Schultern. »Mich nennen Sie alle...« »Lenki«, sagte er. »Ich bin die meiste Zeit hier.« Francis nickte. »Ich heiße...« Der andere Mann unterbrach ihn. »Siebert.« »Hier drinnen scheint niemand seinen richtigen Namen zu verwenden.« Lenki nickte heftig mit dem Kopf. »Fyerman hat recht, Siebert.« »Nur Spitznamen und Abkürzungen und sowas in der Art.« Dann machte er auf dem Absatz Kehrt, marschierte quer durch den Raum zurück und warf sich auf sein Bett, um wieder zur Decke zu starren. »Er scheint mir kein schlechter Kerl zu sein. Und ich glaube, in Wirklichkeit...« »Ein ziemlich unpassender Begriff für diese nette Einrichtung hier...« »ist er ziemlich harmlos«, sagte Fireman. »Er hat kürzlich mit mir genau dasselbe gemacht.« »Hat rumgebrüllt und mit dem Finger auf mich gezeigt und so getan, als wollte er mich verprügeln, um die Gesellschaft vor der Ankunft des Antichrists zu schützen, oder auch vor dem Sohn Satans, oder was weiß ich vor wem. Für irgendeinem seltsamen Dämon, der vielleicht aus Versehen hier landet. Das treibt er mit jedem, der hier reinkommt und den er nicht kennt. Und wenn man mal richtig drüber nachdenkt, ist es nicht mal so sehr verrückt. Scheint doch eine gute Portion Schlechtigkeit auf der Welt zu geben. Und ich nehme mal an, von nix kommt nix. Kann also nicht schaden, ein wachsames Auge zu haben, wie er sagt. Selbst hier. »Jedenfalls danke«, sagte Francis. Er beruhigte sich allmählich, ein bisschen wie ein Kind, das dachte, es hätte sich verirrt und dann auf einmal einen Orientierungspunkt wiedererkennt, mit dessen Hilfe es sich zurechtfindet. »Aber ich weiß immer noch nicht, wie du heißt.« »Ich habe keinen Namen mehr«, sagte der Mann. Er sagte es mit einem zarten Anflug von Bedauern in seinem Tonfall, der rasch einem trockenen, süß-säuerlichen Grinsen wich, in das sich etwas Wehmut mischte. »Wie kann man keinen Namen mehr haben?« fragte Francis. »Ich musste ihn aufgeben. Dem habe ich es nämlich zu verdanken, dass ich hier gelandet bin.« Das ergab für Francis wenig Sinn. Der Mann schüttelte amüsiert den Kopf. Tut mir leid. Die Leute haben angefangen, mich Fireman zu nennen, das war ich nämlich, bevor ich hier in die Klinik kam. Ich habe Feuer gelöscht. Aber, na ja, früher haben mich meine Freunde Peter genannt. Also Peter the Fireman. Das muss reichen, Francis Seabert. In Ordnung, antwortete Francis. Ich denke, du merkst noch früh genug, dass diese Sitte hier mit den neuen Namen es ein bisschen leichter macht. Jetzt hast du Lanky kennengelernt. Ein Spitzname, dem wohl kaum jemand so gerecht werden kann wie er. Und du hast die Moses-Brüder kennengelernt, nur dass alle sie Big Black und Little Black nennen, was nun auch wieder recht passend scheint. Und Gulp a Pill, was viel leichter auszusprechen und außerdem seinem Verständnis von Behandlung entschieden angemessener ist als ein richtiger Name. Ah, und wem bist du noch über den Weg gelaufen? Den Schwestern hinter dem Gitter, Miss... Ach so, Miss Wrong und Miss Watchful. Wright und Winchell. Richtig. Und es gibt noch andere Schwestern, zum Beispiel Schwester Mitchell, alias Schwester Bitch-All, und Schwester Smith, alias Schwester Bones, was ein bisschen wie unser Lanky da aussieht, und unsere Short-Blond. Ziemlich hübsch. Dann wäre dann noch dieser Psychologe namens Evans, Mr. Evil, den du noch früh genug kennenlernst, weil er nämlich mehr oder weniger dieses Haus leitet, und Gabepills wiederwärtige Sekretärin namens Miss Lewis, die jemandem des Luscious umbenannt hat, was sie offenbar hasst, ohne dass sie was dagegen tun kann, weil ihr der Name so auf den Leib geschnitten ist, wie die engen Pullover, die sie gar nicht trägt. Die kann einem offenbar ganz schön auf den Zeiger gehen. »Ist vielleicht alles ziemlich verwirrend im Moment, aber in ein paar Tagen kriegst du das schon auf die Reihe.« Francis sah sich hastig im Schlafsaal um und flüsterte, »Sind die Leute hier drin alle verrückt?« Fireman schüttelte den Kopf. »Es ist eine Anstalt für geisteskranke Seabot, aber deshalb ist nicht gleich jeder plemplem. Ein paar sind einfach nur alt und senil und wirken ein wenig wunderlich. Ein paar sind zurückgeblieben, so ein bisschen begriffsstutzig, aber weshalb sie hier gelandet sind, ist mir schleierhaft. Ein paar Typen scheinen einfach nur depressiv zu sein, andere hören Stimmen. »Hörst du Stimmen, Seabot?« Francis wusste nicht, was er darauf sagen sollte. Tief in seinem Innern schien die Frage, eine Diskussion losgetreten zu haben. Er hörte, wie plötzlich ein Wortwechsel im Gange war, wie elektrischer Strom zwischen zwei Polen. »Ich möchte lieber nicht darüber reden,« erwiderte Francis ausweichend. Fireman nickte. »Ah, gibt Dinge, die man am besten für sich behält.« Er legte Francis einen Moment lang den Arm um die Schultern und manövrierte ihn zur Tür. »Vomit«, sagte er, »ich zeig dir unser sogenanntes Zuhause.« »Hörst du Stimmen, Peter?« fragte Francis. Fireman schüttelte den Kopf. »Nein.« »Wirklich nicht?« »Nein. Wäre eigentlich ganz schön, wenn ich's täte,« antwortete er. Er lächelte, während er sprach, nur einen Anflug um die Mundwinkel und auf eine Weise, die Francis recht bald als typisch für ihn erkannte und die viel über ihn sagte. Gehörte er doch offenbar zu der Sorte Mensch, die das Traurige wie das Komische in Dingen sehen konnten, die für andere einfach nur Momente waren. »Bist du verrückt?« fragte Francis. Wieder lächelte Fireman. Diesmal lachte er sogar ein wenig. »Bist du verrückt, Siebert?« Francis holte Tiefluft. »Kann sein,« sagte er. »Ich weiß es nicht.« Fireman schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, Siebert.« »Schon als ich dich das erste Mal sah, habe ich's nicht geglaubt. Jedenfalls nicht allzu verrückt. Vielleicht ein bisschen verrückt, aber was macht das schon?« Francis nickte. Es beruhigte ihn. »Aber was ist mit dir?« hackte er nach. Fireman zögerte, bevor er antwortete. »Ich bin was viel Schlimmeres,« sagte er langsam. »Deshalb bin ich hier.« »Sie sollen rauskriegen, was mit mir nicht stimmt.« »Was kann denn schlimmer sein, als verrückt zu sein?« wollte Francis wissen. Fireman hüstelte. »Na ja,« sagte er. »Kannst du es ruhig erfahren, würdest du sowieso früher oder später rauskriegen.« »Ich bringe Leute um.« Und mit diesen Worten führte er Francis in den Klinikflur hinaus. Und das war's dann wohl. Big Black hatte mir geraten, keine Freundschaften zu schließen, vorsichtig zu sein, für mich zu bleiben und die Regeln zu beachten. Und ich hab wirklich mein Bestes getan, alles zu befolgen, wozu er mir geraten hat. Außer dieser ersten Mahnung. Und wenn ich jetzt zurückblicke, frage ich mich, ob er damit nicht auch Recht gehabt hatte. Doch Wahnsinn hat in Wahrheit auch mit den schlimmsten Formen von Einsamkeit zu tun. Und ich war sowohl wahnsinnig, als auch allein. Und so kam mir, als Peter the Fireman mich beiseite nahm, seine Freundschaft auf dem allmählichen Abstieg in die Welt des Western State Hospital sehr willkommen. Und ich fragte nicht nach, wie er das wohl meinte, dachte mir allerdings, dass ich es schon früh genug herausfinden würde, da in dieser Klinik jeder Geheimnisse hatte. Doch nur wenige Geheimnisse tatsächlich welche blieben. Meine jüngere Schwester drang einmal lange nach meiner Entlassung in mich, was das Schlimmste an meiner Zeit im Western State gewesen sei. Und nach reiflicher Überlegung sagte ich, die Routine. Die Klinik existierte als ein System kleiner, zusammenhangloser Momente, die einfach so verpufften und nur eingerichtet wurden, um von Montag zu Dienstag, von Dienstag zu Mittwoch zu kommen und so fort. Und das Woche für Woche, Monat für Monat. Alle hier waren auf Betreiben angeblich wohlmeinende Angehörige für 30 bis 60 Tage eingewiesen worden oder aber nach einer formellen gerichtlichen Anhörung, bei der die Betroffenen oft nicht einmal selbst zugegen waren. Auf Betreiben der kalten, ineffizienten Mühlen der Sozialämter. Doch wir lernten sehr schnell, dass diese Pseudofristen so illusorisch waren wie die Stimmen, die wir hörten. Denn die Klinik konnte diese gerichtlichen Verfügungen immer wieder verlängern, solange sie zu der Einschätzung kam, dass man weiterhin für andere eine Bedrohung darstellte, worauf es, verrückt, wie wir jeweils waren, offenbar immer hinaus zu laufen schien. Und so konnte aus einer 30-tägigen Einweisung per Gerichtsbeschluss vielleicht ein 20-jähriger Aufenthalt werden. Ein gradliniger, steter Abstieg von der Psychose in die Altersdemenz. Kurz nach unserer Ankunft lernten wir alle, dass wir ein wenig wie eingelagerte Munition waren, die mit jedem Moment, den sie unbeachtet vor sich hin rostet, unberechenbarer wird. Das Erste, was man im Western State Hospital durchschaute, war die größte Lüge von allen. Dass in Wahrheit niemand einem half, gesund zu werden und wieder nach Hause zu kommen. Dabei wurde eine Menge gesagt und eine Menge getan, das angeblich dazu diente, einen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Doch das war größtenteils nur leere Show, sowie die gelegentlichen Entlassungsverhandlungen. Die Klinik war wie heißer Teer auf der Straße. Man blieb darin kleben. Ein berühmter Dichter hat einmal gesagt, zu Hause sei dort, wo man immer willkommen ist. Das mochte für Poeten gelten, aber nicht für Verrückte. In der Klinik war man für die normale Welt aus dem Verkehr gezogen und weggesteckt. Wir waren allesamt von Medikamenten matt gesetzt, die die Sinne und die Stimmen trübten, die Halluzinationen aber nicht völlig verbannten, sodass lebhafte Wahnvorstellungen immer noch durch die Korridore wiederhalten. Doch das eigentlich infame an unserer Existenz war, wie schnell wir alle diese Wahnvorstellungen zu akzeptieren lernten. Nach ein paar Tagen in der Klinik macht es mir schon nichts mehr aus, wenn klein Napoleon an meinem Bettstand und voller Elan von Truppenbewegungen in Waterloo sprach und davon, wie er ganz Europa verändert hätte, wenn nur die britischen Spießer unter dem Angriff seiner Kavalerie zusammengebrochen oder Blücher unterwegs aufgehalten worden oder die alte Garde nicht unter einem Kartetschen und Musketenhagel dahingeschwunden wäre. Ich war mir nie ganz sicher, ob Napoleon sich tatsächlich für den französischen Kaiser hielt, auch wenn er sich gelegentlich so benahm, oder ob er sich nur einfach an all diese Dinge klammerte, weil er ein kleiner Mann war, den man zusammen mit den Übrigens in eine Klapsmühle gesperrt hatte, und er mehr als irgendwas sonst seinem Leben eine Bedeutung abbringen wollte. Das galt für uns alle. Es war unser größter Wunschtraum, etwas zu sein. Was uns zu schaffen machte, war die Aussichtslosigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Und so ersetzten wir es durch Selbstbetrug. Allein auf meinem Stockwerk gab es ein halbes Dutzend Jesusse, oder Leute, die zumindest darauf bestanden, mit ihm direkt zu kommunizieren. Einen Mohammed, der dreimal täglich in die Knie ging, um Richtung Mekka zu beten, auch wenn er sich oft in der Richtung irrte. Ein paar George Washingtons und eine bunte Mischung anderer Präsidenten, von Lincoln, Jefferson bis hin zu LBJ und Tricky Dick, und eine ganze Reihe Leute, wie der im Grunde harmlose, doch zuweilen furchterregende Lanky, die stets nach Zeichen des Satans oder seiner Lakaien Ausschau hielten. Es gab Kerle mit einer Keimobsession, die wegen der unsichtbaren Bakterien in der Luft in Angst und Schrecken lebten, andere, die glaubten, dass jeder Blitzstrahl bei einem Gewitter es unmittelbar auf sie abgesehen hätte. Weshalb sie in den Ecken kauerten. Es gab Patienten, die nicht reden wollten und sich tagelang vollkommen in Schweigen hüllten, und andere, die ständig mit Obszönitäten um sich warfen. Manche wuschen sich zwanzig, dreißig Mal am Tag die Hände, andere wuschen sich nie. Wir waren eine Armee aus Zwängen und Obsessionen und verzweifelten Wahnvorstellungen. Einer der Männer, den ich recht bald mochte, hieß Newsman. Er wanderte wie ein moderner Ausrufer durch die Flure und spuckte Schlagzeilen aus, eine Enzyklopädie an Neuigkeiten. Wenigstens auf seine eigene verrückte Art stellte er eine Verbindung zur Außenwelt dar und rief uns ins Gedächtnis, dass außerhalb der Klinikwende Dinge passierten. Und es gab sogar eine notorisch übergewichtige Frau, die Stunden damit zubrachte, im Tagesraum ein aggressives Ping-Pong-Spiel hinzulegen, die aber weit mehr darüber nachdachte, welche Konsequenzen es wohl für sie hatte, eine direkte Reinkarnation von Cleopatra zu sein. Es gab allerdings auch Zeiten, in denen sich Cleo nur für Elizabeth Taylor in der Filmrolle hielt. Irgendwie schaffte sie es, praktisch jede beliebige Zeile des Films zu zitieren, selbst Richard Burtons Text, oder auch ein ganzes Shakespeare-Stück, von vorn bis hinten, während sie mit energischen Schmetterbällen gegen einen imaginären Gegner punktete. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, scheint alles so absurd, dass ich meine, ich müsste laut darüber lachen. Aber das war es nicht. Es war ein Ort unsäglicher Qual. Für Leute, die nie verrückt gewesen sind, ist das einfach nicht nachvollziehbar. Wie weh jede Wahnvorstellung tut, die Wirklichkeit außer Reichweite scheint. Eine Welt der Verzweiflung und Enttäuschung. Der Felsblock von Sisyphus hätte sehr gut in die Welt des Western State gepasst. Ich ging zu meinen täglichen Gruppensitzungen bei Mr. Evans, den wir Mr. Evil nannten. Ein drahtiger Psychologe mit eingefallener Brust und herrischer Attitüde, der uns irgendwie signalisierte, dass er was Besseres sei, weil er abends nach Hause ging, und wir nicht, was wir hassten. Auch wenn es die offensichtlichste Art von Überlegenheit war. Bei diesen Sitzungen wurden wir dazu ermutigt, offen über die Dinge zu sprechen, deren Wegen wir eingeliefert worden waren, und was wir nach unserer Entlassung zu tun gedächten. Er saß neben mir und hörte sich höflich die fantastischen Märchen an, die ich oder jemand anders uns aus den Fingern sogen, wie wir uns eine geregelte Arbeit suchen, wieder zur Schule gehen, oder vielleicht bei einem Aufbauprogramm mitwirken wollten, das womöglich anderen Betroffenen helfen könnte. Alle diese Lügen waren von dem einzigen, hoffnungslosen Gedanken beseelt, normal zu wirken. Oder wenigstens normal genug, um nach Hause gehen zu können. Anfänglich fragte ich mich zuweilen, ob es nicht so etwas wie eine stille Übereinkunft zwischen den beiden Männern gab. Der Mr. Evil forderte Peter the Fireman niemals auf, etwas zur Diskussion beizutragen, selbst wenn sie einmal uns und unsere Probleme verließen und sich jüngsten Ereignissen wie dem Geiseldrama, den Unruhen in den Städten oder den ehrgeizigen Zielen der Red Sox für das kommende Jahr zuwandte. Allesamt Themen, über die Fireman eine Menge wusste. Die beiden Männer verband irgendeine Heimtücke. Doch der eine war Patient, der andere Psychologe, und zunächst einmal zeigten sie es nicht. Auf eigentümliche Weise setzte sich bei mir der Eindruck fest, Ich befände mich auf einer Expedition zu den entferntesten, trostlosesten Regionen der Erde, abgeschnitten von jeder Zivilisation, von allem Vertrauten, dabei unaufhaltsam immer tiefer in ein unbekanntes Territorium vorzudringen, das man auf keiner Landkarte fand. Ein unwirtliches Territorium, das bald noch unwirtlicher werden sollte. Die Wand zog mich selbst dann noch magisch an, als in der Küche das Telefon klingelte. Ich wusste, dass es eine meiner Schwestern war, die wissen wollte, wie es mir ging, worauf die Antwort lauten musste, wie immer, so, wie es mir vermutlich auch künftig immer gehen würde. Ich ließ es also klingeln. Winnen weniger Wochen gab sich der letzte Rest des Winters verdrießlich geschlagen, und Francis lief auf der Suche nach Betätigung einen Klinikflur entlang. Zu seiner Rechten murmelte eine Frau eine Klage über verlorene Babys und wiegte sich vor und zurück, während sie die Arme so vor sich hielt, als ob sie darin etwas Wertvolles trüge. Vor Francis starrte ein Mann im Pyjama, mit faltiger Haut und einem wirren Schopf Silberhaar verloren, auf eine weiße Wand, bis Little Black daherkam und ihn freundlich an den Schultern fasste, damit er von da an aus einem vergitterten Fenster starrte. Der Stellungswechsel mit der neuen Aussicht brachte den alten Mann zum Lächeln, und Little Black klopfte ihm aufmunternd auf den Arm, bevor er zu Francis herübergeschlendert kam. Siebert, wie geht's denn heute so? Ganz gut, Mr. Moses. Nur ein bisschen langweilig. Ah, im Tagesraum sehen Sie Seifenopern an. Ich mach mir nicht viel aus solchen Sendungen. Sie kommen nicht auf den Geschmack, Siebert. Fängt damit an, dass man sich fragt, was wohl all diesen Leuten, denen alle möglichen merkwürdigen Sachen unterkommen, als nächstes passiert. Ne Menge Verwicklung und seltsame Wendungen und geheimnisvolle Sachen, weshalb die Leute das einschalten. Das interessiert Sie nicht? Sollte es vermutlich, Mr. Moses, aber ich weiß nicht. Das kommt mir einfach nicht wirklich vor. Naja, gibt auch ein paar Leute, die Karten spielen oder auch Brettspiele. Francis schüttelte den Kopf. Dann vielleicht ein Ping-Pong-Match mit Cleo? Francis lächelte und schüttelte weiter den Kopf. Was, Mr. Moses, halten Sie mich wirklich für so verrückt, dass ich mir das antue? Darüber musste Little Black lauthals lachen. Nein, Siebert, nicht mal Sie sind so verrückt, erwiderte er. Kann ich einen Ausgangsschein bekommen? fragte Francis unvermittelt. Little Black sah auf die Armbanduhr. Gibt ein paar Leute, die heute Nachmittag raus wollen. Vielleicht, um an so einem schönen Tag ein paar Blumen zu pflanzen. Machen Sie einen kleinen Spaziergang. Schnappen Sie ein bisschen frische Luft. Gehen Sie zu Mr. Evans. Vielleicht stellt er Ihnen einen aus. Ich hab nichts dagegen. Francis fand Mr. Evans mit Dr. Gulp-Apill im Flur ins Gespräch vertieft. Die beiden Männer schienen sich lebhaft zu unterhalten, indem sie vor und zurück gestikulierten und sich dabei heftig stritten. Doch es war ein seltsamer Streit, denn je hitziger er wurde, desto leiser und sanfter wurden ihre Stimmen, so dass die beiden Männer schließlich, als Francis in ihrer Nähe herumlungerte, sich nur noch wie zwei Schlangen anzischten. Dabei schienen sie alle anderen Leute im Flur zu vergessen, denn inzwischen hatten sich noch einige zu Francis gesellt, der von einem Fuß auf den anderen trat und auf eine günstige Gelegenheit wartete. Endlich hörte Francis Gulp-Apill wütend sagen, »Jedenfalls können wir uns einen solchen Lapsus einfach nicht leisten. Nicht einen Augenblick. Ich kann nur für Sie und die anderen hoffen, dass Sie bald wieder auftauchen.« Nur um sich von Mr. Evans sagen zu lassen, »Also ganz offensichtlich wurden Sie verlegt oder gestohlen, und dafür können Sie nicht mich verantwortlich machen. Wir suchen weiter, das ist alles, was ich sagen kann.« Gulp-Apill nickte, doch sein Gesicht war seltsam angespannt vor Mut. »Tun Sie das«, sagte er, »und ich hoffe, Sie finden sich besser früher als später. Sorgen Sie dafür, dass der Sicherheitsdienst informiert ist, und lassen Sie sich von denen einen neuen Satz Schlüssel machen. Dennoch ist das ein ernster Verstoß gegen die Regeln.« Und dann drehte sich der kleine Inder abrupt um und gingen ohne die anderen eines Blickes zu würdigen davon. Nur an einem Mann, der sich an den Doktor angeschlichen hatte, kam er nicht vorbei, doch er erteilte ihm eine Abfuhr, bevor er den Mund aufmachen konnte. Mr. Evans wandte sich an die übrigen und fragte ebenso irritiert, »Was ist? Was wollen Sie?« Allein schon der Ton brachte eine Frau dazu, sich augenblicklich einen Seufzer abzuringen und einen alten Mann missbilligend den Kopf zu schütteln und ins Selbstgespräch vertieft den Flur entlang zu stolpern, da eine Unterhaltung, in die nur er selbst verwickelt war, immer noch angenehmer schien als ein Verständigungsversuch mit dem wütenden Sozialarbeiter. Francis dagegen blieb stehen. Die zur Vorsicht mahnenden Stimmen in seinem Kopf riefen, »Geh, geh sofort!« Doch Francis blieb und kratzte nach einer Weile genug Mut zusammen, um zu sagen, »Ich hätte gern einen Ausgangsschein. Mr. Moses geht heute Nachmittag mit einigen Leuten aufs Gelände raus, und ich würde gerne mitgehen. Er sagt, dass es ihm recht ist.« »Sie wollen raus?« »Ja, bitte.« »Wieso wollen Sie raus, Patrell? Was reizt Sie denn so am Leben in freier Natur?« Francis hätte nicht sagen können, ob er sich direkt über ihn lustig machte oder nur über das Ansinnen, durch die Haustür des Amherst zu treten. »Es ist ein schöner Tag, irgendwie der erste schöne Tag seit langem. Die Sonne scheint, und es ist warm, frische Luft.« »Und Sie meinen, das ist besser als das, was sich Ihnen hier drinnen bietet?« »Das habe ich nicht gesagt, Mr. Evans. Es ist einfach nur Frühling, und ich wollte gern raus.« Mr. Evil schüttelte den Kopf. »Ich glaube, Sie haben in Wahrheit vor, zu türmen, Francis.« »Abzuhauen.« »Ich denke, Sie glauben, dass Sie sich verdrücken können, sobald Ihnen Little Black den Rücken kehrt, dass Sie den Efeu hochklettern und über die Mauer springen wollen, um dann den Hügel am College vorbeizulaufen, bevor jemand was von Ihrer Flucht bemerkt hat, und schließlich einen Bus zu nehmen, der Sie von hier wegbringt. Irgendein Bus. Das ist Ihnen ganz egal, weil es überall besser ist als hier. »Das haben Sie, glaube ich, vor«, sagte er. Es lag ein scharfer, aggressiver Ton in seiner Stimme. Francis antwortete sofort, »Nein, nein, 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 ich will nur in den Garten.« »Das sagen Sie jetzt,« fuhr Mr. Evil fort, »aber woher soll ich wissen, dass Sie die Wahrheit sagen?« »Wie soll ich Ihnen trauen, Seabird? Wie wollen Sie mich davon überzeugen, dass Sie die Wahrheit sagen?« Francis wusste beim besten Willen nicht, was er antworten sollte. Er wusste nicht, wie er irgendjemandem beweisen sollte, dass ein Versprechen, das er macht, aufrichtig ist, außer, dass er sich entsprechend verhält. »Ich will einfach nur rausgehen,« sagte Francis. »Ich bin noch nicht draußen gewesen, seit ich hier bin.« »Und meinen Sie, dass Sie das Privileg, rauszugehen, verdienen? Was haben Sie denn getan, um es sich zu verdienen, Francis?« »Ich weiß nicht,« sagte Francis. »Ich wusste nicht, dass ich es mir verdienen muss. Ich will einfach nur nach draußen.« »Was sagen denn Ihre Stimmen dazu, Seabird?« Francis trat einen kleinen Schritt zurück, denn seine Stimmen brüllten alle von fern, aber dennoch laut und deutlich, er solle so schnell wie möglich von dem Psychologen verschwinden. Doch diesmal widersetzte er sich dem inneren Tumult und blieb bei seinem Anliegen. »Ich höre keine Stimmen, Mr. Evans.« »Ich wollte nur mal raus, weiter nichts.« »Ich will nicht weglaufen, ich will auch keinen Bus irgendwo hinnehmen, ich will nur frische Luft.« Evans nickte kniff aber zugleich verächtlich die Lippen zusammen. »Ich glaube Ihnen nicht,« sagte er, zog aber im selben Moment einen kleinen Block aus der Hemdtasche und schrieb ein paar Worte darauf. »Geben Sie das, Mr. Moses,« sagte er. »Erlaubnis, nach draußen zu gehen, erteilt.« »Aber seien Sie pünktlich zu unserer Nachmittagsgruppensitzung zurück.« Francis fand Little Blake eine Zigarette rauchend in der Nähe der Pflegestation, wo er mit dem diensthabenden Schwesternpaar flirtete. Schwester Wrong war da und eine jüngere Frau eine neue Lernschwester, die Short Blond genannt wurde, weil sie im Gegensatz zu den Toupierfrisuren der beiden älteren Kollegen, die schon ein wenig mit den Hauterschlaffungen und Falten der mittleren Jahre zu kämpfen hatten, das Haar zu einer Pixiefrisur kurzgeschnitten hatte. Short Blond war jung und dünn und drahtig mit einer jungenhaften Statur unter der Schwesternkleidung. Sie hatte blasse, fast durchscheinende Haut, die unter der Deckenbeleuchtung ein wenig zu glühen schien, außerdem ein dünnes, wenig tragendes Stimmchen, das, wenn sie nervös war, was, soweit es die Patienten sagen konnten, recht häufig vorkam, sich zu einem Flüstern verflüchtigte. Große, laute Gruppen machten ihr Angst, und wenn es zur Zeit der Medikamentenausgabe an der Pflegestation vor Leuten so wimmelte, hatte sie zu kämpfen. Das waren immer angespannte Zeiten, in denen sich die Leute drängelten und versuchten, an die Fensteröffnung im Maschendraht zu gelangen, wo die Pillen in kleinen Pappbechern bereitgehalten wurden, auf denen jeweils der Name des Patienten stand. Es fiel ihr nicht leicht, die Leute warten zu lassen und sie zur Ruhe zu bringen, und richtig schwierig wurde es für sie, wenn es zu Gedrängel und Gerempel kam, was oft genug passierte. Allerdings erging es Shortblond auch nicht viel besser, wenn sie mit einem Patienten allein war und mit ihrem dünnen Stimmchen nicht gegen so viele Personen ankämpfen musste. Francis mochte sie, zum Teil, weil sie nicht viel älter war als er, vor allem aber, weil er ihre Stimme beruhigend fand und weil sie ihn an die seiner Mutter vor vielen Jahren erinnerte, als sie ihm Gute-Nacht-Geschichten vorlas. Ein Moment lang versuchte er, sich ins Gedächtnis zu rufen, wann sie damit aufgehört hatte, denn die Erinnerung erschien ihm plötzlich entrückt, als hätte sie nichts mit seinem persönlichen Leben zu tun. »Und? Haben Sie die schriftliche Erlaubnis, Seabird?«, fragte Little Black. »Hier«, er händigte sie aus und sah im selben Augenblick Peter the Fireman den Flur entlangkommen. »Peter!«, rief Francis. »Ich darf nach draußen. Willst du nicht auch zu Mr. Evil gehen und fragen, ob du mitkommen kannst?« Peter the Fireman kam zügig herüber. Er lächelte, schüttelte aber den Kopf. »Es nicht drin, Seabird«, sagte er. »Gegen die Regeln«. Er sah zu Little Black hinüber, der zu stimmend nickte. »Tut mir leid«, sagte der Pfleger. »Fireman hat recht. Er nicht.« »Wieso nicht?«, wollte Francis wissen. »Weil das«, sagte Fireman ruhig und langsam, »mein Arrangement hier ist.« »Nicht über die verschlossenen Türen hinaus.« »Das verstehe ich nicht«, sagte Francis. »Das gehört zu der gerichtlichen Verfügung, die mich hergebracht hat«, führte Fireman weiter aus. Es lag ein Anflug von Bedauern in seiner Stimme. Neunzig Tage unter Beobachtung, Beurteilung, psychologische Begutachtung, Tests, wo sie einem einen Tintenklecks hinhalten und man sagen muss, er sähe aus wie zwei Leute beim Sex. Garpepill und Mr. Evil stellen die Fragen und ich antworte und sie schreiben es sich auf und irgendwann geht's ans Gericht zurück. Aber ich darf nicht durch die Tür raus. Alle hier sind irgendwie im Gefängnis, Seabird. Meins ist nur ein bisschen strenger als deins. »Das ist keine so große Sache, Seabird«, fügte Little Black hinzu. »Gibt eine Menge Leute hier drin, die nie raus können. Kommt drauf an, was man gemacht hat, weshalb man hier reingekommen ist. Natürlich gibt's auch eine Menge Leute, die gar nicht raus wollen, obwohl sie könnten, wenn sie nur fragen würden. Sie fragen einfach nie.« Francis verstand und verstand auch wieder nicht. Er sah zu Fireman hinüber. »Ganz einfach nicht fair«, sagte er. »Ich glaube nicht, dass irgendjemand an fair oder unfair gedacht hat, Seabird. Aber ich habe zugestimmt und so ist es nun mal. Ich bleib, wo ich bin. Treffe mich zweimal die Woche mit Dr. Garpepill, gehe zu den Sitzungen mit Mr. Evil, lasse mich von ihnen beobachten. Deshalb muss ich mich unbedingt anständig benehmen und darauf achten, was ich sage, weil man nie weiß, was am Ende den Ausschlag gibt.« »Stimmt's nicht, Mr. Moses?« Little Black nickte. Francis kam das alles seltsam abgehoben vor, als sprechen sie über jemand anderen und nicht über den Menschen, der vor ihm stand. »Wenn du so redest«, sagte er, »klingt es überhaupt nicht so, als wärst du verrückt.« Bei der Bemerkung zuckte ein trockenes Lächeln um Peter the Firemans Mund, bei dem er die Oberlippe auf einer Seite hochzog, so dass es ein bisschen schief, aber aufrichtig verwirrt aussah. »Ach, du liebe Güte«, sagte er. »Es ist schlimm.« »Wirklich schlimm?« Er machte ein Geräusch, als ob er schluckte. »Da muss ich noch besser aufpassen,« sagte er. »Es kommt nicht darauf an, dass ich geistesgestört bin.« Für Francis ergab das keinen Sinn. Für einen Mann, der unter Beobachtung stand, wirkte Peter relativ unbekümmert, ganz im Gegensatz zu vielen der Paranoiden in der Klinik, die sich ständig einbildeten, beäugt zu werden und sich dieser Kontrolle zu entziehen versuchten. Natürlich glaubten sie, es sei das FBI oder die CIA oder auch der KGB oder Außerirdische, die mit dem Observieren beauftragt waren, und so lag ihr Fall vollkommen anders. Francis sah zu, wie Fireman sich umdrehte und durch die Tür des Tagesraums verschwand, und ihm kam der Gedanke, dass selbst, wenn er Pfiff oder seinen Schritten einen betonten Schwung verlieh, seine Wehmut über irgendetwas nur um so deutlicher zum Vorschein kam. Die warme Sonne traf Francis ins Gesicht. Big Black hatte sich zu seinem Bruder gesellt, um zusammen mit ihm die Expedition zu leiten. Einer vorn, einer hinten, führten sie das Dutzend Patienten im Gänsemarsch über das Klinikgelände. Lanky war mitgekommen und murmelte, wachsam wie immer, etwas davon, einen Beobachtungsposten zu sein, und Cleo, die erst einmal einige Zeit damit verbrachte, auf den Boden zu starren und unter jedem Busch und jeden Strauch zu spähen, um, wie sie jedem, der ihr Verhalten bemerkte, erklärte, eine Viper zu entdecken. Francis vermutete, daß eine gewöhnliche Vipernatter den Schlangenpart im Programm überzeugend besetzen konnte, wenn sie auch für den Selbstmord nicht reichte. Es waren ein paar ältere Frauen dabei, die sehr langsam liefen, und ein paar ältere Männer, sowie drei in mittleren Jahren, die allesamt in die farblose Kategorie von Leuten passten, die seit Jahren in die Klinikroutine eingegliedert waren. Sie trugen Gummischlappen oder Arbeitsstiefel und Pyjama-Oberteile unter ausgefransten, fadenscheinigen Wollpullovern oder Sweatshirts, von denen nicht so recht nach Stil und Größe zu passen schienen, was in der Klinik die Regel war. Ein paar der Männer hatten einen düsteren, zornigen Gesichtsausdruck, als ob das warme Sonnenlicht, das ihnen die Wangen streichelte, sie innerlich in eine Wut versetzte, die sich jeder Logik entzog. Das war's, mußte Francis unwillkürlich denken, was die Klinik zu einem Ort der Verunsicherung machte. Ein Tag, der zu entspanntem Lachen einlud, inspirierte stattdessen zu stillem Groll. Die beiden Aufseher legten ein gemächliches Tempo vor, während sie durch das Klinikgelände zur Rückseite des Gebäudekomplexes liefen, wo sich ein kleiner Garten befand. Auf einem Picknicktisch, dessen verzogene und ramponierte Platte von einem rauen Winter kündete, standen einige Kästen mit Saatgut sowie ein roter Sandkasteneimer mit ein paar kleinen Spaten und Handschaufeln bereit. Sie hatten eine Gießkanne zur Verfügung, sowie einen Gartenschlauch an einem Zapfhahn, der an einer einsamen Wasserleitung direkt aus der Erde lugte. Binnen Sekunden hatten Big Black und Little Black die Freilandgruppe dazu gebracht, auf Händen und Knien über das Stück Erde zu krabbeln und mit ihren kleinen Geräten den Boden für die Aussaat zu haken und umzugraben. Francis war kurze Zeit bei der Sache, dann sah er sich um. Hinter dem Garten lag noch ein Gelände, ein lang gestrecktes Rechteck, das ein alter, vormals weißgestrichener, doch über die Jahre zu einem stumpfen Grauverblasterlatten Zaun einfriedete. Dort kämpften sich Unkraut und wildwuchernde Gräser Büschel weise aus dem kargen Erdreich. Er vermutete, dass es eine Art Friedhof war, weil er zwei ausgewaschene Granitgrabsteine erkennen konnte, beide ein wenig schief und krumm wie die ungerichteten Zähne in einem Kindermund. Hinter dem rückwärtigen Zaun stand eine Reihe Bäume, die zusammen eine natürliche Barriere bildeten und fast den Blick auf einen Maschendrahtzaun verstellten. Dann schweifte sein Blick zum eigentlichen Klinikkomplex. Zu seiner linken, teilweise hinter einem Wohnheim versteckt, befand sich das Kraftwerk mit einem Schornstein, aus dem eine dünne weiße Rauchfahne in den blauen Himmel stieg. Unter der Erde führten zwischen den einzelnen Gebäuden Tunnel mit Heizungsrohren hindurch. Er konnte in ein paar Schuppen sehen, an deren Seiten Gerätschaften lehnten. Die übrigen Häuser waren austauschbare, efeubewachsene Backsteinbauten mit schiefergrauen Dächern. Die meisten waren für die Unterbringung von Patienten konzipiert, während eins in einem Wohnheim für Larnschwestern umfunktioniert und ein paar andere zu Doppelhäusern umgebaut worden waren, in denen ein paar der jüngeren Psychiater mit ihren Familien wohnten. Diese konnte man deutlich daran erkennen, dass vor den Fassaden verräterisches Kinderspielzeug verstreut lag und eines sogar einen Sandkasten hatte. In der Nähe des Verwaltungsgebäudes befand sich ein zusätzliches Sicherheitsgebäude, durch welches das Wachpersonal der Klinik ein- und ausging. Francis prägte sich ein, dass das Verwaltungsgebäude über einen Flügel mit einer Aula verfügte, die vermutlich zu Personalversammlungen und Vorträgen diente. Alles in allem jedoch war das Ensemble von einer deprimierenden Gleichförmigkeit. Es war schwer zu sagen, was genau das Planungskonzept vorgesehen hatte, denn die willkürliche Verteilung der Gebäude über die Fläche ließ keine rationale Ordnung erkennen. Standen zwei nebeneinander, so war ein drittes deutlich abgewinkelt. Es wirkte wie lieblos hingeklatscht. Die Vorderfront des Klinikgeländes war von einer hohen, roten Backsteinmauer mit einem reich verzierten, schmiedeeisernen Eingangstor gesichert. Er konnte daran kein Namensschild erkennen, doch er bezweifelte auch, dass es eins gab. Wer sich der Klinik näherte, vermutete er, der wusste bereits, um was für eine Art von Einrichtung es sich handelte, so dass es keines Schildes bedurfte. Er starrte auf die Mauer und versuchte, ihre Maße zu schätzen. Er hielt sie für mindestens drei bis dreieinhalb Meter hoch. An den Seiten wurde die Mauer von einem Maschendrahtzaun fortgesetzt, der an vielen Stellen verrostet und oben mit Stacheldraht versehen war. Neben dem Garten gab es noch einen schwarzgeteerten Sportplatz mit einem Basketballkorb am einen Ende und einem Volleyballnetz in der Mitte, die jedoch beide vom achtlosen Umgang oder Nichtgebrauch schwarz vor Dreck, verbogen und schadhaft waren. Er konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Geräte benutzte. »Was schaust du, Siebert?« fragte Little Black. »Die Klinik«, erwiderte Francis. »Hab gar nicht gewusst, wie groß die ist.« »Ganz schön viele, zu viele hier«, sagte Little Black ruhig. »Jedes Heim zum Platzen voll. Die Betten dicht an dicht. Leute, die nichts zu tun haben und nur in den Fluren rumhängen. Nicht genug Spiele, nicht genug Therapie. Die Leute hier drin rücken einander zu dicht auf die Pelle. Tut ihnen nicht gut.« Francis blickte zu dem riesigen Tor hinüber, durch das er gekommen war. Es stand sperrende weit offen. »Nachts ist es abgeschlossen«, sagte Little Black und nahm damit seine Frage vorweg. »Mr. Evans hat gedacht, ich wollte versuchen, wegzulaufen«, sagte Francis. Little Black schüttelte den Kopf. »Die denken immer, die Leute hier hätten nichts anderes im Sinn, aber sie tun es nicht«, sagte er. »Selbst Mr. Evil, der ist schon ein paar Jahre hier, sollte es allmählich wissen.« »Wieso nicht?« fragte Francis. »Wieso versuchen die Leute nicht, abzuhauen?« Little Black seufzte. »Das können Sie sich selber beantworten, Siebert. Hat nichts mit Zäunen und nichts mit abgeschlossenen Türen zu tun, auch wenn wir davon eine Menge haben. Gibt eine Menge Möglichkeiten, einen wegzusperren. Denken Sie mal drüber nach. Der sicherste Weg hat nichts mit Pillen und Schließregeln zu tun, Siebert. Der Trick ist, dass kaum einer hier wüsste, wohin er gehen soll. Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, bleibst du da. So einfach ist das.« Damit drehte er sich um und versuchte Cleo beim Aussehen zu helfen. Sie hatte die Furchen weder tief noch breit genug gegraben. Die Frustration stand ihr ins Gesicht geschrieben, bis Little Black sie daran erinnerte, dass Dina Blütenblätter auf ihren Weg gestreut hätten, als ihre Namensvetterin in Rom Einzug hielt. Das machte sie zunächst nachdenklich, dann inspirierte es sie, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, bis sich Cleo schließlich mit wahrer Hingabe durch den steinigen Boden grob. Cleo war eine große, schwere Frau in grellbunten Kitteln, die sich um ihre Leibesfülle bauschten. Sie keuchte oft, rauchte zu viel und trug ihr dunkles Haar in zotteligen Wellen bis zur Schulter. Wenn sie lief, schwankte sie vor und zurück wie ein steuerloses Schiff, das bei starkem Wind- und Wellengang vom Kurs abgetrieben wurde. Kaum bekam sie einen Tischtennisschläger zu fassen, war sie, das hatte Francis oft genug gesehen, wie umgewandelt und wurde scheinbar von Zauberhand katzenhaft, graziös und schnell, als hätte sie ihren schwerfälligen Körper für eine Weile abgelegt. Über die Schulter warf er noch einen Blick zum Eingangstor und dann wieder auf seine Mitpatienten und begriff allmählich, was Little Black gerade gesagt hatte. Einer der älteren Männer hatte Probleme mit seinem kleinen Spaten. Er zitterte heftig in seiner gelähmten Hand. Ein anderer war inzwischen nicht mehr bei der Sache und starrte zu einer krechzenden Krähe auf einem nahegelegenen Baum hinauf. Tief in seinem Innern hörte er eine seiner Stimmen missmutig Little Blacks Worte wiederholen, als wollte sie das Gesagte unterstreichen. »Niemand haut ab, weil keiner weiß, wo er hin soll. Und du genauso wenig, Francis.« Dann ein Chor der Zustimmung. Ein Moment lang wirbelte Francis herum und kreiste wild mit dem Kopf. Denn just in dieser Sekunde, in der Sonne und der milden Frühlingsbrise, die Hände von der Gartenarbeit Dreck verkrustet, sah er, was für eine Zukunft auf ihn wartete. Und das machte ihm mehr Angst als irgendetwas, das bis dahin geschehen war. Er erkannte, dass sein Leben mit einem glatten, dünnen Seil zu vergleichen war, an dem er sich festhalten musste. Es war das schlimmste Gefühl, das ihn je überfallen hatte. Er wusste, er war verrückt, und er wusste genauso sicher, dass er es nicht sein durfte. In diesem Augenblick merkte er, dass er etwas finden musste, das ihn in die Lage versetzte, normal zu sein. Oder normal zu erscheinen. Francis atmete schwer ein. Es würde nicht einfach für ihn werden. Wie um das Problem zu unterstreichen, brach ein heftiger Streit zwischen seinen Stimmen aus und verbreitete einen Höllenlärm. Er versuchte, sie zu beruhigen, doch das war nicht so leicht. Es dauerte eine Weile, bis sie alle leiser wurden und er aus dem, was sie sagten, schlau werden konnte. Francis blickte zu den anderen Patienten hinüber und sah, dass ein paar ihn aufmerksam beobachteten. Er musste wohl laut gemurmelt haben, während er versuchte, in das Stimmengewirr Ordnung zu bringen. Doch weder Big Black noch sein Bruder schien, sein heftiges Ringen bemerkt zu haben. Lenky schon. Er hatte zwei, drei Meter von ihm entfernt in der Erde gearbeitet und kam zu Francis herübergelaufen. »Du schaffst das schon, Siebert«, sagte er, wobei ihm die Stimme von einer Gefühlsaufwallung versagte, die abrupt ein wenig außer Kontrolle zu geraten schien. »Wir alle, solange wir auf der Hut sind und die Augen offen halten, müssen immer schön wachsam sein«, fuhr er fort, »und keinen Moment den Rücken kehren. Es ist überall, und es kann jederzeit passieren. Wir müssen allzeit bereit sein, wie Pfadfinder, bereit sein, wenn es kommt.« Er lange schien beunruhigter und verzweifelter als gewöhnlich. Francis glaubte zu wissen, wovon Lenky sprach, verstand dann aber, daß es höchstwahrscheinlich mit einer satanischen Präsenz auf Erden zu tun hatte. Lenky hatte die seltsame Fähigkeit, von einem Moment auf den anderen von manisch zu beinahe sanftmütig zu wechseln. Eben noch bestand er nur aus seinen starksiegen Gliedmaßen und bewegte sich wie eine Marionette, deren Strippen von unsichtbaren Kräften gezogen wurden, und dann wieder wirkte er geschrumpft und nicht bedrohlicher als ein Laternenpfosten. Francis nickte, nahm ein paar Samen aus seiner Packung und drückte sie in die Erde. Little Black stand auf und schüttelte seine weiße Aufseherkleidung sauber. »Okay, Leute«, sagte er fröhlich, »jetzt gießen wir hier noch mal überall drüber und dann nichts wie zurück ins Haus.« Er saß Siebert an und fragte, »Siebert, was haben Sie gepflanzt?« Francis sah auf die Saatgutpackung und sagte, »Rosen. Rote. Hübsch anzusehen, aber schwer zu handhaben. Sie haben Dornen.« Dann stand er auf, stellte sich mit den anderen in eine Reihe auf und marschierte zum Wohnheim zurück. Er versuchte, so viel frische Luft einzuatmen, wie er konnte, da er fürchtete, dass dies für eine Weile reichen musste. Wodurch auch immer Lenky an diesem Tag die Bodenhaftung verloren haben mochte, sein Zustand hielt bis in die Gruppensitzung am Nachmittag an. Wie immer trafen Sie sich in einem der wenigen Aufenthaltsräume im Amherst, einem Zimmer, das ein wenig an ein Klassenzimmer erinnerte und in dem etwa zwanzig Klappstühle aus Metall in einem Kreis aufgestellt waren. Francis setzte sich gerne auf einen Platz, von dem aus er durch die Gitterstäbe aus dem Fenster sehen konnte, wenn die Unterhaltung ihn zu langweilen begann. Mr. Evil hatte die aktuelle Tageszeitung mitgebracht, um eine Diskussion über die neuesten Nachrichten anzuregen, doch das schien den Langen nur noch mehr zu irritieren. Er saß Francis und Peter the Fireman gegenüber und rutschte ständig auf seinem Sitz hin und her, während Mr. Evil sich an Newsman wandte, um die Schlagzeilen des Tages zu hören. Der Patient legte sich mit reichlich Pathos ins Zeug, indem er bei jeder neuen Meldung dramatisch die Stimme hob und senkte. Es gab wenig Gutes zu berichten. Das Geiseldrama im Iran ging erbarmungslos weiter. Eine Demonstration in San Francisco war in Gewalt ausgeartet, was zu einigen Festnahmen und zu Tränengaseinsätzen der mit Helmen geschützten Polizei führte. In Paris und Rom hatten anti-amerikanische Demonstranten Fahnen und Strohpuppen von Onkel Sam verbrannt und anschließend in den Straßen Unruhe gestiftet. In London waren gegen ähnliche Protestmärsche Wasserwerfer zum Einsatz gekommen, der Dow Jones Index hatte eine Schlappe erlitten, und in einem Gefängnis in Arizona war es zu einer Revolte gekommen, die nicht ohne schwere Verletzungen bei den Insassen wie bei dem Wachpersonal niedergeschlagen werden konnte. In Boston stand die Polizei angesichts mehrerer Mordfälle im Lauf des zurückliegenden Jahres immer noch vor einem Rätsel. Dem Artikel zufolge gab es keine neuen Spuren in diesen Fällen, bei denen junge Frauen entführt und vergewaltigt und anschließend ermordet worden waren. Ein Autounfall auf der Route 91 bei Greenfield hatte zwei Menschenleben gefordert und eine Umweltschutzgruppe hatte gegen ein großes örtliches Unternehmen wegen der Einleitung nicht geklärter Schlacken in den Connecticut River Strafanzeige erstattet. Jedes Mal, wenn Newsman eine Pause einlegte, unternahm Mr. Evil einen neuen Versuch, über den einen oder anderen dieser Berichte zu diskutieren, die sich alle so entmutigend ähnlich waren. Lanky nickte heftig und fing zu murmeln an. »Da haben wir es. Genau das meine ich.« Das war ein wenig wie in einem Gottesdienst der Erweckungsbewegung. Evans ignorierte diese Bemerkung und versuchte, die anderen Mitglieder der Gruppe in eine wechselseitige Diskussion zu verstricken. Peter the Fireman allerdings wurde hellhörig. Abrupt drehte er sich zu Lanky um und fragte ihn direkt ins Gesicht. »Lanky, was haben wir?« Lankys Stimme zitterte, während er sprach. »Siehst du das denn nicht, Peter? Die Zeichen sind überall. Unruhen, Hass, Krieg, Totschlag.« Mit einer heftigen Bewegung drehte er sich zu Evans um und fragte ihn. »Steht nicht auch irgendwo was über eine Hungersnot in der Zeitung?« Mr. Evil zögerte und Newsman sagte freudig strahlend, »Sudan kämpft mit Missernte. Dürre und Hungersnot führen zu Flüchtlingsdrama, die New York Times.« »Hunderte von Toten?« fragte Lanky. »Aller Wahrscheinlichkeit nach ja,« erwiderte Mr. Evans, »vielleicht sogar mehr.« Lanky nickte heftig, sodass sein Kopf wie ein Ball auf- und abschnellte. »Ich kenne die Bilder. Kleine Kinder mit aufgedunsenen Bäuchen und spindeldürren kleinen Beinen und eingesunkenen Augen mit einem hohlen, hoffnungslosen Blick. Und Krankheiten, die kommen immer mit dem Hunger. Man braucht die Johannesoffenbarung nicht mal allzu gründlich zu lesen, um zu begreifen, was da läuft. Alles Zeichen!« Er lehnte sich auf seinem Stahlklappstuhl zurück, warf einen langen Blick aus dem vergitterten Fenster zum Klinikgelände, als prüfe er das letzte einfallende Tageslicht und sagte, »Kein Zweifel, dass Satan hier weilt. Mitten unter uns. Seht euch doch nur an, was in der Welt passiert. Schlimme Nachrichten, wohin man blickt. Wer sonst könnte dahinter stecken?« Damit verschränkte er die Arme vor der Brust. Er atmete plötzlich schwer, und auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen, als kostete es ihn jedes Mal eine gewaltige Anstrengung, einen neuen Gedanken, der ihm durch den Kopf geisterte, unter Kontrolle zu halten. Die übrigen Mitglieder der Gruppe, etwa ein Dutzend Patienten, saßen wie festgenagelt auf ihren Stühlen. Keiner rührte sich. Alle starrten sie den Langen an, der mit dem Ansturm der Ängste in seinem Innern kämpfte. Mr. Evil merkte, was vor sich ging, und steuerte abrupt ein neues Thema an, das Lankys Obsession umschiffte. »Schauen wir mal in den Sportteil,« sagte er. Sein fröhlicher Ton war allzu leicht zu dich schauen und grenzte schon an Beleidigungen. »Doch Peter the Fireman ließ das nicht mit sich machen.« »Nein,« sagte er mit einer deutlichen Spur Verärgerung in der Stimme. »Nein, ich will nicht über Baseball oder Basketball oder die lokalen Highschool-Teams sprechen. Ich denke, wir sollten über die Welt, in der wir leben, reden. Und da glaube ich nun mal, dass Lanky gar nicht mal so schief gewickelt ist. Alles, was sich da außerhalb dieser Türen abspielt, ist schrecklich. Hass und Mord und Totschlag. Wo kommt das her? Wer steckt dahinter? Wer gehört noch zu den Guten? Vielleicht liegt's nicht daran, dass Satan unter uns war, wie Lanky glaubt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir alle schlechter geworden sind. Und er braucht nicht mal da zu sein, weil wir die ganze Arbeit für ihn erledigen. Mr. Evans starrte Fireman durchdringend an. Seine Augen hatten sich verengt. »Sie haben da einen interessanten Standpunkt geäußert,« sagte er gedehnt, indem er jedes Wort kühl abwägte, bevor es ihm über die Lippen kam. »Aber sie übertreiben.« »Wie dem auch sei, ich denke, diese Dinge haben nichts mit dem Sinn und Zweck dieser Gruppe zu tun. Wir sind hier zusammen, um Mittel und Wege zu ergründen, wie wir uns wieder in die Gesellschaft eingliedern können und nicht, um nach Rechtfertigung zu suchen, weshalb wir uns lieber vor ihr verstecken, auch wenn die Situation in der Welt da draußen nicht ganz so sein mag, wie wir sie gerne hätten. Außerdem halte ich es für wenig zweckdienlich, wenn wir unseren Wahnvorstellungen freien Lauf lassen oder ihnen Glauben schenken.« Die letzten Worte richteten sich gleichermaßen an Peter und Lanky. Doch in der plötzlich eingekehrten Stille platzte Lanky mit zitternder Stimme heraus, in Tränen nahe. »Wenn wir an allem schuld sein sollen, was passiert, dann gibt es für keinen von uns Hoffnung, nicht die geringste Hoffnung.« Das sagte er mit derart ungehemmter Verzweiflung, dass mehrere andere Teilnehmer an der Runde, die bis dahin geschwiegen hatten, gedämpfte Schreie von sich gaben. Ein alter Mann fing zu toben an, und eine Frau in rosa gerüschtem Morgenmantel, viel zu viel Mascara an den Augen und mit Quasten verzierten weißen Häschenpantoffeln an den Füßen brachen Schluchzen aus. »Ach, ist das traurig!« sagte sie. »Ist das traurig!« Francis beobachtete, wie der Psychologe versuchte, die Kontrolle über die Sitzung zurückzuerlangen. »Die Welt ist so, wie sie immer gewesen ist«, sagte er. »Uns interessiert hier nur die Rolle, die wir darin spielen.« Es war das falsche Wort am falschen Platz, denn Lanky sprang auf. Plötzlich schwang er die Arme über dem Kopf, »die Welt ist so, wie sie immer gewesen ist«, sagte er. »Uns interessiert hier nur die Rolle, die wir darin spielen.« Es war das falsche Wort am falschen Platz, denn Lanky sprang auf. Plötzlich schwang er die Arme über dem Kopf, etwa so, wie er es bei seiner ersten Begegnung mit Francis getan hatte. »Aber das ist es ja gerade«, schrie er und verschreckte damit ein paar der ängstlicheren Mitglieder der Gruppe. »Das Böse ist überall. Wir müssen einen Weg finden, es draußen zu halten. Wir müssen uns zusammenschließen, Komitees bilden, Wachtrupps. Wir müssen uns organisieren, koordinieren, einen Plan aufstellen, Verteidigungsmaßnahmen verstärken, Posten an den Mauern aufstellen. Wir müssen hart daran arbeiten, es aus der Klinik rauszuhalten.« Er holte tief Luft, drehte sich einmal um seine Achse und suchte mit sämtlichen Teilnehmern Augenkontakt. Mehrere Patienten nickten zustimmend. Es ergab Sinn. »Wir können das Böse draußen halten«, sagte Lanky, »aber nur, wenn wir wachsam sind.« Und dann nahm er, während er von der Anstrengung laut seiner Meinung zu sagen, immer noch am ganzen Leib zitterte wieder Platz, verschränkte die Arme vor der Brust und hüllte sich in Schweigen. Mr. Evans funkelte Peter the Fireman an, als sei er an Lankys Ausbruch schuld. »Also«, sagte er langsam, »Peter, sagen Sie doch mal, finden Sie, dass wir alle, um den Satan aus diesen vier Wänden zu halten, regelmäßig in die Kirche gehen sollten?« Peter the Fireman spannte die Muskeln an. »Nein«, sagte er gedehnt, »ich glaube nicht.« »Sollten wir nicht beten? Den Gottesdienst besuchen? Unsere Ave Marias und Vaterunser und vollkommene Reuebekenntnisse sprechen? Jeden Sonntag zur Kommunion gehen? Sollten wir nicht mehr oder weniger regelmäßig zur Beichte gehen?« Peters Stimme wurde jetzt ganz ruhig und leise. »Diese Dinge helfen vielleicht, sich besser zu fühlen.« »Aber ich glaube nicht.« Doch Mr. Evans unterbrach ihn zum zweiten Mal. »Oh, tut mir leid«, sagte er mit einem schneidenden Zynismus in jedem Wort. »Der Kirchgang und alle möglichen anderen Aktivitäten im Rahmen organisierter Religiosität wären ja ganz und gar unangemessen für Fireman, nicht wahr? Weil Fireman... Ja. Sie haben ein Problem mit Kirchen, nicht wahr?« Peter setzte sich auf seinem Stuhl zurecht. Francis bemerkte, wie im Hintergrund seiner Augen ein Zorn aufflackerte, den er noch nie gesehen hatte. »Nicht mit Kirchen. Mit einer Kirche. Und ich hatte ein Problem, das ich aber gelöst habe, nicht wahr, Mr. Evans?« Die beiden Männer starrten einander eine Sekunde lang an, bevor Evans sagte, »Ja, das haben Sie wohl. Und Sie sehen ja, wo das hingeführt hat.« Beim Abendessen schienen die Dinge für Lenky schlimmer zu werden. Es gab püriertes Huhn, das im Wesentlichen aus einer dicken, gräulichen Soße und wenig Huhn bestand, dazu Erbsen, bei denen jeder Anspruch, sich Gemüse zu nennen, längst in der Hitze des Herdes zerkocht war. Dazu harte Backkartoffeln mit der Konsistenz von unaufgetauter Tiefkühlkost, nur, dass sie heiß wie glühende Kohlen waren, die gerade aus einem Feuer geholt worden waren. Der Lange saß allein an einem Ecktisch, während sich die anderen Bewohner an die anderen Tische drängten und versuchten, einen Bogen um ihn zu machen. Zu Beginn des Essens hatten zwei oder drei von ihnen versucht, ihm Gesellschaft zu leisten, doch Lenky hatte sie wütend weggewedelt und dabei wie ein alter Hund geknurrt, den man bei seinem Schläfchen stört. Das übliche Stimmgewirr war gedämpft, das Klappern mit den Tabletts und dem Geschirr entsprechend leiser als sonst. Ein paar Tische waren für die älteren, senileren Patienten reserviert, die Hilfe brauchten. Doch selbst die eilfertige Routine des Fütterns oder die Hilfe für die katatonischen Fälle, die einfach nur geradeaus starrten und kaum merkten, dass ihnen jemand das Essen zwischen die Zähne schob, schienen irgendwie still und gedämpft. Von seinem Platz aus sah Francis, während er unglücklich seine geschmacklose Mahlzeit kaute, dass sämtliche Pfleger im Speisesaal Lenky verstuhlene Blicke zuwarfen und versuchten, ihn im Auge zu behalten, während sie sich um die anderen kümmerten. Einmal tauchte Galpapil kurz auf und beobachtete Lenky eine Weile aufmerksam, bevor er hastig mit Evans sprach. Bevor er ging, schrieb Galpapil ein Rezept, das er einer Schwester reichte. Lenky war sich der besonderen Aufmerksamkeit, die er auf sich zog, offenbar nicht bewusst. Er war lebhaft ins Selbstgespräch mit einigem Für und Wider vertieft und verrührte dabei das Essen auf seinem Teller zu einer zähen Masse. Er nahm einen Schluck Wasser, gestikulierte ein-, zweimal wild, indem er mit dem knöchernen Zeigefinger in die Luft vor ihm stieß, als wäre es jemandes Brust und als gelte es, einen alles entscheidenden Standpunkt zu verdeutlichen. Dann senkte er wieder genauso schnell den Kopf und starrte auf sein Essen, um erneut vor sich hin zu blotzen. Sie waren bereits beim Dessert, Würfel aus limonengrüner Götterspeise, als Lenky aufsah und wohl plötzlich merkte, wo er war. Mit einem erstaunten Ausdruck im Gesicht wirbelte er auf seinem Stuhl herum. Sein drahtiges, graues Haar, das ihm gewöhnlich in schmierigen Kringeln bis zu den Schultern fiel, wirkte jetzt wie elektrisch geladen, wie bei einer Cartoon-Figur der Sonntagszeitung, die den Finger in die Steckdose hält, nur dass dies hier kein Witz war und niemand darüber lachte. Seine Augen waren wie bei dem ersten Zusammenstoß mit Francis wild und angstverzarrt, nur viel leidenschaftlicher und schlimmer. Francis sah, wie sein Blick durch den Raum huschte und dann bei Short Blond halb machte, die nicht weit von Lenky weg war und gerade einer alten Frau mit ihrem Essen half, indem sie jedes schleimige Stück Hühnchen in kleiner Happenschnitt und ihr anschließend wie bei einem Kleinkind auf dem Hochstuhl an die Lippen führte. Lenky sprang so heftig auf, dass der Stuhl klappernd zu Boden fiel und hob in ein und derselben Bewegung seinen dürren Finger, um ihn der jungen Lernschwester entgegenzustrecken. »Du!«, wie verwütend. Short Blond sah verwirrt von ihrer Arbeit auf. Einen Moment lang zeigte sie auf sich und formte mit den Lippen. »Ich?« Sie rührte sich nicht vom Fleck. Francis nahm an, dass ihre bislang vermutlich kurze Ausbildung der Grund dafür war. Jeder alte Hase der Klinik hätte wesentlich schneller reagiert. »Du!«, schrie er wieder. »Du!«, »must es sein!« Am entgegengesetzten Ende des Saals sprangen Little Black und sein Bruder auf und bahnten sich hastig ihren Weg durch den Raum. Doch die Tischreihen und Stühle und die vielen Patienten machten die Strecke zum Hindernislauf, und sie kamen nicht schnell genug voran. Short Blond stand auf und starrte Lenky an. Wer jetzt mit ausgestrecktem Finger und großen Schritten näher kam. Sie wich ein wenig zurück und tastete sich rückwärts zur Wand. »Du bist es! Ich weiß es!«, brüllte er. »Du bist die Neue, die nicht überprüft worden ist! Du bist es! Du musst es sein! Das Böse! Böse! Wir haben ihr Tür und Tor geöffnet! Hau ab! Hau ab! Alle aufpassen! Keiner weiß, was sie anrichten kann!« Seine verzweifelten Warnungen vermittelten den anderen Patienten den Eindruck, als habe Short Blond eine ansteckende Krankheit oder könne jeden Moment explodieren. Im ganzen Speisesaal zuckten die Leute ängstlich zusammen. Short Blond trat den Rückzug zur nächsten Wand an und hielt die Hand in die Höhe. Francis sah den Anflug von Panik in ihren Augen, als der alte Mann unaufhaltsam näher kam und dabei die Arme schwang. Er fing an, die anderen Patienten wegzuscheuchen, wobei seine Stimme immer lauter und wütender wurde. »Keine Sorge! Ich beschütze uns!« Big Black schob jetzt Tische und Stühle beiseite, und Little Black sprang einfach über einen Patienten, der aus irgendeinem Grund auf die Knie gesunken war. Francis sah auch, wie Mr. Evil in ihre Richtung lief und sich außerdem Schwester Wrong und eine zweite Kollegin durch das Gewühl der Patienten drängten, die alle ineinander verknäuelt waren und nicht wussten, ob sie flüchten oder zusehen sollten. »Du bist es!« brüllte Lenky, als er bei der Lernschwester angekommen war und sich bedrohlich über ihr auftürmte. »Bin ich nicht!« schrie Short Blond mit ihrer hohen, schrillen Stimme. »Und ab!« brüllte Lenky zurück. »Lenky, Schluss damit!« fuhr Little Black ihn an. Big Black war inzwischen dicht herangekommen, und sein Gesicht war zu einer Obsidianmaske, der Entschlossenheit erstarrt. »Nein! Bin ich nicht! Bin ich nicht!« beteuerte Short Blond keuchend, indem sie an der Wand nach unten rutschte, und dann herrschte, nachdem Big Black und Mr. Evil immer noch einige Meter vom Ziel entfernt waren, ein Moment lang Stille. Lenky richtete sich auf und streckte sich der Decke entgegen, als wolle er sich im nächsten Moment auf Short Blond stürzen. Da hörte Francis Peter the Fireman aus der Nähe, er wusste nicht genau, woher, brüllen. »Nicht, Lenky!« »Hör sofort auf damit!« Und zu Francis Verwunderung gehorchte der lange. Er sah zu Short Blond hinunter, und ein fragender Ausdruck zog über sein Gesicht, fast so, als sähe er Testergebnisse aus einer Versuchsreihe, die nicht genau das zeigten, was der Wissenschaftler erwartet hatte. Er legte den Kopf mit einem neugierigen Gesichtsausdruck schief. Viel ruhiger sah er auf Short Blond herab und fragte sie beinahe höflich. »Sind Sie sicher?« »Ja, ja, ja«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Ganz bestimmt.« Er starrte sie aus nächster Nähe an. »Das verwirrt mich jetzt aber«, sagte er traurig, und die immensen Energien verpufften. Eben noch war er als der große Rächer zum Angriff angetreten und dann, im Bruchteil einer Sekunde, zu einem Kind geschrumpft und von Zweifeln erschüttert. In diesem Moment hatte Big Black Lanky erreicht. Mit einem rauen Griff packte er den Langen an den Arm und bog sie ihm hinter den Rücken. »Was zum Teufel soll das werden?« fragte er wütend. Little Black war nur eine Schrittlänge hinter ihm, und er trat in die Lücke zwischen dem Patienten und der Lernschwester. »Zurück«, wies er sie an, und sie gehorchte augenblicklich, da Big Black Lanky mit einem Ruck nach hinten zog. »Vielleicht habe ich mich ja getäuscht«, sagte Lanky und schüttelte den Kopf. »Es schien anfangs so klar, dann nicht mehr, auf einmal nicht mehr, bin mir einfach nicht sicher.« Der Lange wandte sich zu dem Hühnen um, indem er seinen straußenartigen Hals verrenkte. In seiner Stimme klang Zweifel und Trauer. »Ich hab gedacht, sie muss es sein, wissen Sie, sie ist die Neueste, sie ist erst seit kurzem da, auf jeden Fall schon mal ein Neuling, und wir müssen aufpassen, dass wir das Böse nicht hier reinlassen, wir müssen immer wachsam sein.« »Tut mir leid«, sagte er zu Short Blond, die sich gerade hochrappelte und versuchte, wieder Haltung anzunehmen. »Ich war mir so sicher.« Noch einmal sah er sie mit zusammengekniffenen Augen eindringlich an. »Bin mir einfach immer noch nicht sicher«, sagte er steif. »Wäre nämlich gut möglich. Sie könnte mich anlügen. Satans Helfer sind ausgekochte Lügner. Sie sind Betrüger, jeder von ihnen. Fällt ihnen leicht unschuldig auszusehen, obwohl sie es in Wahrheit nicht sind?« Jetzt waren Zorn und Zweifel aus seiner Stimme verschwunden. Während Short Blond sich von der Gruppe entfernte, ließ sie Lanki in Big Blacks festem Griff nicht durch das den Augen. Evans hatte es endlich geschafft, den Raum zu durchqueren und das Knäuel Menschen zu erreichen. »Sorgen Sie dafür, dass er heute Nacht ein Sedativum kriegt«, sagte er zu Little Black. »Fünfzig Milligramm Nimbotal 4 zur üblichen Medikamentenausgabe. Vielleicht sollten wir ihn für diese Nacht zusätzlich in Isolation nehmen.« Lanki schielte immer noch zu Short Blond hinüber, als er das Wort Isolation hörte. Er wirbelte zu Mr. Evil herum und schüttelte heftig den Kopf. »Nein, nein, ich bin okay, wirklich, ich... ich hab eigentlich nur meine Pflicht getan, ehrlich. Ich mach keine Probleme, ganz bestimmt nicht.« Und versagte die Stimme. »Schauen wir mal«, sagte Evans, »wie er auf das Sedativum reagiert.« »Mir geht's gut«, beteuerte Lanki. »Ganz bestimmt, ich mach keine Schere rein, nicht im Geringsten. Bitte stecken Sie mich nicht in die Isolierzelle.« Evans drehte sich zu Short Blond um. »Sie können eine Pause machen«, sagte er, »Doch die zarte Lernschwester schüttelte den Kopf.« »Geht schon«, sagte sie tapfer, bevor sie zu der älteren Frau im Rollstuhl zurückkehrte, um sie zu füttern. Francis N. ging nicht, dass Lanki immer noch in Short Blonds Richtung starrte. Ein Ausdruck in seinem Blick, den er sich mit Unsicherheit erklärte, der aber, wie er im Nachhinein dachte, genauso gut von manch anderen Emotionen herrühren mochte. An diesem Abend drängelte sich die übliche Scham maulend zur Medikamentenausgabe an der Pflegestation. Short Blond stand hinter dem Maschendraht und half bei der Verteilung der Pillen, während jedoch die älteren und erfahreneren Schwestern bei den Verabreichungen für diese Nacht den Ton angaben. Ein paar Stimmen beschwerten sich, und ein Mann fing an zu weinen, als ein anderer ihn beiseite stieß. Doch ansonsten kam es Francis so vor, als hätte der Ausbruch beim Abendessen den meisten Amherst-Bewohnern, wenn schon nicht die Sprache verschlagen, so aber doch entschieden gedämpft. Ihm kam der Gedanke, dass es in der Klinik entscheidend um Gleichgewicht ging. Medikamente glichen die Wahnvorstellungen aus, alter und räumliche Beschränkungen zügelten die Energien und Ideen. Alle hier akzeptierten eine gewisse Routine, dachte er, die den Bewegungsspielraum klaren Grenzen und Regeln unterwarf. Selbst das sporadische Gerangel und Gezeter, wie etwa bei der abendlichen Pillenausgabe, war Teil eines ausgeklügelten, verrückten Menuetts, so festgelegt wie jeder Schritt bei einem Tanz der Renaissance. Er sah, wie Lenky in Begleitung von Big Black den Bereich vor der Pflegestation betrat. Er lange schüttelte den Kopf, und Francis hörte ihn jammern, »Mir geht's gut, mir geht's gut, ich brauch kein extra Beruhigungsmittel.« Doch in Big Blacks Gesicht war der typische Nur-mit-der-Ruhe-Ausdruck verschwunden, und Francis hörte, wie er ruhig sagte, »Lenky, du bist jetzt ganz brav und machst keinen Aufstand, weil sonst müssen wir dich nämlich über Nacht in die Jacke und die Isolierzelle stecken, und das willst du doch nicht. Also lass die Luft ab, krempel deinen Armel hoch und sträub dich nicht gegen was, das nicht zu ändern ist.« Lenky nickte und zeigte sich gefügig. Auch wenn Francis sah, dass er immer noch shortblond, die am hinteren Ende der Pflegestation arbeitete, misstrauisch beäugte. Francis konnte deutlich erkennen, dass Lenkys Verdacht gegen die junge Schwester, womöglich ein Kind des Satans zu sein, weder durch Pillen noch Argumente ausgeräumt worden war. Der lange Kerl schien vor Sorge von Kopf bis Fuß zu zittern. Doch er wehrte sich nicht gegen Schwester Bones, die mit einer aus der Spritze tropfenden Subkutan-Injektion kam, seinen Arm mit Alkohol abwischte und die Nadel ungelenk in Lenkys Haut stieß. Francis vermutete, dass es wehtat, doch Lenky zeigte keinerlei Unbehagen. Vielmehr warf er einen letzten, langen Blick auf shortblond, bevor er sich von Big Black in den Schlafsaal zurückführen ließ. Draußen vor meinem Apartment herrschte um diese Zeit am Abend dichter Verkehr. Ich hörte die Dieselgeräusche von schweren LKWs, das gelegentliche Plärnen einer Autohupe und das beständige Surren von Rädern auf dem Pflaster. Im Sommer zieht die Nacht langsam herauf, sie schleicht sich ein wie ein niederträchtiger Gedanke bei einem glücklichen Anlass. Fleckige Schatten legen sich zuerst über die schmalen Straßen, um weiter über die Gärten und über die Bürgersteige zu kriechen, die Häuserfassaden hinauf, um wie Schlangen durch die Fenster zu gleiten. Oder sie setzen sich im Geäst der Bäume fest, bis am Ende die Dunkelheit von allem Besitzer greift. Geisteskrankheit, musste ich oft denken, war ein wenig wie die Nacht, weil sie sich im Lauf der Jahre auf so unterschiedliche Weise meiner Gefühle und Vorstellungskraft bemächtigte. Zuweilen schroff und schnell, dann wieder langsam und subtil, so dass ich kaum merkte, dass sie mich erfasste. Ich überlegte, hatte ich je eine dunklere Nacht erlebt als diese eine im Western State Hospital? Oder eine derart wahnerfüllte Nacht? Ich ging zum Spülbecken, füllte ein Glas mit Wasser und trank einen großen Schluck und dachte, ich habe den Gestank ausgelassen. Es war eine Mischung aus menschlichen Exkrementen und unverdünnten Reinigungsmitteln. Der Gestank von Urin gegen den von Desinfektionsmitteln. Wie Babys konnten viele alte und senile Patienten ihren Stuhlgang nicht kontrollieren, so dass es in der ganzen Klinik nach ihren Missgeschicken roch. Um das Problem zu bewältigen, gab es in jedem Flur wenigstens zwei Absteurräume mit Lappen, Mops und Eimer, nebst schärfsten chemischen Reinigungsmitteln. Manchmal kam es einem so vor, als würde ständig jemand irgendwo den Boden schrubben. Die Laugen waren äußerst konzentriert, so dass sie einen in den Augen brannten, wenn man den Blick zum Linoleumboden senkte, und man schwer Luft bekam, als ob einem etwas die Lunge zudrückte. Es war schwer vorherzusagen, wann diese Malheurs passieren würden. In einer normalen Welt konnte man vermutlich mehr oder weniger regelmäßig die Stress- und angsteinflößenden Situationen identifizieren, die bei einem sehr alten Menschen den Kontrollverlust herbeiführen mochten und etwas unternehmen, um diese Vorfälle zu reduzieren. Dazu bedurfte es einer gewissen Logik, eines gewissen Einfühlungsvermögens, einer gewissen Planung und Vorausschau. Keine große Sache. In der Klinik jedoch, wo all diese Stresssituationen wie Knall auf Fall in den Fluren entstehen konnten, sich jeder Planung entzogen und aus so vielen Zufallsgedanken entstanden, war Vorhersehbarkeit und Prävention ein Ding der Unmöglichkeit. Und so hatten wir stattdessen Eimer und Kraftreiniger. Und wegen der Häufigkeit, mit der Schwestern und Aufseher sich genötigt sahen, zu diesen Dingen zu greifen, waren die Vorratsräume nur selten abgeschlossen. Natürlich hätten sie es sein sollen, doch wie so viele Dinge im Western State Hospital wurden die Vorschriften auf eine wahndiktierte Durchführbarkeit zurechtgestutzt. Was ist mir noch aus dieser Nacht in Erinnerung geblieben? Hat es geregnet? Herrschte Wind? Woran ich mich stattdessen erinnere, sind die Geräusche. Allein ins Amherst waren fast 300 Patienten gepfercht, wohingegen es ursprünglich für etwa ein Drittel davon ausgelegt war. In jeder beliebigen Nacht mochten ein paar Leute in eine der Isolierzellen auf dem vierten Stock verlegt worden sein, wie es Lenky angedroht worden war. Die Betten waren eng zusammengerückt, sodass vielleicht zehn Zentimeter Platz zwischen den schlafenden Patienten waren. An einer Front des Schlafsahls befanden sich ein paar verdreckte und vergitterte Fenster, die für ein wenig Belüftung sorgten, wenngleich die Männer, die darunter lagen, sie häufig festgeschlossen hielten, weil sie sich vor dem, was vielleicht auf der anderen Seite war, ängstigten. Die Nacht war eine Sinfonie der Trostlosigkeit. Schnarchen, Husten, gurgelnde Geräusche mischten sich in die Albträume der Patienten. Die Leute redeten im Schlaf mit abwesenden Freunden und Angehörigen, mit Göttern, die ihre Gebete nicht erhörten, mit Dämonen, die sie quälten. Ständig weinte und schluchzte sich jemand durch die dunkelsten Stunden. Jeder schlief, keiner kam zur Ruhe. Wir waren mit der ganzen Verlassenheit eingesperrt, die Menschen im Dunkeln beschleicht. Vielleicht hielt mich ja das Mondlicht, das diese Nacht durch die Gitter einströmte, in einem Zustand zwischen Wachen und Schlafen. Vielleicht war ich wegen des Vorfalls am Tag immer noch beunruhigt. Vielleicht lag es auch an meinen rastlosen Stimmen. Ich habe oft darüber nachgedacht, denn ich bin mir immer noch nicht sicher, was mich die gesamten dunklen Stunden hindurch in diesem eigentümlichen Zustand zwischen erhöhter Aufmerksamkeit und Bewusstlosigkeit hielt. Peter Sofayermann stöhnte im Schlaf und warf sich auf der Pritsche neben mir anfallartig hin und her. Die Nacht war schwer für ihn. Am Tag war er in der Lage, ein Maß an Vernunft aufrecht zu erhalten, das in der Klinik fehl am Platz schien. Doch bei Nacht nagte etwas unablässig an ihm. Und während ich zwischen diesen Stadien meiner Ruhelosigkeit wechselte, sah ich, darin erinnere ich mich genau, wie sich Lenky ein paar Betten weiter aufsetzte und durch den Raum nach draußen starrte. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass das Beruhigungsmittel, das sie ihm gegeben hatten, nicht die gewünschte Wirkung zeigte, denn hätte er auf jeden Fall in einem dunklen, traumlosen, arzneimittelinduzierten Schlaf sinken müssen. Stattdessen machten die Impulse, die ihn zuvor so elektrisch geladen hatten, die Wirkung des Sedativums zunichte. Und so saß er auf seinem Bett, murmelte vor sich hin und gestikulierte mit den Händen wie ein Dirigent, der das Orchester einfach nicht dazu brachte, die Sinfonie im richtigen Tempo zu spielen. So habe ich ihn aus dieser Nacht, in der ich selbst von einem Bewusstseinszustand in den anderen glitt in Erinnerung behalten, bis zu dem Augenblick, als eine Hand an meiner Schulter rüttelte. Das war der Moment, dachte ich. Genau da fängst du an. Und so nahm ich den Stift und schrieb. Francis fiel immer wieder in einen unruhigen Schlaf, bis er von einem hartnäckigen Rütteln abrupt aus einer anderen, unruhigen Welt zurückgeholt und augenblicklich daran erinnert wurde, wo er war. Er zwinkerte ein paar Mal mit den Augen, Francis fiel immer wieder in einen unruhigen Schlaf, bis er von einem hartnäckigen Rütteln abrupt aus einer anderen, unruhigen Welt zurückgeholt und augenblicklich daran erinnert wurde, wo er war. Er zwinkerte ein paar Mal mit den Augen, doch bevor sie sich an das Dunkel gewöhnt hatten, hörte er Lenky leise, aber energisch und voll kindlicher Begeisterung flüstern, »Wir sind in Sicherheit, Siebert! Wir sind in Sicherheit!« Er lange hockte wie ein Dinosaurier auf seiner Bettkante. Im Mondlicht, das in den Schlafsaal drang, sah Francis eine unbändige Freude und Erleichterung im Gesicht des Mannes. »Wovor in Sicherheit, Lenky?«, fragte Francis, auch wenn er im selben Moment, als er die Frage stellte, die Antwort, wie er merkte, bereits wusste. »Vor dem Bösen!«, erklärte Lenky. Er legte die Arme liebevoll um seinen eigenen Körper. In einer zweiten Bewegung hob er dann die Hand und hielt sie vors Gesicht, schmiegte die Stirn hinein, als könnte der Druck seiner Ballen und Finger einen Teil der Gedanken und Vorstellungen zurückdrängen, die ihn in ihrem Eifer bestürmten. Als Lenky die Hand wieder sinken ließ, hatte Francis den Eindruck, als ob sie einen Abdruck hinterließe. Beinahe wie Ruß. In dem fahlen Licht, das in den Schlafsaal einfiel, war das nur schwer zu erkennen. Lenky musste ebenfalls etwas gefühlt haben, denn er sah plötzlich mit einem fragenden Blick auf seine Finger. Francis saß jetzt kerzengerade auf dem Bett. »Lenky!«, flüsterte er. »Was ist passiert?« Bevor der lange antworten konnte, hörte Francis einen zischenden Laut. Es war Peter, the Fireman, der aufgewacht war, seine Beine über die Bettkante geschwungen hatte und sich zu ihnen herüberbeugte. »Eike, jetzt sag schon, was ist los?« drang Peter in den Langen ein, auch wenn er so leise wie möglich sprach. »Aber sei still, leck keinen von den anderen auf.« Er lange nickte ein wenig. Doch die Worte sprudelten voller Glück aus ihm heraus, eine Woge der Erleichterung. »Es war eine Vision. Es war eine Vision, Peter. Es muss ein Engel gewesen sein, der direkt zu mir gesandt worden ist. Siebert! Diese Vision ist direkt an meine Seite gekommen. Hier drinnen, um mir zu sagen...« »Was zu sagen?« fragte Francis ruhig. »Mir zu sagen, dass ich recht hatte. Die ganze Zeit. Das Böse hatte versucht, uns hierher zu folgen, Siebert. Das Böse war hier in der Klinik direkt vor unserer Nase. Aber dieses Böse wurde ausgelöscht. Und jetzt sind wir in Sicherheit.« Er atmete langsam aus und fügte dann hinzu. »Gott sei Dank!« Francis wußte nicht recht, was er mit dieser Auskunft anfangen sollte. Doch Peter kam herüber und setzte sich neben den Langen. »Ese Vision!« »Die ist hier reingekommen?« »In diesen Raum«, hakte er nach. »Bis an mein Bett! Wir haben uns wie Brüder umarmt!« »Die Vision hat dich berührt?« »Ja, sie war so real wie du und ich, Peter. Ich konnte sie so lebendig spüren, wie ich es bin, als ob unsere Herzen im Einklang schlügen, nur dass es zugleich wie von Zauberhand war, Siebert.« Peter the Fireman nickte. Dann streckte er langsam die Hand aus und berührte Lenkys Stirn, wo immer noch Rußspuren waren. Eine Sekunde lang rieb Peter die Finger aneinander. »Hast du gesehen, wie die Vision durch die Tür gekommen ist, oder ist sie von irgendwo oben heruntergefallen?« fragte er gedehnt und zeigte dabei zuerst auf den Eingang und dann zur Decke. Lenky schüttelte den Kopf. »Nein! Sie war einfach da! Ganz plötzlich! Direkt an meinem Bett! Sie schienen irgendwie in Licht getaucht, wie direkt vom Himmel! Aber ich konnte ihr Gesicht nicht recht sehen, fast als wäre es vermummt! Es muss ein Engel gewesen sein! sagte er. »Siebert, denk doch mal nach! Ein Engel hier drinnen, hier in diesem Raum, in unserer Klinik, der uns beschützt und hilft!« Francis sagte nichts, doch Peter the Fireman nickte, während er selbst den Kopf ein wenig senkte. Er hob die Finger an die Nase und schnüffelte heftig. Er schien von dem, was er roch, erschrocken und sog heftig den Atem ein. Ein Moment lang hielt Fireman inne und sah sich im Zimmer um. Dann sprach er leise und unmissverständlich mit aller Autorität, wie ein Kommandeur gegenüber seinen Soldaten kurz vor den feindlichen Linien, wo die Gefahr in jedem Schatten lauert. »Lanke, geh in dein Bett zurück und warte, bis Siebert und ich zurückkomme. Sprich mit niemandem. Absolutes Schweigen verstanden!« Lanky wollte etwas sagen, überlegte es sich aber. »Okay,« sagte er langsam, »aber wir sind in Sicherheit, alle in Sicherheit. Meinst du nicht, die anderen wollen das wissen?« »Lass uns erst jeden Zweifel ausräumen, bevor wir in Hoffnung machen,« sagte Peter nur. Das leuchtete offenbar ein, denn Lanky nickte erneut. Er stand auf und tastete sich zu seinem Bett zurück. Dort angekommen, drehte er sich noch mal um und hielt seinen Zeigefinger an die Lippen. Das universelle Zeichen für Schweigen. Peter schien über ihn zu lächeln, dann flüsterte er, »Siebert, komm mit, sofort.« »Und verhalte dich ruhig.« Jedes seiner Worte zeugte von einer unbestimmten Anspannung, die Francis nicht ganz ergründen konnte. Ohne sich noch mal umzusehen, machte sich Peter the Fireman daran, sich behutsam zwischen den Betten der schlafenden Männer hindurch zu manövrieren. Er schlich an der Toilette vorbei, wo ein bisschen kaltes Licht unter der Schwelle hervorschimmerte, und steuerte auf die einzige Tür des Raumes zu. Ein paar der Schlafenden bewegten sich, einer erhob sich halb, als sie an ihm vorüberkamen, doch Peter sagte nur, »Ssss.« Und sie arbeiteten sich weiter voran, während der Mann sich mit einem leisen Stöhnen von einer Seite auf die andere warf, bis er wieder einschlief. Als er die Tür erreichte, sah er zurück und merkte, dass Lanky erneut mit verschränkten Beinen auf seinem Bett saß und winkte, bevor er sich schlafen legte. Als Peter the Fireman nach dem Türknopf griff, war Francis an seiner Seite. »Die ist abgeschlossen,« sagte Francis. »Sie schließen jede Nacht ab.« »Heute Nacht,« sagte Peter langsam, »ist sie nicht abgeschlossen.« Und dann griff er zum Beweis für die Behauptung nach dem Knauf und drehte ihn. Die Tür ging mit einem leisen, schleifenden Geräusch auf. »Komm schon, Siebert,« sagte er. Der Flur war für die Nacht abgedunkelt, sodass nur wenige schwache Lampen kleine schimmernde Lichtkegel auf den Boden warfen. Francis erschrak über die Stille. Gewöhnlich quollen die Flure des Amherst von Leuten über, die saßen, standen, schliefen, rauchten, selbst Gespräche führten oder mit Leuten plauderten, die nirgends zu sehen waren, oder sogar auch mal miteinander. Die Flure waren wie die Lebensadern der Klinik, in dem sie unablässig Blut und Energie in jedes lebenswichtige Organ transportierten. Noch nie hatte er sie leer gesehen. Das Gefühl, alleine im Flur zu sein, war beunruhigend. Fireman schien das jedoch nicht anzufechten. Er starrte vor sich in die Mitte des Korridors, wo die Pflegestation von einer einzigen verblassten Schreibtischlampe beleuchtet wurde. Ein kleiner gelber Kreis. Von ihrer Warte aus schien die Station leer zu sein. Peter machte einen einzigen Schritt nach vorn und starrte zu Boden. Er fiel auf die Knie und berührte vorsichtig einen dunklen Farbfleck, der es ganz ähnlich mit dem Rußfleck auf Lankys Gesicht getan hatte. Wieder hob er den Finger an die Nase. Dann zeigte er, ohne ein Wort zu sagen, mit dem Finger auf etwas. Francis war sich nicht ganz sicher, was genau er sehen sollte, doch er achtete auf alles, was Peter the Fireman tat. Zusammen schlichen sie weiter Richtung Pflegestation, hielten aber auf halbem Weg gegenüber einem der Abstellräume inne. Francis spähte durch das schwache Licht und sah, dass tatsächlich niemand in der Station war. Das verwirrte ihn, weil er sich immer eingebildet hatte, sie sei rund um die Uhr von mindestens einer Person besetzt. Fireman dagegen starrte auf den Boden vor der Tür zur Abstellkammer. Er zeigte auf einen großen Klecks auf dem Linoleum. »Was ist das?« fragte Francis. Peter the Fireman seufzte. »Mehr Ärger, als du je erlebt hast«, sagte er. »Francis, was sich auch immer hinter dieser Tür verbirgt, nicht schreien, vor allem nicht hysterisch kreischen. Weiß dir einfach auf die Zunge und sag nichts. Und fass auch nichts an. Kannst du das mir zuliebe tun, Seabird?« Francis hauchte ein Ja heraus, was ihm Mühe bereitete. Er fühlte, wie ihm das Blut in der Brust pulsierte, in den Ohren dröhnte und ihn von oben bis unten mit Adrenalin vollpumpte. In dieser Sekunde merkte er, dass er kein einziges Wort von seinen Stimmen gehört hatte. Ganze Zeit schon, seit Lenke ihn wachgerüttelt hatte. Peter schlich zur Abstellkammertür. Er zog sein T-Shirt aus der Pyjama-Hose und bedeckte seine Hand mit dem losen Ende, als er nach der Türklinke griff. Dann machte er die Tür langsam auf. Der Raum klaffte stockdunkel vor ihren Augen. Peter trat vorsichtig vor und griff nach einem Lichtschalter an der Innenwand. Das unvermittelt grelle Licht war wie ein Schwertstreich für ihn. Für den Bruchteil einer Sekunde war Francis wie geblendet. Er hörte, wie Peter the Fireman mit erstickter Stimme eine einzige grobe Obszönität ausstieß. Francis beugte sich vor und sah an Peter vorbei in die Abstellkammer. Und dann blieb ihm die Luft weg, denn der Schock und die Angst schlugen ihm wie ein Hurricane ins Gesicht. Bei dem, was er vor Augen hatte, machte er unwillkürlich einen Satz zurück und hatte das Gefühl, als wäre jeder Atemzug heiß wie Dampf. Er versuchte, etwas zu sagen, aber selbst ein »Oh mein Gott« kam nur als ein tiefes, zusammenhangloses Stöhnen heraus. Auf dem Boden in der Mitte der Abstellkammer lag Shortblond. Oder die Person, die einmal Shortblond gewesen war. Sie war fast nackt. Die Schwesternuniform war ihr offenbar mit Gewalt vom Leib gerissen und in eine Ecke geworfen worden. Ihre Wäsche hatte sie zwar noch an, doch heruntergezogen, sodass ihre Brüste und ihr Geschlecht entblößt waren. Sie lag zusammengekauert auf der Seite, fast in embryonaler Haltung eingerollt, nur daß ein Bein hochgezogen und das andere ausgestreckt war. Unter Kopf und Brust hatte sich ein See aus dunklem, rotbraunem Blut gesammelt. Ihre teigig-weiße Haut war von roten Rinnsalen bedeckt. Ein Arm war stark abgewinkelt unter ihren Körper geschoben, der andere so, als wolle sie jemandem in der Ferne zuwinken, über dem Kopf in einer Lache Blut ausgestreckt. Ihr Haar war verklebt, fast noch nass. Und größere Hautpartien glitzerten eigentümlich, sodass sie das grelle Licht der Lampe reflektierten. Ein in der Nähe abgestellter Eimer mit Putzzeug war umgefallen und ihnen stieg ein Gestank nach Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in die Nase. Peter the Fireman beugte sich zu der Leiche hinab, um den Puls zu fühlen, zuckte aber zurück, als er und Francis sahen, daß Shortblond die Kehle aufgeschlitzt worden war. Eine große, klaffende, rot-schwarze Wunde, aus der Binnensekunden das Leben herausgesickert sein mußte. Peter the Fireman trat in den Flur neben Francis zurück. Er holte Tiefluft, atmete dann langsam aus und pfiff ganz leise, als sie durch die zusammengebissenen Zähne entwich. »Wie genau hin, Seabird«, sagte er vorsichtig, »sieh dir alles ganz genau an. Versuch, dir alles zu merken, was du hier vor dir siehst. Kannst du das für mich tun? Das zweite Augenpaar sein, das hier alles aufnimmt und genauestens registriert.« Francis nickte langsam. Im Blick folgte Peter, der nun wieder in die Abstellkammer ging und wortlos auf die Einzelheiten zeigte. Zuerst auf die Schnittwunde, die ihren Hals so grausam entstellte, dann auf den umgekippten Eimer und die aufgeschlitzten, weggeworfenen Kleider. Er wies auf eine Art Visier aus Blut auf Shortblondes Stirn, parallele Linien, die zu den Augen heruntergetropft waren. Francis konnte sich nicht vorstellen, wie sie dahin gekommen waren. Peter verweilte einen Moment bei diesen Malen, bevor er sich langsam in dem engen Raum weiter bewegte und mit dem Zeigefinger auf jeden Quadranten, auf jedes Element der Szene wies, so dass er an einen Lehrer erinnerte, der ungeduldig mit dem Zeigestock an die Wandtafel hämmert, um die Aufmerksamkeit seiner begriffsstutzigen Schüler zu erringen. Francis verfolgte alles und speicherte es wie der Gehilfe eines Fotografen in seinem Gedächtnis ab. Am längsten zeigte Peter auf Shortblondes ausgestreckte Hand. Francis sah auf einmal, dass die Spitzen von vier Fingern augenscheinlich fehlten, als hätte sie jemand abgeschnitten und entfernt. Er starrte auf die Verstümmelung und merkte, wie er in kurzen, krampfartigen Zügen atmete. »Es siehst du, Siebert«, fragte Peter schließlich. Francis starrte auf die Tote. »Ich sehe Shortblond«, sagte er. »Der arme Lenky.« »Der arme, arme Lenky. Ihr müsst wirklich gedacht haben, er hätte das Böse ausgelöscht.« »Du meinst, das war Lenky?«, fragte Peter und schüttelte den Kopf. »Sieh genauer hin«, wiederholte Peter the Fireman, »und dann sag mir, was du siehst.« Francis starrte wie hypnotisiert auf die Leiche am Boden. Beim Gesicht der Frau blieb er haften und war beinahe überwältigt von einer Mischung aus Angst, Aufregung und einer diffusen Leere. Ihm wurde bewusst, dass er noch nie einen Toten gesehen hatte, jedenfalls nicht aus der Nähe. Zwar erinnerte er sich, wie er als Kind auf die Beerdigung einer Großtante gegangen war und wie seine Mutter ihn fest bei der Hand genommen hatte, um ihn an dem offenen Sarg vorbei zu manövrieren, während sie ihm unentwegt zuflüsterte, er solle nichts sagen und nichts tun und sich nur anständig benehmen, denn sie hatte irgendwie Angst, Francis würde durch irgendein unangemessenes Verhalten die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Doch das hatte er nicht getan, noch hatte er die aufgebaute Großtante sehen können. Das Einzige, woran er sich erinnerte, war dieses weiße Porzellanprofil, von dem er, während er vorbeigezerrt wurde, nur einen flüchtigen Blick erhaschte, wie von etwas, das man bei rasender Fahrt durch das Autofenster sieht. Dies hier war nicht dasselbe. Was er von Shortblond sah, war ganz anders. Es war, wie ihm klar wurde, das Allerschlimmste Sterben. »Ich sehe den Tod«, hauchte Francis. Peter the Fireman nickte. »Allerdings«, sagte er, »den Tod und einen Entsetzlichen noch dazu. Aber weißt du, was ich noch sehe?« Er sprach langsam, als ob er innerlich jedes Wort auf die Waagschale legte. »Was?«, fragte Francis neugierig. »Ich sehe eine Botschaft«, antwortete Fireman. Dann fügte er in einem vernichtend traurigen Ton hinzu. »Und Francis, das Böse wurde nicht ausgelöscht. Es ist direkt hier unter uns und so lebendig wie du und ich.« Dann trat er in den Flur zurück und fügte ruhig hinzu. »Und jetzt müssen wir Hilfe holen.« Manchmal träume ich von dem, was ich gesehen habe. Manchmal wird mir dann bewusst, dass ich nicht mehr träume, sondern hellwach bin, und dass es sich um eine Erinnerung handelt, wie ein Fossil aus meiner Vergangenheit mit allen dreidimensionalen Linien in meinem Gedächtnis eingeschlossen ist. Vor meinem geistigen Auge sehe ich shortblond immer noch wie ein gerahmtes Bild vor mir liegen, wie auf einem dieser Fotos, die noch in derselben Nacht von der Polizei gemacht wurden. Doch ich gehe davon aus, dass die Polizeifotos nicht annähernd so präzise waren wie das Bild in meinem Kopf. Ich habe ihre Gestalt ein wenig wie das Gemälde eines zweitrangigen Renaissance-Malers im Blick. Eine lebhafte, wenn auch journalistisch nicht ganz korrekte Vision vom Märtyrer-Tod einer Heiligen. Folgendes ist mir in Erinnerung geblieben. Ihre Haut war weiß wie Porzellan und vollkommen rein. Ihr Gesicht drückte eine selige Ruhe aus. Hätte nur noch ein leuchtender Heiligenschein um ihren Kopf gefehlt. Der Tod kaum mehr als eine Unannehmlichkeit auf dem unausweichlichen, köstlichen, glorreichen Weg in den Himmel. Natürlich war es in Wirklichkeit ein Wort, das ich nur noch möglichst selten benutze, nichts dergleichen. Ihre Haut war vom herausquellenden Blut verschmiert, ihre Kleider zerrissen, der Schlitz in ihrer Kehle klaffte wie ein spöttisches Grinsen, und ihr Gesicht war fassungslos verzerrt, ihre Augen vor Schock geweihtet. Eine Fratze des Todes. Die schlimmste Art von Mord. Als ich in jener Nacht aus der Abstellkammer auf den Flur zurück trat, packten mich eine Reihe verstörender Ängste. Einem Akt der Gewalt so nahe zu kommen, fühlte sich an, als würde einem plötzlich das Herz mit Schmirgelpapier abgerieben. Zu ihren Lebzeiten hatte ich sie kaum gekannt. Tod sollte ich sie viel besser kennenlernen. Als Peter the Fireman sich von der Leiche und all dem Blut und all den großen und kleinen Spuren des Mordes abwandte, hatte ich keine Ahnung, was gleich passieren würde. Er musste eine weitaus genauere Vorstellung davon haben, da er mich noch einmal ermahnte, nichts anzufassen, die Hände in die Hosentaschen und meine Meinung für mich zu behalten. »Seabert«, sagte er, »nicht lange, und die Leute fangen an, Fragen zu stellen. Wirklich gemeine Fragen. Und diese Fragen stellen sie möglicherweise auf eine ganz üble Art und Weise. Sie mögen behaupten, es ginge ihnen nur um Informationen, aber verlass dich drauf, sie wollen niemandem helfen außer sich selbst. »Beschränke dich auf kurze, sachliche Antworten und drücke nicht mit irgendwas raus, das über das hinausgeht, was du diese Nacht gehört und gesehen hast. Hast du verstanden?« »Ja«, sagte ich, »auch wenn ich kaum wusste, wozu ich mich bereit erklärte.« »Armer Lenky«, wiederholte ich noch einmal. Peter the Fireman nickte. »Der arme Lenky hat recht. Aber nicht aus den Gründen, an die du jetzt denkst. Er wird das Böse aus nächster Nähe zu sehen kriegen. Wir alle vielleicht.« Wir beide gingen den Flur entlang bis zu der unbesetzten Pflegestation. Unsere nackten Füße machten beim Laufen ein leises, klatschendes Geräusch. Die Eingangstür aus Maschendraht, die normalerweise abgeschlossen gewesen wäre, stand weit offen. Ein paar Papiere lagen auf dem Boden verstreut, mochten aber einfach vom Tisch geflattert sein, als sich jemand zu schnell bewegte. Oder sie waren bei einem kurzen Kampf heruntergeschoben worden. Schwer zu sagen. Es gab noch zwei weitere Hinweise darauf, dass hier etwas passiert war. Das sonst verschlossene Arzneischränkchen mit den Medikamenten war aufgerissen. Ein paar Plastikpillendosen lagen auf dem Boden verstreut, und das kompakte, schwarze Telefon der Pflegestation lag neben der Gabel. Peter zeigte auf diese Besonderheiten, so wie er es zuvor in der Abstellkammer getan hatte. Dann griff er nach dem Hörer, um ihn aufzulegen und ihn mit einem Freizeichen sofort wieder abzuheben. Er drückte die Null, die ihn mit dem Sicherheitsdienst der Klinik verbannt. »Spreche ich mit dem Sicherheitsdienst? In Amherst hat es einen Vorfall gegeben,« sagte er kurz und bündig. »Besser, Sie kommen sofort rüber.« Dann legte er abrupt auf und wartete, bis das Freizeichen ertönte. Diesmal drückte er die Notrufnummer. Eine Sekunde später sagte er ruhig, »Guten Abend. Ich möchte Ihnen melden, dass es im Amherst-Gebäude der Nervenheilanstalt Western State in der Nähe der Pflegestation auf dem ersten Stock einen Mord gegeben hat.« Er schwieg einen Moment und fügte hinzu, »Nein, ich nenne Ihnen nicht meinen Namen. Ich habe Ihnen lediglich alles mitgeteilt, was Sie in diesem Moment wissen müssen. Die Art des Vorfalls und den Ort. Das Übrige müsste nur allzu offensichtlich sein, wenn Sie hier eintreffen. Sie werden die Spurensuche, Ermittler und das Büro des Bezirks-Coronas einschalten müssen. Ich vermute auch, dass Eile geboten ist.« Dann legte er auf. Er drehte sich zu mir um und sagte mit einem leicht lakonischen Unterton, und vielleicht einer Spur mehr als nur Interesse, »Gleich wird's hier wirklich spannend.« So weit erinnere ich mich. An meine Wand schrieb ich, Francis hatte keine Ahnung, welches Chaos über ihn hereinbrechen würde, wie ein gewaltiger Donnerschlag, der sich in einem schwülen Sommertag entlud. Im dichtesten war er bis dahin mit einem Verbrechen in Berührung gekommen, als er sich unglücklicherweise selbst in eine schlimme Lage gebracht hatte. Als seine Stimmen ihn anschrien, als seine Welt auf dem Kopf stand, und er ausflippte und seine Eltern, seine Schwestern und am Ende sich selbst mit dem Küchenmesser bedrohte, was ihn schließlich in die Anstalt brachte. Er versuchte darüber nachzudenken, was er gesehen hatte und was es bedeutete. Doch es kam ihm so vor, als entzöge es sich dem logischen Denken und gehörte zu den Auswirkungen des Schocks. Er wurde sich bewusst, dass tief in seinem Kopf seine Stimmen in gedämpftem, doch nervösem Ton mit ihm redeten, nur angsterfüllte Worte. Ein Moment lang sah er sich mit wilden Blicken um und fragte sich, ob er einfach wieder ins Bett gehen und dort warten sollte. Doch dann kam er nicht vom Fleck. Die Muskeln schienen ihren Dienst zu versagen, und er fühlte sich wie jemand, der von einer starken Strömung erfasst und hilflos mitgerissen wurde. Er und Peter warteten an der Pflegestation, und binnen Sekunden hörte er deutlich eilige Schritte und Schlüssel in der Eingangstür. Die Tür flog auf, und zwei Leute vom Sicherheitsdienst stürmten herein. Sie hatten beide Taschenlampen und lange schwarze Schlagstöcke dabei. Sie trugen beide dieselbe graue Arbeitskleidung, deren Farbe eher an Nebel erinnerte. So wie sie einen Moment lang im Eingang standen, schienen die beiden Männer im blassen Licht des Klinikfluss unterzugehen. »Wieso sind Sie nicht im Schlafsaal?« fragte die erste Wache und schwang dabei den Knüppel. »Sie dürfen nicht raus«, fügte der Mann unnötigerweise hinzu. Dann fragte er, »Wo ist die diensthabende Schwester?« Der andere war zur Verstärkung aufgerückt und jederzeit bereit, Francis und Peter the Fireman zu attackieren, sollten sie sich als Bedrohung erweisen. »Haben Sie den Sicherheitsdienst angerufen?«, fragte er Barsch. Und dann wiederholte er die Frage seines Kollegen. »Wo ist die diensthabende Schwester?« Peter zeigte einfach mit dem Daumen über die Schulter Richtung Abstellkammer. »Da drüben«, sagte er. Die erste Wache, ein korpulenter Mann mit soldatisch kurzgeschorenem Haar und einem Nacken, der sich in fetten Wülsten über den viel zu engen Kragen wölbte, zeigte mit seinem Schlagstock auf Francis und Peter. »Keiner von euch rührt sich, verstanden?« Damit drehte er sich zu seinem Partner um und sagte, »Wenn einer von den Jungs hier auch nur einen Finger krumm macht, gibst du's ihnen.« Der Angesprochene, ein drahtiger, bandarmgewichtiger Mann mit einem schiefen Grinsen, holte eine Dose Tränengas aus seinem Mehrzweckgürtel, und der Dicke entfernte sich mit einem angestrengten Keuchen eilig durch den Flur. Er hielt eine breitstrahlige Taschenlampe in der linken und den Schlagstock in der rechten. Der Lichtkegel markierte dabei im dämmergrauen Korridor wechselnde Ausschnitte. Francis beobachtete, wie der Mann nicht dieselbe Umsicht wie Peter walten ließ und die Tür zur Abstellkammer mit einem einzigen Griff aufriss. Ein Moment lang stand er wie erstarrt da, und dann sagte er mit einem krächzenden Laut, »Oh mein Gott!« Sekunden nachdem der Lichtstrahl die Leiche der Schwester erfasst hatte, wirbelte er zurück. Dann sprang er fast genauso schnell wieder vor. Von der Stelle aus, an der sie standen, konnten sie sehen, wie der Mann seine Hand auf Schottblonds Schulter legte und die Leiche so drehte, dass er versuchen konnte, ihren Puls zu fühlen. »Lassen Sie das besser«, sagte Peter ruhig. »Sie verändern den Leichenfundort.« Der kleinere Sicherheitsmann war blass geworden, obwohl er das ganze Ausmaß des unerbittlichen Sterbens dort in der Abstellkammer noch gar nicht gesehen hatte. Seine Stimme war schrill vor Schock, und er brüllte, »Haltet gefälligst das nicht!« »Maul, ihr Scheißirren!« »Maul halten!« Der bullige Mann schlurfte zurück und wandte sich mit einem irren Blick an Francis und Peter, »the Fireman.« Er murmelte Obszönitäten. »Dass sich keiner von der Stelle rührt! Rührt euch verdammt noch mal nicht von der Stelle!« sagte er außer sich. Er kam aus sie zu und rutschte in einer der Blutlachen aus, um die Peter so achtsam herumgegangen war. Dann kam er zurückgerannt, packte Francis am Arm, riss ihn herum und stieß ihm wie wahnsinnig das Gesicht gegen das Drahtgitter der Pflegestation. Im selben Atemzug schlug er brutal mit dem Stock nach hinten gegen Francis' Beine, sodass er nach Form taumelte und auf die Knie fiel. Hinter den Augen fühlte Francis eine Explosion wie von weißem Phosphor, und er schnappte heftig nach Luft, die aber voller Nadeln war. Einen Moment lang drehte sich alles im Kreis, und er dachte schon, er würde ohnmächtig. Doch als er wieder atmen konnte, ebte die Wucht des Schlages ab und hinterließ nur noch ein pochendes Hämatom in seiner Erinnerung. Der kleinere Wächter folgte unverzüglich dem Beispiel des anderen, indem er Peter, »the Fireman«, herumwirbelte und ihn mit dem Stock ins Rückgrat schlug, was die gleiche Wirkung hatte, sodass er keuchend auf die Knie sackte. Im nächsten Moment lagen sie, die Hände in Handschellen, flach auf dem Boden. Francis roch die beißenden Scheuermittel am Ninoleum. »Scheißirre«, wiederholte der Wachmann. Dann stürmte er in die Pflegestation und wählte eine Nummer. Er wartete eine Sekunde, bis sich jemand meldete und sagte, »Doktor, hier spricht Maxwell vom Sicherheitsdienst. Wir haben ein gewaltiges Problem im Amherst. Sie kommen besser direkt rüber.« Er zögerte einen Moment und fügte offenbar in Beantwortung einer Frage hinzu, »Zwei Insassen haben eine Schwester ermordet.« »Hey«, sagte Francis, »das waren wir nicht.« Doch der Kleinere setzte seinem Protest mit einem kräftigen Tritt in den Oberschenkel ein Ende. Francis biss sich auf die Zunge und nagte an der Lippe. Er war herumgewirbelt worden und konnte daher Peter, »the Fireman«, nicht sehen. Er wollte sich in seine Richtung drehen, andererseits aber nicht noch mal getreten werden, und so hielt er seine Position, während er hörte, wie draußen eine Sirene in der Dunkelheit heulte und mit jeder Sekunde lauter wurde. Als sie vor dem Amherst-Gebäude zum Stehen kam, dröhnte sie noch einmal auf und veräppte dann wie ein böser Gedanke. »Er hat in die Cops gerufen«, fragte der Kleinere. »Wir«, sagte Peter. »Jessez, Maria«, erwiderte der Mann und trat Francis erneut. Er zielte mit dem Fuß und zog ihn für einen dritten Treffer zurück, und Francis wappnete sich innerlich gegen den Schmerz. Doch der Wachmann brachte es nicht zu Ende. »Hey, was fällt euch eigentlich ein?« Es klang keineswegs wie eine Frage, sondern wie ein Befehl, nicht der Anflug von einer Erkundigung, sondern ein einziger fordernder Ton. Francis brachte es fertig, den Kopf ein wenig zu drehen, sodass er sah, wie Napoleon und ein paar andere die Tür zum Schlafsaal aufstießen und zögernd im Eingang zum Korridor standen, unsicher, ob sie herauskommen durften. Der Sirenenlahm musste alle aufgeweckt haben, wurde Francis klar. Im selben Moment wurde der Hauptlichtschalter angeknipst, und im Flur herrschte plötzlich gleißendes Licht. Von der Südseite des Gebäudes hörte Francis auf einmal hohe, wimmernde Schreie, und jemand hämmerte gegen die abgeschlossene Tür zum Schlafsaal der Frauen. Die Stahlplatten und Riegelschlösser hielten, doch der Lärm klang wie eine große Pauke, die den Flur entlang halte. »Gott verdammt!«, brüllte der Mann mit dem Soldatenschnitt. »Du da!« Er streckte Napoleon und den anderen furchtsamen, doch neugierigen Gestalten, die aus dem Schlafsaal gekommen waren, seinen Schlagstock entgegen. »Alle wieder rein! Auf der Stelle!« Er rannte auf sie zu, indem er wie ein Verkehrspolizist mit dem Arm die Richtung wies und zugleich mit dem Schlagstock in der Luft herumfuchtelte. Francis beobachtete, wie die Männer ängstlich den Rückzug antraten, und der Wachmann sich gegen die Tür warf. Sie zuhielt und wieder festverschloss. Er drehte sich um und rutschte wieder aus, nachdem er in eine der Blutlachen getreten war, die den Flur verunstalteten. Das Trommeln an der Tür der Frauen wurde immer heftiger, und Francis hörte zwei andere Stimmen, die aus der Richtung hinter seinem Kopf kamen. »Was zum Teufel ist hier los? Was wollen Sie?« Er drehte sich noch mal um und sah, wie hinter dem am Boden ausgestreckten Peter zwei uniformierte Polizisten erschienen. Einer der Männer griff nach seiner Waffe, indem er sie zwar nicht zog, jedoch nervös die Halftertasche aufschnappen ließ. »Uns ist ein Mord gemeldet worden!«, sagte einer der Uniformierten in die Runde. Dann sah er vermutlich, bevor jemand etwas sagen konnte, etwas von dem Blut im Flur. Dann trat er vor und ging an der Pflegestation vorbei zu der Absteckkammertür. Francis folgte ihm mit den Blicken und sah, wie der Mann davor stehen blieb. Im Unterschied zu den Anstaltswächtern sagte der Polizist jedoch nichts. Er starrte einfach nur hinein und unterschied sich in diesem Moment kaum von den vielen Klinikinsassen, die einfach ins Weite starrten und dort sahen, was immer sie sehen wollten oder unbedingt sehen mussten und nicht, was sie tatsächlich vor Augen hatten. Von dem Moment an ging alles schnell und langsam zugleich. Es kam Francis so vor, als wäre der weitere Verlauf der Nacht irgendwie der Zeit entglitten und der ordnungsgemäße Fortgang der dunklen Stunden nach Mitternacht aus den Fugen geraten. Es dauerte nicht lange und er wurde von der Stelle, an der inzwischen die Spurensuche am Tatort die Arbeit aufnahm und Fotografen reihenweise ihre Aufnahmen schossen, weiter den Flur entlang aus dem Weg geschafft und in ein Behandlungszimmer geschleppt. Bei jedem Blitzlichtgewitter war es wie ein Wetterleuchten am Fernhorizont, dem die Schreie und der Aufruhr der in den Schlafsälen eingeschlossenen Patienten wie ein heftiger Donner folgte. Zuerst wurde er ohne Umschweife von dem kleineren Wächter auf einen Stuhl geknallt und alleingelassen. Nach ein paar Minuten dann kamen zwei Ermittler in Zivil und Dr. Gardelil zu ihm herein. Er war immer noch im Schlafanzug, die Hände waren mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt und er saß auf dem harten, hölzernen Schreibtischstuhl. Francis nahm an, dass Peter the Fireman sich unter ähnlichen Umständen im Nachbarzimmer befand, doch man konnte es nicht wissen. Er wünschte sich, er müsste sich nicht allein den Polizisten stellen. Die beiden Ermittler trugen verknitterte, schlecht sitzende Anzüge. Sie hatten die Haare kurz geschnitten und harte Züge ums Kinn, und keiner der beiden Männer ließ in den Augen oder der Art, wie er sprach, auch nur die geringste Milde erkennen. Sie waren etwa gleich groß und ähnlich gebaut, und Francis kam der Gedanke, dass er sie wahrscheinlich verwechseln würde, falls er sie je wieder sah. Er hörte nicht hin, als sie ihren Namen nannten, da er hilfesuchend zu Dr. Garbdellel hinüber sah. Der Doktor hockte jedoch an die Wand gelehnt und sagte nichts mehr, nachdem er Francis ermahnt hatte, den Detektives die Wahrheit zu sagen. Einer der Polizisten schlich sich zu dem Arzt hinüber und lehnte sich neben ihm an die Wand, während der andere auf einem Schreibtisch vor Francis saß. Ein Bein schwang beinahe Keck in der Luft, wobei er jedoch dafür sorgte, dass sein schwarzes Halfter mit der stahlblauen Pistole am Gürtel zu sehen war. Der Mann hatte ein leicht schiefes Lächeln, wodurch fast alles, was er sagte, unehrlich wirkte. »Also, Mr. Petrell«, fragte der Detektive, »wieso waren Sie, nachdem das Licht ausgeschaltet war, noch draußen im Flur?« Francis zögerte und erinnerte sich an das, was ihm Peter the Fireman eingeschafft hatte, und begann zu erzählen, wie ihn Lanky geweckt hatte und er Peter in den Flur hinaus gefolgt war, wo sie dann Shortblonds Leiche entdeckten. Der Detektive nickte zuerst, schüttelte dann aber den Kopf. »Dieser Schlafsaal ist abgeschlossen, Mr. Petrell. Er ist jede Nacht abgeschlossen.« Der Detektive sah verstohlen zu Dr. Gabriel hinüber, der ihn nahe geschnickte. »Heute Nacht war er nicht abgeschlossen.« »Ich weiß nicht so recht, ob ich Ihnen das glauben kann.« Francis wusste nicht, wie er reagieren sollte. Der Polizist legte eine Pause ein und wartete, bis das Schweigen in die hintersten Winkel des Zimmers gekrochen war, sodass Francis ziemlich nervös wurde. »Sagen Sie, Mr. Petrell, was dagegen, wenn ich Francis zu Ihnen sage?« Francis schüttelte den Kopf. »Also, Franny, Sie sind ein junger Typ. Vor heute Nacht schon mal Sex mit einer Frau gehabt?« Francis taumelte auf dem Stuhl zurück. »Heute Nacht?« fragte er. »Klar«, fuhr der Detektive fort. »Ich meine, bevor Sie heute Nacht Sex mit der Schwester hatten, hatten Sie je eine Beziehung mit einem Mädchen?« Francis war aufrichtig verwirrt. Stimmen donnerten ihm in den Ohren und brüllten alle möglichen widersprüchlichen Botschaften. Er sah zu Dr. Gartell hinüber und versuchte festzustellen, ob er etwas von dem Tumult mitbekam, der in seinem Innern tobte. Doch der Arzt hatte sich in den Schatten zurückgezogen, und Francis konnte kaum sein Gesicht erkennen. »Nein«, sagte Francis, zu zögerlich, um überzeugend zu klingen. »Nein, was, noch nie? Ein gutaussehender Typ wie Sie? Das muss ziemlich frustrierend gewesen sein, besonders wenn Sie sich Körbe eingefangen haben, möchte ich wetten. Und diese Schwester, die war nicht allzu viel älter als Sie, oder? Muss Sie ziemlich wütend gemacht haben, als Sie ihn eine Abfuhr erteilte? »Nein«, sagte Francis, »das stimmt nicht.« »Sie hat Ihnen also keinen Korb gegeben?« »Nein, nein, nein«, sagte Francis. »Wollen Sie damit sagen, sie hätte zugestimmt, mit Ihnen Sex zu haben, und sich dann selber umgebracht?« »Nein«, wiederholte er, »das stimmt von vorn bis hinten nicht.« »Ach, sicher doch«, der Detective warf seinem Kollegen einen Blick zu. »Dann hat sie sich also geweigert, mit Ihnen Sex zu haben, und daraufhin haben Sie sie getötet. Ist es so gelaufen?« »Nein, da liegen Sie schon wieder falsch.« »Franny, jetzt bin ich allmählich ziemlich verwirrt. Sie sagen, Sie sind durch eine abgeschlossene Tür in den Flur raus, wo Sie nichts zu suchen hatten, und wir haben eine vergewaltigte und tote Lernschwester, und Sie sind nur mal eben zufällig vorbeigekommen?« »Also, das ergibt keinen Sinn. Meinen Sie nicht? Sie könnten uns in der Sache ein bisschen weiterhelfen.« »Ich weiß nicht«, erwiderte Francis, »was wissen Sie nicht? Wie Sie uns helfen sollen? Wie wäre es, wenn Sie mir einfach erzählen würden, was passiert ist, als die Schwester Nein gesagt hat? Wie hart das für Sie gewesen ist. Dann haben wir alle Klarheit, und wir können auch heute Nacht mit der Sache zu Ende kommen.« »Ja, das heißt Nein«, sagte Francis, »und es gibt doch eine Version, wie ein Schuh daraus wird. Wenn Sie und Ihr Kumpel sich zusammengetan und beschlossen haben, sich rauszustehlen und der Schwester einen kleinen nächtlichen Besuch abzustatten, und dann nicht alles so ganz nach Plan gelaufen ist.« »Hören Sie, Franny, seien Sie doch einfach ehrlich mit mir, okay? Können wir uns schlicht auf eine Sache einigen, ja?« »Was meinen Sie?«, fragte Francis unsicher. Er hörte, wie brüchig seine Stimme klang. »Sagen Sie mir einfach die Wahrheit, okay?« Francis nickte. »Gut«, sagte der Detektiv. Dann fuhr er in leisem, sanftem, verführerischem Ton fort, fast so, als sei Francis der Einzige, der jedes Wort hören konnte, als sprächen Sie eine Sprache, die nur Sie beide beherrschten. Der andere Polizist und Dr. Gardele schienen sich in dem kleinen Raum in Luft aufzulösen, während der Detektiv lockte und säuselte und den Anschein erweckte, als sei seine Sicht der Dinge die einzig mögliche Sicht. »Und ja, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Ganze ein unglücklicher Zufall war, weh? Vielleicht hat sie Ihnen und Ihrem Kumpel was vorgemacht. Vielleicht haben Sie beide erwartet, dass sie ein bisschen freundlicher sein würde, als sie es dann tatsächlich war. Ein kleines Missverständnis, weiter nichts. Sie haben gedacht, sie meint das und das, und sie hat gedacht, na ja, also sie meinte was anderes. Und dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen, richtig? Also war es in Wirklichkeit alles ein unglücklicher Zufall, richtig? Und hören Sie, Franny, niemand wird Ihnen deswegen allzu große Vorwürfe machen. Ich meine, immerhin wissen wir ja beide, wo Sie hier sind. Und immerhin sind Sie ja schon als ein bisschen verrückt diagnostiziert, also bewegt sich diese Sache mehr oder weniger in derselben Größenordnung, richtig? Liege ich damit richtig, Franny? Francis holte tief Luft. Nicht mal annäherungsweise, sagte er in scharfem Ton. Einen Moment lang überlegte er, ob sein Widerstand gegen die Überredungskünste des Detektives nicht das Mutigste war, was er je im Leben getan hatte. Der Detective schoss hoch und schüttelte den Kopf, bevor er seinem Kollegen einen Blick zuwarf. Der durchquerte den Raum, wie es schien, mit einem einzigen Schritt, schlug heftig mit der Faust auf den Tisch und beugte sich so abrupt zu Francis herunter, das ihm, als der Mann losbrüllte, bei jedem Wort der Speichel ins Gesicht sprühte. Gott, verdammt! Du dämlicher Irrer! Du hast sie umgebracht und du kannst uns nicht verscheißern, also hör endlich auf damit und sag uns die Wahrheit, oder ich polier dir die Eier! Francis zuckte zusammen und rutschte mit dem Stuhl zurück, um etwas Abstand zu gewinnen. Doch der Detective packte ihn am Hemd und riss ihn nach vorn. Mit ein und demselben Griff rammte er Francis' Kopf auf die Tischplatte, sodass er mit einem heftigen Schlag auftraf und für einen Moment benommen war. Als er sich hochrappelte, schmeckte Francis' Blut an den Lippen und fühlte, wie es ihm aus der Nase tropfte. Er schüttelte den Kopf und versuchte wieder zur Besinnung zu kommen, als er von einer heimtückischen Ohrfeige mit der flachen Hand ins Trudeln kam. Der Schmerz durchzuckte seine Wange und stieg ihm in die Augen, während er fast im selben Moment das Gleichgewicht verlor und zu Boden fiel. Er fühlte sich schwindelig und desorientiert, und er wollte, dass ihm etwas oder jemand zu Hilfe kam. Der Detective packte ihn und zerrte ihn hoch, als wäre er ein Fliegengewicht, und stieß ihn wieder auf den Stuhl. »Und jetzt, verflucht noch mal, sag uns die Wahrheit!« Er zog die Hand zurück, um erneut auszuholen, hielt sie aber in der Luft, um die Antwort abzuwarten. Die Schläger hatten offenbar seine Stimmen in ihm in alle Richtungen zerstreut. Sie schrien ihm aus den hintersten Winkeln Warnungen zu, die kaum zu hören und zu verstehen waren. Es war ein bisschen so, wie wenn man am hinteren Ende eines Zimmers steht, in dem es von wildfremden Menschen wimmelt, die sich in verschiedenen Sprachen unterhalten. »Raus damit!« forderte der Detective verneut. Francis antwortete nicht. Stattdessen hielt er sich am Stuhlrahmen fest und wappnete sich für den nächsten Schlag. Der Detective fohlte mit der Hand aus und hielt mitten in der Bewegung inne. Er gab einen grunzenden, resignierenden Laut von sich und trat zurück. Der erste Detective trat vor. »Franny! Franny!« sagte er besänftigend. »Wieso bringen Sie meinen Freund hier so in Rage? Können Sie die Sache nicht einfach gleich heute Nacht bereinigen, so dass wir alle nach Hause und zu Bett gehen können, damit alles wieder seinen normalen Gang gehen kann?« »Oder«, fuhr er mit einem Grinsen fort, »was hier bei euch als normal durchgeht?« Er beugte sich vor und senkte verschwörerisch die Stimme. »Wissen Sie, was in diesem Moment gerade nebenan passiert?« Francis schüttelte den Kopf. »Ihr Kumpel, der andere Typ, der heute Nacht mit von der Partie war, der liefert Sie ans Messer. So sieht das nämlich aus.« »Mich ans Messer?« fragte Francis nach. »Er wälzt alles, was passiert ist, auf Sie ab. Er erzählt den anderen Detectives, das Ganze wäre Ihre Idee gewesen, und Sie hätten die Kleine vergewaltigt und auch ermordet, und er hätte nur zugesehen. Er behauptet auch, er hätte versucht, Sie davon abzuhalten, aber Sie hätten nicht auf ihn gehört. Er schiebt diese ganze traurige Schweinerei Ihnen in die Schuhe.« Francis dachte einen Moment darüber nach und schüttelte dann den Kopf. Die Behauptung des Detectives schien ihm so verrückt und unmöglich wie alles andere, das in dieser Nacht geschehen war, und er glaubte ihm nicht. Er leckte sich mit der Zunge über die Lippen. Er schmeckte nicht nur das Blut, sondern fühlte auch eine Schwellung. »Ich hab's Ihnen gesagt«, brachte er zaghaft heraus. »Ich hab Ihnen alles gesagt, was ich weiß.« Der erste Detectiv verzog das Gesicht, als wäre die Antwort nicht akzeptabel, nicht im Mindesten akzeptabel, und gab seinem wütenden Partner ein unauffälliges Zeichen mit der Hand. Er kam heran und beugte sich mit dem Gesicht so dicht über Francis, dass er ihn direkt in die Augen sah. Francis wich zurück und war auf den nächsten Schlag gefasst, dem er hilflos ausgeliefert war. Er fühlte sich so wehrlos, wie es nur ging, und kniff die Augen zu. Doch bevor ihn der Schlag traf, hörte er, wie die Tür aufging. Die Unterbrechung sorgte dafür, dass alles, was von da an in dem kleinen Raum geschah, in Zeitlupe ablief. Francis sah einen uniformierten Polizisten im Türrahmen stehen, dann beugten sich beide Detectives zu ihm vor und redeten in gedämpftem Ton mit ihm. Schon bald wurde die Unterhaltung lebhaft, auch wenn sie weiterhin leise sprachen, und Francis sie unmöglich verstehen konnte. Es dauerte nicht lange, und der erste Detektiv schüttelte den Kopf und seufzte angewidert, bevor er sich wieder Francis zuwandte. »Hey, Franny Boy, lass hören.« »Der Typ, der sie, wie Sie sagen, aufgeweckt hat, der Typ, von dem Sie uns zu Beginn unserer kleinen Plauderei erzählt haben, bevor sie, wie Sie sagen, in den Flur rausgegangen sind, ist das derselbe Kerl, der beim Abendessen auf die Schwester losgegangen ist? Der vor so ziemlich aller Augen in diesem Bau über sie hergefallen ist?« Francis nickte. Der Detektiv verdrehte die Augen und bog resigniert den Kopf zurück. »Mist«, sagte er, »wir vergeuden hier nur unsere Zeit.« Er drehte sich zu Dr. Gartelil um, der immer noch im Schatten lungerte, und fragte ihn wütend, »Wieso zum Teufel haben Sie uns davon nicht längst was gesagt? Ist hier vielleicht jeder vollkommen übergeschnappt?« Garpelpil schwieg. »Vielleicht sonst noch was von entscheidender Bedeutung, Doc, das Sie uns vorenthalten haben?« Garpelpil schüttelte den Kopf. »Klar doch«, sagte der Detektiv in sarkastischem Ton. Er zeigte auf Francis. »Nehmen Sie den mit.« Francis wurde von einem Polizisten in Uniform in den Flur hinausgeschoben. Er schaute nach rechts und sah, dass aus dem angrenzenden Zimmer ein anderes Polizistenteam mit Peter the Fireman kam, unter dessen rechtem Auge eine leuchtend rote Prellung prangte, dessen trotziges, zorniges Gesicht ansonsten jedoch nicht verhehlte, was er von dem ganzen Polizistenpack hielt. Francis wünschte sich, er könnte ebenso viel Selbstvertrauen zusammenkratzen. Der erste Detektiv packte Francis plötzlich am Arm und drehte ihn ein wenig herum, so dass er Lenky sah, der in Handschellen von zwei Beamten begleitet wurde. Hinter ihm, am anderen Ende des Flurs, hielten ein halbes Dutzend Leute vom Sicherheitsdienst der Anstalt sämtliche männlichen Patienten des Amherst-Gebäudes in Schach, so dass die Leute von der Spurensuche ungehindert die Abstellkammer fotografieren und abmessen konnten. Zwei Sanitäter bahnten sich durch die Horde der Beamten einen Weg, um einen schwarzen Leichensack auf einer weißbezogenen Rollbahre herauszufahren, einer von denen, auf welcher Francis im State Western eingetroffen war. Von den versammelten Insassen war ein kollektives Stöhnen zu hören, als sie den Leichensack sahen. Ein paar Männer fingen zu weinen an, und andere wandten sich ab, als bräuchten sie das, was sie nicht sehen konnten, auch nicht zu begreifen. Manche erstarrten bei dem Anblick, während der eine oder andere einfach weitermachte, was er bis dahin gemacht hatte. Im Wesentlichen sich wenden und winden, herumtänzeln oder an die Wände starren. Francis hörte ihr Gemurmel. Die Frauen hatten sich beruhigt, doch als die Leiche hinausgefahren wurde, mussten sie etwas gespürt haben, denn das tiefe Trommeln setzte augenblicklich erneut ein, wie bei einem Begräbnis mit militärischen Ehren. Francis sah sich zu Lenki um, dessen Blick vollkommen reglos auf der Leiche der Schwester gerichtet war, die langsam an ihm vorbeigerollt wurde. Im grellen Licht des Flurs sah Francis tiefe Bahnen rotbraunen Blutes an dem bauschigen Nachthemd des Langen. »Ist das der Typ, der sie aufgeweckt hat, Franny?« fragte der erste Detektiv im autoritären Ton eines Mannes, der es gewöhnt ist, die Dinge im Griff zu haben. Francis nickte. »Und nachdem er sie aufgeweckt hat, sind sie in den Flur rausgegangen, wo sie die Schwester bereits tot vorfanden, richtig? Und dann haben sie den Sicherheitsdienst angerufen, richtig?« Wieder nickte Francis. Der Detektiv warf den Polizisten neben Peter the Fireman einen Blick zu, die zur Bestätigung nickten. Einer beantwortete die unausgesprochene Frage. »Dasselbe hat er ja auch gesagt.« Lenki zitterte. Sein Gesicht war bleich und seine Unterlippe bebte vor Angst. Er sah auf die Handschellen an seinen Gelenken herunter und faltete die Hände wie zum Gebet. Quer durch den Flur starrte er Francis und Peter an. »Siebert«, sagte er mit wackeliger Stimme und streckte ihnen wie ein Bittsteller im Gottesdienst die Hände entgegen. »Erzähle ihnen von dem Engel, der mitten in der Nacht gekommen ist und mir gesagt hat, dass das Böse jetzt überwunden ist, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Sag ihnen das, Siebert.« Seine Stimme nahm einen ratlosen, klagenden Ton an, als ob ihn jedes Wort, das er sagte, in noch tiefere Verzweiflung stürzte. Stattdessen herrschte der Detective Lenki plötzlich an, sodass er von der Wucht der Fragen, die wie spitze Pfeile auf ihn niederprasselten, in sich zusammensackte. »Wie kommt das Blut an dein Hemd, alter Mann? Wie kommt das Blut der Schwester an deine Hände?« Lenki sah auf seine Finger und schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht«, erwiderte er. »Vielleicht hat es der Engel mitgebracht.« Noch während er Rede und Antwort stand, kam ein Uniformierter durch den Flur herüber und hielt eine kleine Plastiktüte in der Hand. Zuerst konnte Francis nicht sehen, was sie enthielt, doch als der Beamte näher kam, erkannte er die kleine weiße Dreispitzhaube, die Krankenschwestern häufig trugen. Nur, dass diese hier verknittert und der Rand in derselben Farbe getränkt war, wie die Flecken an Lenkis Hemd. Der Uniformierte sagte, »Wie es aussieht, hat er versucht, ein Souvenir zu behalten. Das haben wir unter seiner Matratze gefunden.« »Haben Sie auch das Messer gefunden?«, fragte der Detective den Polizisten. Er schüttelte den Kopf. »Was ist mit den Fingerspitzen?« Wieder verneinte der Mann. Der Detective überlegte einen Moment und sondierte die Situation. Dann drehte er sich abrupt zu Lenki um, der sich nach wie vor von Polizisten umringt, die allesamt kleiner waren als er, die in diesem Augenblick aber allesamt größer wirkten als er, mit dem Rücken an die Wand presste. »Wie kommst du an diese Haube?«, herrschte der Detective Lenki an. Der Lulat schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht! Ich weiß es doch nicht!«, schrie er. »Ich hab sie nicht weggesommen!« »Die war unter deiner Matratze. Wieso hast du sie da hingetan?« »Hab ich doch gar nicht! Hab ich doch gar nicht!« »Ist doch egal!«, erwiderte der Detective schulterzuckend. »Wir haben mehr als genug in der Hand. Jemand soll ihm seine Rechte vorlesen. »Wir sehen zu, dass wir aus der Klapsmühle rauskommen.« Die Polizisten schoben und schubsten Lenki den Flur entlang. Francis sah, wie die Panik gleich blitzen, Lenki der Länge nach durchzuckte. Er zappelte und wand sich, als stünde er unter Strom, als würde er gezwungen, über glühende Kohlen zu laufen. »Nein! Bitte! Ich hab nichts getan!« »Witze, mein Gott, das Böse! Das Böse lauert überall!« »Bitte, schaff mich nicht fort! Ich bin hier zu Hause! Bitte!« Während Lenkis Verzweiflung noch durch die Flure halte, merkte Francis, wie ihm die Handschellen abgenommen wurden. Er sah auf, und Lenki erhaschte seinen Blick. »Seaward! Peter! Helf mir doch!« rief er ihnen nach. Francis konnte sich nicht erinnern, in so wenigen Worten je so viel Qual gehört zu haben. »Sag sie dir, dass es sein Engel war! Dass mit in der Nacht sein Engel zu mir gekommen ist! Sag sie sie dir, helfen wir doch!« Und dann wurde Lenki mit einem Stoß aus der Eingangstür des Amherst geschubst und von den letzten Stunden der Nacht verschluckt. »Vermutlich habe ich in der Nacht noch ein bisschen geschlafen, auch wenn ich mich nicht entsinnen kann, dass ich tatsächlich die Augen zugemacht habe. Ich entsinne mich nicht einmal, dass ich noch geatmet habe. Meine geschwollene Lippe tat weh, und selbst nachdem ich sie ein bisschen abgespült hatte, schmeckte sie immer noch nach Blut, dort, wo der Polizist mich getroffen hatte. Von dem Schlag mit dem Knüppel des Sicherheitsmannes schmerzten mir die Beine, und von all dem, was ich gesehen hatte, drehte sich mir der Kopf. Es machte keinen Unterschied, wie viel Zeit seit jener Nacht vergangen ist, wie viele Tage, die sich zu Jahrzehnten summierten. Ich fühlte immer noch den Schmerz meiner Konfrontation mit der Polizei, die mich mir noch nur kurz für den Mörder hielt. Als ich steif auf meiner Pritsche lag, fiel es mir schwer, shortblond, die ich noch wenige Stunden davor lebendig gesehen hatte. Mit der blutverschmierten Gestalt zu identifizieren, über der sie den Reißverschluss des Leichensacks zuzogen, um sie vermutlich wenig später auf dem kalten Stahltisch eines Pathologen loszuwerden, der mit dem Skalpell auf sie wartete. Bis heute kann ich beides nur schwer in Einklang bringen. Es war fast, als handelte es sich um zwei verschiedene Personen. Als lägen Welten zwischen ihnen, als hätten beide nicht das Geringste miteinander zu tun. Ich erinnere mich ganz deutlich. Ich blieb regungslos im Dunkeln liegen und fühlte den Druck jeder Sekunde, die verging, während ich keinen Moment vergaß, dass der ganze Schlafsaal unter Schock stehen musste. Die gewöhnlichen, unruhigen Schlafgeräusche waren von einer rastlosen Nervosität und Anspannung verstärkt, die sich wie ein neuer Anstrich über die stickige Luft im Saal legte. Rings um mich warfen sich Leute unentwegt hin und her, woran auch die zusätzliche Ration Medikamente nichts änderte, die uns verabreicht wurde, bevor wir alle wieder durch die Tür geschoben wurden. Chemische Ruhe, zumindest entsprach das der Vorstellung von Galpe Pill und Mr. Evil und den übrigen Personal. Doch gegen das Grauen, das jene Nacht in uns ausgelöst hatte, kamen nicht einmal Medikamente an. Und so warfen wir uns unruhig hin und her, stöhnten und grunzten, weinten und schluchzten, und unsere Nerven lagen blank. Alle fürchteten wir uns vor der restlichen Nacht und nicht minder vor dem, was der Morgen bringen würde. Und einer fehlte. Nachdem Lenki so unerwartet aus unserer kleinen Irrenhausgemeinschaft gerissen worden war, ließ er einen Schatten zurück. Seit meinem Eintreffen im Amherst waren zwei von den wirklich alten und gebrechlichen Patienten eines sogenannten natürlichen Todes gestorben. Der wohl präziser auf Vernachlässigung oder völlige Verwahrlosung zurückzuführen war. Gelegentlich, und das grenzte schon an ein Wunder, wurde jemand, der noch ein Funken Leben in sich hatte, sogar entlassen. Wesentlich häufiger verlegte das Sicherheitspersonal einen aufsässigen oder tobenden oder unkontrollierbaren Insassen unter lautem Geschrei in eine der Isolierzellen im vierten Stock. Doch üblicherweise kehrten sie nach ein paar Tagen mit erhöhter, sedativer Dosis zurück, und ihre schlurfenen Bewegungen und ihr Zucken im Gesicht war ein wenig auffälliger als zuvor. Das Verschwinden aus unserer Mitte war also an sich nichts Ungewöhnliches. Die Art und Weise jedoch, wie Lenki weggeschafft worden war schon. Und daher rührten noch unsere aufgewühlten Emotionen, als wir auf die ersten Lichtstrahlen warteten, die durch die Gitterstangen unserer Fenster drangen. Ich machte mir zwei Schnitten mit überbackenem Käse, füllte ein nur leicht angeschmutztes Glas mit kaltem Leitungswasser und lehnte mich mit dem Rücken an die Arbeitsplatte, während ich aß. Nicht weit von der Stelle brannte eine vergessene Zigarette in einem überquellenden Aschenbecher, und ich betrachtete versunken die Rauchfahne, die in die verbrauchte Luft meiner Wohnung stieg. Peter the Fireman rauchte auch. Ich bisse mein Brot und spülte es mit einem Schluck Wasser hinunter. Als ich wieder ins Zimmer sah, stand er auf einmal da. Er griff nach meinem Zigarettenstummel und hob ihn an die Lippen. »Ach ja, in der Anstalt damals konnte man ohne Schuldgefühle rauchen«, sagte er mit dem Anflug eines verschmitzten Lächelns. »Ich meine, was war wohl schlimmer? Krebs zu riskieren oder verrückt zu sein?« »Peter«, sagte ich lächeln, »ich hab dich seit Jahren nicht gesehen.« »Hast du mich vermisst, Siebert?« Zur Antwort nickte ich. Wie um sich zu entschuldigen, zuckte er die Schultern. »Du siehst gut aus, Siebert. Ein bisschen dünn vielleicht, aber du bist kaum älter geworden. Dann blies er zwei unbekümmerte Ringe in die Luft und sah sich langsam im Zimmer um. »Hier wohnst du also. Nicht schlecht?« »Läuft ganz gut, wie ich sehe.« »Gut laufen ist ein bisschen übertrieben. Im Rahmen meiner Möglichkeiten vielleicht.« »Stimmt. Das war das Besondere daran, verrückt zu sein, nicht wahr, Siebert?« »Die Vorstellung, die wir uns von unseren Möglichkeiten machten, wurde völlig verdreht und manipuliert.« »Ganz normale Dinge. Einen Job zu haben, eine Familie. An einem schönen Nachmittag zu einem Baseballspiel der Diddle League zu gehen, das war praktisch nicht machbar.« »Also haben wir immer das Skript geändert, stimmt? Wir haben es einfach umgeschrieben, gestrichen und wieder überarbeitet.« Ich grinste. »Ja, das stimmt.« »Schon ein eigenes Sofa zu haben, ist eine riesen Errungenschaft.« Peter warf den Kopf zurück und lachte. »Ein Sofa und der Weg zur geistigen Normalität.« »Klingt wie einer von den Aufsätzen, an denen Mr. Evil immer für seinen Doktortitel herumlaboriert hat und die nie veröffentlicht worden sind.« Peter sah sich weiter um. »Hast du Freunde?« Ich schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht.« »Hörst du immer noch stimmen?« »Manchmal ein bisschen. Es ist mehr wie ein Echo oder ein Flüstern. Die Medikamente, auf die ich gesetzt bin, wirken den Lärm, den sie früher gemacht haben, ziemlich ab. »Können demnach nicht allzu schlecht sein,« sagte Peter mit einem Augenzwinkern, »sonst wäre ich nicht hier.« Da hatte er recht. Peter ging zur offenen Küchentür und betrachtete die beschriebene Wand. Er bewegte sich mit derselben athletischen Grazie wie früher, mit einer vollkommenen Körperbeherrschung, an die ich mich von den vielen Stunden, die wir zusammen durch die Stationsflure des Amherst geschlendert waren, genau erinnern konnte. Schlaufen und Stolpern gab es bei Peter so Feiermann nicht. Er sah noch genauso aus wie vor zwanzig Jahren. Nur, dass er die Red Sox-Baseballmütze, die er seinerzeit oft trug, jetzt in die Gesäßtasche seiner Jeans gestopft hatte. Doch er hatte immer noch langes, volles Haar, und sein Lächeln war genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Als ob ihm vor einer Weile jemand einen Witz erzählt hätte, über den er sich immer noch amüsierte. »Wie geht's mit deiner Geschichte voran?«, fragte er. »Mir kommt nach und nach alles wieder hoch.« Er wollte etwas sagen, überlegte es sich jedoch anders und starrte auf die Wortspalten an der Wand. »Was hast du ihnen über mich erzählt?«, wollte er wissen. »Nicht genug«, sagte ich. »Aber wahrscheinlich haben sie längst rausgekriegt, dass du überhaupt nie verrückt gewesen bist.« Keine Stimmen, keine Wahnvorstellung, keine bizarren Überzeugungen oder absurden Gedankenkonstrukte. Jedenfalls nicht verrückt wie Lenke oder Napoleon oder Cleo oder irgendeiner von den anderen. Auch nur wie ich, was das betrifft. Peter setzte ein süßsäuerliches Grinsen auf. Regelmäßiger Besuch der Sonntagsmesse, anschließend Katechismusunterricht. Ein Häufchen Messdiener. Die Mädchen lernten Stepptanz und sangen im Chor. Die Jungs gingen ins Gymnasium und spielten Football. Als es dann an den Wehrdienst ging, meldeten wir uns sofort. Zurückstellung wegen Studiums kam nicht in Frage. Genauso wenig geistesgestört zu werden. Jedenfalls nicht richtig. Nicht auf diese eindeutig nachzuweisende Art und Weise, die Galpe Pill so gefiel, wo er das, was mit dir nicht stimmte, im diagnostischen und statistischen Handbuch aufschlagen und genau nachlesen konnte, was für ein Behandlungsplan dagegen angesagt war. Nein, in meiner Familie mussten wir einfach nur ein bisschen eigen sein. Oder exzentrisch. Vielleicht auch ein wenig seltsam von der Rolle, aus dem Tritt, nicht ganz dicht. Du warst nicht mal besonders eigen, Peter, sagte ich. Er lachte ein kurzes, prustendes Lachen. Ein Feuerwehrmann, der vorsätzlich Brandstiftung begeht? In der Kirche, in der er getauft wurde? Wie würdest du das denn nennen? Doch zumindest ein bisschen seltsam, oder? Etwas mehr als nur eigen, meinst du nicht? Ich antwortete nicht. Stattdessen sah ich ihm zu, wie er durch mein kleines Apartment wanderte. Selbst für den Fall, dass er nicht wirklich da war, tat es gut, Gesellschaft zu haben. Weißt du, was mir manchmal zu schaffen gemacht hat, Siebert? Was? Es gab in meinem Leben so viele Momente, die mich in den Wahnsinn hätten treiben können. Ich meine eindeutig, uneingeschränkt, schreckliche Momente, die alle zusammen für einen richtig handfesten Wahnsinn mit Schaum vor dem Mund ausgereicht hätten. Kindheitsmomente, Kriegsmomente, Todesmomente, Wutmomente. Und dann bringt mich ausgerechnet die eine, einleuchtendste und klarste Sache von der Welt in die Anstalt. Er schwieg und wandte sich wieder in Richtung Wand. Dann fügte er leise hinzu. Als ich gerade neun war, starrt mein Bruder. Er war mir altersmäßig am nächsten, nur ein Jahr älter. Irisch-katholische Zwillinge wurde in der Familie darüber gewitzelt. Aber sein Haar war viel heller als meins, und seine Haut schien immer blass, als ob sie straffer gespannt wäre als meine. Und ich konnte rennen, springen, Sport treiben, den ganzen Tag draußen verbringen. Doch er bekam kaum Luft. Asthma und Herzbeschwerden. Und dazu eine Niere, die es kaum tat. Gott wollte, dass er auf diese Weise was Besonderes war, haben sie zumindest gesagt. Weshalb Gott sich so entschieden hatte, war mir zu hoch. Da waren wir also neun und zehn, und wir wussten beide, dass er kaum Luft, Asthma und Herzbeschwerden. Und dazu eine Niere, die es kaum tat. Gott wollte, dass er auf diese Weise was Besonderes war, haben sie zumindest gesagt. Weshalb Gott sich so entschieden hatte, war mir zu hoch. Da waren wir also neun und zehn, und wir wussten beide, dass er sterben würde. Und für uns machte das keinen Unterschied. Wir haben trotzdem gelacht und unsere Witze gerissen und all die kleinen Geheimnisse geteilt, die Brüder nun mal miteinander teilen. An dem Tag, als sie ihn das letzte Mal ins Krankenhaus brachten, hat er mir gesagt, ich müsse jetzt der Junge für sie beide sein. Ich wollte ihm unbedingt helfen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, dass Billy meine rechte Lunge und mein Herz bekommen sollte, und die Ärzte sollten mir dafür seins geben, und wir würden einfach für ne Weile die Rollen tauschen. Aber natürlich haben sie das nicht gemacht. Ich hörte Peter zu, ohne ihn zu unterbrechen, denn während er sprach, ging er näher an die Wand, auf die ich unsere Geschichte schrieb. Doch er las nicht die Worte, die ich dorthin gekritzelt hatte, sondern steuerte seine eigenen bei. Er nahm einen Zug an seiner Zigarette und sprach dann langsam weiter. »Ja, hab ich dir mal, Schiebert, hab ich dir mal von dem Truppenführer erzählt, den sie erschossen haben damals in Vietnam?« »Ja, Peter, hast du. Die solltest du dazu schreiben, das mit dem Truppenführer und meinem Bruder, der jung gestorben ist. Ich glaube, das gehört beides zur selben Geschichte.« »Dann muss ich ihn aber auch von deinem Neffen und deinem Brand erzählen.« Er nickte. »Das war mir klar, aber das ist noch nicht dran. Erzähl ihn erst mal die Sache mit dem Truppenführer. Weißt du, was mir von dem Tag damals am meisten im Gedächtnis haften geblieben ist? Dass es so verflucht heiß war. Nicht das, was du und ich oder sonst jemand, der in Neuengland groß geworden ist, unter heiß versteht. Wir kannten heiß an einem sehr heißen Augusttag, wenn wir zum Schwimmen zum Hafen runtergegangen sind. Doch das war eine entsetzliche, krankmachende Hitze, an der man sich irgendwie vergiften konnte. Wir schlängelten uns im Gänsemarsch durch den Busch, und die Sonne stand hoch über uns. Der Rucksack auf meinem Rücken kam mir so schwer vor, als hätte ich alles und jedes, was ich nur irgendwann einmal brauchen würde, da reingepackt. Die Bösen hatten ihren Heckenschützen eine simple Strategie beigebracht, musst du wissen. Schieß auf den Typen an der Spitze und bring ihn zu Fall. Verwunde ihn, wenn du kannst. Ziel auf die Beine, nicht den Kopf. Sobald der Schuss ertönt, suchen alle anderen Deckung. Mit Ausnahme des Sanitäters, weißt du? Das war ich. Also, bei der Ausbildung haben sie uns immer eingebläut, wir sollten nicht so blöd sein und unser eigenes Leben riskieren, aber wir sind trotzdem immer hingelaufen. Und dann versuchte der Heckenschütze, den Sanitäter zu erwischen, weil er derjenige war, dem alle anderen etwas schuldeten. Also kamen sie an diesem Punkt alle aus der Deckung, um den Sanitäter zu holen. Ein bemerkenswert einfacher Plan. Wie man sich mit einem einzigen Schuss die Möglichkeit verschafft, so viele zu töten. Das also haben sie an dem Tag gemacht. Sie haben auf den Truppenführer geschossen, und zwei andere Jungs haben mich festgehalten. Meine Dienstzeit war fast um, und ich hatte nur noch zwei Wochen. Also haben wir statt ihm zu helfen gehorcht, was passiert, während er verblutet. Und so lautete dann auch der Bericht, der dem Hauptquartier vorgelegt wurde. Ein unvermeidlicher Zwischenfall. Nur, dass das nicht stimmte. Sie hielten mich zurück, und ich versuchte, mich loszureißen. Ich schimpfte. Ich flehte sie an. Aber die ganze Zeit wusste ich, dass ich, wenn ich nur ehrlich gewollt hätte, mich hätte losreißen können. Dass ich zu ihm hätte laufen können, wenn ich mich nur ein bisschen mehr ins Zeug gelegt hätte. Und genau das habe ich nicht getan. Diesen zusätzlichen Funken Entschlossenheit habe ich nicht aufgebracht. Stattdessen gab es also dieses kleine Affentheater, während ein Mann starb. Es war eine von diesen Situationen, in denen das, was richtig ist, fatale Folgen hat. Ich bin nicht hingegangen, und keiner hat mir Vorwürfe gemacht. Und der Truppenführer starb. Ich kannte ihn nicht mal besonders gut. Er gehörte erst seit knapp einem Monat zum Trupp. Ich meine, es war nicht so, dass ich tatenlos zuhörte, wie mein Freund starb, Siebert. Er war einfach nur jemand, der da war. Und dann schrie er um Hilfe und schrie immer weiter, bis er nicht mehr schreien konnte, denn da war er schon tot. Er hätte es vielleicht auch nicht überlebt, selbst wenn du zu ihm gegangen wärst. Peter nickte mit einem Lächeln. Klar, sicher, das habe ich mir auch gesagt. Er seufzte. Mein ganzes Leben lang habe ich Albträume von Leuten gehabt, die um Hilfe rufen. Und ich bin nicht hingegangen. Aber du bist zur Feuerwehr gegangen. Der einfachste Weg, Buße zu tun, Siebert. Alle lieben den Feuerwehrmann. Peter verschwand langsam von meiner Seite. Der Vormittag war bereits fortgeschritten, als wir endlich die Chance bekamen, uns auszusprechen. Die Sonne strahlte in den Amherstbau und versetzte den immer noch starken Geruch nach einem gewaltsamen Tod in Bewegung. Die weißen Wände schienen vor Intensität zu glühen. Die Patienten drehten ihre schlurfenden, schleppenden Runden doch ein wenig behutsamer an diesem Tag. Wir bewegten uns mit Bedacht. Denn selbst in unserem gestörten Zustand wussten wir, dass etwas geschehen war und dass es nicht dabei bleiben würde. Ich sah mich um und fand meinen Bleistift. Der Vormittag war bereits fortgeschritten, als Francis Gelegenheit hatte, mit Peter the Fireman zu reden. Durch die Fenster mit den Eisenstangen schien trügerisch strahlend die Frühlingssonne herein und brach sich grell in den Fluren, schimmerte gleißend auf den Böden, die von allen sichtbaren Zeichen des Mordes gereinigt waren. Doch immer noch hing ein Rest von Tod in der abgestandenen Luft der Klinik. Patienten liefen allein oder in Gruppen und vermieden dabei die Bereiche, an denen der Mord seine Spuren hinterlassen hatte. Niemand trat auf die Stellen, wo das Blut der Schwester Lachen gebildet hatte. Jeder machte einen großen Bogen um die Abstellkammer, als könnte durch die schiere Nähe zum Tatort etwas von dem Bösen auf einen abfärben. Die Stimmen waren gedämpft, die Gespräche einsilbiger als sonst. Die Patienten schlurften ein wenig langsamer durch die Flure, als hätte sich die Anstaltsabteilung in eine Kirche verwandelt. Selbst die Wahnvorstellungen, die so viele der Insassen befielen, waren offenbar verstummt, als seien sie vor einem viel handgreiflicheren und beängstigenderen Wahn ausnahmsweise in den Hintergrund getreten. Peter dagegen hatte im Flur Stellung gezogen. Er hatte sich an die Wand gelehnt und starrte direkt auf die Abstellkammer. Immer wieder maß er mit den Augen den Abstand zwischen der Stelle, an der die Leiche der Schwester gefunden worden war, und derjenigen, an der sie zuerst überfallen worden war, in der drahtgittergeschützten Pflegestation mitten im Flur. Francis ging langsam auf ihn zu. »Was hast du?« fragte er ruhig. Peter the Fireman schürzte die Lippen, als müsste er sich schwer konzentrieren. »Sag mal, Siebert, kannst du irgendeine Logik in dem Ganzen erkennen?« Francis wollte schon antworten, zögerte dann aber. Er lehnte sich neben Fireman an die Wand und blickte in dieselbe Richtung. Nach einer Weile sagte er, »Es ist, als ob man das letzte Kapitel in einem Buch zuerst gelesen hat. Peter lächelte und nickte.« »Wie meinst du das?« »Na ja«, sagte Francis langsam, »es ist so, als ob es rückwärts abgespult würde. Nein, äh, nicht rückwärts, eher wie ein Spiegel, als ob wir die Lösung erführen, aber nicht wüssten, wie wir drangekommen sind.« »Sprich weiter, Siebert.« Francis spürte, wie ihn das, was er in der vergangenen Nacht gesehen hatte, mit einer Art lebendiger Energie erfüllte. In seinem Innern hörte er einen Chor der Zustimmung und Ermutigung. »Ein paar Dinge allerdings machen mir zu schaffen«, sagte er. »Ein paar Dinge, die ich nicht verstehe.« »Sag mir, was«, bat Peter ihn. »Na ja, Lenky schon mal, wieso sollte er shortblond umbringen wollen?« »Er hat gedacht, sie wäre das personifizierte Böse. Er hat vorher im Speisesaal bereits versucht, sie anzufallen.« »Ja, und dann haben sie ihm eine Spritze gegeben, die ihn eigentlich hätte zur Ruhe bringen müssen.« »Was sie aber nicht getan hat.« Francis schüttelte den Kopf. »Ich glaube schon, dass sie das hat. Nicht vollständig, aber doch so ziemlich. Als sie mir so ein Ding verpasst haben, da habe ich mich gefühlt, als hätten sie mir sämtliche Muskeln aufgeschlitzt, so dass ich kaum noch die Energie aufbrachte, die Augenlider zu heben und mich umzusehen. »Selbst wenn sie Lenky nicht genug gegeben haben, hätte das, was er gekriegt hat, Wirkung zeigen müssen. Glaube ich, denn shortblond umzubringen, muss Kraft gekostet haben. Auch Willenskraft. Und mehr als das, nehme ich an.« »Mehr?« »Den Entschluss«, sagte Francis. »Hm, weiter«, sagte Peter und nickte dabei. »Na ja, wie kommt Lenky aus dem Schlafsaal? Er war immer abgeschlossen, und selbst wenn es ihm gelungen wäre, die Tür zum Schlafsaal aufzuschließen, wo sind die Schlüssel? Und wenn er schon rausgekommen ist, wieso sollte er dann shortblond in die Abstellkammer mitnehmen? Ich meine, wie macht er das? Und wieso sollte er«, Francis zögerte und wählte seine Worte mitbedacht, »sie überhaupt tätlich angreifen und so daliegen lassen, wie wir sie gefunden haben?« »Er hatte ihr Blut an seinen Sachen. Ihre Haube war unter seiner Matratze«, sagte Peter mit der unerbittlichen Stichhaltigkeit einer polizeilichen Ermittlung. Francis schüttelte den Kopf. »Das verstehe ich eben nicht. Die Haube hat er, aber nicht das Messer, mit dem er sie umgebracht hat.« Peter senkte die Stimme. »Wovon hat Lenky geredet, als er uns geweckt hat?« »Er hat gesagt, ein Engel wäre an sein Bett gekommen und hätte ihn umarmt.« Beide Männer schwiegen. Francis versuchte, sich vorzustellen, was es für ein Gefühl gewesen sein muss, als der Engel Lenky aus seinem nervösen Schlaf weckte. »Ich dachte, er hätte das erfunden.« »Ich dachte, das hätte er sich nur eingebildet.« »Ich auch«, sagte Peter. »Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.« Wieder starrte er auf die Abstellkammer. Francis tat es ihm gleich. Je länger er starrte, desto näher kam er dem entscheidenden Augenblick. Er hatte das Gefühl, als liefen die letzten Sekunden in Shortblonds Leben vor seinen Augen ab. Peter mußte es bemerkt haben, denn auch er schien innerlich die Situation immer weiter einzugrenzen. »Ich will einfach nicht glauben, dass Lenky dazu fähig wäre«, sagte er. »Es sieht ihm ganz und gar nicht ähnlich. Selbst im schlimmsten Fall, und er war gestern besonders furchterregend, sieht ihm das hier immer noch nicht im Mindesten ähnlich. Lenky ist jemand, der mit den Händen rumfuchtelt und laut ist. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der tötet. Und schon gar nicht auf diese heimtückische, lautlose, meuchelmörderische Weise.« »Er hat gesagt, das Böse muß vernichtet werden. Er hat es wirklich laut gesagt, vor versammelter Mannschaft.« Peter nickte, doch sein Ton klang wenig überzeugt. »Glaubst du, er kann jemanden umbringen, Seabird?« »Ich weiß es nicht. Irgendwie unter den entsprechenden Umständen glaube ich, dass jeder zum Mörder werden kann.« Über diese Antwort mußte Peter lachen. »Also, du kennst mich«, sagte er, »aber ich glaube, wir sollten jemand anderen kennenlernen.« »Ein Killer?« »Ein Engel«, sagte Peter. Kurz vor der nachmittäglichen Gruppensitzung kam Napoleon auf Francis' Zunge. Der kleine Mann hatte etwas Zögerliches an sich, das auf Unentschlossenheit und Zweifel hindeutete. Er stotterte ein bisschen, die Worte lagen ihm offenbar schon auf der Zunge, kamen ihm aber nicht über die Lippen, weil er Angst davor hatte, wie sie aufgenommen würden. Er hatte die seltsamste Sprachbehinderung, denn wenn er sich in Verbindung mit seinem Namensvetter in die Geschichte stürzte, drückte er sich bei weitem klarer und präziser aus. Für seine Zuhörer lag die Schwierigkeit darin, die beiden Elemente sauber voneinander zu trennen. Die Gedanken, die um die zurückliegende Nacht kreisten, von Ereignissen vor über hundertfünfzig Jahren. »Seabird«, fragte Napoleon charakteristisch nervös. »Was gibt's, Snappy?«, erwiderte Francis. Sie hingen am Rand des Tagesraums rum, ohne so recht etwas zu tun, außer geduldig ihre Gedanken zu sortieren, so wie es die Insassen von Amherst oft zu tun pflegten. »Etwas macht mir die ganze Zeit schwer zu schaffen«, sagte Napoleon. »Allen macht etwas schwer zu schaffen«, erwiderte Francis. Napoleon strich sich über die Pausbacken. »Weißt du, dass kein General als brillanter gilt als Bonaparte«, sagte Napoleon. »Ich rede von Alexander dem Großen oder Julius Cäsar oder George Washington. Ich meine, er hat mit seinem brillanten Geist die Welt neu gestaltet.« »Ja, ich weiß«, sagte Francis. »Aber was ich nicht begreife, ist, wieso man sich bei einem Mann, den alle rundum als Genie betrachten, nur an seine Niederlagen erinnert.« »Ich verstehe nicht ganz«, sagte Francis. »Die Niederlagen? Moskau? Trafalgar? Waterloo?« »Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort auf die Frage weiß, Snappy«, fing Francis an. »Das macht mir ehrlich zu schaffen«, sagte Napoleon. »Ich meine, wieso erinnert man sich immer nur an das, wo wir versagt haben? Wieso bedeuten Niederlagen und Rückzüge mehr als Siege? Meinst du, Garp Appill und Mr. Evans reden je über den Fortschritt, den wir machen in der Gruppe? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie reden nur von den Rückschlägen und Fehlern und all den kleinen Anzeichen dafür, dass wir nach wie vor hierher gehören, statt von den Anzeichen dafür, dass es uns besser geht und wir vielleicht doch allmählich nach Hause gehen sollten.« Francis nickte. »Da war was dran.« Doch der Kleine fuhr fort und überwand dabei seine stotternde Schüchternheit. »Ich meine, Napoleon hat mit seinen Siegen die Landkarte Europas völlig verändert. Daran sollte man sich erinnern. Es macht mich wirklich so wütend.« »Ich wüsste nicht, was du dagegen tun könntest«, fing Francis an, doch der Kleine fiel ihm ins Wort, beugte sich zu ihm vor und sprach mit gesenkter Stimme weiter. »Es macht mich so wütend, wie Garp Appill und Mr. Evil mich und all diese historischen Fakten behandeln, die so wichtig sind, dass ich letzte Nacht kaum schlafen konnte.« Jetzt hatte er Francis voller Aufmerksamkeit. »Du hast wach gelegen.« Ich lag wach, als ich hörte, wie jemand einen Schlüssel im Schloss drehte. »Hast du jemanden gesehen?« Napoleon schüttelte den Kopf. »Ich habe nur gehört, wie die Tür aufging. Du weißt, mein Bett ist nicht weit davon weg, und ich habe die Augen fest zugekniffen, weil wir ja eigentlich schlafen sollten, und ich wollte nicht, dass jemand denkt, ich schlafe nicht, und muss deshalb meine Medikamentendosis erhöht kriegen. Also habe ich so getan, als ob...« »Erzähl weiter«, drängte Francis. Napoleon bog den Kopf zurück und versuchte zu rekonstruieren, was er mitbekommen hatte. »Ich habe gehört, wie jemand an meinem Bett vorbeigekommen ist. Und ein paar Minuten später wieder, nur diesmal in umgekehrter Richtung. Und dann habe ich gewartet, bis der Schlüssel sich wieder im Schloss dreht. Aber das hat er nicht. Und dann habe ich nach einer ganzen Weile ein bisschen geschaut, nur ein bisschen, und da habe ich dich und Fireman auf dem Weg nach draußen gesehen. Wir dürfen nachts nicht raus. Wir müssen im Bett liegen und fest schlafen. Also hat es mir ein Schrecken eingejagt, als ihr vorbeigekommen seid, und ich habe versucht, wieder einzuschlafen, aber dann habe ich gehört, wie Lenky selbst Gespräche führte, und das hat mich wachgehalten, bis die Polizei kam und die Lichter anging, und wir die schrecklichen Dinge sehen konnten, die passiert sind. »Dann hast du also diese andere Person nicht gesehen?« »Nein, ich glaube nicht. Es war dunkel, aber vielleicht habe ich trotzdem ein bisschen hingeguckt.« »Und was hast du gesehen?« »Einen Mann in weiß. Weiter nichts.« »Kannst du sagen, wie groß er war? Hast du sein Gesicht gesehen?« Wieder schüttelte Napoleon den Kopf. »Mir kommt jeder groß vor, Siebert, und sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Als er an meinem Bett vorbeikam, habe ich die Augen fest zugekniffen und meinen Kopf versteckt. An eines kann ich mich allerdings erinnern. Er schien zu schweben, ganz in weiß, und als ob er schwebte.« Der Kleine holte Tiefluft. Auf dem Rückzug von Moskau waren ein paar von den Leichen derart gefroren, dass ihre Haut wie das Eis auf einem Teich aussah, zwischen Grau und Weiß und durchscheinend. Wie Nebel. Daran musste ich denken. Frances ließ das Gehörte auf sich wirken und sah in dem Moment, dass Mr. Evil durch den Tagesraum Schritt und Zeichen machte, dass ihre nachmittägliche Gruppensitzung beginnen sollte. Er sah auch, wie sich Big Black und Little Black einen Weg zwischen den Patienten hindurch bahnten. Frances zuckte plötzlich zusammen, als er merkte, dass beide Männer ihre weißen Hosen und Pflegerjacken trugen. »Engel«, dachte er. Als er sich zur Gruppensitzung aufmachte, hatte Frances noch eine kurze Unterhaltung. Cleo verstellte ihm in einem jener Flure, die zu den Behandlungszimmern führten, den Weg. Bevor sie redete, wiegte sie sich vor und zurück, was ihn vage an eine Fähre erinnerte, die sich an ihren Liegeplatz im Hafen schmiegt. »Seabert«, sagte sie. »Glaubst du, Lenky hat das Schottland angetan?« Frances schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lenky dazu fähig ist«, sagte er. »Etwas derart Schlimmes traue ich ihm nicht zu.« Cleo atmete tief aus. Ihr ganzer Körper zitterte. »Ich habe ihn für einen anständigen Mann gehalten. Ein bisschen verrückt, wie wir alle, manchmal verwirrt, aber für einen anständigen Mann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tut.« Er hatte Blut an seinem Nachthemd, und er hatte Schottland aus irgendeinem Grund auf dem Kieker. Er dachte, sie wäre das böse, und das hat ihm Angst gemacht, Cleo. Wenn wir Angst haben, tun wir Dinge, die man eigentlich nicht von uns erwarten würde. Wir alle. Ich möchte sogar wetten, dass mehr oder weniger alle hier, als sie Angst hatten, irgendwas angestellt haben, und deshalb sind sie hier. Cleo nickte. »Aber Lenky kam mir anders vor.« Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein, das stimmt nicht. Er war wohl genau so, und wir sind alle anders, das wollte ich sagen. Draußen war er anders, aber hier drinnen war er wie die übrigen, und das, was passiert ist, das war wie etwas von draußen, das hier drinnen passiert ist.« »Draußen?« »Du weißt schon, Blödmann, draußen wie dahinter, jenseits von hier.« Cleo machte eine ausholende Bewegung mit dem Arm, um die Welt jenseits der Anstaltsmauern zu umreißen. Es leuchtete Francis in gewisser Weise ein, und er brachte ein zartes Lächeln zustande. »Ich glaube, ich verstehe, worauf du hinaus willst«, sagte er. Cleo beugte sich vor. »Gestern Nacht ist im Schlafsaal der Mädels was passiert. Ich hab's bisher noch keinem gesagt.« »Was denn?« »Ich war wach, konnte nicht schlafen, hab versucht, den ganzen Text zum Stück durchzugehen, aber es klappte nicht. Obwohl es normalerweise geht. Normalerweise verdrehe ich spätestens bei Antonys Monolog im zweiten Akt die Augen und schnarche sanft und süß wie ein Baby. Nur, dass ich nicht weiß, ob ein Baby schnarcht. Ich weiß überhaupt nicht, ob Babys schnarchen, weil mich nie einer an ihr's rangelassen hat, diese gemeinen Mistkarle. Aber das ist eine andere Geschichte.« »Du konntest also nicht schlafen?« »Alle anderen schon.« »Und?« Ich hab gesehen, wie die Tür aufging und eine Gestalt hereinkam. Ich hatte nicht gehört, wie sich der Schlüssel im Schloss gedreht hat. Mein Bett steht auf der anderen Seite, direkt an den Fenstern. Und letzte Nacht schien mir der Mond direkt auf den Kopf. Wusstest du, dass die Leute früher geglaubt haben, man würde als Verrückter aufstehen, wenn einem nachts der Mond auf die Stirn geschienen hatte? Daher kommt das Wort »Lunatik«. Vielleicht stimmt es ja, Siebert. »Ich schlafe die ganze Zeit unter dem Mond, und ich werde immer verrückter, und keiner will mich mehr haben. Ich hab nirgends jemanden, der mit mir redet. Deshalb haben sie mich hier reingesteckt. Ganz allein, ohne dass mich irgendwer besuchen kommt. Das ist doch nicht fair, oder? Ich meine, irgendwer, egal woher, sollte mich besuchen kommen. Ich meine, was macht denn das schon für Mühe? Arschlöcher! Diese verdammten Arschlöcher!« Aber letzte Nacht ist jemand in den Schlafraum gekommen. »Seltsam, ja.« Leo schüttelte sich ein wenig und zitterte. »Es kommt sonst nie jemand bei Nacht rein. Aber letzte Nacht schon, und er ist ein paar Sekunden geblieben, und dann ging die Tür wieder zu, und diesmal habe ich ganz genau hingehorcht und gehört, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte.« »Glaubst du, dass jemand, der in der Nähe der Tür schlief, denjenigen gesehen hat?«, wollte Francis wissen. Leo verzog das Gesicht und schüttelte den Kopf. »Ich hab mich schon umgehört. Diskret, weißt du? Nein, die meisten haben geschlafen. Kommt von den Medikamenten, weißt du? Hauen den Stärksten um.« Dann wurde sie auf einmal rot, und Francis sah, wie ihr Tränen in die Augen schossen. »Ich mochte Short Blunt«, sagte sie. »Sie war immer so freundlich zu mir. Manchmal hat sie ein paar Verse mit mir zusammen rezitiert, zum Beispiel Marc Antons Rolle übernommen oder auch den Chor. Und ich hab auch Lenky gemocht. Er war ein Gentleman, hat die Tür aufgehalten und die Damen zuerst zum Abendessen reingelassen, hat für uns alle das Tischgebet gesprochen, nannte mich immer »Miss Cleo«, so höflich und nett, und ihm lag wirklich immer unser aller Wohl am Herzen. »Das Böse draußen halten, das machte doch Sinn!« Sie tupfte sich mit einem Taschentuch die Augen ab und schnäuzte sich. »Armer Lenky! Er hatte die ganze Zeit recht. Und jetzt schau dir das an! Wir müssen ihm irgendwie helfen, denn immerhin wollte er nur uns allen helfen. Die Arschlöcher! Die hundsgemeinen, gemeinen Arschlöcher!« Dann packte sie Francis am Arm und ließ sich von ihm zur Gruppensitzung geleiten. Mr. Evil stellte bereits im Behandlungszimmer Metallklappstühle in einem Kreis auf. Er machte Francis Zeichen, ein paar vom Stapel unter dem Fenster zu holen. Francis ließ also Cleos Arm los und durchquerte den Raum, während Cleo sich behutsam auf einem der Sitze niederließ. Er packte sich zwei Stühle und war gerade im Begriff, sich umzudrehen und sie in die Mitte zu tragen, als etwas, das draußen vor sich ging, seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Von seinem Standort aus konnte er den Haupteingang überblicken. Das große Eisentor, das offen stand und die Zufahrt, die bis zum Verwaltungsgebäude hinüberführte. Ein großer schwarzer Wagen fuhr gerade vor. Das war für sich genommen nicht allzu außergewöhnlich. Den ganzen Tag übertrafen Autos und Krankenwagen ein. Doch an diesem hier war irgendetwas besonders, sodass es ihn neugierig machte, auch wenn er nicht recht sagen konnte, was an diesem hier anders war. Er signalisierte, wie Francis schien, äußerste Dringlichkeit. Francis beobachtete, wie der Wagen zitternd zum Halten kam. Kaum stand er, stieg eine große, dunkelhäutige Frau in einem langen, hellbraunen Regenmantel mit schwarzer Aktentasche aus, die zu ihren schulterlangen Haaren passte. Die Frau blieb stehen, wie um sich einen Überblick über das gesamte Anstaltsgelände zu verschaffen. Dann wandte sie sich der Eingangstreppe zu und stieg mit einer Entschlossenheit die Stufen hinauf, die ihm wie ein zielgenauer Pfeil erschienen. Nur langsam und widerwillig ließen sie sich alle wieder in geregelte Bahnen zurückfühlen. Nicht, dass sie sich plötzlich wie Rüpel oder gar Störenfriede benommen hätten, wie Schulkinder, die aufgefordert werden, sich einem langweiligen Unterrichtsstoff zu widmen. Nein, wie Francis im Stillen registrierte, war die Gruppe vielmehr rastlos und nervös. Sie hatten alle zu wenig Schlaf und zu viele Medikamente bekommen, in die sich das Übermaß an Aufregung und ein beträchtliches Maß an Ungewissheit mischte. Eine ältere Frau, die ihr langes, grau gestrehntes Haar in wirren Wellen trug, brach immer wieder in Tränen aus, die sie sich hastig mit dem Ärmel wegwischte, um anschließend den Kopf zu schütteln, zu versichern, es ginge schon wieder und kurz darauf erneut heftig zu schluchzen. Einer der Männer im mittleren Alter, ein ehemaliger Fischkutter-Matrose mit festem Blick und einer eintätowierten nackten Frau auf dem Unterarm, warf verstohlen besorgte Blicke in die Runde und drehte sich ständig auf dem Stuhl herum, sodass er die Tür hinter sich im Blick behielt, als ob dort jemand lautlos ins Zimmer schleichen könnte. Und dann die Leute, die stärker stotterten als sonst. Leute, die gereizt auf der Stuhlkante hockten, um jeden Moment loszuschnauzen. Die Weinerlichen unter ihnen ließen ihren Gefühlen tränenreichen Lauf, während die Schweigsamen sich noch mehr in ihre Sprachlosigkeit flüchteten. Selbst Peter the Fireman, dessen Ruhe gewöhnlich die Sitzung beherrschte, hatte Mühe, stillzusitzen, und zündete sich mehr als einmal eine Zigarette an, mit der er um den Stuhlkreis lief. Er erinnerte Francis an einen Boxer kurz vor Kampfbeginn, der im Ring die Muskeln lockert und gegen seinen unsichtbaren Kontrahenten ausholt, während der echte Gegner in der Ecke gegenüber wartet. Als alter Hase in einer Nervenheilanstalt wäre Francis nicht entgangen, dass der Paranoia-Pegel bei einigen seiner Mitpatienten deutlich gestiegen war. Er war bis dahin noch unartikuliert, doch wie ein Wasserkessel kurz vor dem Siedepunkt. Wie ein übler Geruch an einem heißen Nachmittag war die Spannung deutlich zu spüren. Francis' eigene Stimmen in seinem Kopf verlangten nach Gehör, und es bedurfte der üblichen beträchtlichen Willenskraft, sie zur Ruhe zu bringen. Er spürte, wie sich die Muskeln in Armen und Bauch verhärteten, als könnten sie die mentalen Sehnen unterstützen, die er spannte, um seine Einbildungskraft zu zügeln. »Ich denke, wir sollten die Ereignisse der letzten Nacht ansprechen«, sagte Mr. Evans bedächtig. Er trug eine Lesebrille, die er ein Stück herunterrutschen ließ, um über ihren Rand hinweg jedem Patienten pfeilschnelle Blicke zuzuwerfen. Evans, musste Francis denken, gehörte zu jenen Menschen, die eine scheinbar klare, ehrliche Bemerkung machten, in diesem Fall über die Notwendigkeit, über genau das zu sprechen, was allen im Kopf herumging, dabei aber so aussahen, als meinten sie etwas vollkommen anderes. »Das scheint doch jeden hier zu beschäftigen.« Einer der Männer in der Gruppe zog sich augenblicklich das Hemd über den Kopf und presste die Hände an die Ohren. Auf den anderen Stühlen entstand Unruhe. Niemand sagte etwas, und die Stille, die sich über die Gruppe legte, schien Francis so gespannt wie ein Segel in einer starken Böe. Unsichtbar. Nach einer Weile brach er das Schweigen mit der Frage »Wo ist Lenky?« »Wo haben Sie ihn hingeschafft?« »Was haben Sie mit ihm gemacht?« Mr. Evans schien erleichtert darüber, dass die ersten Fragen so leicht zu beantworten waren. Er lehnte sich auf seinen Metallstuhl zurück und erwiderte, »Lenky wurde ins Bezirksgefängnis verbracht. Dort sitzt er unter Bewachung in einer Isolierzelle. Dr. Galbdelil war heute Morgen dort, um ihn zu sehen und dafür zu sorgen, dass er die richtigen Medikamente in der richtigen Dosierung bekommt. Es geht ihm gut. Er ist ein wenig ruhiger, als er es vor dem...« Er hielt inne. »Vorfall.« »Wow.« Die Versammlung brauchte eine Weile, um diese Auskunft zu verarbeiten. Dann platzte Cleo mit der nächsten Frage heraus. »Wieso bringen Sie ihn nicht wieder zurück? Er gehört hierher, nicht in irgendein Gefängnis hinter Gittern, ohne einen Sonnenstrahl und wahrscheinlich zusammen mit einem Haufen Krimineller. Arschlöcher, Vergewaltiger und Diebe, möchte ich wetten. Und dann der arme Lenky in der Hand der Polizei. Die faschistischen Arschlöcher!« »Weil er eines Verbrechens beschuldigt wird,« warf der Psychologe hastig ein. Francis fand es merkwürdig, dass er den Begriff Mord vermied. »Aber eines verstehe ich nicht,« sagte Peter the Fireman so leise, dass sich alle im Raum zu ihm umdrehten. »Lenky ist eindeutig geistesgestört. Wir haben alle gesehen, wie er mit sich kämpfte. Wie nennen Sie das immer so schön?« »Dekompensierung,« sagte Mr. Evans steif. »Ein richtiges Dumpfbackenwort,« schnaubte Cleo wütend. »Einfach nur ein echt blödes, vollkommen nutzloses, verdammtes Arschloch von einem Wort.« »Richtig,« fuhr Peter fort und sprach schneller. »Er war tatsächlich kurz vor einem entscheidenden Moment. Ich meine, wir konnten's alle sehen, den ganzen Tag lang wurde es immer schlimmer. Und niemand hat was unternommen, um ihm zu helfen. Also ist er explodiert. Und immerhin war er wegen all seiner Probleme bereits hier in der Anstalt. Wieso also sollten Sie ihn unter Anklage stellen? Ich meine, trifft es nicht auf ihn besser als auf jeden anderen zu, dass er nicht wusste, was er tat?« Evans nickte, biss sich aber, bevor er antwortete, auch auf die Lippe. »Das ist eine Entscheidung, die wir dem Distriktsstaatsanwalt überlassen müssen. Bis dahin bleibt Lenky, wo er ist.« »Also ich finde, wir sollten ihn hierher zurückbringen, wo er Freunde hat,« sagte Cleo verärgert. »Wir sind jetzt alles, was er hat. Außer uns hat er keine Familie.« Allgemeines zustimmendes Gemurmel. »Gibt es denn nicht irgendetwas, das wir tun können?« fragte die Frau mit dem wilden Haar. Auch diese Bemerkung stieß auf zustimmendes Gemurmel. »Also«, sagte Mr. Evil in kaum überzeugendem Ton, »ich glaube, wir sollten uns alle weiter auf die Probleme konzentrieren, deren Wegen wir hier sind. Indem wir uns um Besserung bemühen, können wir vielleicht indirekt auch Lenky helfen.« Cleo schnaubte empört. »Verdammtes Wischi-Waschi-Gelaber!« sagte sie. »Idiotische Arschlöcher!« Francis war nicht ganz klar, auf wen genau sich Cleos Bemerkung bezog, doch ihrer Wortwahl hatte er nichts hinzuzufügen. Cleo besaß die Fähigkeit der wahren Herrscherin, eine Sache auf den Punkt zu bringen und dies auf beeindruckend herablassende, wahrhaft kaiserliche Manier. Obszönitäten machten die Runde. Nicht lange und der Raum war von unbändigem Larm erfüllt. Mr. Evil hielt deutlich genervt die Hand in die Höhe. »Dieses aufgebrachte Gerede tut weder Lenky noch irgendeinem von uns gut«, sagte er. »Hören wir also auf damit!« Mit der flachen Hand machte er einen verächtlichen Schlussstrich in die Luft. An diese Geste des Psychologen hatte sich Francis bereits gewöhnt, eine Geste, die nur einmal mehr unterstrich, dass er normal war und daher das Sagen hatte. Und wie gewöhnlich zeigte sie die gewünschte, einschüchternde Wirkung. Die Anwesenden lehnten sich brummelnd auf den Stahlsitzen zurück, und der kurze Anflug von Rebellion verflüchtigte sich in der abgestandenen Luft. Francis sah jedoch, dass Peter the Fireman diesen Wechsel nicht mitvollzogen hatte, sondern mit gerunzelter Stirn und vor der Brust verschränkten Arm seinen eigenen Gedankengängen folgte. »Ich finde, es gibt hier viel zu wenig aufgebrachtes Gerede«, sagte er. »Nicht laut, doch in sehr bewusst gewählten Worten. Und ich kann beim besten Willen nicht erkennen, wie das Lanky weiterhelfen soll. Wer weiß denn schon, was ihm zum gegenwärtigen Zeitpunkt helfen würde oder auch nicht? Ich finde, wir sollten sogar noch lauter protestieren.« Mr. Evil schnellte auf seinem Sitz herum. »Und Sie wissen es, ja?« sagte er. Die beiden Männer starrten sich einen Augenblick lang an, und Francis sah, dass beide kurz vor dem Anschlag waren, und zwar nicht nur, was die verbale Auseinandersetzung betraf. Doch der Moment verging so schnell, wie er gekommen war, da Mr. Evil sich abwandte und sagte, »Sie sollten Ihre Meinung für sich behalten.« Wo sie am besten aufgehoben ist. Es war eine geringschätzige Äußerung, die alle erstarren ließ. Francis beobachtete, wie Peter the Fireman überlegte, ob er etwas entgegnen sollte, doch in diesem kurzen Moment des Zögerns waren Geräusche von der Tür zu hören. Als die Tür aufging, flogen alle Köpfe herum. Big Black schob gemächlich seine gewaltige Körpermasse herein. Einen Moment lang füllte er den Türrahmen aus, sodass niemand sehen konnte, was dahinter war. Dann folgte ihm die Frau herein, die Francis vor der Sitzung im Hof gesehen hatte. Dahinter kam Garpe Pill und schließlich Little Black. Die beiden Pfleger bezogen gleichsam Wachposten links und rechts von der Tür. »Mr. Evans«, sagte Dr. Garpe Lill hastig, »tut mir unendlich leid, Ihre Sitzung zu unterbrechen.« »Schon in Ordnung«, erwiderte Mr. Evil, »wir wollten sowieso gerade zum Ende kommen.« Francis drängte sich der radikale Gedanke auf, dass sie eher gerade richtig anfangen statt zum Ende kommen wollten. Doch er hörte dem Wortwechsel der Therapeuten gar nicht richtig zu, denn seine ganze Aufmerksamkeit galt der Frau, die genau zwischen den Mosesbrüdern stand. Francis sah, so kam es ihm vor, viele Dinge auf einmal. Sie war schlank und außergewöhnlich groß, vielleicht an die eins neunzig, und er schätzte ihr Alter auf plus minus dreißig. Ihre Haut war von einem hellen Kakaobraun, ein bisschen so wie die Eichenblätter, die sich im Herbst zuerst verfärbten, und die Form ihrer Augen hatte etwas Orientalisches. Ihr Haar fiel ihr mit seidig-schwarzem Glanz bis über die Schultern. Unter ihrem offenen, hellbraunen Trenchcoat trug sie ein blaues Kostüm. Um den Griff einer ledernen Aktentasche lagen lange, zarte Finger, und sie schaute mit einer Entschlossenheit durch den Raum, die den erregtesten Patienten augenblicklich zur Ruhe gebracht hätte. Beinahe kam es ihm so vor, als brächte ihre bloße Gegenwart die Wahnvorstellungen zum Schweigen, die jeden Stuhl in der Runde belagerten. Zuerst fand Francis, dass sie die schönste Frau war, die er je gesehen hatte. Doch dann wandte sie ein wenig den Kopf, und er sah, dass die linke Hälfte ihres Gesichts von einer langen, weißen Narbe entstellt war. Ihre Augenbraue spaltete. Über ihr Auge sprang dann in einer gezackten Linie die Wange herunterverlief und in der Kinnpartie endete. Die Narbe hatte dieselbe Wirkung wie ein Hypnotiseur. Er konnte den Blick nicht von dieser Zickzacklinie wenden, die ihr Gesicht in zwei Teile spaltete. Ein Moment lang schien es ihm fast, als betrachtete er das Werk eines geistesgestörten Künstlers, der sich, von der Vollendung dessen, was er geschaffen hatte, schier überwältigt, in einem Anfall von Wahnsinn ein Palettmesser geschnappt und sein Bildnis brutal wieder zerstört hatte. Die Frau trat vor. »Wer sind die beiden Männer, die die Leiche der Schwester gefunden haben?« fragte sie. Ihre Stimme war von einer Heiserkeit, die Francis durch und durchging. »Peter, Francis«, sagte Dr. Gardele kurz angebunden, »diese junge Frau hier ist den ganzen Weg von Boston hierher gefahren, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Würden Sie uns bitte ins Büro begleiten, damit sie sich ausführlich mit Ihnen unterhalten kann?« Francis stand auf und wurde sich erst in diesem Moment bewusst, dass Peter the Fireman die Frau ebenso unverwandt anstarrte wie er selbst. »Ich kenne sie«, sagte er leise. Noch während er die Worte hörte, sah Francis, wie die Frau sich Peter the Fireman zuwandte und in einem Moment des Wiedererkennens die Stirn runzelte. Doch fast genauso schnell zeigte die vernarbte Schönheit wieder ihren undurchdringlichen Gesichtsausdruck. Die beiden Männer verließen die Runde. »Passt auf«, sagte Cleo unvermittelt, und dann zitierte sie wieder aus ihrem Lieblingsstück. »Der klare Tag ist hin. Im Dunkel bleiben wir.« Es herrschte kurze Stille im Raum, dann fügte sie mit ihrer rauen, rauchigen Stimme hinzu. »Nehmt euch vor den Arschlöchern in Acht.« »Sie meinen's nie gut mit euch.« Ich trat von der Wohnzimmerwand und den dort versammelten Wörtern zurück und dachte, da, das ist es. Wir waren alle da, wo wir hingehörten. Der Tod ist, glaube ich, zuweilen wie eine algebraische Gleichung, eine endlose Reihe von X-Faktoren und Y-Werten, die so lange multipliziert und dividiert und addiert und subtrahiert werden, bis man zu einer einfachen, wenn auch schrecklichen Lösung kommt. Null. Und sobald man dieses Ergebnis hatte, stimmt die Formel. Als ich in die Anstalt eingewiesen wurde, war ich einundzwanzig und noch nie verliebt gewesen. Ich hatte noch nie ein Mädchen geküsst oder ihre weiche Haut unter meinen Fingerspitzen gespürt. Sie waren mir ein Buch mit sieben Siegeln, Bergspitzen, so unerreichbar wie Zurechnungsfähigkeit. Nichtsdestotrotz beflügelten sie meine Fantasie. Es gab so viele Geheimnisse. Die Rundung einer Brust, das Lächeln um die Mundwinkel, das Rückgrat, wenn es sich in sinnlicher Leidenschaft krümmt. Ich wusste nichts und stellte mir alles vor. So vieles ist in meinem verrückten Leben außerhalb meiner Reichweite geblieben. Vermutlich hätte ich eigentlich damit rechnen müssen, der exotischsten Frau zu verfallen, die ich je zu Gesicht bekam. Und wahrscheinlich hätte ich auch begreifen müssen, dass der kurze, zuckende Blick zwischen Peter the Fireman und Lucy Kyoto Jones Bände sprach und auf eine viel tiefere Beziehung schließen ließ, als sie beide zu erkennen gaben. Doch ich war jung, und ich sah nur, dass urplötzlich die außergewöhnlichste Person in mein Leben getreten war, die ich je zu Gesicht bekommen hatte. Sie schien ein wenig zu glühen, wie die Lavalampen, die Hippies und Studenten so liebten, eine sich fortwährend verändernde Form, die auf- und niederschwebte. Lucy Kyoto Jones war der Spross eines schwarzamerikanischen Soldaten und einer japanisch-amerikanischen Frau. Ihren zweiten Vornamen verdankte sie der Stadt, in der ihre Mutter geboren war, daher rührten die mandelförmigen Augen und die kakaofarbene Haut. Von dem Stanford-Abschluss und dem Jurastudium in Harvard erfuhr ich erst später. Auch was die Narbe in ihrem Gesicht betraf, erfuhr ich erst später, was es damit auf sich hatte. Denn mit dem Menschen, der sie dort hinterlassen und ihr auch die zweite, nicht so offensichtliche Narbe tief in ihrem Innern zugefügt hatte, begann ihr Weg, der sie ins Western State Hospital führte, wo sie Fragen stellte, die sich schon bald größter Unbeliebtheit erfreuten. Zu den Dingen, die ich in meinen verrücktesten Jahren lernte, gehörte der seltsame Sachverhalt, dass man sich in einem Raum mit vier Wänden und vergitterten Fenstern und mit Schlössern an den Türen inmitten von anderen Irren befinden oder sogar ganz allein in eine Isolierzelle gesteckt werden konnte, ohne sich tatsächlich in diesem Raum zu befinden. Der eigentliche Raum, in dem man sich aufhielt, setzte sich aus Erinnerungen, menschlichen Beziehungen, Ereignissen und allen möglichen unsichtbaren Kräften zusammen. Zuweilen auch aus Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder sogar Wünschen. Zuweilen aus Träumen und Hoffnungen oder Ambitionen. Das war das Entscheidende. Immer zu wissen, wo die eigentlichen Wände waren. Und dies war der Fall, als wir damals im Galbepills Büro zusammensaßen. Ich schaute aus dem Wohnungsfenster und sah, dass es spät geworden war. Das Tageslicht war der undurchdringlichen Nacht der Kleinstadt gewichen. Ich habe mehrere Uhren in meinem Apartment, die ich ausnahmslos meinen Schwestern verdanke, welche aus mir bislang unerfindlichen Gründen zu glauben scheinen, Es bestünde für mich die unablässige, dringende Notwendigkeit, stets und ständig zu wissen, wie spät es ist. Diese Worte hier sind im Moment die einzige Zeitangabe, die ich brauche, musste ich unwillkürlich denken, und so legte ich eine Pause ein, rauchte eine Zigarette und sammelte dann sämtliche Uhren in der Wohnung ein, zog den Stecker heraus und entfernte die Batterien, sodass sie alle zum Stillstand kamen. Ich stellte fest, dass sie alle mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt anhielten, zehn nach zehn, elf nach zehn, dreizehn nach zehn. Anschließend nahm ich jede Uhr in die Hand und verstellte sowohl den kleinen wie auch den großen Zeiger, sodass nicht der leiseste Anschein einer zeitlichen Folgerichtigkeit aufrechterhalten blieb. Jede wurde in einem anderen Moment angehalten. Nachdem ich damit fertig war, musste ich laut lachen. Mir war, als hätte ich mir die Zeit vorgeknöpft und mich von ihren Zwängen befreit. Ich entsinne mich, wie Lucy vorgebeugt dagesessen und zuerst Peter, dann mich, mit einem vernichtenden Blick angesehen hatte, mit dem nicht zu spaßen war. Vermutlich wollte sie anfänglich mit ihrer Zielstrebigkeit Eindruck auf uns machen. Vielleicht hatte sie auch gedacht, so ginge man eben mit Verrückten um, mit Härte. Mehr oder weniger wie bei einem widerspenstigen Welpen. Ich möchte ganz genau wissen, forderte sie, was sie letzte Nacht gesehen haben. Peter the Fireman zögerte mit seiner Antwort. Vielleicht wollen Sie uns zuerst sagen, Miss Jones, wieso Sie sich für unsere Beobachtung interessieren. Immerhin haben wir beide vor der hiesigen Polizei Aussagen gemacht. »Wieso ich mich für den Fall interessiere?« sagte sie knapp. »Kurz nachdem die Leiche gefunden wurde, habe ich von einigen Einzelheiten in Verbindung mit diesem Fall Kenntnis bekommen, und nach ein, zwei Anrufen bei der hiesigen Polizei erschien es mir angezeigt, sie persönlich zu überprüfen.« »Aber das heißt nichts«, erwiderte Peter nun seinerseits mit einer geringschätzigen Geste. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zu der jungen Frau vor. »Sie wollen wissen, was wir gesehen haben, aber sowohl Siebert als auch ich lecken uns noch die Wunden von unserem ersten Zusammentreffen mit dem Anstaltssicherheitsdienst wie auch der hiesigen Mordkommission. Vermutlich müssen wir uns beide glücklich schätzen, nicht in irgendeine Isolierzelle im Distriktgefängnis gesteckt worden zu sein, nachdem wir zunächst einmal irrtümlich eines Schwerverbrechens beschuldigt wurden. Bevor wir uns also bereit erklären, Ihnen zu helfen, wäre es eigentlich ganz nett, wenn Sie uns noch mal erzählen würden, woher Ihr lebhaftes Interesse rührt. Und zwar ein bisschen genauer, wenn ich bitten darf. Dr. Galbdillel machte ein leicht schockiertes Gesicht, als ob es eindeutig gegen die Regeln verstieße, dass ein Patient einen normalen befragte. »Peter«, sagte er steif, »Miss Jones ist Staatsanwältin in Suffolk County, und ich glaube, sie sollte hier die Fragen stellen.« Der Feiermann nickte. »Ich wusste, dass ich Sie schon mal gesehen habe,« sagte er ruhig zu der jungen Frau, »in einem Gerichtssaal vermutlich.« Sie sah ihn eine Weile schweigend an, bevor sie sagte, »Ich habe an einigen Verhandlungstagen Ihnen gegenüber gesessen. Ich habe Ihre Zeugenaussage im Anderson-Brandstiftungsprozess vor vielleicht zwei Jahren verfolgt. Damals war ich noch Assessorin, zuständig für leichte Vergehen und Trunkenheit am Steuer.« »Sie wollten, dass einige von uns bei Ihrem Kreuzfeuer dabei sind.« Peter lächelte. »Soweit ich mich erinnere, habe ich mich ganz wacker geschlagen,« sagte er. »Ich war, es der rausfand, wo die Fackel den Brand in Gang gesetzt hat.« »War ziemlich clever, wissen Sie.« »Eine Steckdose im Lagerhaus so anzubringen, dass sie sich ganz in der Nähe von leicht entflammbarem Material befindet, sodass ihr eigenes Produkt das Feuer anheizt.« »Das erfordert einige Planung.« »Aber das macht ja gerade einen guten Brandstifter aus.« »Die Planung.« »Darin liegt ja großenteils der Reiz für diese Leute.« »Im Aufbau des Feuers.« »So kommen die Guten eben davon.« »Und deshalb sollten wir zuhören,« sagte Lucy, »weil sie dachten, sie wären drauf und dran, der beste Brandstiftungsspezialist bei der Polizei von Boston zu werden.« »Aber so ist das nicht gelaufen, oder?« »Oh«, sagte Peter und lächelte ein wenig breiter, als steckte in Lucys Bemerkung ein Witz, der Francis entgangen war. »Man könnte sagen, es ist doch ganz gut gelaufen. Es hängt wirklich nur davon ab, von welcher Warte aus man die Dinge sieht. Sowas wie Gerechtigkeit und Recht und Unrecht und all das. Aber Sie sind nun wirklich nicht wegen meiner Geschichte hier, nicht wahr, Miss Jones? Nein, ich komme wegen des Mordes an der Lernschwester.« Peter starrte Lucy Jones an. Da war Francis ein Blick zu, dann Big Black und Little Black, die im Hintergrund standen, und schließlich galb a pill, der ein bisschen nervös auf seinem Sessel hinter dem Schreibtisch saß. »Also, wieso«, sagte Peter langsam, während er sich wieder an Francis wandte, »wieso Siebert lässt wohl eine Staatsanwältin aus Boston alles stehen und liegen, woran sie gerade arbeitet? und kommt bis zum Western State Hospital rausgefahren, um zwei Irre über ein Tötungsdelikt zu befragen, das zufällig weit außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches liegt und bei dem bereits ein Mann verhaftet und angeklagt ist. Etwas an diesem Mord muss ihr Interesse geweckt haben. Aber was? Was kann Miss Jones dazu gebracht haben, so eilig hier rauszufahren und um ein Gespräch mit zwei Verrückten zu bitten?« Francis sah zu Miss Jones hinüber, die Peter the Fireman in einer Mischung aus Faszination und Wiedererkennen betrachtete, aus der sich Francis keinen rechten Reim machen konnte. Es vergingen einige Sekunden, die endlos erschienen, bis sie sich mit einem zarten Grinsen, das in ihrem Gesicht leicht schräg in die Richtung ihrer Narbe verlief, zu Francis umdrehte und ihn fragte, »Also, Mr. Petrell, fällt Ihnen zu der Frage etwas ein?« Francis dachte einen Moment lang nach. Er führte sich noch mal das Bild vor Augen, wie sie shortblond gefunden hatten. Dann sagte er, »Die Leiche.« Lucy lächelte. »In der Tat, Mr. Petrell. Darf ich Sie Francis nennen?« Francis nickte. »Was ist also mit der Leiche?« »Es war etwas Außergewöhnliches daran.« »Etwas an der Leiche könnte in der Tat außergewöhnlich gewesen sein,« fuhr Miss Jones fort. Sie sah wieder Peter the Fireman an. »Wollen Sie hier weitermachen?« »Nein«, sagte Peter und verschränkte die Arme vor der Brust. »Seabird macht das schon. Lassen Sie ihn ausreden.« Sie sah Francis an. »Also?« Francis lehnte sich erst zurück, neigte sich dann aber ebenso schnell wieder nach vorn, während er darüber nachdachte, worauf sie hinaus wollte. Bilder von shortblond bestürmten ihn, immer und immer wieder. Die Art und Weise, wie ihre Leiche im Tod verdreht war und wie ihre Kleider beiseite geworfen waren. Er merkte, dass dies alles ein Rätsel war und dass die schöne Frau, die ihm gegenüber saß, ein Teil davon war. »Die fehlenden Glieder an ihrer Hand«, platzte Francis heraus. Lucy nickte und beugte sich vor. »Erzählen Sie mir von der Hand«, sagte sie. »Wie kamen Sie Ihnen vor?« Plötzlich mischte sich Dr. Gartelal ein. »Die Polizei hat Fotos gemacht, Miss Jones. Zweifellos haben Sie Zugang dazu. Ich sehe nicht ganz, was...« Doch sein Einwand verpuffte und die Frau forderte Francis mit einer Geste auf, fortzufahren. »Sie sahen so aus, als hätte jemand... Der Mörder... Sie entfernt«, sagte Francis. Lucy nickte. »Und können Sie mir wohl sagen, wieso der Mann, der dieses Mordes beschuldigt wird... Wie heißt er noch gleich?« »Lanky«, sagte Peter the Fireman, seine Stimme klang jetzt tiefer und fester. »Ja, wieso dieser Lanky, den Sie beide kannten, so was getan haben sollte?« »Nein, dazu fällt mir nichts ein. Sie können sich demnach nicht erklären, wieso er die junge Frau auf diese Weise gezeichnet haben sollte. Nichts, was er vielleicht vorher gesagt hat, oder wie er sich benommen hat. Wie ich gehört habe, war er ziemlich erregt.« »Nein«, sagte Francis, »nichts an dem, wie Shortland gestorben ist, passt zu dem, was ich von Lanky weiß.« »Verstehe«, sagte Lucy und nickte. »Würden Sie dieser Einschätzung zustimmen, Doktor?« Sie wandte sich Dr. Gardel zu. »Keineswegs«, sagte er mit Nachdruck. »Der Mann hat sich eine Weile vor dem Mord höchst auffällig benommen, hochgradig erregt. Und er hatte im Laufe des Tages bereits einmal versucht, sie anzugreifen. Er hat in der Vergangenheit bei zahlreichen Gelegenheiten andere bedroht. Er neigt zu Handgreiflichkeiten und hat in seinem erregten Zustand allmählich die Grenze der Selbstbeherrschung überschritten, genau so, wie das Personal es hatte kommen sehen.« »Dann stimmen Sie also der Einschätzung dieser Herren nicht zu?« »Nein, außerdem hat die Polizei anschließend Beweismaterial in oder unter seinem Bett gefunden, und die Blutflecken an seinem Nachthemd gehören nachgewiesenermaßen zu der ermordeten Schwester.« »Ich bin mit diesen Details vertraut«, sagte sie kalt. Lucy Jones warnte sich wieder an Francis. »Könnten Sie wohl noch mal auf die fehlenden Fingerspitzen zurückkommen, Francis?« fragte sie bedeutend freundlicher. »Könnten Sie mir wohl genau beschreiben, was Sie gesehen haben?« Vier Glieder vermutlich abgeschnitten, ihre Hand lag in einer Blutlache. Francis hob seine eigene Hand und hielt sie sich vors Gesicht, als könne er auf diese Weise sehen, wie es wäre, wenn ihm die Fingerspitzen abgetrennt würden. »Folz Lenky ihr Freund das getan hat«, Peter unterbrach sie. »Er mag zu einigem fähig gewesen sein, aber dazu nicht, und schon gar nicht zur Vergewaltigung.« »Woher wollen Sie das wissen?«, warf Dr. Galbdell verärgert ein. »Das ist eine reine Vermutung, und ich habe schon dieselbe Art von Verstümmelung gesehen, und ich kann Ihnen versichern, dass sie auf vielfältige Art und Weise entstanden sein kann, sogar durch Unfall. Die Vorstellung, dass Lenky irgendwie nicht dazu fähig sein sollte, ihr in die Hand zu schneiden, oder dass dies vermeintlich auf andere Weise geschehen sei, ist pure Spekulation. Ich sehe, worauf Sie hinaus wollen, Miss Jones, und ich glaube, die Implikationen sind sowohl irrig als auch abträglich für die gesamte Anstalt.« »Tatsächlich«, sagte Lucy und drehte sich noch mal zu dem Psychiater um, »das eine Wort bedurfte keine Erläuterung.« Sie schwieg und sah wieder die beiden Patienten ihr gegenüber an. Sie wollte gerade eine weitere Frage stellen, doch Peter war schneller als sie. »Weißt du, Siebert«, sagte er zu Francis, »starrte dabei aber unverwandt Lucy Jones an. Im Moment kommt mir der starke Verdacht, dass die junge Staatsanwältin hier andere Leichen gesehen hat, die der von Shortland sehr ähnlich sind, und dass jeder dieser anderen Leichen eine oder mehr Fingerspitzen an der Hand fehlen, genau wie bei Shortland. Im Moment laufen meine Vermutungen darauf hinaus.« Lucy Jones lächelte, doch diesem Lächeln fehlte jeder Humor. Es war, dachte Francis, diese Art von Lächeln, unter dem man alle möglichen Gefühle versteckt. »Ziemlich heiß, Peter«, sagte sie. Peter kniff die Augen noch weiter zu und lehnte sich zurück, als müsse er sich stark konzentrieren, bevor er langsam weitersprach. Wieder richtete er seine Worte an Francis, obwohl sie in Wahrheit der Frau ihm gegenüber galten. »Seebert! Ich vermute außerdem, dass unsere Besucherin hier irgendwie damit betraut ist, den Mann zu finden, der bei diesen anderen Frauen die Fingerspitzen abgeschnitten hat. Und deshalb ist sie schnurstracks hier rausgekommen und wollte unbedingt mit uns sprechen. Und weißt du, was sie wird?« »Was, Peter?«, fragte Francis, auch wenn er die Antwort schon kannte. »Ich möchte wetten, dass Miss Jones des Nachts in den frühen Morgenstunden in der vollständigen Dunkelheit ihres Zimmers drüben in Boston allein unter ihrer zerwühlten, nassgeschwitzten Bettdecke liegt und Albträume von jeder Einzelnen dieser Verstümmelungen hat und davon, was sie zu bedeuten hat.« Francis sagte nichts, sondern betrachtete Lucy Jones, die langsam nickte. Ich trat von der Wand zurück und ließ meinen Stift zu Boden fallen. Vom Stress der Erinnerung drehte sich mir der Magen um. Meine Kehle fühlte sich trocken an, und ich merkte, wie mein Herz raste. Ich wandte mich von den Wörtern ab, die auf dem schmutzig weißen Anstrich vor mir dahin trieben, und ging in das kleine Badezimmer des Apartments. Ich drehte den Heißwasserhahn auf und danach auch die Dusche, sodass sich der Raum mit schwülfeuchter Wärme füllte. Die Hitze hüllte mich ein, und meine Umgebung löste sich in Nebel auf. So ähnlich hatte ich den Moment im Galpepilz Büro in Erinnerung, als die wahre Situation Gestalt annahm. Der Raum füllte sich mit Dampf, und ich merkte, wie mir, als hätte ich einen Asthmaanfall, die Luft wegblieb, genau wie an jenem Tag. Ich betrachtete mein Spiegelbild. In der Hitze war alles konturlos und Nebel getaucht. Es war nicht mehr so leicht zu sagen, ob ich so war, wie ich jetzt war, in fortgeschrittenem Alter, mit gelichtetem Haar und den ersten Falten, oder wie ich damals war, als ich noch meine Jugend und meine Probleme hatte, beides unentwirrbar miteinander verflochten, die Haut so straff und die Muskeln so angespannt wie meine Vorstellungskraft. Hinter diesem Spiegelbild von mir befanden sich die Regale, auf denen ordentlich aufgereiht meine Medikamente standen. Meine Hände fühlten sich wie gelähmt an, doch was noch schlimmer war, es erhob sich in mir ein grollendes, erdbebenartiges Zittern, als käme es da drinnen zu einer großen, seismischen Verschiebung. Ich wusste, dass ich ein paar Tabletten schlucken sollte, um mich zu beruhigen, um meine Emotionen wieder in den Griff zu bekommen, all die Kräfte zu beschwichtigen, die mir unter der Haut auflauerten. Ich merkte, wie der Wahnsinn versuchte, über mein Denken die Oberhand zu gewinnen, wie Fingernägel, die an einem Hang nach Halt suchen, wie ein Bergsteiger, der merkt, dass er das Gleichgewicht verliert und der einen Moment lang schwankt und sehr wohl weiß, dass ein unsicherer Tritt seinen Fall bedeutet und er, wenn er nicht irgendwas zu fassen bekommt, in ewiges Vergessen stürzt. Ich atmete die überhitzte Luft aus, mein Hirn war versenkt. Ich konnte Lucy Jones' Stimme förmlich hören, als sie sich zu Peter und mir vorbeugte. »Ein Albtraum ist etwas, aus dem man aufwacht, Peter«, hatte sie gesagt. »Aber Gedanken und Vorstellungen, die nicht zusammen mit der Angst verschwinden, sind ungleich schlimmer.« Peter nickte zustimmend. »Mir sind diese Wachmomente bestens vertraut«, sagte er sehr ruhig in einem steifen, förmlichen Ton, der seltsamerweise zwischen ihnen eine Brücke zu schlagen schien. Dr. Gartelil setzte den Gedanken, die sich im Raum verdichteten, ein Ende. »Also hören Sie«, sagte er in einer energisch-aufdringlichen Art. »Ich bin keineswegs damit einverstanden, in welche Richtung diese Unterhaltung sich entwickelt, Miss Jones. Sie suggerieren hier etwas, das kaum vorstellbar ist.« Lucy Jones wandte sich zu dem Psychiater um. »Was suggeriere ich denn Ihrer Meinung nach?«, fragte sie. Francis überlegte. »Da spricht die Staatsanwältin aus ihr. Statt zu leugnen oder zu protestieren oder sich sonst irgendwie herauszulavieren, drehte sie den Spieß einfach um. Und Galpepill, der kein Dungkopf war, auch wenn er oft so wirkte, musste das ebenfalls begriffen haben, da diese Gesprächstechnik seinem Berufszweig auch nicht ganz unbekannt war. Er wandte sich unbehaglich, bevor er antwortete. Er war auf der Hut. Ein gut Teil der Gereiztheit war aus seiner Stimme verschwunden, so dass der salbungsvolle, leicht anglisierte Ton des psychiatrischen Anstaltsdirektors sich wieder volle Geltung verschaffte. »Ich glaube, Miss Jones, dass Sie gewisse Umstände bei diesem Fall, die Ihren Wünschen zuwiderlaufen, einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es hat einen tragischen Todesfall gegeben. Die zuständigen Behörden wurden unverzüglich eingeschaltet, der Tatort wurde professionell untersucht, Zeugen eingehend befragt, Beweismittel sichergestellt, eine Verhaftung vorgenommen. Das alles geschah in der üblichen Vorgehensweise und nach den geltenden Regeln. Mir scheint, dass es an der Zeit wäre, die Wahrheitsfindung nunmehr dem gerichtlichen Verfahren anheimzustellen.« Lucy nickte und wägte ihre Antwort ab. »Doktor, sagen Ihnen die Namen Frederick Aberline und Sir Robert Anderson etwas?« Garpepill zögerte, während er überlegte. Francis sah förmlich, wie er in seinem Gedächtnis wühlte, doch zu keinem Ergebnis kam. Diese Art Niederlage war Dr. Gartelil offenbar zuwider. Er war ein Mann, der sich entschieden keine Blößen gab, wie geringfügig auch immer. Er blickte finster drein, schürzte dann die Lippen, rutschte auf seinem Sitz hin und her, räusperte sich ein- oder zweimal und gab sich schließlich mit einem Kopfschütteln geschlagen. »Nein, tut mir leid, diese beiden Namen sagen mir nichts. Und was, bitteschön, könnten Sie zu unserer Diskussion beitragen?« Lucy antwortete nicht direkt auf diese Frage, sondern sagte stattdessen, »Vielleicht sind Sie mit Ihrem Zeitgenossen vertrauter, einem Herrn namens Jack the Ripper.« Garpepill kniff die Augen zu. »Selbstverständlich. Er spielt in den Fußnoten zu einer Reihe medizinischer und psychiatrischer Texte eine gewisse Rolle, in erster Linie wegen der unleugbaren Brutalität und Verruchtheit seiner Verbrechen. Die anderen beiden Namen...« Aberline war der Ermittler, der mit den Whitechapel-Morden 1888 betraut war. Anderson war sein Vorgesetzter. »Sind Sie mit dem damaligen Geschehen überhaupt vertraut?« Der Arzt zuckte die Schultern. »Jedes Kind weiß mehr oder weniger, wer Jack the Ripper ist. Es gibt Reime und Lieder, die, glaube ich, wieder zu Romanen und Verfilmungen geführt haben.« Lucy nahm ihre Ausführungen wieder auf. Die Verbrechen beherrschten die Schlagzeilen, verbreiteten Angst und Schrecken unter der Bevölkerung, wurden zu so etwas wie dem Prototyp, an dem bis heute viele ähnliche Verbrechen gemessen werden, obwohl sie sich auf ein klar begrenztes Umfeld und eine spezifische Gruppe seitens der Opfer beschränkten. Die Angst, die sie auslösten, stand tatsächlich in keinem vernünftigen Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Auswirkung. Und dasselbe lässt sich zu ihrer Nachwirkung in der Geschichte sagen. Wie Sie wohl wissen, kann man heute in London eine Bustour zu sämtlichen Tatorten machen. Und es gibt nach wie vor Diskussionsrunden, in denen die Verbrechen weiter untersucht werden. Man nennt diese Leute Reparologen. Fast hundert Jahre danach verfallen die Menschen immer noch dieser morbiden Faszination, weil sie immer noch wissen, wer der Mann in Wahrheit war. Und dieser kleine Nachhilfeunterricht in Geschichte soll was genau bezwecken, Miss Jones? Sie bringen ein Argument vor, aber ich glaube, Sie wissen selbst nicht so recht welches. Lucy ließ sich von dieser negativen Reaktion nicht aus der Fassung bringen. Wissen Sie, was Kriminologen an Jack the Rapper schon immer fasziniert hat, Doktor? Nein. So plötzlich, wie die Verbrechen anfingen, hörten sie auch wieder auf. Ach ja? Als hätte man eine Schleuse der Gewalt geöffnet und dann wieder geschlossen. Zack, einfach so. Interessant, aber, sagen Sie, Doktor, finden Menschen, die von ihrer sexuellen Triebhaftigkeit beherrscht werden, vor allem, wenn sie diese Triebhaftigkeit in Verbrechen, in scheußlichen, immer brutaleren Verbrechen, kolossalen Ausmaßes ausleben, finden diese Menschen in ihren Taten volle Befriedigung und hören dann plötzlich damit auf? »Ich bin kein forensischer Psychiater, Miss Jones«, sagte er nachdrücklich. »Doktor, Ihrer Erfahrung nach«, Gartellet schüttelte den Kopf. »Ich denke, Miss Jones«, sagte er mit einem schlauen Unterton, »wir beide wissen nur zu gut, dass die Antwort auf Ihre Frage »Nein« lautet. »Das sind Verbrechen, die kein Ende finden. Ein psychopathischer Mörder kommt nicht irgendwann zu einem Abschluss seiner Taten, zumindest nicht innerlich, auch wenn in der Literatur Fälle verzeichnet sind, wo sich der eine oder andere von ihnen aufgrund extremer Schuldgefühle das Leben genommen hat. Doch das scheint leider eine Minderheit zu sein. Nein, ganz allgemein gesprochen werden Wiederholungstäter durch äußere Umstände daran gehindert, weiter zu morden. Ja, wie wahr, Anderson und, wie wir vermuten, auch Aberline verfolgten privat die Theorie, dass es nur dreierlei Gründe dafür geben konnte, wieso Jack the Ripper in London zu morden aufhörte. Vielleicht war der Killer nach Amerika ausgewandert, unwahrscheinlich, aber immerhin möglich, auch wenn keine vergleichbaren Morde in den Staaten belegt sind. Die zweite These, er war gestorben, entweder von eigener Hand oder von der eines anderen, was auch nicht allzu wahrscheinlich war. Selbst in viktorianischer Zeit war Selbstmord nicht besonders häufig, und wir müssten darauf spekulieren, dass den Ripper seine eigene teuflische Bosheit quälte, und darauf deutet nichts hin. Bleibt eine dritte und weitaus realistischere Erklärung. Die wäre? Daß der Mann, der als Jack the Ripper bekannt war, in Wahrheit in eine Nervenheilanstalt eingesperrt wurde, und da er nicht in der Lage war, sich aus dem Tollhaus wieder rauszureden, wurde er für immer von den dicken Mauern verschlungen. Lucy hielt inne, bevor sie fragte, »Wie dick sind die Mauern hier, Doktor?« Garpepill reagierte schnell und sprang auf. Sein Gesicht war wutverzarrt. »Was Sie da andeuten, Miss Jones, ist ungeheuerlich, unmöglich, daß irgendein Jack the Ripper von heute jetzt hier in dieser Anstalt sitzt.« »Wo könnte er sich besser verstecken?« fragte sie ruhig. Garpepill rang um Haltung. »Die Vorstellung, daß ein Mörder, selbst ein Schlauer, in der Lage sein sollte, seine wahren Gefühle vor dem gesamten geschulten Personal zu verbergen, ist einfach absurd. Vielleicht war das im 19. Jahrhundert möglich, als die Psychologie noch in den Kinderschuhen steckte, aber doch nicht heute.« Das würde eine beinahe ständige Willensanstrengung bedeuten, eine Raffinesse und Menschenkenntnis, die die Fähigkeiten irgendeines der Patienten, hier bei Weitem übersteigt. Was Sie da andeuten, ist schlichtweg unmöglich. Letzteres sagte er mit großem Nachdruck, der seine eigenen Ängste überspielen sollte. Lucy wollte etwas sagen, überlegte es sich aber anders. Stattdessen griff sie nach unten und holte ihre Aktentasche hervor. Sie stöberte einen Moment darin und wandte sich dann zu Francis um. »Wie hatten Sie die ermordete Lernschwester genannt?« fragte sie ruhig. »Short Blunt«, sagte Francis. Lucy Jones nickte. »Ja, das erscheint mir treffend. Ihr Haar war kurz geschnitten.« Während sie sprach, zog sie, wie tief in Gedanken versunken, einen braunen Briefumschlag aus der Tasche. Sie machte ihn auf und holte eine Reihe großer Farbfotos im Format 20x25 hervor. Sie warf einen Blick darauf, blätterte sie auf dem Schoß durch, griff dann eines heraus und warf es vor Galpepil auf den Tisch. »Vor achtzehn Monaten«, sagte sie, während die Aufnahme über die Platte rutschte. Sie zog eine zweite aus dem Stapel. »Vor vierzehn Monaten«. Dann flatterte ihm die dritte entgegen. Vor zehn Monaten. Francis reckte sich vor und sah, dass es sich ausnahmslos um junge Frauen handelte. Er sah auch glänzend rote Blutbahnen, die sich bei jeder um die Kehle bildeten. Er sah die heruntergerissenen und neu geordneten Kleider. Er sah Augen, die nichts als blankes Entsetzen zeigten. Sie waren alle shortblond, und shortblond war jede von ihnen. Sie waren verschieden und doch gleich. Francis sah genauer hin, als drei weitere Fotos über die Tischplatte rutschten. Es waren Großaufnahmen, jeweils von der rechten Hand der Opfer. Und dann sah er es. Bei der ersten fehlte ein Fingerglied. Bei der zweiten waren es zwei, bei der dritten drei. Er riss sich von dem Anblick los und schaute zu Lucy Jones. Die hatte die Augen zusammengekniffen, ihr Gesicht war stau. Eine Sekunde lang hatte Francis das Gefühl, sie sei glühend heiß und eiskalt in einem. Sie atmete langsam und sagte ruhig und entschlossen. Ich werde diesen Mann finden, Doktor. Galbepil starrte hilflos auf die Fotos. Francis sah, dass er versuchte, das Ausmaß der Krise einzuschätzen. Nach einer Weile streckte er die Hand aus, nahm alle Bilder vom Tisch und legte sie wie ein Fallspieler zusammen. Als hätte er sie vorher gut durchgemischt, obwohl er genau wusste, wo sich das Pik Ass befand. Er ordnete sie zu einem Stapel und klopfte damit senkrecht auf den Tisch, um eine gerade Kante zu bekommen. Dann händigte er ihn Lucy aus. »Ja«, sagte er gedehnt. »Ich glaube, das werden Sie. Oder zumindest alles daran setzen.« Francis hatte das Gefühl, dass Galbepil kein einziges Wort von dem meinte, was er sagte. Und dann dachte er noch mal nach. Vielleicht meinte Gartelil das eine oder andere von dem, was er sagte, ernst und anderes nicht. Es war ziemlich knifflig, herauszufinden, was wozu gehörte. Der Arzt setzte sich und trommelte einen Moment lang mit den Fingern auf den Tisch. Er sah zu der jungen Staatsanwältin hinüber und zog die buschigen, schwarzen Augenbrauen hoch, als ahnte er, was als nächstes kam. »Ich brauche Ihre Unterstützung«, sagte Lucy schließlich. Dr. Gartelil zuckte die Schultern. »Selbstverständlich, das liegt auf der Hand. Meine Hilfe und die Hilfe anderer, gewiß. Doch trotz der starken Übereinstimmung zwischen dem Todesfall, den wir hier hatten, und den Fällen, die Sie uns so spektakulär vor Augen geführt haben, glaube ich, dass Sie sich in Wahrheit irren. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Lernschwester auf tragische Weise von dem Patienten angegriffen wurde, der sich derzeit in Haft befindet und des Verbrechens angeklagt ist. Doch im Interesse der Gerechtigkeit werde ich Ihnen selbstverständlich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln helfen, und sei es auch nur zu Ihrer Beruhigung.« Wieder fiel Francis auf, dass der Arzt ein bestimmtes Wort sagte und etwas anderes meinte. »Ich werde so lange hierbleiben, bis ich ein paar Antworten habe«, sagte Lucy. Dr. Gartelil nickte langsam. Er rang sich ein säuerliches Lächeln ab. »Auf Antworten verstehen wir uns hier vielleicht nicht allzu gut«, sagte er langsam. »Fragen haben wir mehr als genug, doch Lösungen finden sich weitaus schwerer, und ganz bestimmt nicht mit der juristischen Präzision, die Ihnen vorschlägt, Miss Jones. »Gleichwohl«, fuhr er fort, »halten wir uns zu Ihrer Verfügung, soweit es in unserer Macht steht.« »Um die Ermittlungen angemessen durchführen zu können«, sagte Lucy mit Nachdruck, »werde ich, wie Sie richtig sagten, auf Hilfe angewiesen sein. Und ich brauche Zutritt.« »Ich darf Sie nochmals daran erinnern, dass dies hier eine Nervenheilanstalt ist, Miss Jones«, warf der Arzt hastig ein, »unsere Aufgaben hier sind vollkommen anderer Natur als die Ihren, und könnten mit den Ihren in Konflikt geraten. Es wäre nicht zu verantworten, wenn Ihre Anwesenheit die Abläufe in dieser Einrichtung durcheinander brächte. Noch dürfen Sie sich mit Ihrem Anliegen der Patientengemeinschaft aufdrängen, sodass der labile Zustand einer Reihe von Menschen, die wir behandeln, dadurch noch verschlimmert wird.« Der Doktor schwieg und fuhr dann in einem selbstsicheren Sing-Sang-Ton fort. »Wir werden Ihnen die Krankenberichte zugänglich machen, soweit Sie Einsicht wünschen. Doch was die Stationen betrifft und die Befragung potenzieller Zeugen oder Verdächtiger, nun, da sind uns die Hände gebunden. Immerhin stehen wir Tag für Tag Menschen bei, die mit ernsten und oftmals erdrückenden Leiden geschlagen sind. Unsere Aufgabe ist therapeutischer, nicht investigativer Natur. Wir haben hier niemanden, der über die Art Fachkenntnis verfügt, die Sie benötigen werden.« »Es ist nicht wahr«, sagte Peter the Fireman leise vor sich hin. Bei seinen Worten horchten alle auf, und das folgende Schweigen erfüllte den Raum mit einer trügerischen Ruhe. Mit ruhiger, fester Stimme fügte er hinzu. »Ich schon.« Teil 2 Eine Welt der Geschichten Meine Hand war so verkrampft und wund wie meine ganze Existenz. Ich hielt den Bleistiftstummel so fest, als wäre er eine Art Rettungsleine, die mich mit der Zurechnungsfähigkeit verbannt, oder auch mit der Unzurechnungsfähigkeit. Es schien mir immer schwerer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Die Worte, die ich an die Wände ringsum geschrieben hatte, flimmerten mir vor den Augen wie die Hitzeschwaden an einem heißen Sommertag über einer geteerten Straße. Manchmal dachte ich an die Anstalt als eine Art Paralleluniversum, vollkommen für sich. Wir alle kreisten darin, in dem Sog von unsichtbaren und doch geballten Kräften der Gravitation, als kleine Planeten durchs All. Jeder auf seiner Bahn und dennoch in wechselseitiger Abhängigkeit miteinander verbunden, doch jeder für sich. Mir kam der Gedanke, dass überall dort, wo man Menschen aus egal welchem Grund zusammenbringt, in einem Gefängnis, in einer Armee oder bei einem Profibasketballspiel, in einer Versammlung des Lions Club, einer Hollywood-Filmpremiere, einer Gewerkschaftsversammlung oder einer Sitzung der Schulbehörde, ein gemeinsamer Zweck dahinter steckt, ein Bindeglied. Doch das galt weit weniger für uns, denn das Einzige, was uns wirklich verbannt, war der merkwürdige Wunsch, anders zu sein, als wir waren, und für viele von uns war das ein unerreichbarer Traum. Für diejenigen, die schon seit Jahren im Klinike-Mäuer ihr Dasein fristeten, hatte diese Alternative vermutlich sogar bereits ihren Reiz verloren. Viele von uns hatten Angst vor der Welt da draußen und ihren Rätseln. Und dies so sehr, dass wir uns lieber den Gefahren stellten, die im Innern der Anstaltsmauern lauerten. Wir waren allesamt Inseln mit unseren eigenen Geschichten an einem zunehmend unsicheren Ort zusammengewürfelt. Bei einer von vielen Gelegenheiten, wenn es schlichtweg nichts zu tun gab, außer darauf zu warten, dass etwas geschieht, was selten war, stand ich mit Big Black einfach so im Flur herum. Und er erzählte mir, dass die heranwachsenden Kinder des Klinikpersonals, das auf dem Gelände wohnte, bei ihren Wochenend-Rendezvous ein Ritual entwickelt hatten. Sie ging zu Fuß zum Campus des nahegelegenen College hinunter, um von dort aus mitgenommen oder auch zurückgebracht zu werden. Und wenn sie danach gefragt wurden, sagten sie, ihre Eltern gehörten zum Personal, wobei sie aber Richtung College deuteten und nicht den Berg hinauf, wo wir alle unsere Tage und Nächte fristeten. Es war, als fürchteten sie, sich unsere Krankheiten einzufangen. Wer wollte schon so sein wie wir? Wer wollte schon mit unserer Welt in Verbindung gebracht werden? Bei der Antwort darauf bekam ich eine Gänsehaut. Nur einer. Der Engel. Ich schnappte nach Luft, atmete tief ein, dann aus und stieß die heiße Luft durch die Zähne aus. Seit vielen Jahren ließ ich zum ersten Mal wieder den Gedanken an ihn zu. Ich sah mir an, was ich bis dahin geschrieben hatte und begriff, dass ich nicht all diese Geschichten schreiben konnte, ohne auch seine zu erzählen. Und das machte mir schwer zu schaffen. Eine alte Nervosität und eine uralte Angst beschlichen meine Gedanken. Und damit betrat er den Raum. Nicht so wie ein Nachbar oder Freund oder auch nur ein ungebetener Gast, vielleicht mit einem Klopfen an der Tür und einer bemüht freundlichen Begrüßung, sondern wie ein Gespenst. Es ging nicht die Tür mit einem Knarren auf, es wurde auch kein Stuhl herangezogen, und wir stellten uns einander nicht vor. Und danach war er da. Ich fuhr herum, erst in die eine, dann in die andere Richtung, und versuchte ihn irgendwo in der reglosen Luft zu entdecken, doch ich konnte es nicht. Er besaß die Farbe des Windes. Plötzlich erhoben sich Stimmen in mir, Stimmen, die ich seit Monaten nicht gehört hatte, die verstummt zu sein schienen, fing plötzlich an, mir Warnungen zuzurufen, die mir in den Ohren und im Kopf widerhalten. Doch es schien mir fast, als riefen sie mir ihre Botschaft in einer Fremdsprache zu. Ich verstand mich nicht mehr darauf, ihnen zuzuhören. Ich hatte das schreckliche Gefühl, dass etwas schwer Fassbares, doch ungeheuer Wichtiges auf einmal aus den Fugen geriet, und die Gefahr greifbar nahe war, so nahe, dass ich ihren Atem im Nacken spürte. Im Büro herrschte einen Moment lang Schweigen. Durch die geschlossene Tür drang plötzlich das Rattern der Schreibmaschine. Irgendwo in der Tiefe des Verwaltungsgebäudes stieß ein verstörter Patient ein langes, klagendes Geheul aus. Unversöhnlich in seiner Intensität, das jedoch verhalte wie das ferne Jaulen eines Hundes. Peter the Fireman rutschte auf die vordere Stuhlkante wie ein eifriges Kind, das die Frage des Lehrers beantworten kann. »Das ist richtig,« sagte Lucy Jones ruhig. Diese Worte schienen die zufällige Stille aufzuladen. Als ausgebildeter Psychiater wusste Dr. Gartelil eine gewisse taktische Raffinesse durchaus zu schätzen, vielleicht sogar über medizinische Erwägungen hinaus. Wie so viele für die Psyche zuständige Ärzte besaß er die unheimliche Fähigkeit, zurückzutreten und den Moment von einer emotional unbeteiligten Warte aus zu betrachten, so als stünde er auf einem Wachturm und starrte von dort oben auf einen Gefängnishof hinunter. Seitlich von ihm sah er eine junge Frau, die energisch eine Auffassung und eine Vorgehensweise vertrat, die mit seiner eigenen unvereinbar war. Sie hatte Narben im Gesicht, die vor Hitze zu glühen schienen. Ihm gegenüber beäugte er denjenigen seiner Patienten, der viel weniger gestört war als sämtliche anderen Patienten in der Klinik und zugleich weitaus hoffnungsloser, möglicherweise mit der Ausnahme des Mannes, den die junge Frau so eifrig jagte, falls er denn wirklich existierte. Dr. Gartelil räusperte sich mehrmals hintereinander und rutschte auf seinem Stuhl hin und her. Er sah an praktisch allen Ecken und Enden Ärger voraus. Ärger besaß eine explosive Kraft, deren Bekämpfung er einen großen Teil seiner Zeit und Mühe widmete. Er hätte nicht sagen können, dass er seine Tätigkeit als Chefarzt einer Nervenheilanstalt sonderlich genoss. Doch ihm war Pflichtgefühl in die Wiege gelegt und stetige zuverlässige Arbeit hatte für ihn einen quasi religiösen Stellenwert. Schließlich flossen im Staatsdienst viele Vorzüge zusammen, die für ihn Vorrang besaßen. Nicht zuletzt ein wöchentlicher Gehaltscheck und die entsprechenden Beihilfen. Dazu keines der beträchtlichen Risiken, die eine eigene Niederlassung und Praxiseröffnung mit sich gebracht hätten, bei der er auf einen ausreichenden Zustrom von Neurotikern in seinem Umkreis hätte hoffen müssen, um die ersten Termine zu machen. Er wollte sich gerade einschalten, als sein Blick auf ein Bild in der Ecke seines Schreibtisches fiel. Es war ein Atelierfoto von seiner Frau und ihrer beider Kinder, einem Sohn in der Grundschule und einer Tochter, die eben vierzehn geworden war. Auf dem Bild, das vor weniger als einem Jahr aufgenommen war, hatte seine Tochter Haare, die ihr in einer großen schwarzen Welle über die Schulter bis halb zur Taille liefen. In ihrer heimischen Tradition war dies ein Zeichen der Schönheit, egal wie fern der Heimat sie auch leben mochten. Als sie klein war, saß er oft einfach nur da und sah dabei zu, wie ihre Mutter den Kamm durch die schimmernde Kaskade zog. Es war vorbei. In einem Anflug von Rebellion hatte sich die Tochter vor einer Woche zu einem Friseur um die Ecke geschlichen und ihre Haare auf Pagenkopflänge schneiden lassen, womit sie sich neben der Familientradition auch über die gerade herrschende Mode hinweg setzte. Seine Frau hatte zwei Tage lang nur geweint. Und er war gezwungen gewesen, eine strenge Predigt zu halten, die größtenteils auf taube Ohren stieß, sowie eine nachhaltige Strafe zu verhängen, die sie zwei Monate lang von allen außerschulischen Aktivitäten ausschloss und ihre Telefonate auf Hausaufgaben beschränkte, was einen Wutausbruch nach sich zog und ein, zwei Kraftausdrücke, die er nie und nimmer in ihrem Wortschatz vermutet hätte. Er zuckte zusammen, als ihm bewusst wurde, dass alle Opfer die Haare kurz trugen. Jungenhaft kurz. Und sie waren alle auffällig schlank, so als geben sie ihre Weiblichkeit nur widerstrebend zu. Ihre Tochter war nicht viel anders, immer noch ziemlich kantig und knochig, mit nur einer leisen Andeutung von Kurven. Seine Hand zitterte ein wenig, als er an dieses Detail denken musste. Auch ging ihr, wie er sehr wohl wusste, jeder Versuch von ihm, ihren Bewegungsspielraum auf dem Klinikgelände einzuschränken, gegen den Strich. Bei dieser Vorstellung biss er sich einen Moment auf die Unterlippe. Angst, drängte sich ihm der Gedanke auf, hat bei einem Psychiater nichts zu suchen. Sie gehört zu den Patienten. Angst ist irrational und sie besetzt parasitenhaft das Ungewisse. In seinem Beruf ging es um gesicherte Erkenntnisse und die Beobachtung aller möglichen Situationen, sowie die laufende Umsetzung dieser Erfahrungswerte. Er versuchte, die Gedankenverbindung zu unterdrücken, doch sie ließ sich nur widerstrebend verdrängen. »Miss Jones«, sagte er steif, »was genau haben Sie vor?« Lucy atmete tief ein, bevor sie antwortete, um ihre Gedanken mit der Präzision eines Maschinengewehrs zu formulieren. »Ich habe vor, den Mann zu entlarven, der, wie ich glaube, alle diese Verbrechen begangen hat. Dies sind die Morde in drei verschiedenen gerichtlichen Zuständigkeitsbereichen im Ostteil des Bundesstaats, befolgt von dem Mord, der sich hier ereignet hat. Ich glaube, dass der Killer trotz der Verhaftung, die vorgenommen wurde, noch frei herumläuft. Und dies zu beweisen, brauche ich Zugang zu ihren Patientenakten und die Möglichkeit, in den Stationen Befragungen durchzuführen. Außerdem, an dieser Stelle schlich sich zum ersten Mal ein unsicherer Ton in ihrer Stimme ein, brauche ich jemanden, der mir dabei hilft, dieses Individuum von innen her zu entlarven. Sie sah zu Francis hinüber. »Ich bin nämlich davon überzeugt, dass dieses Individuum mit meinem Erscheinen gerechnet hat. Und ich vermute, dass sich sein Verhalten, wenn er weiß, dass ich hier gegen ihn ermittle, ändern wird. Ich brauche jemanden, der das registriert.« »Was genau wollen Sie damit sagen? Er hätte damit gerechnet«, wollte Dr. Garpepill wissen. »Ich denke, dass der Mann, der die junge Lärmschwester getötet hat, es auf diese Weise getan hat, weil er zweierlei wusste. Dass er es leicht einem anderen in die Schuhe schieben konnte, diesem unglückseligen Burschen, den sie Lenky nennen, und dass ziemlich sicher jemand wie ich trotzdem nach ihm suchen würde. Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Er musste wissen, dass es diejenigen, die wegen seiner anderen Verbrechen ermitteln, auch hierher treiben würde. Diese Enthüllung führte zu einer erneuten kleinen Schweigepause im Raum. Lucy fixierte Francis und Peter the Fireman mit einem distanzierten, prüfenden Blick. Sie musste einräumen, dass sie es für ihr Vorhaben weiß Gott schlechter als mit diesen beiden Kandidaten hätte treffen können, auch wenn sie bei dem einen wegen seiner Widersprüchlichkeit und bei dem anderen wegen seiner Zerbrechlichkeit Bedenken hatte. Sie warf auch einen Blick auf die beiden Moses-Brüder. Big Black und Little Black standen im hinteren Teil des Zimmers bereit. Sie vermutete, dass sie auch diese in ihren Plan einbeziehen konnte, auch wenn sie sich nicht sicher war, ob sie die Pfleger so unter Kontrolle haben würde, wie sie bei seiner Widersprüchlichkeit und bei dem anderen wegen seiner Zerbrechlichkeit Bedenken hatte. Sie warf auch einen Blick auf die beiden Moses-Brüder. Big Black und Little Black standen im hinteren Teil des Zimmers bereit. Sie vermutete, dass sie auch diese in ihren Plan einbeziehen konnte, auch wenn sie sich nicht sicher war, ob sie die Pfleger so unter Kontrolle haben würde, wie die Patienten. Dr. Gardelel schüttelte den Kopf. Sie schreiben diesem Burschen, von dessen Existenz ich immer noch nicht überzeugt bin, eine kriminelle Raffinesse zu, die meines Erachtens über das, womit wir hier zu rechnen haben, weit hinausgeht. Wieso locken Verbrecher, wenn sie mit einem Verbrechen davonkommen wollen, einen Ermittler auf ihre Fährte? Damit erhöhen sie doch ihr Risiko, verhaftet und vor Gericht gestellt zu werden. Weil das Töten für diesen Kerl nur einen kleinen Teil des Abenteuers ausmacht. Jedenfalls geht mein Verdacht in diese Richtung. Lucy fügte dieser Erklärung nichts hinzu, weil sie nicht gefragt werden wollte, worin die anderen Elemente dessen bestanden, was sie als das Abenteuer bezeichnete. Francis spürte, dass die Unterhaltung an diesem Punkt plötzlich einen anderen Tiefgang erreicht hatte. Er fühlte die starken Energieströme im Raum und hatte für einen Moment das Gefühl, als zöge es ihnen in zu tiefes Wasser hinaus. Er streckte unwillkürlich die Zehen aus wie ein Schwimmer in der Brandung, der danach tastet, wo er noch stehen kann. Er wußte, dass Scarpe Pill die Staatsanwältin genauso wenig hier haben wollte, wie den Unbekannten, den sie in die Enge zu treiben hoffte. Die Klinik war, egal wie verrückt sie alle sein mochten, immer noch eine bürokratische Einrichtung, anfällig für Bürohengste und Besserwisser auf sämtlichen Etagen des Staatsapparats. Niemand, der den stümperhaften Machenschaften der Legislative seinen Lebensunterhalt verdankt, wünscht sich etwas, das auf irgendeine Art und Weise in irgendeiner Form den sprichwörtlichen Staub aufwirbelt. Francis sah, wie der Arzt auf seinem Stuhl herumrutschte und versuchte, sich einen Weg durch das, wie er nur ahnen konnte, dornige, politische Gestrüpp zu bahnen. Falls Lucy Jones damit richtig lag, wer sich in der Klinik versteckte und Gartelil ihr den Zugriff auf die Klinikakten verweigerte, dann öffnete er allen möglichen Desasterntür und Tor, zumal für den Fall, dass es dem Killer beliebte, noch einmal zu morden und die Presse davon Wind bekam. Francis konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er war froh, nicht in der Haut des medizinischen Leiters zu stecken. Während Dr. Gartelil in den heiklen Abgrund starrte, der sich vor ihm auftat, wandte sich Francis Peter the Fireman zu. Er schien angespannt, wie unter Strom. Als wäre er an etwas angeschlossen und jemand knipste den Schalter an. Als er das Wort ergriff, sprach er mit leiser, fester Stimme und eigentümlicher Intensität. »Dr. Gartelil«, sagte Peter langsam, »falls Sie tun, was Miss Jones vorschlägt und Sie daraufhin diesen Mann findet, wenn Sie praktisch die ganzen Lorbeeren allein ernten. Falls Sie und wir, die wir ihr helfen, versagen, wird Sie höchstwahrscheinlich niemand dafür zur Rechenschaft ziehen, weil Sie sich das Versagen selber zuzuschreiben haben wird. Alle Kritik trifft dann Sie und diese Verrückten, die versucht haben, ihr zu helfen.« Nachdem er diese Einschätzung gründlich erwogen hatte, nickte der Doktor endlich. »Was Sie sagen, Peter«, er hüstelte ein-, zweimal, während er sprach, »ist vermutlich wahr. Es ist vielleicht nicht ganz fair, aber es ist dennoch wahr.« Er blickte in die Runde. »Folgendes werde ich Ihnen zugestehen«, sagte er langsam doch mit wachsender Zuversicht. »Miss Jones, selbstverständlich bekommen Sie Zugang zu allen nötigen Akten, solange Sie darüber vollkommene Vertraulichkeit wahren. Außerdem können Sie aus jeder Gruppe, die Sie für verdächtig halten, jemanden herauspicken und befragen. Entweder ich selbst oder Mr. Evans muss bei jeder Ihrer Befragungen dabei sein. Das ist nur fair. Die Patienten, auch diejenigen, die Sie dieser Verbrechen verdächtigen, haben gewisse Rechte. Und sollte jemand Einwände dagegen haben, mit Ihnen zu reden, werde ich ihn nicht dazu zwingen. Oder ich werde ihm umgekehrt empfehlen, einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Jedwede medizinische Entscheidungen, die sich aus Ihren Unterhaltungen ergeben sollten, liegen allein im Ermessen des Personals. Ist das fair? Natürlich, Doktor, erwiderte Lucy, vielleicht eine Spur zu schnell. Und, fuhr der Arzt fort, ich möchte Ihnen nahelegen, sich zügig an die Arbeit zu machen. Während viele unserer Patienten sogar die Mehrheit von Ihnen chronisch krank sind und ohne jahrelange Therapie nur geringe Aussichten haben, irgendwann entlassen zu werden, können wir von den übrigen immerhin eine beträchtliche Anzahl stabilisieren und medikamentös versorgen, sodass Sie nach Hause und zu Ihren Familien entlassen werden können. Es ist mir völlig unmöglich, zu sagen, welcher Kategorie Ihr Verdächtiger zuzurechnen ist, auch wenn ich vielleicht gewisse Vermutungen hegen mag. Wieder nickte Lucy zur Bestätigung. Mit anderen Worten, sagte der Arzt, wir können nicht sagen, ob er auch nur einen Moment länger hier sein wird, jetzt, nachdem Sie auf der Bildfläche erschienen sind. Und genauso wenig werde ich die Entlassung von Patienten hinauszögern, die dafür in Frage kommen, nur weil Sie sich in der Klinik auf die Suche nach Ihrem Unbekannten begeben haben. Verstehen Sie? Die Alltagsabläufe in dieser Einrichtung dulden keinerlei Beeinträchtigung. Wieder sah Lucy so aus, als wollte sie etwas sagen, doch sie biss sich auf die Lippen. Was nun die Inanspruchnahme anderer Patienten bei Ihren … Er warf einen eindringlichen Blick auf Peter the Fireman und dann auf Francis. Nach Forschungen betrifft, so habe ich keine Handhabe, diese Vorgehensweise offiziell zu dulden, selbst wenn mir ihr Nutzen einleuchtet. Inoffiziell werde ich Sie allerdings nicht daran hindern, in dieser Hinsicht zu tun, was Sie für richtig halten. Ich werde mich Ihnen nicht in den Weg stellen, allerdings kann ich diesen Patienten keinen Sonderstatus oder irgendwelche Befugnisse einräumen. Verstehen Sie? Noch dürfen diese Patienten den Turnus ihrer eigenen Behandlung in irgendeiner Weise stören. Dabei warf er zunächst Fireman und, nachdem er geendet hatte, Francis einen eindringlichen Blick zu. »Diese beiden Herren,« sagte er, »haben, müssen Sie wissen, hier in der Klinik einen unterschiedlichen Status. Auch sind die Umstände, die Sie hierher brachten, keineswegs vergleichbar, noch die Leitlinien hinsichtlich Ihres Aufenthalts hier. Falls Sie die beiden zu Rate ziehen wollen, könnte Ihnen das einige Schwierigkeiten bereiten.« Lucy winkte mit der Hand, wie um etwas dazu zu sagen, überlegte es sich aber anders. Als sie schließlich antwortete, unterstrich ihr förmlicher Ton den offiziellen Charakter der Übereinkunft. »Selbstverständlich, das leuchtet mir vollkommen ein.« Nochmals herrschte kurzes Schweigen, bevor Lucy fortfuhr. »Es versteht sich wohl von selbst, dass der Grund für meine Anwesenheit sowie meine Absichten und Vorgehensweise vertraulich zu behandeln sind.« »Natürlich. Oder glauben Sie, ich gebe die Devise aus, dass möglicherweise ein heimtückischer Mörder nach wie vor in unserer Einrichtung herumläuft?«, sagte Gartelil energisch. »Das würde zweifellos eine Panik auslösen und uns in einigen Fällen bei der Behandlung um Jahre zurückwerfen. Sie müssen Ihre Ermittlungen so unauffällig wie möglich anstellen, obwohl Gerüchte und Spekulationen, wie ich fürchte, sofort die Runde machen werden. Dafür wird schon Ihre bloße Anwesenheit in den Stationen sorgen. Ihre Fragen werden manche Patienten verunsichern. Das ist unvermeidlich. Und auf jeden Fall müssen einige Mitglieder des Personals in gewissem Umfang unterrichtet sein. Leider ist auch das unvermeidlich. Und wie sich die Maßnahme auf Ihre Untersuchung auswirken wird, vermag ich nicht vorherzusagen. »Dennoch wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Außerdem werde ich Ihnen eines der Behandlungszimmer im Amherst-Gebäude, also nicht weit vom Tatort, für die von Ihnen für nötig erachteten Gespräche zur Verfügung stellen. Dazu müssen Sie im Vorfeld einer Patientenbefragung lediglich mich oder Mr. Evans von der Pflegestation aus rufen lassen. Ist das akzeptabel?« Lucy nickte. »Das leuchtet ein.« Dann fügte sie hinzu, »Danke, Doktor. Ich kann Ihre Bedenken vollkommen nachvollziehen und werde alles daran setzen, eine gewisse Diskretion zu wahren.« Sie hielt inne, als sie klar erkannte, dass früher oder später die gesamte Klinik, oder zumindest alle mit einem ausreichenden Realitätsbezug, begreifen würden, aus welchem Grund sie da war. Und das, wurde ihr bewusst, würde ihre Arbeit um so dringlicher machen. »Ich glaube, es wird auch nötig oder zumindest praktisch sein, dass ich für diesen Zeitraum hier in der Klinik wohne.« Der Arzt dachte einen Moment darüber nach. Eine Sekunde lang zeigte sich ein ziemlich niederträchtiges Lächeln um seinen Mundwinkel, das er jedoch sofort wieder verbannte. Francis vermutete, dass er es als einziger gesehen hatte. »Natürlich«, sagte Dr. Gulp-Apill. »Im Schlaftrack der Lernschwestern ist ein Zimmer frei.« Francis registrierte, dass der Doktor nicht ausdrücklich zu erwähnen brauchte, wer die letzte Bewohnerin dieses Zimmers gewesen war. Als sie zurückkam, erwartete sie Newsman im Flur des Amherst-Gebäudes. Er lächelte ihnen entgegen. »Lehrer von Holyoke erwägen neues Gewerkschaftsabkommen«, ratterte er herunter. »Springfield Union News, Seite B1.« »Hallo, Seabird, wo treibst du dich rum?« »Socks vor Wochenendserie gegen Yankees mit Pitcher-Problemen. Boston Globe, Seite D1.« »Wirst du dich mit Mr. Evil treffen?« »Der hat nämlich überall nach dir gesucht, und er schien nicht eben glücklich.« »Wer ist diese Freundin von dir? Sie ist sehr hübsch, und ich würde sie gerne kennenlernen.« Damit winkte Newsman Lucy Jones mit einem zarten, schüchternen Grinsen zu und schlug die Zeitung auf, die er sich unter den Arm geklemmt hatte, um anschließend ein wenig wie ein Betrunkener den Flur entlang zu laufen, während er in das Blatt starrte und sich mit Feuereifer daran machte, jedes Wort, das er las, auswendig zu lernen. Er kam an zwei Männern vorbei, einer alt, einer in mittleren Jahren, die beide weitere Anstaltspyjamas trugen und im vergangenen Jahrzehnt wohl weder Kamm noch Haarbürste angefasst hatten. Beide standen in etwas über einem Meter Abstand mitten im Korridor und redeten leise. Sie schienen in eine Unterhaltung vertieft, bis man bei näherem Hinsehen erkannte, dass jeder von ihnen mit niemandem sprach und gewiss nicht mit seinem Gegenüber aus Fleisch und Blut, dessen Anwesenheit ihnen vollkommen entging. Francis dachte einen Moment lang, dass Leute wie diese zwei gleichsam zum festen Inventar der Klinik gehörten, sowie Möbel, Wände und Türen. Cleo nannte die katatonischen Fälle Kathos, was, wie Francis fand, so gut wie jeder andere Begriff auf sie passte. Er sah, wie eine Frau, die zielstrebig den Flur entlang kam, abrupt stehen blieb, dann weiter lief, dann stehen blieb, dann weiter lief. Plötzlich kicherte sie und ging schließlich in ihrem wallenden, rosa Searsucker Morgenrock ihres Weges. »Es ist hier vielleicht nicht ganz so, wie Sie es sich vorgestellt haben,« hörte er Peter the Fireman sagen. Lucy machte große Augen. »Wissen Sie viel über Geisteskrankheit?«, fragte Peter. Sie schüttelte den Kopf. Keine verrückte Tante Martha oder ein schizophrener Onkel Fred in ihrer Familie. Kein seltsamer Cousin Timmy, der gerne kleine Tiere quält. Oder Nachbarn, die Selbstgespräche führen oder der festen Überzeugung sind, der Präsident sei ein Außerirdischer. Hietes Fragen schien Lucy zu entspannen. Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe wohl einfach Glück gehabt,« sagte sie. »Also, Siebert kann Ihnen alles erklären, was Sie über Verrücktsein wissen sollten,« sagte Peter lachend. »Er ist inzwischen Experte, stimmt Siebert?« Francis wusste nicht recht, was er darauf sagen sollte, also nickte er stumm. Er sah, wie über das Gesicht der Staatsanwältin ein paar unkontrollierte Emotionen huschten. Und er musste unwillkürlich denken, dass es eine Sache war, mit bestimmten Ideen und Vermutungen und Verdachtsmomenten in eine Einrichtung wie das Western State zu platzen, und eine ganz andere, sie in die Tat umzusetzen. Sie sah wie jemand aus, der mit einer Mischung aus Zweifel und Zuversicht am Fuß eines Berggipfels steht. »Also,« sagte Peter, »wo fangen wir an, Miss Jones?« »Genau hier,« sagte sie, »am Tatort. Ich muss mir von der Stelle, an der der Mord geschehen ist, einen Eindruck verschaffen, und dann muss ich mich mit der Klinik als Gebäude vertraut machen.« »Also eine Führung?« fragte Francis. »Zwei Führungen,« entgegnete Peter. »Eine, um all das hier zu inspizieren,«, wobei er auf das Haus wies, »und eine zweite, um das hier zu untersuchen,«, wobei er sich an die Schläfe tippte. Little Black und sein Bruder hatten sie vom Verwaltungsgebäude zum Amherst zurückbegleitet, die drei jedoch danach alleingelassen, um sich ihrerseits mit den Schwestern in der Pflegestation zu besprechen. Anschließend war Big Black in eines der angrenzenden Behandlungszimmer verschwunden. Little Black kam lächelnd auf die Gruppe zu. »Das Ganze«, sagte er nicht unfreundlich, »ist eine verdammt ungewöhnliche Situation.« Lucy erwiderte nichts, und Francis versuchte, im hageren Gesicht des Schwarzen abzulesen, dass er wirklich von dem hielt, was hier gespielt wurde. Das war zumindest anfangs unmöglich. »Mein Bruder ist da rein, um in ihrem neuen Büro Ordnung zu schaffen, Miss Jones, und ich habe die Schwestern informiert, dass sie für ein paar Tage hier sein werden, mindestens. Eine von ihnen wird sie später in das Wohnheim der Lernschwestern rüberführen, und ich gehe mal stark davon aus, dass ziemlich genau in diesem Moment Mr. Evans höchstpersönlich eine lange und unglückliche Unterhaltung mit dem Chefarzt führt, und dass er dann ziemlich bald auch mit Ihnen ein Wörtchen reden will. Mr. Evans ist der leitende Psychologe? »Vom Amherst, ja, Ma'am.« »Und Sie glauben, er wird über meine Anwesenheit nicht gerade glücklich sein?« Sie sagte das mit einem zarten, verschmitzten Lächeln. »Nein, wohl eher nicht, Ma'am,« erwiderte Little Black. »Sie müssen verstehen, wie die Dinge hier laufen.« »Nämlich?« »Na ja, das können Peter und Siebert Ihnen ebenso gut erklären wie ich, aber um es kurz zu machen. Hier geht's in der Klinik darum, dass alles möglichst wie geschmiert abläuft. Alles, was anders ist, außer der Reihe. Na ja, das macht die Leute eben nervös.« »Die Patienten.« »Ja, die Patienten. Und wenn es die Patienten nervös macht, dann auch das Personal. Und das wiederum macht die Verwaltung nervös. Alle. Die Verrückten, die Alten, die Jungen, die Normalen. Und ich glaube nicht, dass Sie dafür sorgen werden, dass alles wie geschmiert läuft, Miss Jones.« »Nein, ich glaube eher, dass Sie das genaue Gegenteil davon tun werden.« Das sagte Little Black mit einem breiten Grinsen, als fände er das alles sehr amüsant. Lucy Jones entging das nicht, weshalb sie die Schultern zuckte und fragte, »Und Sie, und Ihr ziemlich großer Bruder, wie stehen Sie beide dazu?« Zuerst brach Little Black in ein kurzes Gelächter aus. »Nur weil er groß ist und ich klein bin, muss das nicht heißen, dass wir nicht im Großen und Ganzen derselben Meinung sind. Nein, Ma'am, wie du denkst, ist nicht dasselbe, wie du aussiehst.« Er wies auf die Gruppen von Patienten, die sich durch den Flur bewegten, und Lucy Jones verstand, was er sagte. Dann holte der Aufseher kurz Luft und betrachtete die Staatsanwälte mit einem eindringlichen Blick. Als er antwortete, senkte er die Stimme, sodass er nur von der kleinen Gruppe zu hören war. »Vielleicht sind wir beide der Meinung, dass hier was passiert ist, es nicht hätte passieren dürfen, und dass wir auch ein bisschen mitschuld daran sind, dass es dazu gekommen ist. Und das schmeckt uns ganz und gar nicht, Miss Jones. Wenn also ein paar Leute hier federn lassen, dann finden wir das gar nicht mal so übel.« »Danke«, sagte Lucy. »Bedanken Sie sich lieber nicht zu früh«, entgegnete Little Black. »Sie dürfen nicht vergessen, dass am Ende, wenn alles vorbei ist, ich und mein Bruder, die Schwestern und die Ärzte und die meisten Patienten, wenn auch nicht alle, also, dass wir dann immer noch hier sein werden und Sie nicht.« »Also, danken Sie besser jetzt noch keinem. Und außerdem hängt eine Menge davon ab, wer genau hier federn lassen muss, falls Sie verstehen, was ich meine.« Lucy nickte. »Ich werde zum Hinterkopf behalten«, sagte sie. Sie sah auf und sprach im Flüsterton weiter. »Und ich vermute mal stark, dass das davon Mr. Evans ist?« Francis schnellte herum und sah Mr. Evil zügig in ihre Richtung schreiten. Seine Körpersprache drückte ein herzliches Willkommen aus, ein Lächeln, die abgewinkelten Arme. Doch Francis traute dem Kerl keine Sekunde lang. »Miss Jones«, sagte Evans eifrig, »darf ich mich vorstellen?« Es folgte ein höflicher Händedruck. »Hat Dr. Gartelal Sie über den Grund meiner Anwesenheit unterrichtet?«, wollte Lucy wissen. »Er hat mir erklärt, Sie hegten den Verdacht, dass vielleicht der Falsche wegen des Mordes an der jungen Schwester verhaftet worden ist. Ein Verdacht, den ich irgendwo lächerlich finde. Nichtsdestotrotz sind Sie nun mal hier. Er hat mir gesagt, es gehe um so was wie weiterführende Ermittlungen.« Lucy betrachtete den Psychologen eingehend und war sich dessen wohl bewusst, dass seine Antwort durchaus nicht der ganzen Wahrheit gerecht wurde, aber dennoch immerhin in groben Zügen. »Dann kann ich also auf Ihre Hilfe zählen?«, fragte sie. »Aber gewiss.« »Danke«, sagte sie. »Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht mit einer Durchsicht der Patientenakten im Amherst beginnen wollen. Wir könnten uns gleich dran machen. Wir haben noch Zeit bis zum Abendessen und den Aktivitäten danach.« »Zuerst würde ich gerne einen Rundgang machen«, sagte sie. »Das kann ich sofort einrichten«, erwiderte er. »Ich hatte gehofft, dass mich die beiden Patienten hier rumführen könnten.« Mr. Evil schüttelte den Kopf. »Das halte ich für keine besonders gute Idee.« Sie antwortete nicht. »Na ja«, brach er das kurze Schweigen, »Peter und Francis sind im Moment leider auf dieses Stockwerk beschränkt, und der Zugang nach draußen ist derzeit für alle Patienten, unabhängig von ihrem Status, begrenzt, bis sich die Aufregung wegen des Mordes und der Verhaftung von Lenky gelegt hat. Und was die Dinge noch komplizierter macht, also, ich sag's wirklich nur ungern, aber ihre Anwesenheit hier in dieser Station zieht die kleine Krise, die wir momentan haben, noch weiter in die Länge. Wir haben daher auf absehbare Zeit eine erhöhte Sicherheitsstufe. Durchaus vergleichbar eine Ausgangssperre im Gefängnis, Miss Jones. Unsere Version davon. Der Bewegungsspielraum im Klinikbereich ist eingeschränkt, bis wir die betroffenen Patienten wieder völlig stabilisiert haben.« Lucy wollte etwas erwidern, ließ es aber sein. Schließlich fragte sie, »Nun ja, bestimmt können Sie mir aber den Tatort zeigen, und dieses Geschoss, und mir erzählen, was Sie gesehen und gemacht haben, genauso, wie Sie es der Polizei beschrieben haben. Das hoffe ich strapaziert Ihre Vorschriften nicht allzu sehr. Und dann können entweder Sie oder einer der Moses-Brüder mich vielleicht durch das übrige Gebäude begleiten, so wie zu den sonstigen Stationen.« »Selbstverständlich«, sagte Mr. Evil. »Zuerst eine kurze Führung und dann eine lange. Ich werde das arrangieren.« Lucy drehte sich wieder zu Peter und Francis um. »Gehen wir einfach diese Nacht noch mal durch«, sagte sie. »Sie wird«, sagte Peter und trat Mr. Evil in den Weg. »Nach Ihnen.« Der Tatort in der Abstellkammer war blank geschrubbt, und als Lucy die Tür aufmachte, schlug ihnen ein Gestank nach frisch aufgetragenen Desinfektionsmitteln entgegen, und Francis schien es, als habe sich das Böse, das ihm im Gedächtnis haftete, gänzlich daraus verflüchtigt. Es war, als sei ein Ort der teuflischen Qual zur Normalität zurückgekehrt und nunmehr vollkommen gut. Auf dem Regal waren Reinigungsmittel, Wischmops, Eimer, Ersatzglühbirnen, Besen, Wäschestapel, ordentlich eingeräumt. Der Boden glänzte unter dem Licht der Deckenlampe, doch nirgends mehr von Schautlons Blut. Francis war ein wenig verblüfft, wie sauber und normal alles wirkte, und einen Moment lang fand er die Idee, den Raum wieder in eine gewöhnliche Besenkammer zu verwandeln, nicht minder obszön als die Tat, die sich darin abgespielt hatte. Lucy ging in die Knie und strich mit dem Finger über die Stelle, wo das Opfer reglos liegen geblieben war. Als könnte sie, so kam es Francis vor, indem sie den kühlen Linoleumboden fühlte, irgendwie mit dem Leben in Verbindung treten, das dort ausgesickert war. »Hier ist sie also gestorben?«, fragte Lucy und sah Peter an. Er bückte sich neben ihr nieder und antwortete leise in vertraulichem Ton. »Ja, aber ich denke, da war sie schon bewusstlos.« »Wie kommen sie darauf?« »Weil die Sachen, die ihre Leiche umgaben, nicht erkennen ließen, dass hier ein Kampf stattgefunden hat. Ich glaube, die Flaschen mit den Reinigungsmitteln wurden über sie gekippt, um den Tatort zu verstellen und einen falschen Eindruck hinsichtlich dessen zu erwecken, das tatsächlich stattgefunden hat.« »Wieso sollte er Reinigungsmittel über ihr ausschütten?« »Um Spuren zu vernichten, die er eventuell hinterlassen hatte.« Lucy nickte. Es leuchtet ein. Peter betrachtete Lucy von der Seite und rieb sich, als er sah, dass sie schwieg, das Kinn, stand auf und schüttelte leicht den Kopf. »Die anderen Fälle, denen sie nachgehen, wie sah da der Tatort aus?« Lucy lächelte, auch wenn es ein freudloses Lächeln war. »Gute Frage«, sagte sie. »Starker Regen«, fuhr sie ruhig fort. »Gewitter. Jeder dieser Morde ereignete sich im Freien und bei Regen. Soweit sich das mit einiger Sicherheit sagen lässt, geschahen die Morde an einem Ort und die Leiche wurde anschließend an eine andere, versteckte aber ungeschützte Stelle geschafft. Vermutlich vorher ausgesucht. »Sehr schwierig für die Spurensuche. Das Wetter hat praktisch sämtliche physischen Spuren ausgelöscht, jedenfalls, soweit ich gehört habe.« Peter sah sich noch mal in der Kammer um und trat zurück. »Hier hat er seinen eigenen Regen produziert.« Lucy kam ebenfalls heraus. Sie blickte zur Pflegestation hinüber. »Falls dem noch ein Kampf stattgefunden hat?« »Dann dort drüben.« Lucy schaute mehrmals in beide Richtungen. »Aber was ist mit dem Lärm?«, fragte sie. Francis hatte bis dahin nichts gesagt, doch bei dieser Frage wandte sich Peter an ihn. »Sag du, sie ist Siebert.« Francis wurde, so plötzlich angesprochen, rot, und sein erster Gedanke war, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, was ihm auch schon auf der Zunge lag, als er sich besann. Stattdessen dachte er noch mal über die Frage nach, hatte die Antwort vor Augen und sagte, »Zweierlei, Miss Jones. Erstens sind sämtliche Wände stark isoliert, und sämtliche Türen sind aus Stahl, weshalb sie nicht sonderlich geräuschdurchlässig sind. Hier in der Klinik gibt es eine Menge Geräusche, doch wir hören sie nur gedämpft. Aber was noch wichtiger ist, was sollte es nützen, um Hilfe zu schreien?« Tief in seinem Innern hörte er das Rumor an seiner eigenen Stimmen. »Sag's ihr!« riefen sie. »Sag ihr, wie das ist!« Er fuhr fort. »Die ganze Zeit schreien irgendwelche Leute. Sie haben Albträume. Sie haben Angst. Sie sehen und hören Dinge, oder fühlen sie vielleicht auch nur. Ich nehme mal an, jeder hier hat sich an den Lärm gewöhnt, der von der Anspannung kommt. Wenn also jemand Hilfe brüllen würde, er hielt inne, bevor er den Gedanken zu Ende führte. Dann wäre das von all den anderen Hilferufen kaum zu unterscheiden. Und wenn jemand einfach nur Mord rufen oder schlicht schreien würde, dann wäre daran nichts Ungewöhnliches. Und es kommt grundsätzlich nie jemand, Miss Jones, egal wie viel Angst man hat oder wie unerträglich es für einen wird. Hier drinnen müssen sie mit ihren Albträumen alleine fertig werden. Sie sah ihn an, und in dieser Sekunde wusste sie, dass er aus eigener Erfahrung sprach. Sie lächelte den jungen Mann an und merkte, dass er sich ein wenig nervös und eifrig bemüht, hilfreich zu sein, die Hände rieb. Und plötzlich wurde ihr klar, dass es im Western State Hospital außer der Angst, die sie hergeführt hatte, alle möglichen Arten von Ängsten geben musste. Sie wusste nicht, ob sie sich mit allen vertraut machen sollte. »Francis«, sagte sie leise, »sie scheinen eine poetische Ader zu haben. Trotzdem muss es schwer für sie sein. Die Stimmen, die in den letzten Tagen so schweigsam gewesen waren, erhoben jetzt hinter Francis' Augen ein wahres Gebrüll. Um sie zur Ruhe zu bringen, sagte er, »Es wäre wohl hilfreich, Miss Jones, sich klarzumachen, dass wir, obwohl wir alle hier zusammengewürfelt worden sind, in Wahrheit alle allein sind. Mehr als irgendwo sonst, nehme ich an.« Eigentlich hatte er sagen wollen, »mehr als irgendwo sonst auf der ganzen Welt.« Lucy betrachtete ihn mit einem eindringlichen Blick. Eins war ihr klar geworden. Wenn irgendwo draußen jemand um Hilfe rief, dann war derjenige, der es hörte, verpflichtet zu handeln. Eine schlichte Sache des Anstands, dachte sie. Im Western State Hospital dagegen rief die ganze Zeit jemand um Hilfe, denn jeder hatte sie bitter nötig. Und so gehörte es, egal wie verzweifelt und herzzerreißend die Schreie klingen mochten, zur Alltagsroutine sie zu ignorieren. Ein Teil der Klaustrophobie, die sie in dieser Sekunde überkam, schüttelte sie ab. Sie drehte sich zu Peter um und sah, dass er mit verschränkten Armen und einem Grinsen auf den Lippen neben ihr stand. »Ich glaube«, sagte er, »wir sollten den Schlafsaal sehen, wo wir alle lagen, als es passierte.« Und damit führte er sie den Flur entlang und blieb nur hier und dort stehen, um ihr die Stellen zu zeigen, wo sich Blutlachen befunden hatten. Doch auch die waren bereits getilgt worden. »Die Polizei«, sagte er ruhig, »dachte, diese Blutflecken seien die Spur, die Lenky hinterlassen hat. Und sie wurden alle verwischt, weil der Idiot vom Sicherheitsdienst in einer Lage ausgerutscht ist und das Blut überall hingetragen hat.« »Und wonach sahen diese Spuren für Sie aus?«, fragte Lucy. »Für mich waren sie auch eine Spur, aber eine, die zu ihm hinführte, nicht eine, die er hinterlassen hat.« »Er hatte ihr Blut an seiner Nachtwäsche.« »Der Engel hat ihn umarmt.« »Der Engel?« »So hat er ihn genannt, der Engel, der an sein Bett gekommen ist, um ihm zu sagen, das Böse sei vernichtet.« »Sie meinen, was ich meine, Miss Jones, ist ziemlich offensichtlich.« Er öffnete die Tür zum Schlafsaal, und sie gingen hinein. Francis zeigte ihr, wo sich sein Bett befand, und Peter the Fireman tat es ihm gleich. Sie zeigten ihr auch Lankys Bett, von dem nicht nur die Wäsche, sondern auch die Matratze entfernt worden war, sodass nur noch der Stahlrahmen mit den Metallfedern übrig blieb. Die kleine Feldkiste, die er für seine spärlichen Kleider und wenigen Habseligkeiten gehabt hatte, war ebenfalls verschwunden, so daß von Lankys bescheidenem Leben im Schlafsaal nicht viel mehr als ein Skelett übrig war. Francis sah, wie Lucy mit den Augen die Entfernungen abschätzte, auch die zwischen den Betten, sowie den Weg zur Eingangstür und den zur angrenzenden Toilette. Ein Moment lang brachte es ihn ein wenig in Verlegenheit, ihr zu zeigen, wo sie wohnten. Ihm wurde schmerzlich bewusst, wie wenig Privatsphäre sie genossen, und wie viel von ihrer menschlichen Würde ihnen in diesem überfüllten Raum genommen wurde. Es machte ihn wütend und verlegen, der Staatsanwältin dabei zuzusehen, wie sie die Örtlichkeit in Augenschein nahm. Wie immer lagen ein Paar der Männer auf ihrem Bett und starrten zur Decke. Einer von ihnen war in eine leise, doch eindringliche Diskussion mit sich selbst vertieft. Ein anderer bemerkte sie und drehte sich auf die Seite, um ihr zuzusehen. Andere, gänzlich in ihre Gedanken vertieft, ignorierten sie einfach. Doch Francis sah, wie Napoleon sich erhob, einen grunzenden Laut von sich gab und seine Leibesfülle so schnell wie möglich durch den Saal bewegte. Er lief geradewegs auf Lucy zu, um sich mit einer etwas missglückten, schwungvollen Geste vor ihr zu verbeugen. »Wir bekommen so selten Besuch aus der Welt«, sagte er, »besonders solch schönen, seien Sie willkommen.« »Danke«, erwiderte sie, »werden Sie von diesen beiden Herren angemessen unterrichtet?«, fragte er. Lucy lächelte. »Ja, bis jetzt waren Sie ziemlich zuvorkommend.« Napoleon wirkte ein wenig deprimiert. »Aha«, sagte er. »Es freut mich zu hören. Aber bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie sonst noch etwas benötigen.« Ein Moment lang fuchtelte er mit den Händen herum und klopfte sich an die Klinikkleidung. »Ich habe offenbar meine Visitenkarten nicht dabei«, sagte er. »Sie studieren nicht zufällig Geschichte?« Lucy zuckte die Schultern. »Nicht speziell, obwohl ich während des Grundstudiums ein paar Kurse zur europäischen Geschichte belegt habe.« Napoleons Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Und wo mag das gewesen sein?« »In Stanford«, erwiderte Lucy Johns. »Dann sollte Ihnen klar sein«, sagte Napoleon und machte mit einem Arm eine ausladende Geste, während er den anderen plötzlich an die Seite drückte. »Dass gewaltige Kräfte im Spiel sind. Die Welt ist in der Schwebe. Augenblicke erstarren in der Zeit, während ungeheure Verwerfungen die Menschheit erschüttern. Die Geschichte hält den Atem an. Götter ringen auf dem Feld der Ehre. Wir leben in Zeiten kolossaler Umbrüche. Ich schaudere bei dem Gedanken, was das alles zu bedeuten hat.« »Man tut, was man kann, jeder auf seine Weise«, erwiderte Lucy. »Natürlich«, antwortete Napoleon und verneigte sich tief. »Wir tun alle, wozu wir berufen sind. Wir alle spielen unsere Rolle auf der großen Weltbühne. Der kleine Mann kann groß werden, der unscheinbare Augenblick wird schicksalsträchtig. Die kleinste Entscheidung kann große Entwicklungen in Gang setzen.« Dann beugte er sich vor und flüsterte. »Wird die Nacht hereinbrechen? Oder werden die Preußen rechtzeitig eintreffen, um den eisernen Herzog zu befreien?« »Ich glaube«, sagte Lucy zuversichtlich, »dass Blücher rechtzeitig erscheint.« »Ja«, sagte Napoleon, fast mit einem Augenzwinkern. »In Waterloo war es so. Aber heute auch?« Er lächelte geheimnisvoll, winkte Peter und Francis noch mal kurz zu, drehte sich um und ging. Peter, das typische süßsäuerliche Grinsen um die Mundwinkel, zuckte erleichtert die Schultern und sagte Francis ins Ohr, »Ich wette, Mr. Evil hat jedes Wort mit angehört, und Nappy kriegt heute Abend seine Dosis erhöht.« Zum Schein flüsterte er, sprach aber laut genug, dass Lucy Jones und, wie Francis vermutete, auch Mr. Evans es hören konnte, der ihnen in einigem Abstand nachgekommen war. »Er scheint recht freundlich zu sein«, sagte Lucy, »und harmlos.« Mr. Evil trat dazu. »Ihre Einschätzung ist korrekt, Miss Jones«, bestätigte er mit Nachdruck, »und das gilt für beinahe jeden hier. Meistens fügen sie nur sich selbst Schaden zu. Uns Betreuern stellt sich das Problem herauszufinden, wer von ihnen potenziell gewalttätig ist, wer von ihnen dieses Potenzial in sich trägt. Manchmal müssen wir danach Ausschau halten.« »Und aus dem gleichen Grund bin auch ich hergekommen«, erwiderte sie. »Natürlich«, sagte Mr. Evans, während er zu Peter the Fireman hinüberschielte. »Bei einigen fällt die Antwort leicht.« Die beiden Männer funkelten sich wie immer an. Dann streckte Mr. Evil die Hand aus und fasste Lucy Jones wie ein Kavalier der alten Schule behutsam am Arm, was jedoch unter den gegebenen Umständen etwas ganz anderes zu bedeuten hatte. »Wenn Sie gestatten, Miss Jones«, sagte er, »würde ich Ihnen jetzt gerne die übrige Klinik zeigen, auch wenn sie größtenteils nicht viel anders aussieht als dieser Teil hier. Am Nachmittag stehen Gruppensitzungen und andere Aktivitäten auf dem Programm, dann das Abendessen und noch einiges andere, das getan werden muss.« Eine Sekunde lang sah es so aus, als wollte Lucy sich dem Griff des Psychologen entziehen. Dann nickte sie und antwortete, »Es wäre nett.« Doch bevor sie ging, drehte sie sich zu Francis und Peter the Fireman um und sagte, »Ich hätte später noch einige Fragen an Sie. Oder vielleicht auch morgen früh. Ist Ihnen das recht?« Francis und Peter nickten beide. »Ich bin nicht sicher, ob die beiden Ihnen von allzu großer Hilfe sein können«, sagte Mr. Evans und schüttelte den Kopf. »Vielleicht können Sie es, vielleicht auch nicht«, sagte Lucy Jones. »Das werden wir sehen. Eines jedenfalls steht fest, Mr. Evans.« »Und das wäre?«, fragte er. »Im Moment sind Sie die einzigen, die ich nicht verdächtige.« Francis fand an diesem Abend keinen Schlaf. Das Schnarchen und Wimmern, die übliche nächtliche Hintergrundmusik machte ihn nervös, oder zumindest nahm er das an, bis er sich auf den Rücken legte, mit offenen Augen an die Decke starrte und begriff, dass ihn nicht die vertraute Geräuschkulisse störte, sondern all das, was während des Tages geschehen war. Seine eigenen Stimmen waren ruhig, doch voller Fragen. Und er hätte gern gewusst, ob er in der Lage war, das zu tun, was von ihm erwartet wurde. Er hatte sich nie für jemanden gehalten, der einen Blick fürs Detail besaß, dem Worte und Taten eine versteckte Bedeutung enthüllten, so wie bei Peter und zweifellos auch Lucy Jones. In seinen Augen hatten die beiden ihre Vorstellungen und Gedanken im Griff, worauf er selbst nur hoffen konnte. Seine eigenen Assoziationen waren zufällig und wechselten wie ein Kanickel ständig die Richtung, schlugen Haken, wurden von Kräften verschoben, die er nicht recht verstand. Francis seufzte und drehte sich halb im Bett herum. Erst da merkte er, dass er nicht der Einzige war, der nicht schlafen konnte. Nicht weit weg von ihm entfernt saß Peter the Fireman, die Arme auf den angewinkelten Knien verschränkt an die Wand gelehnt und blickte quer durch den Raum. Francis sah, dass Peter unverwandt auf die Fensterreihe ihm gegenüber starrte. Durch die Kreuzschraffur der Gitter und das Milchglas hindurch in das matte Mondlicht und die tintenschwarze Nacht. Francis wollte etwas sagen, doch dann beherrschte er sich, denn er ahnte, dass der knisternde Strom, der Peter in dieser Nacht den Schlaf raubte, viel zu mächtig war, um ihn zu unterbrechen. Ich spürte förmlich, wie der Engel jedes Wort von mir las, doch die Stille wurde nicht gestört. Wenn man verrückt ist, dann wirkt sich Stille zuweilen wie ein Nebel aus, der normale alltägliche Dinge, einen gewohnten Blick, ein vertrautes Geräusch verschleiert, sodass alles ein wenig verformt und mysteriös erscheint. So wie eine vielbefahrene Straße urplötzlich nach rechts abzubiegen scheint, weil der Nebel bei Nacht die Scheinwerfer so seltsam bricht, während der Verstand einem zubrült, dass es geradeaus weitergeht. Der Wahnsinn ist diesem Moment des Zweifels vergleichbar, in dem ich nicht weiß, ob ich meinen Augen oder meiner Erinnerung trauen soll, weil beide zu denselben heimtückischen Irrtümern fähig sind. Ich fühlte den Schweiß auf meiner Stirn, und ich schüttelte mich wie ein nasser Hund von oben bis unten, um mich von den klammen, verzweifelten Gefühlen zu befreien, das der Engel in meine Wohnung hereingetragen hatte. »Hau ab«, sagte ich, und spülte, wie mich urplötzlich der Mut gänzlich verließ. »Hau ab! Ich habe einmal mit dir gekämpft«, brüllte ich. »Einmal sollte genügen!« Mir zitterten die Hände, und ich wollte nach Peter the Fireman rufen. Aber ich wusste, dass er zu weit weg, und ich auf mich allein gestellt war, und so ballte ich die Fäuste, um das Zittern zu verbergen. Als ich gerade tief Luft holte, hörte ich, wie es an meiner Wohnungstür klopfte. Das Geräusch, das wie ein Trommelfeuer klang, platzte in das eingebildete Geschehen hinein, und als ich aufstand, drehte sich meine Umgebung sekundenlang vor meinen Augen, bis ich das Gleichgewicht wiedererlangte. Mit wenigen Schritten durchquerte ich das Zimmer und ging an die Tür. Eine weitere Salve! Ich hörte eine Stimme. »Mr. Petrell, Mr. Petrell, alles in Ordnung da drinnen!« Ich lehnte die Stirn an die Holztür, sie fühlte sich kühl an, als fieberte ich, und sie bestünde aus Eis. Hastig ging ich den Katalog der Stimmen durch, die ich kannte. Eine meiner Schwestern hätte ich auf der Stelle erkannt. Meine Eltern konnte ich ausschließen, da sie mich noch nie zu Hause besucht hatten. »Mr. Petrell, bitte, antworten Sie, alles in Ordnung?« Ich lächelte. Ich hörte ein zartes Haar vor dem O. Mein Nachbar auf der anderen Seite des Flurs ist Ramon Santiago, der bei der städtischen Müllabfuhr arbeitet. Er hat eine Frau, Rosalita, und ein hübsches kleines Töchterchen namens Esperanza. Offenbar ein überaus lernbegieriges Geschöpf, das von ihrem Thron aus, dem Arm ihrer Mutter, mit dem konzentrierten Blick eines College-Professors auf ihre Umgebung herabsieht. »Mr. Petrell!« »Mir fehlt nichts, Mr. Santiago, danke. Ganz bestimmt?« Wir redeten durch die geschlossene Tür, und ich fühlte, dass er nur Zentimeter von mir entfernt war, direkt auf der anderen Seite. »Sie sollten bitte aufmachen. Ich möchte mich nur davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist.« Mr. Santiago klopfte wieder, und diesmal griff ich nach dem Riegel des Schlosses und zog die Tür einen Spaltbreit auf. Unsere Blicke trafen sich, und er sah mich prüfend an. »Wir haben Schreie gehört,« sagte er. »Es klang, als ob jeder Moment eine Schlägerei geben würde.« »Nein,« sagte ich, »ich bin allein.« »Ich hab Sie reden hören, als hätten Sie mit jemandem Streit. Sind Sie wirklich sicher, dass Ihnen nichts fehlt?« Ramon Santiago war ein kleinwüchsiger Mann. Doch nachdem er bereits einige Jahre lang in der frühmorgendlichen Stadt schwere Mülltonnen gehoben hatte, waren seine Arme und Schultern auffallend muskulös. Er wäre für jeden ein ernstzunehmender Gegner gewesen und musste, wie ich vermutete, selten einmal handgreiflich werden, um sich Gehör zu verschaffen. »Nein, danke, mir geht's wirklich gut.« »Sie sehen aber nicht so aus, Mr. Petrel. Ist Ihnen schlecht?« »Ach, ich hab in letzter Zeit nur ein bisschen viel Stress gehabt und ein paar Mahlzeiten ausgelassen.« »Soll ich jemanden anrufen? Eine von Ihren Schwestern vielleicht?« Ich schüttelte den Kopf. »Mr. Santiago, bitte, meine Schwestern kann ich jetzt am wenigsten gebrauchen.« Er lächelte mich verständnisvoll an. »Ich weiß, Verwandtschaft. Manchmal können die einen den Wahnsinn treiben.« Kaum waren die Worte heraus, hängte er verlegen den Blick, als ob er mich gerade beleidigt hätte. Ich lachte. »Nein, nein, Sie haben ja recht. Das können Sie wirklich. Und in meinem Fall ist es Ihnen zweifellos gelungen. Und ich vermute mal, das wird Ihnen wieder gelingen, früher oder später. Aber im Moment ist alles in Ordnung.« Er musterte mich weiter mit einem zweifelnden Blick. »Trotzdem. Mann, haben Sie mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Sie nehmen doch Ihre Pillen regelmäßig.« Ich zuckte die Schultern. »Ja«, log ich. Ich sah, dass er mir nicht glaubte. Er schaute mich weiterhin forschend an und fixierte mein Gesicht, als suchte er jede Runzel, jede Falte nach erkennbaren Symptomen ab. Als sei meine Krankheit an einem Hautausschlag oder einer Gelbsucht zu erkennen. Ohne den Blick abzuwenden, war für ein paar Worte auf Spanisch über die Schulter, und ich sah seine Frau und ihr kleines Kind in der Wohnungstür gegenüberstehen. Rosalita wirkte ein wenig verängstigt, und sie hob die Hand, um ihr zaghaft zuzuwinken. Auch das Kind erwiderte mein Lächeln. Dann wechselte Mr. Santiago wieder ins Englische. »Rosi«, sagte er in forderndem, wenn auch nicht ärgerlichem Ton. »Geh und bring Mr. Petrell auf einem Pappteller was von dem Reis mit Huhn, das wir zum Abendessen haben.« »Es sieht so aus, als könnte er mal eine anständige, warme Mahlzeit brauchen.« Ich sah, wie sie nickte, mir ebenfalls ein zartes Lächeln zuwarf und in ihrer Wohnung verschwand. Das ist sehr nett von ihnen, wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. »Kein Problem! Aros compoglio! Da, wo ich herkomme, Mr. Petrell, hilft das so ziemlich gegen alles und jedes. Bist du krank, kriegst du Reis mit Huhn. Wirst du gefeuert, kriegst du Reis mit Huhn. Bricht dir jemand das Herz?« »Reis mit Huhn«, brachte ich den Satz für ihn zu Ende. »Sie haben's hundert Prozent getroffen!« Wir mussten beide grinsen. Rosi kam nach wenigen Sekunden mit einem Pappteller zurück, auf dem sich dampfendes Hühnchen mit lockerem, gelbem Reis türmte. Sie lief damit über den Flur, und ich nahm ihn ihr ab, wobei ich kaum merklich ihre Hand streifte, und mir bewusst wurde, dass ich schon lange keine menschliche Berührung mehr gefühlt hatte. »Das wäre wirklich nichts«, fing ich an, doch beide Santiagos schüttelten den Kopf. »Und Sie sind sicher, dass ich Ihnen niemanden rufen soll? Wenn nicht Ihrer Familie, dann vielleicht jemanden vom Sozialamt oder einen Freund?« »Hab nicht mehr allzu viele Freunde, Mr. Santiago.« »Also, es gibt mehr Leute, denen Sie am Herzen liegen, als Sie denken«, sagte er, ich schüttelte wieder den Kopf. »Dann irgendjemand anders?« »Nein, wirklich nicht.« »Und Sie sind ganz sicher, dass Sie nicht von jemand belästigt wurden?« »Ich hab lauter Stimmen gehört, klang für mich wie kurz vor einer Prügelei.« Ich lächelte, weil ich in Wahrheit tatsächlich von jemandem belästigt worden war, nur, dass es ihn nicht wirklich gab. Ich öffnete die Tür weit und ließ ihn hereinschauen. »Ganz allein, ehrenwort«, sagte ich. Doch ich sah, wie sein Blick quer durch die Wohnung schnellte und dann an den Worten hängen blieb, die ich auf die Wand kritzelte. In dem Moment dachte ich, er würde etwas sagen, doch er schwieg. Er streckte die Hand aus und legte sie mir auf die Schulter. »Wenn Sie Hilfe brauchen, Mr. Petrel, brauchen Sie nur bei mir zu klopfen, jederzeit, Tag und Nacht. Verstanden?« »Danke, Mr. Santiago«, sagte ich und nickte. »Und danke für das Essen.« Ich schloss die Tür und holte Tiefluft, indem ich das Aroma des Essens einsog. Plötzlich kam es mir so vor, als hätte ich seit Tagen nichts gegessen, auch wenn ich mich an überbackenen Käse erinnerte. Aber wann war das gewesen? In einer Schublade fand ich eine Gabel und stieß sie in Rosalitas Spezialität. Ich war gespannt, ob Aros con Polio, das bei so vielen geistigen Leiden half, mich von meinem heilen konnte. Zu meiner Verwunderung schien mir jeder Bissen frische Kräfte zu verleihen, und während ich kaute, sah ich, welchen Fortschritt ich an der Wand gemacht hatte. Geschichtskolumnen, und ich merkte, dass ich wieder allein war. Er würde wiederkommen, daran zweifelte ich nicht. Er lauerte die Fuß in irgendeinem Winkel außerhalb meiner Reichweite und entzog sich meinem Bewusstsein. Wich mir aus, wich der Familie Santiago aus, dem Aros con Polio, versteckte sich vor meinem Gedächtnis. Doch im Moment hatte ich zu meiner großen Erleichterung nichts weiter als Hühnchen, Reis und Wörter. Und ich musste unwiegürlich denken, das ganze Gefasel in Galpe Pills Büro über Vertraulichkeit war nichts als aufgeblasenes, leeres Gerede gewesen. Es dauerte nicht lange, bis alle Patienten und sämtliches Personal Lucy Jones' Anwesenheit im Amherst-Gebäude zur Kenntnis genommen hatten. Es lag nicht nur an der Art, wie sie sich kleidete, in weiten dunklen Hosen und Pullover, die lederne Aktentasche in der Hand, dass sie zum legeren Klinikalltag in auffälligem Gegensatz stand, oder an ihrer Größe und Körperhaltung oder der charakteristischen Narbe in ihrem Gesicht, dass sie anders war. Und wenn sie auch nicht in ihren Selbstgesprächen innehielten oder das Zittern ihrer Hände aufhörte, so schenkten sie ihr eine Aufmerksamkeit, die sich ihrer Krankheit widersetzte. Selbst bei den Mahlzeiten, die sie zusammen mit den Patienten und dem Personal in der Cafeteria einnahm, wo sie wie jeder andere für einen Teller mit dem undefinierbaren Kantinenfraß Schlange stand, war sie jemand von draußen. Sie zog es vor, an einem Ecktisch zu sitzen, von wo aus sie die anderen im Raum sehen konnte, mit dem Rücken zu einer lindgrün gestrichenen Schlackensteinwand. Belegentlich gesellte sich jemand zu ihr, entweder Mr. Evil, der sich für alles, was sie tat, brennend zu interessieren schien, oder Big Black und Little Black, bei denen sich jedes Gespräch früher oder später um Sport zu drehen schien. Manchmal setzte sich auch jemand vom Pflegepersonal zu ihr, doch neben deren schlichter weißer Tracht und der Spitzenhaube stach sie noch mehr von der Klinikroutine ab. Und wenn sie sich mit einem ihrer Tischnachbarn unterhielt, schien sie ständig Seitenblicke durch den Raum zu werfen. Was Francis ein wenig an einen Feldadler erinnerte, der auf Luftströmungen hoch über ihnen schwebte und herunterspähte, um zwischen den vertrockneten, braunen Stängeln des Neuenglandfrühlings die kleinste Bewegung auszumachen und seine Beute zu sondieren. Von den Patienten setzte sich keiner zu ihr. Anfangs nicht einmal Francis oder Peter the Fireman. Das war Peters Idee. Er hatte zu ihr gesagt, es sei nicht sinnvoll, allzu viele Leute wissen zu lassen, dass sie mit ihr zusammenarbeiteten, auch wenn die Leute nicht lange brauchten, um das selber rauszufinden. Und so ignorierten Francis und Peter sie in den ersten Tagen im Speisesaal. Cleo allerdings nicht. Als Lucy ihr Tablett zur Rückgabe trug, ging die füllige Patientin direkt auf sie zu. »Ich weiß, wieso Sie hier sind«, sagte Cleo. Sie war laut und absichtlich vorwurfsvoll, und ohne das übliche Geklapper von Geschirr und Tabletts hätte sie mit ihrem Ton die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. »Ach, tatsächlich«, erwiderte Lucy ruhig. Sie ging an Cleo vorbei und fing an, Essensreste von einem robusten weißen Teller in einen Abfallbehälter zu kratzen. »Allerdings«, fuhr Cleo in sachlichem Tonfall fort, »das ist nicht schwer zu raten.« »Meinen Sie?« »Ja«, sagte Cleo nunmehr mit der typischen Theatralik und dem Draufgängertum, das Wahnsinn manchmal mit sich brachte, sodass es die gewöhnlichen Hemmschwellen durchbrach. »Dann sollten Sie mir vielleicht erzählen, was Sie denken.« »Aha, natürlich. Sie meinen, Ägypten an sich reißen.« »Ägypten?« »Ägypten«, sagte Cleo mit einer ausladenden Geste, die den ganzen Saal einschloss und in der auch ein gewisser Tadel darüber steckte, wie Lucy Jones das Offensichtliche entgehen konnte. »Mein Ägypten! Und als nächstes wollen Sie sich zweifellos auch an Marc Anton und an Cäsar heranmachen.« Cleo räusperte sich laut, verschränkte für einen Moment die Arme, sodass sie Lucy wie ein Fels den Weg verstellte und endete mit ihrem in beinahe jeder Lebenslage passenden Spruch. »Die Arschlöcher! Die verdammten Arschlöcher!« Lucy Jones sah sie etwas verwirrt an und schüttelte den Kopf. »Nein, da liegen Sie entschieden daneben. Ägypten ist bei Ihnen sicher aufgehoben. Ich würde mir niemals anmaßen, jemandem eine solche Krone streitig zu machen, nicht um alles in der Welt.« Cleo stützte die Hände auf die Hüften und starrte Lucy an. »Wieso sollte ich Ihnen glauben?« fragte sie. »Ich kann Ihnen nur mein Wort darauf geben.« Die schwere Frau zögerte, kratzte sich dann in dem wirren Haarknoll mitten auf ihrem Kopf. »Sind Sie ein Mensch von Ehrbarkeit und Anstand?« fragte sie abrupt. »Das sagt man mir jedenfalls nach,« erwiderte Lucy. »Gab a pill, und Mr. Evil würden dasselbe sagen, aber ich traue Ihnen nicht.« »Ich auch nicht,« sagte Lucy ruhig und beugte sich ein wenig vor. »Da sind wir uns jedenfalls einig.« »Wenn Sie also nicht gekommen sind, um Ägypten zu erobern, weshalb dann?« fragte Cleo und stützte wieder die Hände in die Hüften, während sie in einen aggressiv-intuitiven Ton verwechselte. »Ich glaube, es gibt einen Verräter in Ihrem Reich,« sagte Lucy gedehnt. »Welche Art von Verräter?« »Die übelste Sorte,« Cleo nickte. »Das hat mit Lenkis Verhaftung zu tun und dem Mord an Shortblond, nicht wahr?« »Ja,« erwiderte Lucy. »Ich hab ihn gesehen,« sagte Cleo. »Nicht gut, aber ich hab ihn gesehen. In der Nacht...« »Wen?« »Wen haben Sie gesehen?« hackte Lucy nach und neigte sich plötzlich ganz bei der Sache unwillkürlich vor. Cleo schenkte ihr ein vielsagendes, katzenhaftes Lächeln. Dann zuckte sie die Schultern. »Wenn Sie meine Hilfe brauchen,« sagte sie nunmehr ganz Majestät in herablassendem Ton, »dann sollten Sie ein förmliches Ersuchen an mich richten, zur rechten Zeit und am rechten Ort.« Damit trat Cleo zurück und machte, nachdem sie sich genüsslich und in übertriebener Manier eine Zigarette angezündet hatte, mit zufriedener Miene auf dem Absatz kehrt. Lucy schien nicht recht zu wissen, was sie tun sollte. Sie trat einen Schritt in ihre Richtung, doch nur, um von Peter the Fireman abgefangen zu werden, der in diesem Moment sein Tablett zur Rückgabetheke gebracht hatte, obwohl Francis sehen konnte, dass er sein Essen kaum angerührt hatte. Er kratzte seinen Teller leer und schob seine Utensilien in die Geschirrabgabe. Während er noch damit beschäftigt war, hörte Francis, wie er zu Lucy sagte, »Das stimmt. Sie hat in der Nacht tatsächlich den Engel gesehen.« »Der hat uns erzählt, er sei in den Frauenschlafsaal gekommen.« »Hätte eine Weile da gestanden, sei dann wieder hinausgegangen und hätte die Tür von außen abgeschlossen.« Lucy Jones nickte. »Merkwürdiges Verhalten«, sagte sie, »auf wenn selbst ihr klar sein musste, dass sich eine solche Feststellung in einer Nervenheilanstalt erübrigte, an einem Ort, an dem sämtliche Verhaltensweisen bestenfalls bizarr und schlimmstenfalls wahrhaft entsetzlich waren.« Sie warf ein Blick auf Francis, der ebenfalls aufgestanden war und sich zu ihnen gesellte. »Seabert, sagen Sie, wieso sollte jemand, der gerade ein Gewaltverbrechen verübt und sich die größte Mühe gegeben hat, seine Spuren zu verwischen, und der außerdem gerade jemand anderem die Schuld dafür in die Schuhe geschoben hat, ein Mann, der das dringende Bedürfnis haben muss, zu verschwinden und sich zu verstecken, einen Raum voller Frauen betreten, von denen nur die eine oder andere aufzuwachen braucht, um ihn zu erkennen?« Francis schüttelte den Kopf, er überlegte. »Würden Sie ihn tatsächlich erkennen?« Er hörte, wie mehrere Stimmen in seinem Innern danach drängten, die Frage zu beantworten, doch er ignorierte sie und sah Lucy in die Augen. Sie zuckte die Schultern. »Ein Rätsel«, sagte Lucy. »Aber eines, auf das ich früher oder später eine Antwort brauche. Glauben Sie, dass ich sie von Ihnen bekommen kann, Francis?« Er nickte. Sie lachte leise. »Siebert, traut sich was zu, das gefällt mir«, sagte sie, und dann nahm sie ihn mit in den Flur. Sie wollte gerade noch etwas sagen, doch Peter hielt die Hand hoch. »Siebert, lass uns niemanden wissen, was Cleo gesehen hat.« Dann wandte er sich an Lucy Jones. Als Francis das erste Mal mit ihr redete und sie erwähnte, dass der Mann, nachdem wir suchen, in den Schlafsaal der Frauen gekommen ist, war sie nicht in der Lage, eine annähernd brauchbare, stimmige Beschreibung vom Engel zu liefern. Alle waren ziemlich verstört. Vielleicht ist ihr inzwischen, nachdem sie ein bisschen Zeit hatte, über diese Nacht nachzudenken, irgendwas Wichtiges eingefallen. Sie mag Francis. »Ich denke, es wäre klug, dass er noch mal zu ihr geht und mit ihr über die Ereignisse in der Nacht redet. Das hätte den zusätzlichen Vorteil, dass wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf sie lenken. Denn sobald Sie Cleo selbst befragen, werden die Leute begreifen, dass sie mit der ganzen Sache was zu tun hat.« Lucy dachte einen Moment über Peters Vorschlag nach und nickte. »Es leuchtet ein. Francis, können Sie das in die Hand nehmen und dann zu mir kommen?« »Ja«, sagte Francis, »auch wenn er sich seiner Sache keineswegs sicher war. Egal, was Lucy gerade über sein Selbstvertrauen geäußert hatte, er konnte sich nicht entsinnen, jemals einem anderen Menschen Fragen gestellt zu haben, um ihm Informationen aus der Nase zu ziehen. In dem Moment schlenderte Newsman an ihn vorbei, blieb in ein, zwei Metern Abstand von ihnen stehen, vollführte eine ballettreife Pirouette auf dem polierten Boden, sodass seine Schuhe quietschten, und sagte dann, »Union News! Markteinbruch nach schlechten Wirtschaftsprognosen!« Er wirbelte elegant zurück, dann erneut herum und drehte schließlich ab, um die Zeitung wie ein Segel vor sich ausgebreitet den Flur entlang davon zu gleiten. »Wenn ich noch mal mit Cleo rede,« sagte Francis, »was machst du denn so lange, Peter?« »Was ich mache?« Die Frage sollte eher lauten, »was hätte ich gerne?« »Ich hätte es gerne, Siebert, dass Miss Jones hinsichtlich der Unterlagen, die sie mitgebracht hatte, ein bisschen mitteilsamer wäre.« Zuerst antwortete Lucy nicht, und Peter wandte sich direkt an sie. »Das würde uns helfen, ein bisschen mehr über die Einzelheiten zu erfahren, die sie herausgebracht haben, wenn wir ihnen hier behilflich sein sollen.« Wieder schien sie zu zögern. »Wieso, glauben Sie?« fing sie an, »nur, um von Peter unterbrochen zu werden.« Er lächelte auf diese charakteristisch lässige Art, was für Francis zumindest bedeutete, dass ihm etwas Amüsantes und Ungewöhnliches in den Sinn gekommen war. »Wir haben die Akten aus denselben Gründen mitgebracht, die ich an ihrer Stelle im Auge gehabt hätte, weil sie sich auf Schritt und Tritt von den Gemeinsamkeiten überzeugen müssen, und weil ihnen, Miss Jones, irgendwo auch ein Chef im Nacken sitzt, der bald Ergebnisse sehen will. Wahrscheinlich ein Boss, dem schnell die Sicherungen durchbrennen und dessen Auffassung davon, wie seine jungen Mitarbeiter ihre Zeit am effizientesten Nutzen von übertriebenen politischen Rücksichten bestimmt ist. Demnach steht auf unserer Geschäftsordnung die Aufgabe, ganz oben an die Parallelen zwischen den Details dieser früheren Morde und dem hier in der Klinik aufzuzeigen. Ich finde daher, dass ich Einsicht an diese Akten bekommen sollte.« Lucy holte Tiefluft. »Interessanterweise hat mich Mr. Evans heute Morgen um dasselbe gebeten, und zwar mehr oder weniger mit derselben Begründung.« »Große Geister denken gleich«, sagte Peter mit unverhülltem Sarkasmus. »Ich habe seinen Ansinnen zurückgewiesen«, Peter zögerte, bevor er sagte, »und zwar, weil sie sich bis jetzt nicht sicher sind, ob sie ihm trauen können.« Auch das war amüsant, und er schien bei den letzten Worten zu lachen. Lucy lächelte. »Mehr oder weniger genau das, was ich gerade der Dame gesagt habe, die ihr Cleo nennt. Aber Siebert und ich, na ja, sie gehören nicht in dieselbe Schublade, oder?« »Nein, gehören sie nicht. Zwei Unschuldslämmer. Aber wenn ich Ihnen diese... Werden Sie Mr. Evans argern.« Sein Pech. Wieder ließ sich Lucy mit ihrer Antwort Zeit, und diesmal lag Neugier in ihrer Stimme. »Peter«, sagte sie langsam, »es ist Ihnen eigentlich ganz und gar egal, wem Sie auf die Zehen treten? Besonders, wenn es dabei um jemanden geht, dessen Auffassung über ihre gegenwärtige Geistesverfassung für ihre eigene Zukunft so entscheidend sein kann.« Peter schien jeden Moment loslachen zu wollen, und er strich sich mit der Hand durchs Haar, zogte die Schultern und schüttelte mit demselben schiefen Grenzen den Kopf. Kurz und bündig lautet die Antwort auf Ihre Frage, »Ja.« »Es ist mir ziemlich egal, wem ich auf die Zehen trete.« Evans hasst mich, und was immer ich sage oder tue, er wird mich nur noch mehr dafür hassen. Und das hat nicht allzu viel damit zu tun, wer ich bin, sondern damit, was ich getan habe. Also hege ich keine allzu großen Hoffnungen, dass er seine Meinung ändert. Und er ist in dem »Wir hassen Peter Club« hier drinnen nicht allein. »Er ist nur der offensichtlichste und, man könnte sagen, der widerwärtigste Vertreter. Ich kann tun, was ich will, daran wird sich nichts ändern. Wieso soll ich mir also um ihn Gedanken machen?« Lucy musste auch ein wenig lächeln. Dadurch verzog sich die Narbe in ihrem Gesicht, und Francis kam plötzlich der Gedanke, dass das Seltsamste an einem derart gravierenden Makel war, dass er ihre übrige Schönheit nur noch unterstrich. »Ich protestiere zu viel«, fragte Peter und grinste immer noch. »Was wird noch gleich den Ihren nachgesagt?« »Eine Menge. Aber vor allem, dass wir uns gerne selber reden hören. Es ist das abgedroschendste Klischee, aber leider eines, das auf jahrhunderte langer Erfahrung basiert.« »In Ordnung«, sagte Lucy. »Francis, wie wär's, wenn Sie jetzt zu Miss Cleo gehen würden, während Peter mich in mein kleines Büro begleitet?« Francis schwieg, und so fragte Lucy nach, »weil Sie nichts dagegen haben?« Er nickte, um sein Einverständnis anzuzeigen. »Es war ein seltsames Gefühl«, dachte er. Er wollte ihr tatsächlich helfen, denn jedes Mal, wenn er sie ansah, fand er sie noch schöner als davor. Aber er war ein bisschen eifersüchtig darauf, dass Peter sie begleiten durfte, während er sich auf Cleo stürzen musste. Seine Stimmen, nach wie vor gedämpft rumorten in ihm. Doch er ignorierte den Larm und eilte nach kurzer Überlegung den Flur entlang Richtung Tagesraum, wo er Cleo hinter dem Ping-Pong-Tisch in ihrer gewohnten Ecke vermutete, um das eine oder andere Opfer für ein Spiel zu finden. Francis hatte sich nicht getäuscht. Cleo stand an ihrem angestammten Platz und hatte bereits Beute gemacht. Drei andere Patienten am anderen Ende des Tisches, die sie mit Schlägern bewaffnet und jeweils an ihren Posten platziert hatte, wo sie reagieren sollten, falls ihr Ball dort auftraf. Außerdem demonstrierte sie jedem von ihnen, wie sie in die Knie gehen, den Schläger halten und vor einer Aktion ihr Gewicht auf den Fußballen verlagern mussten. Es war, wie Francis sah, eine kleine Spezialklinik, wo man das Spiel zu spielen lernte und, wie er stark vermutete, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es handelte sich durchweg um ältere Männer mit strähnigem, grauen Haar und schlaffer Haut mit braunen Altersflecken. Er sah, wie jeder von ihnen unglücklich versuchte, sich auf das zu konzentrieren, was sie ihnen erklärte und wie sie mit ihren Aufgaben haderten. Diese bescheidenen Herausforderungen türmten sich kurz vor Spielbeginn wie unüberwindliche Hindernisse vor ihnen auf. Und er sah auch, dass sie, je näher Kleos Eröffnungssalve rückte, um so weniger der Herausforderung gewachsen waren, wie gut sie ihre Schüler auch unterrichtet haben mochte. Kleo wiederholte dreimal, »Kann's losgehen?« und sah jedem von ihnen in die Augen, während sie sich auf den Aufschlag vorbereitete. Jeder ihrer Gegner nickte widerstrebend. Mit einer flinken Bewegung aus dem Handgelenk heraus warf Kleo den Ball senkrecht in die Luft. Dann schnellte ihr Schläger mit schlangenhafter Geschmeidigkeit vor und beförderte ihn quer über den Tisch, so dass er laut klickte, übers Netz hüpfte, dahinter auf die Platte traf und genau zwischen zwei Gegnern hindurchsauste, ohne dass einer von ihnen sich auch nur einen Hauch von der Stelle rührte. Francis rechnete damit, dass Kleo jetzt explodierte. Sie lief rot an, und ihre Oberlippe zog sich wütend zurück. Doch genauso schnell, wie der Zorn aufweite, war er wieder verflogen. Einer der Gegner hob den kleinweißen Ball auf und warf ihn Kleo über den Tisch hinweg zu. Sie legte ihn auf der grünen Platte unter ihrem eigenen Schläger ab. »Danke für das Spiel!« Sie seufzte, und die Wut, die ihr ins Gesicht geschrieben stand, wechselte zur Resignation. »Wir arbeiten später noch ein bisschen an unserer Beinarbeit.« Die drei Gegner waren allesamt sichtlich erleichtert und begaben sich in unterschiedliche Ecken im Aufenthaltsraum. Der Tagesraum war wie immer voll und wimmelte von einer bizarren Mischung aus Aktivitäten. Es war ein offener, heller Raum, in dem eine Reihe vergitterter Fenster die Sonne und eine gelegentliche, milde Brise hereinließ. Die glänzend weiß gestrichenen Wände schienen das Licht und die Energie im Zimmer einzufangen und zu reflektieren. Patienten in unterschiedlichster Kleidung, von den allgegenwärtigen weiten Morgenmänteln und Pantoffeln bis zu Jeans und Mänteln, vertrieben sich die Zeit. Quer im Raum waren billige rote und grüne Ledersofas und abgewetzte Sessel verteilt, auf denen sich Männer und Frauen trotz des Geräuschpegels still in eine Lektüre vertieften. Zumindest erweckten sie den Anschein, als ob sie lasen, wenn auch selten Seiten umgeblättert wurden. Auf robusten, hölzernen Beistelltischen lagen alte Zeitschriften und zerfetzte Taschenbuchromane aus. In zwei Ecken standen Fernsehapparate, um die sich eine Unmenge Stammgäste scharrte, die ihre Seifenopern in sich aufzusaugen schienen. Die Apparate machten sich gegenseitig Konkurrenz, da jeweils andere Kanäle eingeschaltet waren, als hätten die Figuren der einen Serie dem anderen Sender den Kampf angesagt. Dies war ein Zugeständnis an die beinahe täglichen Streitigkeiten zwischen den beiden Anhängergruppen. Francis schaute sich weiter um und sah ein paar Patienten bei Brettspielen wie Monopoly oder Risiko oder bei Schach und Dame, während andere Karten spielten. Herz war der Favorit im Tagesraum. Poker wurde von Garbepill verboten, als allzu oft Zigaretten als Chips zum Einsatz kamen und einige Patienten sie zu Horten begannen. Dabei handelte es sich um die weniger Verrückten oder, wie Francis es sah, diejenigen, die bei ihrer Abschiebung in die Heilanstalt nicht sämtliche Beziehungen zur Außenwelt an der Garderobe abgegeben hatten. Er zählte sich selbst zu dieser Gruppe, eine Einschätzung, die alle Stimmen, die er hörte, uneingeschränkt teilten. Und dann waren da natürlich noch die Katos, die einfach nur von A nach B und zurückwanderten und mit allen und keinem redeten. Einige tanzten, einige schlurften, einige liefen zügig hin und her. Doch jeder hatte seine eigene Gangart, während er von solch unzugänglichen Wahnvorstellungen getrieben wurde, dass Francis bestenfalls raten konnte, welcher Natur sie waren. Manchmal fühlte er sich auf dem Schwebebalken seines eigenen Lebens diesen Leuten näher als den Gesunden. In seinen Augen hatte sie das Schicksal zur Rolle des Verlierers verdammt. Über ihnen allen hing ein dünner Schleier Zigarettenrauch. Francis hasste diesen Raum und mied ihn, wenn er konnte. Es war ein Ort, an dem jeder ungehemmt seinen Gedanken freien Lauf ließ. Cleo herrschte, wie konnte es anders sein, über den Ping-Pong-Tisch und seine unmittelbare Umgebung. Ihre ungestüme Art und furchterregende Erscheinung schüchterten die meisten anderen Patienten ein, wovon sich auch Francis nicht ganz freisprechen konnte. Andererseits besaß sie für ihn eine Lebhaftigkeit, die er bei den meisten anderen vergeblich suchte und die er genoß, und er wußte, dass sie witzig sein konnte und nicht selten andere zum Lachen brachte. Eine seltene, unschätzbare Gabe in der Klinik. Sie hatte ihn bald in einiger Entfernung erspäht und blickte ihm mit einem wilden Grinsen entgegen. »Siebert, kommst du, um mich herauszufordern?«, fragte sie. »Nur wenn du mich zwingst«, erwiderte Francis, »dann bestehe ich darauf. Zwinge ich dich. Bitte.« Er ging hin und nahm einen Schläger in die Hand. »Ich muss mit dir darüber sprechen, was du in dieser Nacht gesehen hast.« »In der Mordnacht? Schickt dich die Staatsanwältin vor?«, er nickte. »Es hat was mit diesem Verräter zu tun, den sie sucht.« »Stimmt.« Cleo schien einen Moment zu überlegen, dann hielt sie den kleinweißen Tischtennisball in die Höhe und betrachtete ihn aus der Nähe. »Weißt du was?«, sagte sie. »Du kannst deine Fragen stellen, während wir spielen. Solange du den Ball zurückschlägst, beantworte ich deine Fragen. Nennen wir es ein Spiel im Spiel.« »Ich weiß nicht«, fing Francis an, »doch Cleo tat seinen Protest mit einer nonchalanten Handbewegung ab.« »Es ist eine Herausforderung«, sagte sie. Damit warf sie den Ball in die Luft und machte den Aufschlag. Francis beugte sich über den grünen Tisch und schlug den Ball zurück. Cleo nahm ihn spielend, und plötzlich erfüllte ein rhythmisches Ping-Pong den Raum, ein zügiges Wechselspiel. »Hast du noch mal über das nachgedacht, was du in der Nacht gesehen hast?«, fragte Francis, während er zum nächsten Schlag ausholte. »Natürlich«, erwiderte Cleo und nahm den Ball mühelos an. »Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fasziniert mich die Sache. Hier in Ägypten steht uns einiges ins Haus, nicht wahr? Und Rom verfolgt seine eigenen Interessen, oder etwa nicht?« »Inwiefern«, hakte Francis nach und ächzte auch, wenn er den Ball nicht verschenkte. »Was ich gesehen habe, dauert nur ein paar Sekunden«, sagte Cleo, »aber ich denke, das wenige, was ich gesehen habe, sprach Bände.« »Erzähl weiter«, sagte Francis. Cleo erwiderte den nächsten Schlag ein wenig schneller und stärker angeschnitten, sodass er ihn mit der Rückhand nehmen musste, was ihm zu seinem eigenen Staunen gelang. Er sah, wie Cleo seine Vorlage grinsend nahm und spielend parierte. »Dass er nach all dem, was er getan hatte, es wagte, den Schlafsaal zu betreten«, sagte Cleo, »war für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass es kaum etwas gibt, wovor er Angst hat, nicht wahr?« »Ich kann dir nicht folgen«, sagte Francis. »Und ob du das kannst«, erwiderte Cleo und machte diesmal eine einfache Vorlage mitten über die Platte. »Wir haben jedoch alle vor etwas Angst, Siebert, oder etwa nicht. Entweder vor dem, was in uns selber steckt, oder in den anderen, oder vor dem, was draußen ist. Wir haben Angst vor Veränderungen. Wir haben Angst davor zu stagnieren. Wir sind wie versteinert, wenn irgendetwas aus dem gewohnten Rahmen fällt. Bei jeder Veränderung in der Alltagsroutine verfallen wir in Panik. Jeder hier will anders sein. Aber das erscheint uns bedrohlicher als irgendetwas sonst. Was sind wir also? Wir leben in einer Welt, die so gefährlich ist, dass wir in nicht gewachsen sind. Kannst du mir folgen?« Alles, was Cleo gesagt hatte, räumte Francis ein, entsprach der Wahrheit. »Willst du damit sagen, dass wir Gefangene sind?« »Häftlinge, allerdings«, erwiderte sie. »In jeder Hinsicht gefangen. Durch Mauern, Medikamente, unsere eigenen Gedanken. Diesmal schlug sie den Ball ein wenig fester, doch so, dass er ihn noch erwischte. »Aber der Mann, den ich gesehen habe, also der war es offenbar nicht. Oder falls doch, dann tickt er vollkommen anders als alle anderen hier. Nicht wahr?« Francis schlug den Ball ins Netz. Er kollerte sie ihm zurück. »Der Punkt geht an mich«, sagte Cleo. »Du hast den Aufschlag.« Francis schlug den Ball über die Platte und wieder erfüllte das Klicken ihres Schlagabtauschs den Raum. »Er hatte keine Angst«, sagte Francis, »als er diese Tür zu eurem Schlafsaal öffnete.« Cleo fing den Ball in der Luft auf und setzte dem Spiel ein Ende. Sie beugte sich über die Platte. »Er hat Schlüssel«, sagte sie ruhig. »Er hat Schlüssel wozu?« »Zu den Türen im Amherst oder darüber hinaus?« »Schlüssel zu den anderen Schlafseelen?« »Zu den Abstellräumen?« »Und was ist mit den Büros im Verwaltungsgebäude und den Personalunterkünften?« »Lassen seine Schlüssel auch zu den Türen?« »Kann er das Eingangstor öffnen, Francis?« »Kann er das Eingangstor öffnen und einfach hier rausmarschieren, so oft er will?« Sie schlug erneut den Ball. Er überlegte einen Moment, dann sagte er, »Die Schlüssel bedeuten Macht, nicht wahr?« »Klick, klick«, traf der Ball auf die Platte. »Zugang bedeutet immer Macht«, sagte Cleo in einem abschließenden Ton. »Die Schlüssel sagen eine Menge«, fügte sie hinzu. »Ich frage mich, wie er da rangekommen ist.« »Und wieso ist er in euren Saal eingedrungen und hat riskiert, gesehen zu werden?« Cleo antwortete ein paar Ballwechsel lang nicht. Schließlich sagte sie, »Vielleicht nur, weil er es konnte.« Wieder dachte Francis darüber nach, bevor er fragte, »Bist du sicher, dass du ihn nicht wiedererkennen würdest, wenn du ihn plötzlich vor dir hättest? Hast du mal darüber nachgedacht, wie groß er wohl war, welche Statur er hatte, irgendein besonderes Merkmal an ihm, etwas, wonach man suchen kann?« Cleo schüttelte den Kopf, fiel dann aber plötzlich inne. Sie holte tief Luft und schien sich auf das Spiel zu konzentrieren, indem sie mit jedem Schlag das Tempo steigerte, sodass der Ball über der Platte hin- und herzischte. Francis war ein wenig erstaunt, daß er mit ihr Schritt halten und ihre Bälle zurückgeben konnte, indem er nach links und rechts sprang, zwischen Vor- und Rückhand wechselte und den Ball jedes Mal sauber traf. Cleo lächelte. Sie tänzelte von einer Seite zur anderen und bewegte sich trotz ihres Schwergewichts mit der Grazie einer Ballettöse. »Aber Francis, du und ich, wir beide müssen nicht sein Gesicht gesehen haben, um ihn wiederzuerkennen,« sagte sie nach kurzer Überlegung. »Wir müssen nur seine Haltung sehen. Hier drinnen, an diesem Ort, in unserem Zuhause, findet sie sich kein zweites Mal. Niemand sonst wird einen Blick haben wie er, nicht wahr, Siebert? Denn wenn wir den erst entdecken,« sagte sie, »wissen wir genau, was wir vor uns haben.« »Stimmt's, oder hab ich recht?« Francis holte aus und traf den Ball ein bisschen fester. Er flog über die Platte und schoss fünf Zentimeter übers Ziel hinaus. Mit einer pfeilschnellen Bewegung fing Cleo ihn in der Luft ab, bevor er durch das Zimmer häpfte. »Halt!« »Zu weit!«, sagte sie. »Aber ein kühner Versuch, Siebert!« Francis überlegte. An einem Ort voller Ängste suchten sie nach dem Mann, der keine Angst hatte. In einer Ecke des Tagesraums erhob sich auf einmal ein mehrstimmiges Gebrüll. Er hörte Zorn heraus und schnellte herum. Ein lautes Schluchzen, gefolgt von einem zornigen, schrillen Schrei, lähmte den Raum. Er legte den Schläger weg und trat von der Platte zurück. »Du machst dich, Siebert!«, kicherte Cleo laut, sodass sie den eskalierenden Streit übertönte. »Wir sollten bald mal wieder spielen!« Als Francis Lucys Büro erreichte, war er kaum dazu gekommen, über das Gehörte nachzudenken. Er fand sie hinter einem einfachen, grauen Stahlschreibtisch an die Wand gelehnt. Sie hatte die Arme verschränkt und beobachtete Peter. Er saß da und hatte drei große, braune Aktenmappen aufgeschlagen vor sich. Außerdem waren eine ganze Reihe Hochglanzfarbfotos und Format 20x25 quer über den Tisch verteilt. Daneben Leichenfundort-Skizzen in strengem Schwarz-Weiß mit Pfeilen und Kreisen und Anmerkungen darauf sowie Formblätter mit den Details. Es gab Berichte aus den Büros der Coronas sowie Luftaufnahmen von den Schauplätzen. Als Francis den Raum betrat, sah Peter frustriert auf. »Hi, Francis«, sagte er. »Hat's was gebracht?« »Vielleicht ein bisschen«, erwiderte Francis. »Ich habe mit Cleo geredet«, »und konnte sie eine bessere Beschreibung liefern?« Francis schüttelte den Kopf. Er zeigte auf den Haufen Fotos und Unterlagen. »Ziemlich viel, oder?« sagte er. Er hatte noch nie den Papierkrieg gesehen, der gewöhnlich mit der Untersuchung eines Mordes einhergeht und war beeindruckt. »Viel Papier, das wenig aussagt«, sagte Peter. Lucy bestätigte sein Fazit mit einem Kopfnicken. »Aber das besagte auch eine Menge«, fügte Peter hinzu. Lucy verzog das Gesicht zu einem trockenen Grinsen, als ob diese Feststellung so schmerzlich wie beunruhigend sei. »Ich verstehe nicht«, sagte Francis. »Also«, begann Peter zögernd, »kam aber während er weiter sprach schnell in Fahrt.« »Wir haben es hier mit drei Verbrechen zu tun, die alle in verschiedenen Polizeidistrikten gemeldet wurden, vermutlich, weil die Leichen nach dem Tod woanders hingeschafft wurden, das dazu führt, dass keiner eindeutig für einen dieser Fälle zuständig ist, das immer zu einem bürokratischen Chaos führt, selbst wenn die Bundesstaatspolizei eingeschaltet wird. Und wir haben es mit Opfern zu tun, die in unterschiedlich fortgeschrittenem Verwesungszustand gefunden wurden und die noch dazu der Witterung ausgesetzt waren, sodass ein verlässliches gerichtsmedizinisches Gutachten mindestens schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. »Und wir haben es mit Verbrechen zu tun, die, soweit man aus den Berichten der Ermittler schließen kann, auf einer beliebigen Auswahl beruhen. Zumindest kann man das für die Opfer sagen, denn zwischen den getöteten Frauen gibt es kaum oder keine Gemeinsamkeiten außer dem Körperbau, dem Haartyp und dem Alter. Prozessar und sehr schlanke Figur. Eine war Kellnerin, eine College-Studentin und eine Sekretärin. Sie kannten sich nicht, sie wohnten nicht in derselben Gegend, sie hatten nichts, was sie miteinander verbannt, außer der unglückseligen Tatsache, dass jede von ihnen allein mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nach Hause fuhr. Du weißt schon, U-Bahn oder Bus, und dass jede von ihnen dann bis zu ihrer Wohnung durch mehrere dunkle Straßen laufen musste, sodass sie alle ausgesprochen exponiert waren. »Kein Kunststück«, sagte Lucy, »für einen geduldigen Mann, sie sich auszusuchen und ihnen aufzulauern.« Peter zögerte einen Moment, als ob das, was Lucy sagte, bei ihm eine Frage aufgeworfen hätte. Francis merkte, dass irgendeine Idee mächtig in ihm rumorte, und er war nicht sicher, ob er sie in Worte fassen und laut aussprechen sollte. Nachdem er eine Weile verstrichen war, lehnte Peter sich schließlich zurück und sagte, »Verschiedene Polizeidistrikte, verschiedene Leichenfundorte, verschiedene Dienststellen, alle hier traut vereinigt.« »Es ist richtig«, sagte Lucy mit Bedacht, als wählte sie auf einmal sorgfältig ihre Worte. »Interessant«, erwiderte Peter. Dann beugte er sich wieder über seine Materialien auf dem Schreibtisch und sah noch einmal alles langsam durch. Nach einer Weile hielt er inne und hob die drei Fotos von den rechten Händen der Opfer hoch. Einen Moment lang starrte er auf die verstümmelten Finger. »Sauvaniers«, sagte er knapp, »das ist ein verdammter Klassiker.« »Wie meinst du das?« wollte Francis wissen. »Studien zu Serienkillern«, sagte Lucy ruhig, »haben gezeigt, dass die meisten Serienkiller das Bedürfnis haben, etwas vom Opfer zu entfernen, so dass sie die Erfahrung später in der Erinnerung erneut durchleben können.« »Entfernen? Eine Haarsträhne, ein Kleidungsstück, ein Körperteil.« Francis schauderte. Er fühlte sich in diesem Moment jung, jünger denn je, und fragte sich, wieso er so wenig von der Welt wußte, Peter und Lucy dagegen, die gerade mal acht, vielleicht auch zehn Jahre älter waren, so viel mehr wußten als er. »Und du hast eben gemeint, es besagt auch wieder eine Menge«, war Francis ein. »Was denn zum Beispiel?« Peter sah Lucy an, so dass sich ihre Blicke einen Moment lang trafen. Francis beobachtete die junge Staatsanwältin genau und hatte das Gefühl, als hätte seine Frage eine Art Kluft überbrückt. Es gab Momente, so viel wußte er, wo eine bestimmte Wortverbindung Brücken bauen und Bezüge herstellen konnte, und er hatte das Gefühl, dass dies hier ein solcher Moment war. »Was wir aus all dem entnehmen können, Francis«, sagte Peter an seinen Freund gewann, während er weiterhin die junge Frau ansah, »ist, dass Lankys Engel sich darauf versteht, Verbrechen auf eine Art und Weise zu begehen, die den Leuten, die ihn daran hindern wollen, unendliche Probleme bereitet.« »Das heißt, er verfügt über einige Intelligenz und über ein gehöriges Maß an Kenntnissen, zumindest wenn es darum geht, zu töten.« Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten, Verbrechen aufzuklären, Siebert. »Die erste und beste haben wir dann, wenn am Leichenfundort Indizien zu holen sind, die unausweichlich in eine Richtung weisen.« »Wingerabdrücke, Kleiderfasern, Blutspuren und Mordwaffen, die sichergestellt werden, vielleicht sogar Aussagen von Augenzeugen. Dann kann man diese Dinge mit eindeutigen Motiven in Beziehung setzen, wie Lebensversicherungen, Raub oder Streit zwischen entfremdeten Ehepartnern.« »Und die andere Möglichkeit?«, fragte Francis. »Wenn du einen Verdächtigen findest und es dir dann gelingt, ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu bringen.« »Das klingt so, wie das Pferd vom Schwanz her aufzäumen.« »Ist es auch,« bestätigte Lucy. »Ist das schwieriger?« Peter seufzte. »Schwierig?« »Ja, das schon, aber unmöglich?« »Nein.« »Das ist gut,« sagte Francis. »Er sah Lucy an. Ich würde mir Sorgen machen, wenn das, was wir zu tun haben, unmöglich wäre.« Peter prustete los. »Am Grunde, Siebert, geht es darum, dass wir einfach auf anderem Weg herausfinden, wer der Engel ist. Wir stellen eine Liste mit potenziellen Tatverdächtigen zusammen und grenzen sie immer weiter ein, bis wir uns mehr oder weniger sicher sind, wer es ist. Oder zumindest nur noch ein paar Namen auf der Liste haben. Dann gleichen wir unsere Informationen zu jedem Verbrechen mit diesem Verdächtigen ab. »Einer,« davon bin ich überzeugt, »wird ins Auge stechen. Und sobald wir das sehen, ist es nicht mehr schwer, ihm nachzuweisen, dass er Zugang zu den Opfern hatte. Die Dinge werden sich zusammenfügen, wir wissen nur noch nicht, wie oder zu welchem Ergebnis. Aber irgendetwas in diesem ganzen Wust von Papieren und Berichten und Beweismaterial wird ihn überführen.« Francis holte Tiefluft. »Was meinst du mit auf anderem Weg?«, fragte er. Peter grinste. »Also, mein junger Freund, da liegt der Hase im Pfeffer. Das müssen wir erst noch rausfinden. Es gibt in dieser noblen Einrichtung hier jemanden, der nicht das ist, wofür ihn jeder hält. In seinem Innern lauert eine völlig andere Kategorie von Wahnsinn, Siebert. Und er versteht es verdammt gut, ihn zu verstecken. Wir müssen einfach nur rausfinden, wer hier allen ein X für ein U vormacht.« Francis salusi Andy heftig mit dem Kopf nickte. »Und das«, fügte sie langsam hinzu, »ist natürlich leichter gesagt als getan.« Manchmal verwischen sich die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit. »Für mich tatsächlich nicht immer leicht zu sagen, was das eine und was das andere ist.« Vermutlich soll ich deshalb so viele Medikamente nehmen, als könnte man der Realität chemisch auf die Sprünge helfen. Nimm genügend Milligramm von der einen oder der anderen Pille ein, und die Umrisse werden wieder scharf. Traurigerweise ist das wahr, und meistens bewirken die Arzneimittel ziemlich genau das, was sie sollen, neben all den anderen, weniger angenehmen Dingen. Und unterm Strich ist es vermutlich positiv. Kommt allerdings ganz darauf an, wie viel Wert man auf scharfe Umrisse legt. Im Moment waren sie mir herzlich egal. Ich schlief, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden, auf dem Wohnzimmerboden. Ich hatte ein Kissen und eine Decke von meinem Bett geholt und mich dann neben all meinen Wörtern ausgestreckt, von denen ich mich fast so schwer trennen konnte, wie ein wachsamer Vater ein krankes Kind bei Nacht nicht allein lassen will. Der Boden war hart wie ein Brett, und als ich erwachte, beschwerten sich meine Glieder. Die erste Morgendämmerung drang in meine Wohnung wie ein Herold, der etwas Neues hinausposaunt, und ich machte mich vielleicht, nicht mit gerade frischer Kraft, aber doch immerhin weniger Erschein, wie ein krankes Kind bei Nacht nicht allein lassen will. Der Boden war hart wie ein Brett, und als ich erwachte, beschwerten sich meine Glieder. Die erste Morgendämmerung drang in meine Wohnung wie ein Herold, der etwas Neues hinausposaunt, und ich machte mich vielleicht, nicht mit gerade frischer Kraft, aber doch immerhin weniger Erschöpft an die Arbeit. Ein Moment lang sah ich mich um und vergewisserte mich, dass ich allein war. Der Engel war nicht weit, das wußte ich. Er war nicht geflohen. Das hätte nicht zu ihm gepasst. Och, hätte er sich nicht noch einmal hinter meiner Schulter versteckt. Meine Sinne waren trotz der paar Stunden Schlaf überspannt. Er war nicht weit, er sah mir zu, er wartete ab. Irgendwo in der Nähe. Doch das Zimmer war zumindest im Augenblick leer, und das erfüllte mich mit Erleichterung. Die einzigen Echos, die ich hörte, waren meine eigenen. Ich schärfte mir ein, auf der Hut zu sein. Im Western State Hospital waren wir drei gegen einen gewesen, und trotzdem war es damals ein gleicher Kampf. Doch jetzt, allein in meiner Wohnung, wußte ich nicht, ob ich es noch einmal mit ihm aufnehmen konnte. Ich drehte mich zur Wand um. Ich erinnerte mich, wie ich Peter eine Frage stellte, und er mir in beschwingtem Ton darauf antwortete. Detektivarbeit bedeutet eine umsichtige, sorgfältige Untersuchung der Fakten. Kreatives Denken ist immer willkommen, aber nur in den Grenzen gesicherter Fakten. Ich lachte laut. Diesmal war die Ironie zu offensichtlich. Aber das hat ja gerade nicht funktioniert, oder? Vielleicht wäre es in der realen Welt da draußen besonders heute mit DNA-Analysen und elektronischen Mikroskopen und den erheblich verbesserten gerichtsmedizinischen Techniken und wissenschaftlichen Neuerungen und anderen sensationellen Errungenschaften gar nicht so schwierig gewesen, den Engel zu finden. Vermutlich sogar ganz einfach. Man gebe die richtigen Substanzen in ein Reagenzglas, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon, jage sie durch einen Gaskronometer, wende ein wenig Weltraumtechnologie an, lese die Computeranzeige und finde unseren Mann. Doch damals im Western State Hospital hatten wir nichts von alledem. Wir hatten nichts weiter als uns. Allein im Amherst-Gebäude gab es fast 300 männliche Patienten. Diese Zahl verdoppelte sich in den anderen Stationen, sodass wir in der gesamten Klinik auf 2.100 kamen. Die Zahl der Frauen fiel ein wenig geringer aus. Im Amherst betrug sie 125 und in der Anstalt insgesamt etwas über 900. Mit Schwestern, Lernschwestern, Pflegern, Sicherheitspersonal, Psychologen und Psychiatern kamen wir summa summarum auf gut 3.000 Menschen. Es war nicht gerade eine große Welt, aber wohl eine beachtliche. In den Tagen nach Lucy Johns Ankunft betrachtete Francis die anderen Männer, die durch die Flure liefen, mit verändertem Interesse. Der Gedanke, dass einer von ihnen ein Killer war, beunruhigte ihn, und er ertappte sich dabei, wie er sich drehte und wendete, sobald einer ihm von hinten näher kam. Er wusste, dass das ebenso wie seine entsprechenden Ängste unvernünftig war. Doch es fiel ihm schwer, dieses Gefühl ständiger Angst zu überwinden. Er verbrachte eine Menge Zeit damit, an einem dafür ungeeigneten Ort Augenkontakt zu suchen. Er war von allen möglichen Geisteskrankheiten in unterschiedlichen Stadien umgeben, und er hatte keine Ahnung, wie er seinen Blickwinkel ändern mußte, um eine völlig anders geartete Krankheit als solche zu erkennen. Das Getöse all der Stimmen in seinem Innern verstärkte seine Nervosität. Er fühlte sich ein bisschen so, als sei sein Körper mit elektrischen Impulsen aufgeladen, die alle auf der Suche nach einem ruhenden Pol planlos hin- und herschossen. Er fand keine Ruhe und fühlte sich erschöpft. Peter the Fireman schien nicht ganz so lahmgelegt. Je schlechter es ihm selbst ging, stellte Francis vielmehr fest, desto besser fühlte sich offenbar Peter. Seine Stimme hatte mehr Nachdruck. Sein Schritt war beschleunigt, wenn er die Flure durchschritt. Etwas von der schwer zu fassenden Traurigkeit, die er bei seiner Ankunft im Western State Hospital an den Tag gelegt hatte, war von ihm gewichen, worum ihn Francis beneidete, denn er selbst empfand nur Angst. Doch die Zeit, die er mit Lucy und Peter in ihrem kleinen Büro verbrachte, genügte, um selbst die in den Griff zu bekommen. In diesem kleinen Raum beruhigten sich sogar seine Stimmen, und er konnte vergleichsweise mit innerer Ruhe auf das hören, was sie zu sagen hatten. Punkt eins auf der Geschäftsordnung war, erklärte Lucy ihm, eine Methode zu finden, wie sie die Zahl der möglichen Verdächtigen eingrenzen konnten. Für sie war es nicht weiter schwer, sagte sie, die Krankenblätter jedes Patienten durchzugehen, um festzustellen, wer überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre, die drei anderen Morde zu begehen, von denen sie glaubte, dass sie mit dem Mord an Shortblond in Verbindung standen. Folglich hatte sie noch drei weitere Daten. Jeder dieser Morde war wenige Tage oder Wochen vor dem jeweiligen Leichenfund verübt worden. Eindeutig war der überwältigende Teil der Klinikinsassen in dem fraglichen Zeitraum nicht draußen auf der Straße gewesen. Die langjährigen Patienten, besonders die älteren, ließen sich also einfach aus ihrer Untersuchung streichen. Diese erste Klärung ihrer Vorgehensweise teilte sie weder Dr. Gartelil noch Mr. Evans mit, obwohl Francis und Peter davon wussten. Als sie Mr. Evil um die entsprechenden Unterlagen zum Amherstbau bat, erzeugte sie einige Spannungen. »Selbstverständlich«, sagte er, »ich habe die Hauptakten in den Schränken in meinem Büro. Sie können jederzeit kommen und sie dort einsehen.« Lucy stand vor ihrem eigenen Büro. Es war früh am Nachmittag, und Mr. Evil war bereits zweimal an diesem Morgen vorbeigekommen und hatte laut angeklopft, um zu fragen, ob er irgendwie behilflich sein könne, und um Francis und Peter daran zu erinnern, dass ihre reguläre Gruppensitzung zur gewohnten Zeit stattfinden und ihre Anwesenheit erwartet würde. »Jetzt ginge es«, sagte sie und betrat den Flur, »doch Mr. Evil wünschte, etwas klarzustellen.« »Nur Sie«, sagte er steif, »nicht die anderen beiden.« »Sie helfen mir«, sagte sie, »das wissen Sie doch.« Mr. Evil nickte, wechselte jedoch nahtlos in ein energisches Kopfschütteln. »Ja, das mag schon sein«, sagte er bedächtig, »das wird sich erweisen. Sie wissen, dass ich da meine Zweifel hege. Das gibt Ihnen jedoch noch lange nicht das Recht, vertrauliche Akten der anderen Patienten einzusehen. Diese Unterlagen enthalten sensible, persönliche Informationen, die aus Therapiegesprächen mit diesen Patienten gewonnen wurden, und ich kann nicht zulassen, dass diese Informationen anderen Patienten, dieser kleinen Anstalt hier, zur Kenntnis gelangen. Das wäre unethisch von mir und würde zudem gegen Bestimmungen im Datenschutzgesetz verstoßen. Das müsste Ihnen doch eigentlich klar sein, Miss Jones.« Lucy schwieg und dachte über das, was er gesagt hatte, nach. »Tut mir leid«, erwiderte sie langsam. »Natürlich haben Sie recht. Ich hatte einfach nur angenommen, dass die besonderen Erfordernisse der Situation Ihnen einen gewissen Spielraum verschaffen würden.« Er lächelte. »Natürlich, und ich möchte Ihnen den größtmöglichen Spielraum bei Ihrer aussichtslosen Jagd zubilligen. Aber ich kann nicht das Gesetz übertreten, und es wäre auch nicht fair, von Ihnen, mich oder einen der anderen Heimleiter darum zu bitten.« Mr. Evil trug langes, braunes Haar zur Goldrandbrille, was ihm ein ungepflegtes Aussehen verlieh. Zum Ausgleich sah man ihn oft mit Krawatte und weißem Hemd, obwohl andererseits seine Schuhe immer abgenutzt waren. Es war, musste Francis denken, ein bisschen so, als wollte er weder der Rebellion noch dem Status Quo zugeordnet werden. Dass er sich zu keiner von beiden Fraktionen durchringen konnte, versetzte Mr. Evil in eine prekäre Lage. »Richtig«, sagte sie, »das möchte ich natürlich nicht.« Besonders da, ich bis jetzt noch keine stichhaltigen Beweise für Ihre Theorie bekommen habe, dass es die mythische Person, die Sie verfolgen, auch tatsächlich gibt. Zunächst antwortete sie darauf nicht, sondern lächelte nur. »Und«, sagte sie, um das unangenehme Schweigen zwischen Ihnen zu brechen, »und was genau schwebt Ihnen davor?« Evans lächelte ebenfalls, als ob er den kleinen Schlagabtausch genöße. Stoß, Parade, Attacke. »Etwas, was über Mutmaßungen hinausgeht«, sagte er, »vielleicht ein glaubwürdiger Zeuge, auch wenn mir im Moment noch schleierhaft ist, wo Sie den in einer Nervenheilanstalt hernehmen wollen.« Er sagte das mit einem kurzen Lachen, als wäre es ein Witz. »Oder vielleicht auch die Mordwaffe, die bislang noch nicht aufgetaucht ist. Etwas Konkretes, etwas Handgreifliches.« Wieder schien er so tun zu wollen, als wäre die ganze Sache äußerst amüsant, zumindest für ihn. »Natürlich sind Begriffe wie konkret und handgreiflich nicht so leicht auf diese kleine Welt hier anwendbar, Miss Jones, wie Sie auch schon gemerkt haben durften. Sie wissen so gut wie ich, Miss Jones, dass Geisteskranke, statistisch gesehen, eine viel, viel größere Gefahr für sich selbst darstellen als für andere.« »Vielleicht ist derjenige, den ich suche, gar nicht im engeren Sinne das, was Sie unter geisteskrank verstehen«, sagte Lucy, »eine ganz und gar andere Kategorie.« »Nun ja«, erwiderte Evans, »das mag der Fall sein. Das ist sogar wahrscheinlich, aber was wir hier in Fülle haben, ist die erstere Kategorie und nicht die letztere.« Dabei wies er mit einem angedeuteten Kopfnicken und einer ausgreifenden Handbewegung in die Richtung seines Büros. »Wollen Sie immer noch die Akten einsehen?«, fragte er. Lucy drehte sich zu Peter und Francis um. »Ich muss das machen. Wenigstens schon mal anfangen. Ich sehe sie dann nachher.« Peter sah ärgerlich zu Mr. Evans hinüber, der es vermied, in seine Richtung zu blicken, sondern stattdessen Lucy Jones den Flur entlang begleitete und Patienten, die sich an ihn wenden wollten, mit einer brüsten Handbewegung abwies. »Fast wie ein Mann«, dachte Francis, »der sich mit einer Machete einen Weg durch den Dschungel bahnt.« »Wäre zu schön«, sagte Peter im Flüsterton, »wenn sich herausstellte, dass dieser Hurensohn der Kerl ist, den wir jagen.« »Das wäre schon wirklich was Besonderes.« »Dann hätte sich die ganze Zeit hier drin gelohnt.« Er brach in ein kurzes Gelächter aus. »Ach ja, Seabird, so einfach wird's einem leider nicht gemacht. Und wie heißt es noch so schön? Hüte dich davor, zu bekommen, was du dir wünschst.« Doch während er noch sprach, starrte er weiterhin nach Mr. Evans. Er wartete ein Weilchen und fügte hinzu. »Ich rede noch mal mit Napoleon.« Peter seufzte. »Vielleicht kann er uns mit der Sicherheit des 18. Jahrhunderts weiterhelfen.« Francis wäre mitgekommen, doch er zögerte, als Peter mit zügigen Schritten Richtung Tagesraum eilte. In dem Moment sah er Big Black an der Flurwand gelehnt eine Zigarette rauchen. Seine weiße Uniform blendete im Licht, das durch die Fenster strömte. Aus irgendeinem Grund wirkte Big Blacks Haut in diesem Licht noch dunkler. Und Francis sah, dass der Pfleger sie beobachtet hatte. Er ging hinüber, und der Hühne löste sich von der Wand, bevor er seine Zigarette auf den Boden warf. »Vleichte Angewohnheit«, sagte Big Black. »Eine, die sich ungefähr genauso schnell ins Grab bringen kann wie alles andere hier.« »Vleicht. Bin mir da nicht so sicher, nach allem, was passiert ist. Aber fang nicht wie alle anderen auch noch damit an, Seabird. Eine Menge schlechte Angewohnheiten hier drin, und man kann nicht viel dran machen. »Versuchen Sie schlechte Angewohnheiten, aus dem Weg zu gehen, Seabird, und früher oder später sind Sie draußen.« Francis antwortete nicht. Stattdessen sah er zu, wie der Pfleger den Flur hinunterstarrte, einen Patienten ins Visier nahm, dann einen anderen, in Wahrheit aber offensichtlich mit seinen Gedanken woanders war. Nach einer Weile fragte Francis, »Wieso hassen die beiden sich, Mr. Moses?« Big Black beantwortete die Frage nicht direkt, sondern sagte nur, »Weißt du, da unten im Süden, wo ich geboren bin, da gab's manchmal diese alten Frauen, die vorher merkten, wenn sich das Wetter änderte. Sie wussten, wenn Stürme vom Meer her drohten, und besonders zur Zeit des Hurricanes waren sie ständig unterwegs, atmeten die Luft ein, hatten kleine Zaubergesänge und Sprüche auf den Lippen, oder warfen Knöchelchen und Muscheln auf ein Stück Tuch. »Ein bisschen wie Hexerei, nehme ich mal an. Und jetzt, wo ich ein aufgeklärter Mann bin und in einer modernen Welt lebe, Seabird, bin ich nicht so dumm, an all diese Sprüche und magischen Beschwörungen zu glauben. Das Problem ist nur, dass sie immer Recht behielten. Stand ein Sturm bevor, wussten sie es lange vor allen anderen. Sie waren es, die den Leuten sagten, sie sollten das Vieh in den Stall treiben, das Dach auf dem Haus reparieren, vielleicht ein Vorrat Wasser in Flaschen füllen, nur für den Notfall, den niemand kommen sah. Der aber trotzdem eintraf. »Es gibt keinen Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Er gibt aber Sinn, wenn man es lässt.« Er lächelte und legte Francis die Hand auf die Schulter. »Was meinst du, Seabird? Magst du auch, dass ein Sturm im Anmarsch ist, wenn du dir die beiden anschaust und siehst, wie sie sich benehmen?« »Ich verstehe sie immer noch nicht, Mr. Moses.« Der Hühner schüttelte den Kopf. »Sagen wir es mal so. Evans, er hat einen Bruder. Und vielleicht hat das, was Peter angestellt hat, was mit dem Bruder zu tun. Und deshalb hat Evans, als Peter herkam, gleich dafür gesorgt, dass er für seine Beurteilung zuständig ist. Peter sollte von vornherein wissen, egal was Peter will, Evans wird dafür sorgen, dass er es nicht bekommt.« »Aber das ist doch nicht fair«, sagte Francis. »Habe ich auch nicht behauptet, Seabird. Habe überhaupt nichts davon gesagt, ob irgendwas fair ist oder nicht. Habe nur gesagt, dass das vielleicht zu dem Ärger gehört, der uns möglicherweise ins Haus steht. Stimmt's?« Big Black nahm seine Hand von Francis' Schulter und steckte sie in die Tasche. Dabei rasselte der Schlüsselbund an seinem Gürtel. »Mr. Moses?« »Diese Schlüssel. Können Sie damit hier drinnen überall rein?« Er nickte. »Hier drinnen. Aber auch in allen anderen Wohnheimen. Damit kann man auch die Schlösser zum Sicherheitsdienst aufschließen. Schlafsaaltüren. Damit kommt man sogar in die Isolierzellen. Du willst zum Haupteingang raus, Francis? Die hier zeigen dir, wo's lang geht.« »Wer hat alles solche Schlüssel?« »Pflegestationsleiter. Leute vom Sicherheitsdienst, Pfleger wie ich und mein Bruder.« »Hauptpersonal.« »Wissen die zu jeder Tageszeit, wo sich die Schlüssel befinden?« »Solten sie zumindest. Aber wie bei allem hier muss das, was sein sollte und das, was ist, nicht immer ein und dasselbe sein.« Er lachte. »Jetzt fängst du allmählich an, Fragen zu stellen wie Miss Jones und Peter. Er weiß, wie man Fragen stellt. Du lernst es gerade.« Francis quittierte das Kompliment mit einem Lächeln. »Ich frage mich«, sagte er, »ob sie rund um die Uhr genauen Aufschluss darüber haben, wo all diese Schlüssel sind.« Big Black schüttelte den Kopf. »Haha, die Frage hast du noch nicht ganz richtig gestellt, Siebert. Versuch's noch mal. Fehlen irgendwelche Schlüssel?« »Ja, so muss die Frage lauten, nicht wahr?« »Ja, es fehlen Schlüssel.« »Und hat schon jemand danach gesucht?« »Ja, aber vielleicht ist Suchen nicht das richtige Wort. Die Leute haben an all den offensichtlichen Stellen nachgesehen und einfach aufgegeben, als sie sie nirgends fanden.« »Und wer hat sie verloren?« »Nun ja«, sagte Big Black mit einem Grinsen. »Dabei handelt es sich doch wahrhaftig um unseren guten, alten Mr. Evans.« Der riesenhafte Aufseher brach wieder in Gelächter aus, und als er den Kopf zurückwarf, entdeckte er seinen kleineren Bruder, der auf sie zukam. »Hey«, rief er ihnen zu. »Siebert begreift allmählich, wie der Hase läuft.« Francis sah, wie die Schwestern hinter dem Maschendraht der Pflegestation aufsahen und lächelten, als wäre das ein Witz gewesen. Auch Little Black grinste, während er auf die beiden zuschlenderte. »Wissen Sie was, Francis?« sagte er. »Was denn, Mr. Moses?« »Also, wenn Sie kapieren, wie diese Welt hier funktioniert«, er wedelte mit dem Arm herum, um die ganze Station einzubeziehen. »Und es macht so richtig schönen Klick bei Ihnen. Dann kapieren Sie auch die Welt da draußen, direkt hinter diesen Wänden. Also, das kriegen Sie dann auch auf die Reihe, wenn man die lässt.« »Und was kann ich tun, damit man mich lässt, Mr. Moses?« »Ist das nicht die Frage aller Fragen, kleiner Bruder? Das ist die große Frage, die sich hier drin jede Minute, jeden Tag einer stellt.« »Es gibt Möglichkeiten, Siebert. Zumindest mehr als nur eine Möglichkeit. Aber dafür gibt's keine einfachen Rezepte.« »Du dies, du das, und schon lassen sie dich?« »Nee, so läuft das nicht.« »Sie müssen rausfinden, wie's bei Ihnen klappen könnte.« »Dann schaffen Sie's auch, Siebert.« »Wissen nur die Augen offen halten, damit Sie Ihre Chance nicht verpassen.« »Da liegt der Hase im Pfeffer, nicht wahr?« Francis wußte nicht, was er sagen sollte. Aber er war fest davon überzeugt, dass sich der ältere Bruder irrte. Und er glaubte nicht, dass er über irgendwelche Fähigkeiten verfügte, irgendeine Welt, welche auch immer, zu verstehen. Tief drinnen rumorten ein paar von seinen Stimmen, und er versuchte, auf das, was sie sagten, zu hören, denn er vermutete stark, dass sie zu dem Thema ihre eigene Meinung hatten. Doch als er sich konzentrierte, merkte er, wie beide Pfleger ihn beobachteten und ihm sein Innerstes im Gesicht ablasen. Und einen Moment lang fühlte er sich nackt, als hätte man ihm die Kleider vom Leib gezarrt. Also lächelte er stattdessen so freundlich, wie er konnte, bevor er die beiden stehen ließ und den Flur entlang wanderte. Er beschleunigte seine Schritte im Takt zu all den Zweifeln, die in seinem Innern trommelten. Lucy saß am Schreibtisch in Mr. Evans' Büro, während er einen von vier Aktenschränken durchstöberte, die an der Wand aufgestellt waren. Ihr Blick wurde von einem Foto auf der Ecke angezogen, einem Hochzeitsbild. Sie sah Evans das Haar ein wenig kürzer geschnitten und glatter gekämmt in einem blauen Nadelstreifenanzug, der aber nur seinen hageren Körperbau unterstrich, neben einer jungen Frau in einem weißen Kleid, das eine fortgeschrittene Schwangerschaft kaum verbergen konnte, mit einem Blumenkranz im gekräuselten braunen Haar. Sie standen inmitten einer Gruppe, die von sehr alt bis sehr jung reichte und, wie Lucy fand, dasselbe aufgesetzte Lächeln an den Tag legte. Im Kreis der Hochzeitsgesellschaft befand sich auch ein Mann in wallendem Priestergewand, dessen goldener Brokat das Blitzlicht einfing, und leicht verzögert erkannte Lucy, dass er fast das genaue Ebenbild des Psychologen war. »Sie haben einen Zwillingsbruder?«, fragte sie. Evans schaute auf, sah, dass sich Lucys Augen auf das Foto richteten, und drehte sich mit einem Haufen gelber Aktenmappen im Arm zu ihr um. »Liegt in der Familie«, sagte er. »Meine Töchter sind auch Zwillinge.« Lucy sah sich um, konnte aber kein Foto entdecken. Er sah ihren forschenden Blick und fügte hinzu, »Wir leben bei Ihrer Mutter. Sagen wir einfach, wir machen eine etwas schwierige Phase durch.« »Gut mir leid für Sie«, sagte sie und verkniff sich die Bemerkung, dass das nicht erklärt, wieso er kein Foto von Ihnen an der Wand hatte. Er zuckte die Schultern und knallte die Akten vor ihr auf den Schreibtisch. Sie schlugen dumpf auf. »Wenn man als Zwilling groß wird, gewöhnt man sich an sämtliche Witze. Es sind immer dieselben, wissen Sie? Gleichen sich wie ein Ei dem anderen, woran kann man die unterscheiden? Denkt ihr zwei denn auch dasselbe? Wenn Sie in dem Bewusstsein aufwachsen, dass in dem Hochbett über Ihnen Ihr genauer Abklatsch liegt, dann prägt das Ihre Sicht der Dinge, Miss Jones, am guten wie im schlechten Sinn. »Sinnen Sie eineiige Zwillinge?« fragte sie. Letztlich nur, um das Gespräch in Gang zu halten, denn ein einziger Blick auf das Bild beantwortete die Frage. Mr. Evans zögerte. Er kniff die Augen zusammen und seine Worte nahmen einen eisigen Ton an. »Waren wir mal.« »Jetzt nicht mehr.« Sie sah ihn verständnislos an. Evans hüstelte und fügte dann hinzu, »Wie wäre es, wenn Sie Ihren neuen Freund und Ermittlerkollegen bitten würden, Ihnen diese Feststellung näher zu erklären? Der kann Ihnen darauf nämlich viel besser Auskunft geben als ich. Fragen Sie Peter the Fireman, den Burschen, der anfängt, Brände zu löschen und schließlich welche legt.« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte und zog statt einer Antwort die Akten zu sich heran. Mr. Evans nahm ihr gegenüber Platz, lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und sah zu, was sie machte. Lucy mochte nicht, wie er sie anstarrte. Seine Aufdringlichkeit bereitete ihr Unbehagen. »Hätten Sie vielleicht Lust, mir zu helfen?« fragte sie abrupt. »Was mir vorschwebt, ist eigentlich nicht so schwierig. Zunächst mal möchte ich einfach die Männer ausklammern, die hier in der Klinik waren, als die drei anderen Morde passiert sind. »Das heißt, wenn Sie hier waren«, er unterbrach sie, »dann konnten Sie nicht da draußen sein. Dazu müssen wir lediglich die Daten abgleichen.« »Richtig«, sagte sie. »Nur, dass es dabei ein paar Dinge gibt, die das ein bisschen komplizieren.« Sie schwieg einen Moment, dann fragte sie, »und die wären?« Evans rieb sich das Kinn, bevor er antwortete. »Es gibt einen kleinen Prozentsatz an Patienten, die auf freiwilliger Basis eingeliefert wurden. Die können Beurlaubung beantragen, zum Beispiel am Wochenende, in der Obhut von Angehörigen. Es wird sogar begrüßt. Es ist daher denkbar, dass jemand, der seiner Akte nach ein Vollzeitinsasse der Anstalt ist, trotzdem eine gewisse Zeit außerhalb dieser Mauern verbracht hat. Natürlich unter Aufsicht. Es trifft allerdings nicht auf Patienten zu, die per Gerichtsbeschluss hergekommen sind. Und auch nicht auf diejenigen, die vom zuständigen Personal als eine Gefahr für sich selbst oder auch als gemeingefährlich eingestuft sind. Falls Sie aufgrund einer Gewalttat hier sind, dann bekommen Sie keinen Ausgang, nicht einmal für einen Familienbesuch. Es sei denn, ein zuständiger Mitarbeiter würde darin einen akzeptablen Bestandteil des Therapiekonzepts sehen. Es würde allerdings auch von den Medikamenten abhängen, die der Patient zu dem Zeitpunkt bekommt. »Nimmt er Tabletten, kann jemand über Nacht nach Hause geschickt werden, aber nicht, wenn er Injektionen braucht. Verstehen Sie?« »Ich denke schon.« Und fuhr Evans fort und kam, während er sprach, richtig in Fahrt. »Es gibt Verhandlungen. Wir müssen unsere Fälle in regelmäßigen Abständen wie in einem gerichtlichen Verfahren vorstellen, in denen wir begründen, wieso jemand hier behalten oder in einigen Fällen entlassen werden sollte. Dazu kommt ein Anwalt, der die Interessen der Öffentlichkeit vertritt, aus Springfield rauf. Und wir haben auch einen Patientenanwalt, der zusammen mit Dr. Gartelil und einem Kerl aus der psychiatrischen Abteilung des Gesundheitsamts im Gutachterausschuss sitzt. Ein bisschen so wie im Gefängnis ein Gremium, das über die Gewährung von Hafturlaub entscheidet. Diese Verfahren finden von Zeit zu Zeit statt und haben eine irrtumsanfällige Erfolgsbilanz.« »Was verstehen Sie unter Irrtumsanfällig?« »Leute werden entlassen, weil sie als stabilisiert gelten, und dann kommen sie nach ein paar Monaten wieder, weil sie dekompensieren. In der Behandlung von Geisteskranken gibt es so was wie eine Drehtür oder auch Tretmühle. Aber die Patienten, die Sie hier im Amherst-Gebäude haben, ich weiß nicht, ob wir derzeit irgendwelche Patienten haben, die, im sozialer wie psychischer Hinsicht, eine Beurlaubung vertragen würden. Wenn's hochkommt, eine Handvoll vielleicht. So viel ich weiß, sind bis auf Weiteres keine Verhandlungen vorgesehen. Ich müsste allerdings nachsehen. Was die anderen Gebäude betrifft, bin ich vollkommen überfragt. Das müssten Sie mit den entsprechenden Kollegen dort klären. »Ich denke, wir können die anderen Gebäude ausklammern,« sagte Lucy kurz und bindig. »Schließlich wurde Shortblond hier ermordet, und ich hege die starke Vermutung, dass wir den Täter hier finden.« Mr. Evans setzte ein unangenehmes Lächeln auf, als sei ihr der unfreiwillige Witz in ihrer Feststellung entgangen. »Wieso gehen Sie davon aus?« Sie wollte etwas erwidern, überlegte es sich aber. »Ich dachte nur«, fing sie nach einer Weile an, doch er fiel ihr ins Wort. »Falls unser großer Unbekannter so schlau ist, wie Sie meinen, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es für ihn kein unüberwindliches Hindernis darstellt, spätabends von einem Gebäude zum anderen zu kommen.« Aber das Gebäude wird doch vom Sicherheitsdienst patrouilliert. Würden die jemanden, der zwischen den Wohnheimen hin und her läuft, nicht entdecken? »Wir sind leider wie so viele staatliche Einrichtungen unterbesetzt, und die Rundgänge des Wachdienstes finden in regelmäßigen Abständen statt, sodass man ihnen ohne allzu große Probleme ausweichen könnte, wenn man es darauf angelegt hat. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, sich unbemerkt auf dem Gelände zu bewegen.« Lucy zögerte wieder, als ihr eine Frage einfiel, die sich, wie sie merkte, unbedingt stellte. Doch Mr. Evans nutzte die kurze Pause, um seine eigene Meinung dazu abzugeben. »Lanky«, sagte er mit einer knappen, nonchalanten Handbewegung. »Lanky hatte sowohl die Möglichkeit als auch die entsprechende Motivation, und er hatte am Ende das Blut des Opfers an seinen Sachen. Ich kann einfach nicht ganz nachvollziehen, wieso Sie so viel intensiver nach jemand anderem suchen. Ich will ja gerne einräumen, dass Lanky in vielerlei Hinsicht ein sympathischer Kerl ist, aber er war gleichzeitig paranoid schizophren und wiederholt gewalttätig, besonders gegenüber Frauen, die er oft als Werkzeug des Satans betrachtete. Wenn Sie sich die Mühe machen würden, seine Akte noch mal zu lesen, die die Polizei bei seiner Verhaftung mitgenommen hat, dann würden Sie einen Eintrag von mir darin finden, wonach er möglicherweise überspielen konnte, dass seine Medikamente, die er täglich nahm, nicht hoch genug dosiert waren. Ich hatte sogar angeordnet, dass er in den kommenden Tagen intravenöse Injektionen bekäme, weil ich das Gefühl hatte, dass die oralen Verabreichungen nicht die gewünschte Wirkung zeigten. Wieder antwortete Lucy nicht. Sie wollte Mr. Evans sagen, dass ihrer Überzeugung nach allein schon die Verstümmelung der Hand Lanky entlastete, doch sie behielt diese Einschätzung für sich. Evans schob ihr die Akte hin. »Trotzdem können Sie«, sagte er, »wenn Sie die hier und die tausend in den anderen Gebäuden dazu durchgehen, eine Reihe von Leuten ausklammern. Ich denke, ich würde Zeiträume und Daten vernachlässigen und mich mehr auf die Diagnosen konzentrieren. Danach können Sie die geistig zurückgebliebenen ausklammern, genauso die katatonischen Fälle, die weder auf Medikamente noch auf Elektroschocktherapie ansprechen, weil sie einfach physisch zu einer solchen Tat nicht fähig sind. Und dann auch die anderen Persönlichkeitsstörungen, die gegen das sprechen, wonach Sie suchen. Ich bin gar nicht bereit, Ihnen Fragen zu beantworten, die sich vielleicht daraus ergeben. Aber der knifflige Teil, na ja, der liegt bei Ihnen.« Er lehnte sich zurück und sah ihr zu, wie sie das erste Dossier zu sich heranzog und aufschlug, um es sich anzusehen. Da er nicht recht wußte, was er sonst machen sollte, lehnte sich Francis vor Mr. Evils Büro an die Wand. Es dauerte nicht lange, bis er Peter the Fireman den Flur herunterschlendern sah, um sich zu ihm zu gesellen. Peter lehnte sich ebenfalls mit dem Rücken an die Wand und starrte zu der Tür, die sie von Lucy und den Akten, über denen sie brütete, trennte. Er atmete langsam mit einem pfeifenden Geräusch aus. »Hast du mit Napoleon geredet?« Er wollte Schach spielen, also habe ich mich zu einer Partie breitschlagen lassen, und er hat mich in die Pfanne gehauen. Es ist trotzdem lehrreiches Spiel für einen Ermittler. »Wieso?« »Weil es unendlich viele Varianten für eine Gewinnstrategie gibt, man aber trotzdem bei den möglichen Zügen durch die spezifischen Regeln eingeschränkt ist, nach denen jede Figur übers Brett ziehen kann. Ein Springer darf so.« Er machte mit der Hand eine Bewegung nach vorn und zur Seite. »Ein Läufer darf dagegen so.« Er zeigte mit der flachen Hand in die Diagonale. »Spielst du Schach, Siebert?« Francis schüttelte den Kopf. »Solltest du lernen?« Während sie sich unterhielten, schlurfte ein stämmiger, untersetzter Mann, der im dritten Stock wohnte, heran, und blieb ihnen gegenüberstehen. Er hatte einen Gesichtsausdruck, den Francis bei den vielen geistig Behinderten in der Anstalt leicht wiedererkannte. Es war eine Mischung aus Verständnislosigkeit und Wissbegier, als suchte der Mann eine Antwort auf etwas, wusste aber, dass er sie nicht verstehen konnte, weshalb er sich mehr oder weniger in einem Dauerzustand der Frustration befand. Es gab im Amherst und in der gesamten Western-State-Klinik Männer wie diesen hier, und jeden Tag aufs Neue machten sie Francis Angst, weil sie alles in allem überaus gutmütig waren, aber zu plötzlichen, unvorhersehbaren Wutanfällen neigten. Daher hatte er schnell begriffen, dass er um die Zurückgebliebenen besser einen großen Bogen machte. Als Francis ihm einen Blick zuwarf, riss er die Augen auf und gab einen knurrenden Laut von sich, als ärgerte er sich darüber, dass so vieles von der Welt außerhalb seiner Reichweite lag. Es folgte eine Art kurzes Gurgeln, und er starrte Peter und Francis weiterhin unverwandt an. Peter erwiderte seinen Blick ebenso unerbittlich. »Was gucken Sie so?« fragte er. Der Mann gurgelte einfach nur ein wenig lauter. »Was wollen Sie?« fragte Peter. Er löste sich von der Wand und straffte sich. Der geistig Zurückgebliebene stieß einen langen Grunzlaut aus, wie ein wildes Tier, das auf einen Rivalen losgeht. Mit eingezogenen Schultern kam er einen Schritt näher. Sein Gesicht verzarrte sich, und Francis hatte das Gefühl, dass die Beschränktheit seines Vorstellungsvermögens den Mann umso gefährlicher machte, da Zorn im Rahmen seiner dürftigen Möglichkeiten fast das Einzige war, was ihm zur Verfügung stand. Und es wäre unmöglich gewesen, festzustellen, woher er rührte. Er brach einfach in diesem Moment an dieser Stelle aus ihm heraus. Der Mann ballte die Fäuste und stieß sie zwischen ihnen beiden wild in die Luft, als schlüge er auf eine Vision ein. Peter machte noch einen Schritt auf ihn zu und blieb stehen. »Das ist besser, Kumpel«, sagte er. Allem Anschein nach wollte der andere zum Angriff übergehen. »Es ist es nicht wert«, wiederholte Peter. Doch während er sprach, wappnete er sich. Der Behinderte kam noch einen einzigen Schritt auf sie beide zu, dann blieb er stehen. Während er seinem offenbar gewaltigen und unterdrückten Zorn in grunzlauten Luft machte, hob er plötzlich eine Faust und schlug sie sich an die Schläfe. Der Schlag hallte durch den Flur wieder. Dann ließ er einen zweiten, ebenso lauten hören. Neben seinem Ohr war ein kleines Rinnsal Blut zu sehen. Weder Peter noch Francis rührten sich vom Fleck. Der Mann stieß einen Schrei aus, der zugleich von Triumph und qualvoller Niederlage zeugte. Francis hätte nicht sagen können, ob das als Alarmsignal zu deuten war. Der Behinderte gab einen Seufzer von sich und richtete sich auf. Er sah Francis und Peter an und schüttelte den Kopf, als hätte er etwas im Auge. Urplötzlich zog er verständnislos die Augenbrauen zusammen, als sei ihm in diesem Moment eine entscheidende Frage ins Bewusstsein gedrungen und zugleich mit der Frage auch die Offenbarung gekommen, wie die Antwort lautete. Daraufhin verzog sich sein Mund halb zu einem Knurren, halb zu einem Lächeln. Er drehte ab, schlurfte weiter durch den Flur und brabbelte vor sich hin. Francis und Peter sahen ihm nach, wie er sich schwankend entfernte. »Was sollte das Ganze?« fragte Francis mit etwas wackeliger Stimme. Peter schüttelte den Kopf. »Nichts weiter«, erwiderte er leise. »Wir drinnen kann man eben nie wissen. Stimmt's? Du kannst nicht sagen, wieso jemand explodiert. Hosser Gott, Siebert, das ist der seltsamste Ort, an dem wir landen konnten. Unser Pech. Die beiden Männer lehnten sich mit dem Rücken an die Wand. Peter schien von der beinahe Attacke mitgenommen, als hätte sie ihm etwas klargemacht. »Eißt du, Siebert?« »Als ich in Vietnam war, fand ich alles dort ziemlich bizarr. Die ganze verfluchte Zeit überstanden uns unentwegt eigenartige Dinge bevor. Eigenartig und tödlich. Aber wenigstens waren sie noch irgendwie mit dem Verstand nachzuvollziehen. Ich meine, immerhin waren wir dort, um sie zu töten. Und sie waren da, um uns zu töten.« Hatte eine gewisse perverse Logik. Und als ich, nachdem ich wieder zu Hause war, zur Feuerwehr ging, so bei einem Brand, da weißt du manchmal, dass es ziemlich riskant wird. Ende stürzen ein, der Boden gibt nach, überall Rauch und Flammen. Aber selbst da gibt's noch so was wie eine letzte kosmische Ordnung hinter allem. Feuer brennt nach bestimmten Mustern, wird von bestimmten Materialien angefacht, und wenn man weiß, was man tut, kann man gewöhnlich die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aber das hier ist was anderes. Es ist, als würde es unentwegt überall gleichzeitig brennen. Es ist, als wäre alles verdeckt und mit Sprengsätzen versehen. »Hättest du dich mit ihm geprügelt?« »Här mir denn was anderes übrig geblieben?« Er warf einen langen Blick auf die Patienten ringsum, die durchs Gebäude wandelten. »Wie kann man hier drinnen überleben?« fragte er. Francis wußte die Antwort nicht. »Ich weiß nicht, ob das überhaupt vorgesehen ist«, wüsstete er. Peter nickte und hatte plötzlich zu seinem süßsauren Grinsen zurückgefunden. »Das, mein junger, verrückter Freund, ist vielleicht die absolut treffendste Bemerkung, die ich je von dir gehört habe.« Sollte, mein junger, verrückter Freundin, darf ich auch nicht mehr durch die Antworten expeditionieren nach expediten. Vielen Dank.